Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese Folge wurde am 22. März 2022 aufgenommen. Ist Schriftstellerin und auch Sachbuchautorin. Der aktuelle Roman ist Der verlorene Sohn. Und es gibt aber ein neueres Sachbuch, die Macht der Mehrsprachigkeit. Ich glaube, die russische Propaganda war schon mal besser. Nicht, dass ich unbedingt ein Fan des Geheimdienstes bin, aber es funktioniert einfach nichts. Es sind allein die letzten Auftragsmorde. Aber das Problem ist ja, dass auch lebenswichtige Medikamente nicht mehr verfügbar sind in Russland. Kinnehuspitzen schlagen einen Alarm, dass sie einfach die Kinder nicht mehr versorgen können. Und ich glaube, das Schlimmste steht den Leuten eigentlich erst noch bevor. Ich definiere mich selber auch als jüdisch. Wo du nicht gläubig bist. Ich bin überhaupt nicht gläubig. Aber ich glaube, für mich ist das eine kulturelle Performance. Wo es darum schon immer geht. Und das ist halt nicht fair. Aber Religionen sind nicht fair. Das ist eine archaische Religion. Ich habe meinen Pass verloren. Also ich habe den nicht verloren. Ich habe den Pernomone-Nine-Stand einfach da gelassen. Und den Rastepaar nicht da anzurufen. Und zu sagen, kann ich bitte meinen Pass wieder haben. Also habe ich nur einen beantragt. Und dann hieß es, sie müssen jetzt beweisen, dass sie deutsch sind. Und? Sie haben einfach die Staatsbürgerschaft aus dem Computer gelöscht. Aus Versehen. Und ich möchte mich ehrlich gesagt nicht dazu äußern. Es ist irgendwie zwischen Beschimpfen und Unverständnis und ganz großer Liebe. Es ist bei uns einfach ein Abendessen. Also ich fühle gerade ganz so sehr harmlos. Was halt super ist. Da kann man irgendwie alle Fragen stellen, die Leute beantworten. Alles bereitwillig. Du sitzt im Zoom-Call jemandem gegenüber, der plötzlich sagt, ja, ich habe Menschen umgebracht. Elf. Hallo, hier ist Allesgesagt. Der unendliche Podcast von ZEIT Online und ZEIT Magazin, der erst zu Ende ist, wenn unsere Gästin sagt, jetzt ist alles gesagt. Oder beziehungsweise das Schlusswort sagt. Und heute begrüßen wir die wahrscheinlich vielstimmigste Stimme der deutschen Literatur. Olga Krasnjöfer, herzlich willkommen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Und das war die Stimme von Jochen Wegner, Chefredakteur von ZEIT Online und Gastgeber von Allesgesagt. Und die andere Stimme ist die Stimme von Christoph Armin, Editorial Director des ZEIT Magazins. Und neben diesem Podcast nochmal Podcaster mit Was machst du am Wochenende? Sofort runterladen. Und wir bedanken uns bei unserem Team, Hanna Schraven und Vincent Mank, für die wie immer fantastische Vorbereitung. Und Maria ist wieder da, frisch aus Texas zurück. Hatten dich schon vermisst. Du sitzt wieder am Küchentisch. Wir sind auch im Wohnzimmerstudio, 18 Mal PCR getestet. Und dann darf Christoph. Ja, wenn ihr also noch Wünsche habt, Kritik. Wir sammeln ja wirklich die Gäste Wünsche und laden daraufhin auch ein. Schreibt uns, schreiben sie uns an allesgesagt.de. Es gibt außerdem einen fantastischen Newsletter. Ja, den kann man abonnieren bei www.zeit.de. Slash. Allesgesagt. Allesgesagt. Und es geht, und bevor wir anfangen, müssen wir kurz unsere Gäste noch bitten, uns zu erzählen, was ihr Schlusswort ist. Ich glaube, ich würde einfach Schluss sagen. Mir fehlt mir gerade nicht ein, aber ich glaube bis dahin. Da möchte ich doch. Nein? Nein. Also, wenn wir beraten dürfen. Das Wort Schluss könnte ja zum Beispiel, wir hoffen, dass bald Schluss ist mit dem Krieg oder so. Richtig. Das ist ein sehr ruhigeres Wort. Es könnte zu gewöhnlich sein, um nicht eingesetzt zu werden, versehentlich. Verstehe. Also zum Beispiel frische, fettarme Milch ist doch ein tolles. Möchtest du die Milch haben? Ich glaube, frische, fettarme Milch eignet sich ziemlich gut da. Ja? Ja, das einzige Problem ist, nach acht Stunden, neun Stunden vergessen manche Gäste ja ihr Schlusswort. Ja, das hat es auch schon mal gegeben. Liebe Grüße. Zur Not würde ich mich einfach so verabschieden. Ja, dann läuft er weiter. Dann läuft er weiter. Ja, aber wir können, also wenn wir alle sehr verzeiht sind, wir sind ja nicht, wir wollen ja niemanden zwingen. Nein. Dann geben wir schon. Also wir haben, oder? Aber die Milch steht ja da. Also deswegen glaube ich. Lassen Sie einfach hier stehen. Ja. Wobei meine Mutter, liebe Grüße, würde sagen, so lange möchte man die jetzt nicht draußen stehen lassen, im Warmen. Diese acht Stunden. Die gute, frische Milch. Gut. Das ist übrigens Weidemilch. Jochen, möchtest du unsere Gäste nicht ausführlicher vorstellen? Schade, dass wir jetzt deinen leicht schockierten Gesichtsausdruck nicht… Das ging mir zu schnell. Wir sind zu schnell heute. Ja, ist doch gut. Wir gehen mal ein bisschen schneller rein in die Folge. Olga Gryasnova. Fast richtig. Es ist mir sehr unangenehm. Es heißt Gryasnova. Das heißt Gryasnova, aber das kann keiner aussprechen, weil es damals völlig falsch transkribiert wurde. Es ist so peinlich, weil ich habe tatsächlich mehrere… Weil es falsch transkribiert wurde. Also Baidjan hatte damals ein Abkommen mit der französischen Botschaft. Die kyrillischen Namen sollten dann in die lateinische Schrift übersetzt werden und das ist dabei rausgekommen. Die einzigen, die es aussprechen können, sind die Franzosen. Wie sagen die Franzosen? Also wie sagen die Franzosen? Gryasnova. Gryasnova. Aber ich kann es ja selbst nach 25 Jahren in Deutschland nicht mehr so richtig aussprechen, aber das heißt Schmutz im Russischen. Ja, das habe ich gelesen, aber es ist nicht Gryasnova, sondern… Gryasnova. Ja, aber auch mit so einem… Französischen. Mit so einem I noch dabei ein bisschen. Das ist eigentlich ein Ja. Also den es halt im Deutschen nicht gibt, den Buchstaben Gryasnova. Gryasnova. Es ist immer bescheuert. Ich bin sogar vorbereitet, aber es gab auch mehrere Versionen, die man sozusagen im Audio gefunden hat. Deswegen war ich am Schluss jetzt ganz nervös. Ich würde auch fünf Jahre lang von meinem Klassenlehrer Gryasnova genannt. Das ging auch. Das ist auch schön. Okay. Ist Schriftstellerin und neuerdings auch Sachbuchautorin. Wollte eigentlich mal Journalistin werden und ist es zu unserem großen Glück nicht geworden. Das aktuelle Buch, es gibt zwei, also der aktuelle Roman ist, glaube ich, Der verlorene Sohn, wenn ich jetzt mich nicht irre. Und es gibt aber ein neueres Sachbuch, beide in der Pandemie erschienen, Die Macht der Mehrsprachigkeit. Wir machen immer Fehler bei den Vorstellungen. Auch diesen Disclaimer muss ich machen. Wenn du irgendwas, wir haben übrigens vereinbart, dass wir uns duzen, wenn du irgendwas findest, was Quatsch ist, wie zum Beispiel, ich kann deinen Namen nicht aussprechen, bitte einfach reinrufen. Nein. Es wird auch gerne Wikipedia korrigiert. Ja. Es wird überhaupt ja natürlich im Journalismus geben, werden ja Fehler gemacht. Ja, ständig. Alles korrigiert. Ich habe zum Beispiel, naja, wir reden gleich über deine Schulzeit, da habe ich auch verschiedene Städte und so gefunden. Also bitte. Aber 1984 in Baku geboren, der damals, ich hoffe, das stimmt, war das noch die aserbaidschanische SSR, ist das richtig? Genau. Ach, sie nickt. Der Vater Rechtsanwalt, Mutter Klavierlehrerin und ist also mit ihrem Bruder und ihrer Familie im Kaukasus aufgewachsen, siedelte 96 nach Hessen um und jetzt wird es schon interessant, in ein hessisches Asylbewerberheim, heißen die eigentlich immer noch so, ich weiß es nicht, in Niedermockstadt. Das kann gut sein. Ich habe mich jahrelang gefragt, welche Stadt damals noch hieß, aber ich glaube, dass es tatsächlich Niedermockstadt ist. Ich glaube, es war Niedermockstadt, jedenfalls sagen das die Quellen über dich und was du nicht weißt, ist, auch andere berühmte Menschen sind in dieser Gegend groß geworden. Du ja nicht, Entschuldigung, aber du bist ja auch in der Nähe, hast du auch Abi gemacht. Ich wusste, dass du noch spotten würdest. Moment, und ich habe, ich dachte, ich gucke mal, das ist jetzt wirklich ein Insider, aber Christoph hat innige Verbindung zu Lang Gönz und überhaupt zu dieser. Ja, wo ist das? Lang Gönz ist 20 Autominuten, 23 Autominuten von Niedermockstadt. Das ist richtig, aber ich bin vor allem in Butzbach ja zur Schule gegangen, also im Wetterau-Kreis. Genau. Wir sind also gemeinsam, also ihr seid im Grunde landfrei. Aus der Wetterau-Geflohen. Ja, genau. Ich habe mich total gefreut, dass deine Region mal in diesem Podcast vorkommt. Olga sich wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, es war auch minimal traumatisch, die Gegend. Darüber reden wir später, über das Landleben. Das machen wir gerne. Es gibt ganz viele Quellen, du sprichst auch selbst immer mal wieder drüber, die frühen Schuljahre waren zum Teil nicht so lustig. Es gab damals, ich glaube, es ist heute anders, aber wenig Unterstützung. Man hat dich so reingeworfen in die Schule und entweder sie kommt da mit oder nicht. Und das war wahrscheinlich auch politisch so gewollt. Und dann hat das aber doch ganz gut geklappt mit der Schule. Und du hast zunächst Kunstgeschichte, Slavistik studiert und bis dann aber, und die Quellen sagen, oder du sagst es selbst, irgendwo eher durch Zufall auf einen Studiengang in Leipzig am Literaturinstitut geschossen, über das, den wir schon öfter hier gesprochen haben, in diesem Podcast, viele bekannte Schriftstellerinnen vor allem kommen von da, literarisches Schreiben. Und das Verrückte ist, dass quasi deine Abschlussarbeit auch dein erster Roman geworden ist, der auch gleich irgendwie acht Milliarden Mal verkauft wurde. Das habe ich jetzt erfunden. Ich werde es jetzt einfach nicht korrigieren. Das ist also wirklich unfassbar riesiger Erfolg. Und wie immer, wenn wir mit Schriftstellern zu tun haben, rufe ich so Literaturpäpste an, um mich nochmal rückzuversichern. Ganz tolles Buch. Also mehrere Literaturpäpste grüßen, sagen tolles Buch, tolles Buch, fantastisches Buch. Wir reden später drüber. Du hast so eine Allergie. Ich glaube, das Wort war Migrationsliteratur oder so, über das du auch geschrieben hast. Also reden wir später drüber. Eine Million, ich übertreibe leicht, Stipendien, die sich quasi da und davor schon ergeben haben, die zähle ich jetzt nicht alle auf, aber du bist wirklich rumgekommen, auch in vielen Ländern gewesen, um sozusagen deinen Stipendien nachzugehen, Stoff zu sammeln für verschiedene Bücher, die du geschrieben hast. Ich habe ja noch notiert, du hast davor ein Theaterstück geschrieben, das 2010 erschienen ist, Mitfühlende Deutsche. Und was sehr auffällig ist, vielleicht ist das aber auch normal inzwischen, fast alle deine Romane sind ja auch für die Bühne adaptiert worden. Also mir ist klar, inzwischen ist das, glaube ich, üblich. Ich weiß nicht, ob das damals schon so üblich war, mir ist es jedenfalls aufgefallen, dass es quasi fast nichts gibt von dir, was Fiktion ist, was nicht auch auf einer Bühne dann stattgefunden hat. Vielleicht reden wir da auch noch später drüber. So, die aktuellen Bücher habe ich schon erwähnt. Und was ich mir noch notiert habe, jetzt habe ich wieder so ein Problem. Du bist mittlerweile verheiratet und hast, wenn ich richtig rechne, zwei Kinder. Vom einen weiß man das Geschlecht, vom anderen sagen die Quellen, wissen wir nicht. Das ist genau das andere Geschlecht. Ach so. Knallharte Recherche vor Ort. Und dein Mann ist Schauspieler, stammt aus Syrien und heißt Ayham Majid Aga. Genau. Ich bin happy. Aber ich kann es selber nicht aussprechen. Ist das nicht aber auch ein Topos, das sozusagen auch, also ich habe zufällig, auch in meiner Familie gibt es Menschen mit Migrationsnamen. Meine Freundin hat auch sehr lange, glaube ich, Schwierigkeiten gehabt, als Kind ihren eigenen Namen sozusagen der Verwandtschaft richtig zu sagen. Solche Dinge, das ist so ein Topos. Und dann, was mich brennend interessiert, das war schon ihr kurzes, aber extrem erfolgreiches literarisches Leben. Lebt ihr noch in der Sonnenallee? Habt ihr mal in der Sonnenallee gelebt? Nee, wir leben immer noch dort und so wie es aussieht, werden wir auch niemals ausziehen können. Warum nicht? Weil Berlin… Der Wohnungsmarkt. Ja. Hast du nicht unseren Podcast gehört? Zurück nach Indiwetterau oder Sonnenallee für immer. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die ich noch sehe. Ja, man muss dazu sagen, für alle, die nicht in Berlin wohnen, ich kannte zum Beispiel, mir war die Sonnenallee, ich glaube, aus dem Film bekannt, bevor ich nach Berlin gesehen habe, aber die wahre Sonnenallee, die interessante Sonnenallee, könnt ihr das mal erklären? Also was ist das Besondere an der Sonnenallee? Es ist, glaube ich, sehr divers einfach. Es ist ein bisschen, es ist ziemlich schmutzig. Es ist, glaube ich, so der Albtraum von unserer SPD-Bürgermeisterin, aber es ist eigentlich sehr friedlich, mehr oder weniger zumindest. Es ist eigentlich, mittlerweile wird es die Arabische Straße genannt, seit 2015, weil tatsächlich sehr viele syrische Läden aufgemacht haben, die die libanesischen Läden verdrängt haben. Und sonst, das ist halt sehr laut. Ja. Es fühlt sich nicht an wie Deutschland, ist es, glaube ich, auch nicht. Gut, dass du das sagst, weil ich weiß es noch genau, es ist das erste Mal, ich komme ja vom Land, die Sonnenallee hochgefallen, das gibt es ja nicht, was ist denn das hier? Es ist, du fühlst dich wie auf so einem, also es hat so, für mich ist es wie so ein Bazar, ja es gibt unheimlich viele Läden, die es sonst in Berlin schon gibt, aber nicht so gehäuft. Gleichzeitig ist es ja aber so ein Hip, also Neukölln, wo das so andockt, da zieht, das kann man sich gar nicht mehr leisten, weil es ist so hip, dass man früher da hinzog, weil es halt wahrscheinlich mal günstig war, aber jetzt sind da nur noch schicke neue Restaurants in denen Christoph und ich hoffentlich bald mal wieder essen gehen, aber gleichzeitig gibt es eben diese Sonnenallee-Gemeinde. Okay, ihr lebt also immer noch da. Ja. Weil es ist ja auch fast ein Klischee, also so ein, da ist man dann. Da wurden ehrlich gesagt sogar ziemlich viele Schriftstelle, weil es mir wirklich ziemlich billig war. Ja, ich weiß nur, Deborah Feldmann, mit der wir ja hier auch schon gesprochen haben, ist da zumindest, hat da früher gelebt, ich bin mir nicht sicher, also als sie nach Deutschland gezogen ist, kam sie auch, er hat sie erzählt, in die Sonnenallee, extrem spannender Ort. Wir müssen natürlich über die aktuelle Nachrichtenlage reden, dachte ich mir. Und ich habe mich gefragt, habt ihr gesehen, also in diesem ganzen Schrecken, das Lustigste, was ich gesehen habe, wo ich wirklich schallend lachen musste, waren, als die Kosmonauten, die ISS betreten haben. Habt ihr das gesehen, habt ihr das im Kopf? Die russischen Kosmonauten, die auch aussehen wie russische Kosmonauten, auszusehen haben in meinen Kindheitsträumen mit ihren gelben. Aber in gelb-blau. Ja, ja, in ihren gelb-blauen Anzügen und dann sagen, ja, nö, es war halt gerade noch viel gelb übrig. Was ging Ihnen da durch den Kopf oder was ging dir durch den Kopf, als du das gesehen hast? Ich habe ehrlich gesagt auch gelacht, aber ich glaube nicht, dass es so ein Zufall war, wie sie es, als welchen sie es das Ganze darstellen müssen. Sie haben es, glaube ich, als Zufall verkauft, damit man nicht nachweisen kann, dass es Absicht war. Dieses Land, also die kommen ja irgendwann mal wieder zurück. Ja, genau. Im besten Fall. Was hast du gedacht, als du es gesehen hast? Wie mutig sind die russischen Kosmonauten, die sich gelb-blau anziehen? Es ist ja sowieso eigentlich nicht nur die Astronauten, wo das Riesenproblem ist, sondern es ist ja gerade in ganz Russland, dass eigentlich die ganze Gesellschaft sich extrem verändert. Und auch innerhalb von drei Wochen, also jeder, der irgendwie nur kann, versucht gerade aus Russland rauszukommen. Es sind sehr viele Journalisten abgewandert und eigentlich sehr viele Menschen, die in der Zivilgesellschaft eine extrem wichtige Rolle gespielt haben. Die sind fast alle weg. Von meinen Bekannten ist eine einzige noch übrig geblieben in Moskau. Aber die hat auch mittlerweile, glaube ich, vier Hausdurchsuchungen, weil sie für eine Menschenrechtsorganisation arbeitet. Es war ja schon vorher so, dass eigentlich schon im Sommer ziemlich viele, also im Sommer vorher noch mal ziemlich viele ausgewandert sind. Und jetzt sind es irgendwie so die allerletzten. Und sind viele nach Tbilisi, nach Georgien, glaube ich, oder? Genau, nach Georgien, nach Istanbul und nach Armenien. Das Problem ist halt auch, dass man eigentlich nicht mehr rauskommt wegen der Sanktionen. Es gibt kaum noch Flüge, es gibt kaum noch Verbindungen, eben nur dahin. Und diejenigen, die ein Schenken-Visum hatten, sind eigentlich die allerwenigsten. Die sind irgendwie nach Europa. Und ich glaube, ein paar sind auf Sri Lanka und nach Dubai. Aber das wird auch nicht so lange dauern, weil die Visaset irgendwann mal auslaufen und halt die Situation in Tiflis ist auch nicht gerade gut. Was ich gelesen habe, in den ersten zwei Wochen des Krieges sind 25.000 Russen angekommen. Die Wohnungspreise sind jetzt schon um 50 Prozent gestiegen. Und natürlich, da ist ja die Angst auch groß, spätestens seit der Invasion 2008, was eigentlich mit Georgien passieren würde. Auf jeden Fall. Also ich war auch zwei, dreimal in Tbilisi in den letzten Jahren. Und wenn man da mit den Leuten redet, mit denen man dann so trifft, die haben ja wirklich die Panzer gesehen. Also wirklich diesen Moment gehabt, dass sie auf dem Hügel ihrer Stadt standen und Putins Panzer vor der Stadt quasi gesehen haben. Ja, und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, wir haben noch alle den Tchinchinien-Krieg dort gesehen. Was ja, ich meine, was 2008 verziert war, aber das hat ja nochmal eine sehr lange Vorgeschichte, auch mit den ganzen Unabhängigkeiten, Bewegungen mit dem Krieg zwischen Bergkarabach, also mit dem Krieg um Bergkarabach zwischen Armenien und Reserbaidschan nochmal Anfang der 90er bis 1994 zum Waffenstillstand. Tchinchinien war zwischendurch, Breslern war auch nochmal, glaube ich, ein sehr wichtiges Ereignis, wo auch gezeigt wurde, wie es eigentlich mit der eigenen Bevölkerung umgegangen wird. Also nicht nur mit irgendwelchen Republiken, sondern tatsächlich mit der eigenen Bevölkerung. Es war nie wirklich ruhig. Also die ging dort. Wenn du jetzt erzählen könntest von dem ersten Tag des Krieges, wie hast du vom Ausbruch erfahren? Ich bin morgens aufgewacht und habe mir die Nachrichten angeschaut. Ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt, obwohl das extrem naiv war. Aber ich hätte niemals im Leben gedacht, dass es tatsächlich so weit kommen wird, was total bescheuert ist, weil es einfach so unsinnig ist. Also es gibt auch Essays von dir dazu jetzt aus jüngster Zeit, wo du sagst, einerseits, also ich paraphrasiere jetzt, war das dir irgendwie klar, dass das passieren müsste und genau deswegen hast du gedacht, wird es nie passieren? Also was ist das eigentlich? Ist das so ein magischer Glaube? Ich habe den nämlich auch. Es ist so klar, ja, deswegen wird es schon nicht passieren. Und dann passiert es. Und dann passiert es. Und ist das nicht die Geschichte der letzten Jahrzehnte im Verhältnis zu Russland? Nee, nee, das bringen sie jetzt nicht. Ja, doch. Stimmt. Aber du bist also sozusagen, du schreibst sehr viel darüber, recherchierst sehr viel darüber, bist dem Thema vielleicht ein bisschen näher und du warst auch am Ende überrascht. Aber selbst meine Freunde aus der Ukraine waren überrascht. Wir haben noch die ganze Zeit Witze gemacht. Die waren sich sicher, dass es am 18. Februar losgeht, weil da die Olympischen Winterspiele vorbei sind. Aber trotzdem, selbst sie haben nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich passieren wird. Ja, es gab ja noch dieses, da, ich bin wieder nicht präzise vorbei, es gab dieses eine Datum, dass sozusagen die USA, die US-Geheimdienste gefloatet haben, auch vielleicht aus strategischen Gründen. Da war es dann nicht, aber eine Woche später oder wenige Tage später. Offensichtlich war da alles präzise, was die Geheimdienste so recherchiert haben. Und ich konnte es auch nicht glauben. Also man kann das ja heute kaum, ach so, wir müssen das closen, wann wir aufnehmen. Heute ist der 22. März. Wir sind also schon eine ganze Weile in einer neuen Phase des Krieges. Und man redet so, als wäre es vor zwei Jahren gewesen. Für mich fühlt es sich an wie ein Zeitalter, das da vergangen ist. Zeitenwende, was Olaf Scholz gesagt hat. Und also welche Gedanken hast du zu diesem Krieg? Ich glaube, das ist halt definitiv ein Krieg, was leider im russischen Kontext gesagt werden muss, weil das wurde ja, Krieg, sogar verboten ist. Ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht fassen, das ist ein völlig barbarischer Akt, der nicht nur die Ukraine zerstören wird, sondern auch Russland. Und mit welcher Konsequenz? Ich glaube, das kann auch lange dauern. Also ich hoffe es nicht, aber selbst, ich meine, selbst wenn der Krieg morgen vorbei wäre, was ich mir sehr wünschen würde, aber schon allein die Auswirkungen sind ja nochmal für mindestens das nächste Jahrzehnt, bis es alles wieder aufgebaut ist, bis die Traumata wieder geheilt sind, bis überhaupt die ganzen Familien wieder zusammengekommen sind oder eben auch nicht. Das kann halt sehr lange dauern. Man kann es, glaube ich, am Beispiel von Syrien ganz gut sehen. Das ist ja erst der Anfang, das ist halt wirklich der Anfang des Schreckens. Es kommt alles noch. Und ich glaube, das Schlimmste steht den Leuten eigentlich erst noch bevor. Und in Russland kann man es jetzt schon sehen, dass sehr viele Menschen sind geflohen und was mit denen passieren wird, wenn die Wiese erst mal ausgelaufen sind und auch die Sanktionen spielen, glaube ich, für Russland eine viel größere Rolle, als wir es hier wahrnehmen. Und was ich mir so ein bisschen bedenklich finde, manchmal habe ich immer das Gefühl, dass Leute sich so wahnsinnig freuen, dass es Russland jetzt endlich schlecht geht. So endlich haben wir Russland besiegt. Aber diese Sanktionen, Putin machen sie nichts aus. Den Oligarchen auch nicht. Die haben, glaube ich, noch genug Geld versteckt. Also bei den Oligarchen, die haben wahrscheinlich genug Geld, wobei man ein bisschen merkt natürlich schon. Ja, das kleine bisschen. Ich meine, ja, eine Yacht. Aber ich bin mir jetzt mächtig, in Panama gibt es noch genug. Oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in der Türkei. Ich glaube, die haben sehr gut vorgesorgt. Um die mache ich mir keine Sorgen. Aber das Problem ist ja halt, dass auch lebenswichtige Medikamente nicht mehr verfügbar sind in Russland. Also die Kinnahospizen schlagen Alarm, dass sie einfach die Kinder nicht mehr versorgen können. Schon allein der Preis für Sauerstoff ist in der ersten Woche um 50 Prozent draufgegangen. Und bald gibt es den überhaupt nicht mehr. Und es gibt halt für die ganzen Pflegeeinrichtungen, die ganze Technik kann nicht mehr gewartet werden. Der Zucker ist in ganz Russland ausverkauft. Das klingt lächerlich, aber das hat auch gewisse Auswirkungen. Oder schon allein die ganzen Firmen, die sich zurückziehen. Okay, McDonalds wurde jetzt als Onkel Wanya angeblich wieder eröffnet. Aber die Menschen, die bei McDonalds die Böden wischen, das sind nicht gerade die, das sind schon sowieso die prekärsten Menschen überhaupt, die dann jetzt auch ihre Jobs verlieren werden. Das wird halt auch, ich glaube, das fühlt sich in Russen gerade an, wie Anfang der 90er Jahre, wo nochmal so komplette ganze Wirtschaft zerstört wurde, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und die ganzen Spanische sind jetzt schon geschmolzen. Und auch die Leute, die im Ausland sind, die kommen auch nicht an ihr Geld, weil die Karten gesperrt sind. Also ich bin nicht gegen die Sanktionen, aber die haben, glaube ich, auch viele Konsequenzen, die hier noch nicht so ganz bewusst sind. Und mein Lieblingsbeispiel ist die Sanktionen gegen das syrische Regime. Trotzdem konnte die Nichte von Assad jahrelang in London studieren. Und es wurde von einem syrischen Fonds bezahlt. Oder letztens haben sie ein Cousin von Bashar Assad in L.A. erwischt, wie er in einem roten Ferrari mit einem israelischen Supermodel fährt. Liebe Grüße an den Mossad. Trotz der Sanktionen. Gut, das Drama von Sanktionen ist ja, dass es sozusagen Druck, indirekten Druck ausübt über das Schicksal von sehr vielen Menschen, die tatsächlich direkt mit dem Krieg nichts zu tun haben. Ich bin kein Außenpolitik-Experte und schon gar kein Russland-Experte. Aber was die Lesart ist, ist schon auch, dass die Regierung in Russland durchaus große Unterstützung noch hat. Oder sagen wir so, es ist sehr schwer zu recherchieren. Es gibt natürlich die, es gibt sicherlich valide Daten, die hat aber keiner, sondern wahrscheinlich nur die Regierung. Aber es macht zumindest den Anschein, als wäre es nicht so, dass jetzt alle das fürchterlich fänden, was Putin macht, was Russland macht. Absolut. Und das ist natürlich eine Spannung, die auch gefährlich sein kann. Wie nimmst du denn die sozusagen, ich scheue mich, das Wort Propaganda zu benutzen, aber die Medien in Russland wahr? Das ist etwas, was uns natürlich jetzt umtreibt. Also es ist nicht mehr so einfach möglich, für uns zum Beispiel aus der Gegend zu berichten. Es gibt ein neues Gesetz, das es sehr gefährlich macht, für Korrespondenten dort zu sein. Ich frage mich eben, wie eigentlich die Informationslage im Land ist. Also ist es möglich, sich gut zu informieren? Ich würde mal annehmen, ja. Aber viele gucken dann halt einfach nur Staatsfernsehen und fühlen sich dadurch informiert. Wie nimmst du das denn wahr in deinem Freundeskreis und Bekanntenkreis? Meine Freunde gucken kein Staatsfernsehen. Das ist, glaube ich, so das Problem. Und ich habe es auch selber mal versucht, aber ich kann es einfach nicht aushalten. Es ist einfach so, ich meine, ich rede schon selber schnell. Aber da ist nochmal die Redegeschwindigkeit zehnmal höher. Das ist einfach so wahnsinnig aggressiv. Und meine Mutter guckt das gerade. Also nicht, weil sie davon überzeugt sind, sondern weil sie wirklich wissen möchte, was sie da erzählen. Und sie meint, das ist kaum auszuhalten. Ja. Also kaum auszuhalten, weil es... Das ist einfach so ein Blödsinn. Von vorne bis hinten. Das ist in mir noch schlimmer als bei der Sowjetunion. Also die Propaganda macht einfach keinen Sinn mehr. Also es gibt nirgendwo einen Anhaltspunkt dafür, dass man wirklich das irgendwie glauben könnte. Das ist einfach so eine komplette Gehirnwäsche. Und funktioniert eben... Also wir wissen es ja nicht genau, weil wir keine echten Meinungsumfragen kennen aus dem Land, aber es scheint doch irgendwie zu funktionieren, zumindest beim großen Teil der Bevölkerung. Oder was ist dein Eindruck? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das Problem ist, wenn es halt wirklich diese Umfragen gibt, keiner würde tatsächlich zugeben, was er oder sie denkt. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die das großartig finden. In dieselbe Richtung. Also wenn wir schon über Kommunikation reden, ein Running Gag war ja, ich muss das einfach fragen, weil es mich immer noch umtreibt, der lange Tisch. Ja, oder die langen Tische. Es gab ja mehrere Versionen. Und gleichzeitig gibt es sozusagen, von Zelenskyj eine völlig andere Form oder von der ukrainischen Regierung eine völlig andere Form der Kommunikation. Und jetzt würde jeder sagen, hier auf der Straße, ja, das eine ist halt, das ist richtig klug, wie der das macht, wie er Social Media nutzt. Und dieser Putin, der ist offensichtlich schlecht beraten. Habe ich auch gesagt. Und dann war ich mir am Ende nicht sicher, weil die Kommunikation, die er macht, sicherlich nach innen gerichtet ist, sehr stark. Und auch, ich befrage mich jetzt mal durch ihr Sitz, ja, wie hast du das wahrgenommen? Ist das, wirkt er auf dich oder glaubst du, dass er sozusagen für die Menschen sehr stark wirkt, weil er so lange Tische hat? Ist das eine dumme Frage? Oder genauso lustig, wie er auf mich wirkt, wenn er an so einem langen Tisch sitzt? Wie glaubst du, wird das nach innen rezipiert? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber ich glaube, er hat sich auch, weil seine Inszenierung seiner selbst ist, ziemlich verschätzt. Weil es tatsächlich wirkt, dass er irgendwie Stalin nacheifert oder tatsächlich nochmal den Kommunistischen Komitee, aber er ist mittlerweile noch der Einzige, der übrig geblieben ist. Aber das passt halt überhaupt nicht mit der Zeit. Und das kann vielleicht noch irgendwelchen Menschen über 70 imponieren, ohne die Menschen zu beleidigen zu wollen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie in der heutigen Zeit noch annähernd funktioniert. Also die ganze Inszenierung ist einfach lächerlich. Das soll zwar Stärke demonstrieren, aber voraus genau besteht diese Stärke, dass er so ein bisschen unhöflich am Tisch sitzt. Ja, wir vermuten so rum, aber ich sozusagen habe Wajimil Putin früher als jemanden wahrgenommen, der natürlich unheimlich kreativ und stark mit Medien umgegangen ist. Also sozusagen, nochmal, ich kenne mich nicht so gut aus, aber als ich mich damit beschäftigte, fand ich faszinierend. Er macht ja zum Beispiel diese Fragestunden, die natürlich irgendwie auch inszeniert sind, aber man kann da ihm die Meinung sagen. Er sagt dann auch was. Diese berühmte, einmal im Jahr, Fernsehdebatte nenne ich das jetzt mal und solche Dinge, fand ich schon faszinierend. Also es war eben nicht so eindimensional und jetzt wirkt es beängstigend eindimensional mittlerweile. Ja, aber ich glaube, die russische Propaganda war schon mal besser. Also deutlich besser. Ja, das hängen wir schon alleine auch schon beim Geheimdienst. Das ist einfach so ein Niedergang. Nicht, dass ich unbedingt ein Fan des Geheimdienstes bin, aber es funktioniert einfach nichts. Das sind allein die letzten Auftragsmorde. Das war alles so ein bisschen zynisch gesprochen, haben nicht so funktioniert. Als Inszenierung oder als Wie nah ist, also wenn du jetzt über Russland so redest, ich meine wir reden, ich war noch nie in Russland in meinem Leben, also wir reden davon sozusagen als Beobachter. Wie würdest du dein Verhältnis eigentlich zu Russland beschreiben? Ich meine, Russland, Russisch ist ja deine erste Sprache. Ja, ehrlich gesagt, sehr ambivalent, weil ich ja eigentlich in der russischen Kultur aufgewachsen bin und auch mit Russisch als Muttersprache, aber eben in Aserbaidschan. Und ich bin die sechste Generation, die in Aserbaidschan geboren ist. Ich bin zwar, selbst in Deutschland, wäre schon längst noch nicht bei mir passt, sondern wirklich Deutsch, aber nicht in Aserbaidschan, weil es dann tatsächlich, es geht dort über die Nationalität und Blut und Boden, Rhetorik viel mehr als hier eigentlich auch in Russland. Und in meiner Geburtsurkunde stand noch Nationalität, das war russisch-nationalität, die Mutter war jüdisch. Und ich hätte mich mit 18 für eine entscheiden müssen. Und die Staatsbürgerschaft war sowjetisch, wenn ich mich richtig erinnere. Und theoretisch bin ich russisch, aber ich habe eigentlich nichts mit Russland zu tun, außer meinem sechsmonatigen Aufenthalt und vielen Reisen nach Russland, aber es ist halt nichts. Aber die Sprache ist ja doch, also man ist doch eigentlich, die Sprache prägt einen ja auch, oder? Also wie man... Ja, aber das Russisch hat sich auch extrem geändert. Also das Russisch meiner Kindheit ist nicht mehr das heutige Russisch. Also das heutige Russisch hat, glaube ich, mehr Gemeinsamkeiten mit Englisch als mit irgendeiner anderen. Es sind so viele Anglizismen, die nochmal ins Russisch übertragen wurden. Wenn ich halt ein Wort nicht verstehe, muss ich mir das aufs Englische übersetzen, zurück, und dann weiß ich, was ich meine. Ah, das habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass du gesagt hast, in den letzten 25 Jahren hat sich das russische extrem verändert. Aber auch die ganze Gesellschaft, aber auch in der Asbadian hat sich so extrem verändert. Es waren, glaube ich, so viele Ereignisse, die vielleicht manche waren sehr positiv, andere definitiv nicht. Aber das ist auch, was mich immer wieder erstaunt an Russland ist, wie divers es eigentlich ist. Auch viel diverser als die Regierung vorgibt, dass es halt überhaupt so ist. Ist das etwas, sozusagen ein Propagandatrick von Putin, dass er das geschafft hat, dass wir hier denken, Russland ist so? Also eben relativ eindimensional? Ich glaube, wir dachten immer, Russland ist so. Man denkt auch in Russland immer, Russland ist so, bis man eben tatsächlich nochmal 200 Kilometer weiterfährt. Also ich glaube, das sind auch wirklich, glaube ich, tatsächlich so sehr viele Narrative in Russland, die niemals erzählt wurden. Zum Beispiel, ich wusste bis vor drei Jahren fast nicht, wie Russlanddeutsche. Für mich war das, ich wusste, dass es die gibt, aber mehr nicht. Ich habe das erst jetzt eigentlich gelernt. Das ist tatsächlich auch unterschiedlich in Russland, also dass es zum Beispiel Mennoniten unter Russlanddeutschen waren, war mir bis vor zwei Jahren überhaupt nicht klar. Ja, ich habe gerade einen Roman gelesen von einer Ich auch. Ah ja? Deswegen. Elena Penner. Genau, Elena Penner. Ja, fantastischer Roman. Erzähl kurz. Genau, und ich wusste das alles überhaupt nicht. Ich wusste halt noch nicht mal, dass es Mennoniten in Russland gibt. Könnt ihr für die Daheimgebliebenen mal kurz erzählen, worüber ihr sprecht gerade? Magst du? Du bitte. Am nächsten Roman von Elena Penner, wo es um eine Mennoniten geht, die ihren Ehemann ermordet hat. Ich glaube, das kann ich erzählen, weil es glaube ich gleich auf der ersten oder der zweiten Seite passiert. Wie heißt das noch? Mir fehlt das Wort. Nicht Showstopper, sondern Spoiler. Danke, Maria. Spoiler, aber es passiert wirklich gleich am Anfang. Ja, das kann man erzählen, ja. Aber der Hintergrund ist eben. Genau, sie kommt eben aus dieser Mennonitischen Gemeinde und wurde dann religiös und wohnt jetzt in Minden irgendwo oder in der Nähe von Minden. Das basiert auf dem auf dem echten Leben der Autorin, glaube ich. Und es geht eben um ihre Muttersprache, die nochmal... Ich kann es nicht richtig aussprechen, Plattdeutsch. Also das ist nicht Plattdeutsch, das ist Plattdeutsch, aber ich kann es überhaupt nicht aussprechen. Es gibt ja keine Zufälle im Leben. Christoph holt das Buch raus, ich greife in meine Tüte, Audiokommentar, Christoph Armen greift in seine... Bei Harry Potter gibt es ja auch diese unendlich großen Taschen, wo das Buch drin ist. Und die Muttersprache, ihre Muttersprache heißt eben Plattdeutsch. Plattdeutsch. Ja, und in dem Roman Nachtbären, so heißt er, wird Plattdeutsch auch immer wieder eingestreut. Also wenn man sich für Sprache interessiert, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja, und genau, das ist aber sozusagen, wenn du sagst, du bist... Also vielleicht müssen wir einfach mal kurz an den Anfang deiner Biografie gehen, damit wir das sozusagen sprachlich und kulturell so alles aufblättern können, dachte ich gerade, Aserbaidschan, wie war das, du bist 1984 geboren, wie war das Aserbaidschan in deiner Kindheit? Bis 1988 war es fantastisch. Ab dann ging es rapide abwärts, glaube ich, mit allem. Es war, also ich glaube, man kann auch nicht Aserbaidschan mit der Haupt... Also Aserbaidschan und Baku sind glaube ich nochmal völlig unterschiedliche Welten. Wir wohnten in Baku, es war also damals die Hauptstadt, immer noch die Hauptstadt und es war eine wahnsinnig, es war ein wahnsinnig diverser Stadt. Es gab sehr viele, also wirklich Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen. Moskau war ziemlich weit, also deswegen war der Kommunismus zwar da, aber das hatte ja keiner wirklich ernst genommen. Also ich meine, die Partei war da, aber das war so ein bisschen so uns doch egal, glaube ich zumindest. Es war eigentlich auch recht apolitisch, würde ich mal sagen, bis eben 1988. Und genau, es war eine sehr warme Stadt am Meer, also was glaube ich auch viel über die Kultur aussagt. Das Essen ist sehr gut, der Jazz ist wahnsinnig gut, es hat großen Wert auf Lebens, also wirklich die Lebensfreude gelegt. Wie ist das Essen, wie ist die Küche? Sehr ähnliche wie die Persische, also fast identisch mit der Persischen, aber ich glaube, dafür würde man mich jetzt umbringen, wenn ich das so sage. So wie man sagt, Badener und Schwaben haben irgendwas gemeint. Ja, wir sind ja weit genug weg, aber ja, also. Genau. Und es war wirklich eine sehr friedliche, also friedlich vielleicht nicht, aber in den letzten 70 Jahren, bis auch in 80, war das eine sehr friedliche Stadt, wo einfach sehr viele Menschen, die sonst irgendwo verfolgt wurden, vor allem sehr viele Juden gekommen sind und wo es tatsächlich wahnsinnig viele Minderheiten gab, aber es wurde niemals thematisiert. Also man hat irgendwie einfach gelebt, aber also diese Frage, wo kommst du her, gab es nicht. Also man städte sie einfach nicht. Und was passierte 1988? 1988 fing das langsam an, dass eben diese Spannung mit Bergkarabach aufkam, wobei eigentlich für mich das halt immer noch ein Rätsel, was eigentlich, ich meine, das mit Bergkarabach ist, meine These ist halt, es ist halt sowieso einfach, es ist halt ein Fleckchen Erde, es ist sehr, sehr schön vielleicht, aber das ist ja auch nicht so schön, dass man sich dafür gegenseitig umbringen müsste. Es gibt gar keine Budenschätze, es gibt nichts, aber während man um Bergkarabach sich streitet, wer mir jetzt Bergkarabach gehört, ist es wahnsinnig bequem, um das Staatsvermögen aus der Landes zu schaffen und sich anzueignen. Und das ist genau das, was passiert ist. Also man weiß bis heute nicht so ganz, was dann passiert ist, aber es gab die Nationale Front, die aufgekommen ist, dann kam es zu den Pogromen an den Armeniern. Zuerst gab es die Gerüchte, dass die Azovajane in Armeniern abgeschlachtet wurden, es kamen zu den ersten Flüchtlingen, dann kam es eben zu den Pogromen in Sumgaid und dann in Baku, wo innerhalb von zwei Tagen 30.000 Armenier und Armenierinnen aus der Stadt vertrieben wurden, also fast alle, die es gab, es wurden sehr viele Menschen ermordet, wie gewaltig, also wirklich alles. Und dann sind die russischen, das russische Militär ist dann einmarschiert unter Gorbatschow, dann sterben noch mehr Menschen. Und dann wurde Azovajan unabhängig. Also gerade diese Pogrom-Situation mit verrücktesten Szenen, weil zum Teil ja, also ich habe das nur bei dir gelesen, ja, man musste dann, du beschreibst eine Szene in deinem Roman und ich bin mir, ich wollte dich immer mal fragen, es ist fürchterlich, Schriftsteller zu fragen, ob irgendwas wirklich einen echten Hintergrund hat, aber wenn du das Wort für Haselnuss nicht richtig aussprechen kannst, wirst du im Grunde erschossen oder hast du ein Riesenproblem, weil ich dann weiß, du bist von der falschen Seite. Von der falschen Seite. Solche Szenen gab es wirklich. Ja, also das stimmt wirklich. Und das war genau das Wort für Haselnuss. Was also ein bisschen schwierig ist, was natürlich auch sehr viele Aserbaidschaner gibt, die nicht wirklich gut Aserbaidschanisch sprechen. Weil sie eigentlich russisch, so wie du auch, du bist mit Russisch aufgewachsen, also deine Eltern haben beschlossen. Nicht beschlossen, selbst meine Eltern sind mit Russisch aufgewachsen. Also ich glaube, die Muttersprache meiner Großmutter war noch Jiddisch. Aber das war jetzt auch ehrlich gesagt, auch meine Familie, meine Urgroßeltern waren nicht mehr religiös. Und die wollten eigentlich mit der Religion nicht mehr wirklich viel am Hut zu haben. Sie haben zwar noch Jiddisch gesprochen, aber Russisch war für sie damals auch eine Chance. Tatsächlich ja für gesellschaftliche Teilhaber. Und ich glaube, sie glaubten noch irgendwie wirklich daran, dass es halt vielleicht nochmal anders laufen kann. Kannst du noch ein bisschen aus deiner Jugend erzählen? Die ist natürlich im übertragenen Sinne ist das auch Romanstoff und das ist immer schwierig, aber erzähl doch mal aus deiner echten Jugend, welche Erinnerungen du hast. Deine Eltern spielen ja auch eine wichtige Rolle. Deine Großmutter spielt eine wichtige Rolle. Wie war das da, als du zum Beispiel in die Schule gegangen bist? Ich bin ja, ich muss noch kurz rechnen, aber das ist leider nicht gerade meine Stärke. Ich wurde eigentlich genau in dem Jahr eingeschult, als es praktisch zu dem schwarzen Januar kam und kurz nach dem Pogrom. Aber auf jeden Fall irgendwie das Jahr, wo es eigentlich tatsächlich zu sehr großen Kämpfen auch kam innerhalb der Stadt. Und ich weiß nur noch, dass ich später eingeschult wurde. Und es war natürlich auch immer so die Frage, wenn ich mich nicht irre, wurde ich entweder 1990 oder 1991 eingeschult. Und wir hatten einfach keine Schulbücher mehr. Also weil die Sowjetunion war zwar abgeschafft, aber es gab halt einfach noch kein neues Curriculum. Und niemand wusste, was jetzt irgendwie unterrichtet werden sollte. Die Lehrer wussten es auch nicht. Die Lehrer wussten es auch nicht. Die wussten wahrscheinlich noch nicht mal, ob sie noch selber Lehrer sein würden. Nee, die waren immer noch Lehrer, aber die wurden halt schon seit zwei Jahren nicht mehr bezahlt. Und als sie dann noch bezahlt wurden, war die Inflation so hoch, dass es halt eh maximal für eine Packung Butter gereicht hätte, wenn es denn die Butter überhaupt gab. Es gab auch eine kurze Zeit, die war in Retro-Perspektive sehr lustig, weil es einfach überhaupt keine Lebensmittel in der Stadt gab, außer Kaviar. Also aber den guten schwarzen Beluga-Kaviar. Ich weiß noch, wer hat irgendwie also kein Brot mehr zu Hause und war nicht arm. Zur Not schmeckt der Kaviar auch ohne Brot. Ja, mussten wir. Also wir hatten aber acht Kilo schwarzen Kaviar im Kuschrank. Acht Kilo. Acht Kilo, aber der war halt illegal gefischt. Und das war irgendwie so das Einzige, was man zeitweise noch bekommen konnte. Das sind natürlich Luxusprobleme, aber damals hat es sich nicht so angefühlt. Das ist kein Luxusproblem mehr. Und erzähl mal über deine Eltern. Ich habe mir gemerkt, dein Vater muss eine interessante Person gewesen sein, sozusagen aufgrund seiner Historie. Erzähl mal ein bisschen über ihn. Mein Vater ist eben in den Soweitern geboren und dort aufgewachsen. Seine Mutter war, das sind sowieso Familienverhältnisse, die wir bis heute, glaube ich, nicht so ganz verstanden haben. Das habe ich gelesen. Weil wir sonst so tief in der Historie. Genau, also man kriegt aus meinem Vater auch nicht so viel raus, aber auf jeden Fall. Seine Mutter war, glaube ich, Sekretärin bei der Geheimpolizei. Aha. Was sich natürlich auch auf ihren geistigen Zustand ausgewirkt hat, sagt meine Mutter. Aber ich glaube, sie hat völlig recht. Also sie war ein sehr schwieriger Mensch, glaube ich. Und er war, genau bis 96, war eigentlich immer in Assylbidjan und hat irgendwo, immer irgendwo, mehr oder weniger in den Regierungskreisen gearbeitet. Hat der auch Reden geschrieben? Ich habe mir notiert, ich wollte dich unbedingt fragen. Genau, der hat politische Reden geschrieben, war auch Mitglied im Zentralkomite der Kommunistischen Partei. Ja. Genau, also deswegen wurde auch die Hochzeit mit meiner Mutter mal ein paar Wochen verschoben, weil er erst Mitglied im CK werden wollte und denen danach erzählen, dass er eine Juden geheiratet hat. Okay. Hä? Na klar. Wie? Kann ich das? Erst anschließend, damit es vorher keine Schwierigkeiten gibt. Genau. Ach so. Sonst hätte man ihn höchstwahrscheinlich abgelehnt. Genau, er ist theoretisch Russe, steht zumindest in seinen Unterlagen, aber halt so praktisch würde ich das sehr stark bezweifeln. Was heißt das? Das ist, glaube ich, sowieso das große Problem in Russland. Es ist halt, wer ist überhaupt Russe und wer nicht. Und ich wurde letztens, ich wurde vor drei Tagen von einem siebenjährigen Kind gefragt, ob ich Russ, ob ich Russ, also sind sie Russinnen auf Russisch. Auf Russisch. Und ich weiß echt nicht, wie ich antworten soll. Ich dachte, das ist scheiße. Und was hast du gesagt? Nicht so wirklich. Auf Russisch? Auf Russisch. Ziemlich gut im Russisch wahrscheinlich. Und was war die Antwort des Sieben? Gar keine. Hat einfach nur genickt. Was genau? Dann halt egal. Und deine Mutter? Meine Mutter ist eine sowjetische Klavierlehrerin. Ja. Das, glaube ich, ziemlich viel aussagt. Ja. Genau, ich selber habe nie Klavier gespielt, weil ich extrem unmusikalisch bin. War sehr schlimm. Ja. Also das ist ein Klischee. Also sozusagen, ich habe verschiedene Klischees. Es gibt die Tiger Mom in Asien. Das ist jetzt total, sorry, Entschuldigung. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe mich kaputt gelacht. Was? Ich habe das Buch gelesen. Und es gibt eben so Paralleluniversen, wo auch diese strenge Mutter und es gibt diese sowjetische Bildungsmutter, das ist auch so ein Topos, Ballett, Klavier und so habe ich mir angelesen, aber es ist so witzig, dass es offensichtlich bei euch ja irgendwie realisiert war. Aber auch bei mir selber. Ich habe mich irgendwie dabei erwischt, wie ich schwanger nach Ballettkursen gegoogelt habe. Damit das Kind eine anständige Erziehung hat. Also mir war auch selber nie klar, bis ich dann Mutter wurde beziehungsweise schwanger, wie sowjetisch geprägt ich bin. Kannst du mal erklären, was sowjetisch geprägt ist? Das will mich auch brennen. Ich glaube, das ist tatsächlich dieses Bildungsideal. Ich habe auch natürlich mit sehr großem Interesse dieses Buch Teilgema gelesen und ich konnte da nicht mehr vor lachen. Ich glaube, sie hat einfach, es ist halt einfach, ich finde, das ist halt nicht asiatisch, sondern auch nicht russisch, sondern das ist sehr amerikanisch. Aber halt nicht so. Aber also das Klischee ist, zum Teil ja erfüllt, also wenn man Mütter aus bestimmten Kulturkreisen trifft, das gibt es ja wirklich, dass die Kinder, ich sage mal, ich nehme mal random ein Beispiel, vietnamesische Eltern müssen halt Klavier spielen und müssen die besten Noten nach Hause bringen. Aber es gibt einen kleinen Unterschied. Zum Beispiel, also in der Sowjetunion war eigentlich die musikalische Bildung genauso wie Ballettschulen und Kunstschulen, die waren sehr gut. Also halt sowjetisch, also mit Freiheit war da nicht so weit her. Aber das Handwerk war tatsächlich sehr gut und es war kostenlos. Aber man musste Ereignungsprüfung bestehen. Also das heißt, wenn man wirklich, also ich hätte sie nicht bestanden. und auch dieses ganze Drillsystem, das ist nicht für jeden. Also es war scheinbar für alle, aber in Wahrheiten nur für einen kleinen Teil. Nein. Ja, nee. Oder nur für Hochtalentierte. Nee, es ist für alle zugänglich, aber man muss auch Leistung zeigen. Es ist halt nicht so, dass man, also zum Beispiel bei den Klavier, bei den Musikschulen war das so, das war zweimal die Woche Instrumentalunterricht plus Musikgeschichte plus Chor plus Musiktheorie und noch irgendwas, glaube ich. Also so ganz grob. Also man war echt gut beschäftigt. Also man musste schon ernst meinen. Es war nicht so, dass man so einmal die Woche für 30 Minuten hingeht, irgendwelche Bobsongs spielt und das war's. Und das zwölf Jahre lang für 100 Euro im Monat. Sondern man musste es schon halbwegs ernst meinen. Aber der ganze Drill, der war eigentlich tatsächlich bei hochbegabten Kindern. Also man hatte sich es vorher sehr genau angeschaut. Auch beim Ballett. Diese Ereignungsprüfungen waren sehr hart und die haben sich extrem genau den Körperbau des Kindes angeschaut. Also es war nicht, dass irgendjemand, der das körperlich nicht geschafft hätte, aufgenommen werden würde. Natürlich auch. Aber im Prinzip war, also der ganze Drill ist nur auf sehr wenige angelegt. Und man muss sich wirklich sicher sein, dass das Kind das schaffen würde. Und dann fängt der Drill an. Der Drill ist natürlich unmenschlich, aber das ist nicht für die Massen. Und auch diese Annahme von Tiger Mom, deswegen fand ich das auch so lächerlich, ehrlich gesagt. Sie hat einfach beschlossen, dass ihre Kinder Genies werden und hochbegabt sind in Musik, ohne sich die Kinder mal anzuschauen. Ohne sich tatsächlich sicher zu sein, dass es da irgendeine Begabung dafür gibt. Also wer das Buch nicht gelesen hat, es gibt einen ikonischen Umstand. Sondern ich glaube, sie schreibt, dass sie damit droht, die Kuscheltiere der Kinder zu verbrennen, wenn die, jetzt habe ich es vergessen, wenn die nicht genug üben. Oder irgendwie, also es war so eine super strenge Erziehung, um die Kinder sozusagen zu erliten. Das ist ein Weltbestseller vor ein paar Jahren. Genau, es ist halt eine super strenge Erziehung, ohne sich aber mal das Kind anzuschauen. Also sie hat es einfach beschlossen. Dieser sowjetische Drill, den du jetzt gerade beschreibst, warum gab es den? Ich glaube, weil man einfach irgendwelche Erfolge vorzeigen musste, international. Also es ist ja immer noch heute. Werner ist, glaube ich, ich habe den Namen vergessen, bei der 15-Jährigen. Eiskunstläuferin, die war mir auch gerade eingefallen. Ich habe auch den Namen vergessen. Aber Maria weiß den immer. Ich gucke sie an. Maria, schüttel mir im Kopf. Du weißt, ja okay, Sport. Es ist halt einfach, ich dachte, ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt einfach eine Möglichkeit, aus der Armut zu entkommen. Es ist einfach irgendeine Chance, tatsächlich nicht mehr in dieser swedischen Armut oder der russischen Armut zu verharren. Und wenn man irgendwie diese Möglichkeit hat, eine bestimmte Begabung zu entwickeln, dann tun sie das. Es sind halt auch nicht die reichen Familien, die das machen, sondern tatsächlich, wenn man sich die Hintergründe anschaut, sind tatsächlich schon Familien, die dafür kämpfen müssen, dass sie diese Ausbildung finanzieren können. Und das sind, glaube ich, wirklich die wenigen, die es schaffen. Aber wenn sie es schaffen, werden sie Weltstars. Und es ist einfach eine Möglichkeit. Aber es ist doch auch, also wenn ich es mal umdrehe, und wir reden ja wirklich ohne tiefe Kenntnis der Materie, aber ich erinnere mich zum Beispiel, was Maxim Biller erzählt hat, der hier in einem anderen Wohnzimmer auch mal mit uns gesprochen hat, es gibt eine große Wertschätzung gegenüber Kultur, Literatur und auch Sport. Und alles scheint mit erheblich sozusagen mehr Wertschätzung betrieben zu werden, als man das vielleicht jetzt in Berlin wahrnehmen würde im 21. Jahrhundert. Also es gibt eine große Wertschätzung für die Künste und eben auch für das Klavierspiel zum Beispiel, also klassische Musik und solche Dinge. Auf jeden Fall, aber es ist auch viel professioneller angelegt. Und was mich immer so stört in Berlin und ich glaube in Berlin ist es noch mal extrem, es ist ja wahnsinnig schwer, gute Klavierlehrer und Lehrerinnen zu finden. Ah ja? Da gibt es schon alle einen Ballettlehrer. Also wie ist die Suche abgelaufen für deine Kinder? Ich gehe immer noch damit. Ja? Wollen die nicht? Oder du findest keine guten Lehrer? Ich finde es wahnsinnig schwer, tatsächlich die richtig guten Ballettkurse zu finden, wo die Kinder aber auch nicht so niedergemacht werden. Ich glaube bei meinen Kindern ist es jetzt schon ganz klar, dass es keine Prüfekarriere wird. Was halt aber nicht heißt, dass sie halt einfach nur im Kreis rumhüpfen sollten. Also man kann vielleicht auch die fünf Positionen lernen. Das heißt nicht, dass ihre Mutter nicht doch darauf achtet, dass sie eine ordentliche Ausbildung wenigstens bekommt. Ja, man kann ja wenigstens irgendwelche Grundgängnisse vermitteln. Das werden irgendwie so, meine Tochter hat mit drei angefangen und ich dachte die ganze Zeit, Gott. Mit drei? Ja, der Kurs war halt ab drei und sie wollte halt irgendwas machen und dann dachte ich, gehen wir halt zum Ballett. Und die Lehrerin war irgendwie, ich dachte die ganze Zeit, die steht doch schief. Das sieht selbst ich. Also ich bin wirklich Bewegungsligaszenikerin und wenn mir das auffällt, dann ist das wirklich eine Gastrofe. Und dann habe ich den Lebenslauf gegoogelt und er hat halt irgendwie Ballett in Palma de Mallorca studiert. Und dann dachte ich so, ja, okay war eigentlich genau das, was ich dann auch dachte. Das ist nicht ganz sowjetisches Standard, Palma de Mallorca. Ja, das war interessant. Aber um nochmal auf deine Mutter zurückzukommen, die war eine, also sozusagen hat Klavier unterrichtet nach strengsten Maßstäben. Kommt drauf an, bei wem. Also man muss es ja immer wirklich mal schauen. Also es gibt, ich glaube meine Mutter hatte in dem Leben vielleicht drei bis vier wirklich hochbegabte Kinder. Aha, okay. Also die halt wirklich, wo es halt wirklich so klar war, also die sind wirklich wahnsinnig gut. Die können berühmt werden. Ja, und die hat sie auch zum Teil abgegeben nach einem bestimmten Jahr und die hat sie dann zu anderen Lehrern geschickt, die dann ihnen mehr zeigen konnten. Okay. Aber ich unterrichte selber auch sehr wenig, aber ich glaube man merkt das immer oft, wenn es tatsächlich auf einmal in den Studenten oder in den Studenten vor sich halt sie tatsächlich extrem gut ist. Klar nehme ich mir dann auch mehr Zeit als. Aber wie war das Binnenfällen? Ich habe das gelesen, aber ich wollte nochmal nachfragen zwischen euch. Also irgendwann war klar, du wirst kein Klavierstar. Ja, das war ziemlich früh, klar. Ja, und dann war sie milde? Sie hat mich gar nicht das Klavier spielen lassen, weil die meinte, das macht keinen Sinn. Sie hatte völlig recht, leider. Also selbst wenn die Leute im Theater anfangen zu klatschen, muss ich schon rausgehen, weil ich das nicht mitkomme. Ah ja? Ja, klar. Kann ich dem Takt klatschen. Ach so. Und Tanz war auch schlimm, ne? Ist auch dokumentiert öffentlich. Ja, die haben mich schon nach zwei Wochen beim Ballett aussortiert. Ich meinte, bitte komm nie wieder. Ja. Und sie hatten völlig recht. Ja. Aber es ist trotzdem hart, wenn man das hört. Ja, aber ich war es schon ein bisschen gewohnt, weil ich auch bei jedem Chor gebeten wurde, nicht mehr mitzusingen. Chor auch. Aber gab es auch, gab es irgendetwas, wo du gebeten wurdest, dabei zu bleiben? Sag mal, was ist mit Schreiben? Was war eigentlich mit Schreiben? Ja, das kam schon spät und das Schreiben war eigentlich so ein Ausstoßprinzip. Ich meine, es gibt ja dieses Klischee, was leider kein Klischee ist, also bei, auch vor allem bei jüdischen Müttern und Familien. Also, ne? So, erst mal Medizin. Also, man sollte als erstes bitte versuchen, wenigstens Medizin zu studieren, dann halt wenigstens Mathe oder Physik. Ja. Und das alles ist halt bei mir weggefallen, weil ich auch naturwissenschaftlich einfach so in den Niede bin. Auch noch? Ja. Und dann habe ich mit Kunstgeschichte angefangen und dachte mir, Gott, irgendwas muss ich halt machen. Und dann wurde ich halt in diesem Literaturinstitut aufgenommen. Ja. Und ab dann war es okay. Aber es ist bei mir einfach so, es war eh klar, dass ich halt das Einzige, was ich kann, sind halt nicht naturwissenschaftliche Fächer. Weil wir gerade über die Schulzeit reden, ich meine, traumatisch, Jochen hat es ja schon erwähnt, ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung, Dinge, die dir in deiner Schulzeit passiert sind, die man eigentlich gar nicht glauben mag, weil wenn man die Geschichten liest, denkt man irgendwie, das kann ja nicht aus der unmittelbaren Gegenwart. Das kann ja nicht in den 90ern passiert sein, aber es ist eben doch passiert. Du bist ja im Alter von elf Jahren nach Deutschland gekommen und konntest kein Deutsch, logischerweise, oder? Genau. Konntest ein Wort. Zwei, Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Auch, weil die Deutschen das offenbar in sowjetischen Filmen öfter gesagt haben. Klar, das sind, glaube ich, auch dieselben Filme, die jetzt gezeigt werden, um nochmal eine entzifizieren. Die siegreiche russische Armee, oder heißt sie siegreiche russische Armee? Wie ist das Attribut nochmal? Oh Gott. Wir googeln ja nie in diesem Podcast, deswegen werden wir es während der Aufnahme nicht herausfinden. Im Gewinn und die Deutschen, die immer Hände hoch rufen, verlieren am Schluss. Genau, ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals einen Film eigentlich zu Ende geschaut habe. Also du kamst mit Hände hoch nach Deutschland und dann waren ja, gab es, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Lehrer, die dich unterstützt haben, aber es gab eben auch Lehrer, die dafür gesorgt haben, dass dein Selbstbewusstsein ganz unten am Boden gewesen sein muss. Klar, aber ich glaube, mir ging es eigentlich im Vergleich zu anderen noch ziemlich gut. Also erzähl mal aus deiner Schulzeit, weil das ist einfach… Nee, es gab tatsächlich, also irgendwie solche Lehrer und solche Lehrer, aber ich weiß nur, ich hatte damals den ersten Literaturwertbewerb gewonnen und die Lehrerin war irgendwie so erstaunt, da ist das doch gar nicht deine Muttersprache und das geht doch gar nicht nicht. Also die hat mich fast in so eine Lage versetzt, dass ich mich dafür entschuldigen musste, dass ich gewonnen habe. Also später, also was war das dann, Gymnasium oder… es war Gymnasium, es war so zwölfte Klasse und die wollte mir auch später nicht die volle Punktzahl in Deutsch geben, weil ich Deutsch mit einem Akzent spreche, aber sie war leider dumm genug, das irgendwie auch noch so zu begründen, was natürlich so großen Protesten von der Klasse… Hat es wenigstens das? Ja, ja. Okay. Das hat er dann auch zurückgenommen. Aber das ist ja noch verrückter, weil das ist ja sozusagen, da hast du ja schon die komplette Schulkarriere durchlaufen, hast perfekt literarisches Deutsch gesprochen. Ja, noch nicht. Ich meine, mein Problem ist, ich mache meine Rechtschreibung seit echt beschissen. Aber in jeder einzelnen Sprache und ich bin auch keine Legasthenikerin, sondern ich gebe erst ab, wenn ich nichts mehr zu sagen habe. Aber ich bin halt nicht in der Lage, selbst meine Rechtschreibung zu kontrollieren. Okay. Also es wird auch bei dem Verlag oft… Gibt es da Ärger? Nee, es gibt große Irritationen, aber ich bin auch nicht die Einzige, die so abgibt. Okay. Ich meine, es gibt Leute, die noch schlimmer abgeben. Ich habe ja diese Korrekturpromotion bei Word lieben gelernt. Ja, aber die korrigiert auch oft falsch. Ah. Und ich bringe da auch so viele Fehler rein, die sie nicht mal findet. Okay. Aha. Und das ist ein Grund, warum die Lehrerin so kritisch war, weil die Rechtschreibung nicht okay war? Ich glaube, damals war die Rechtschreibung vielleicht sogar noch besser als heute, weil ich dann darauf achten musste. Das kann mir ja leider keine Lektorin nennen an der Schule. Nee, aber das war einfach… Es gab auch noch eine andere Lehrerin, aber die war einfach Faschistoid. Ich habe zum Beispiel eine Arbeit geschrieben, die war ziemlich gut. War das Wort Faschistoid? Entschuldigung. Okay. Genau. Sie wollte, dass ich diese Arbeit an einem weiterreichenden ihrer Schüler das dann als zusammenfassen würde für dieser… Es gab ja bei der FAZ damals noch dieses Projekt, wo Schüler für die FAZ schreiben durften und er sollte draußen Artikel basteln aus meiner Arbeit. Aber es war eigentlich noch ganz harmlos, weil bei einer anderen Freundin von mir, sie hat einen Hijab getragen, beziehungsweise so ein Tuch, und die stand dann hinter ihr und hat so ein bisschen in den Kopf doch gezogen und meinte, wusstest du eigentlich, dass sich sehr viele Leute damit aufhängen können? Vor der ganzen Klasse. Wie alt wart ihr da? 15. Aber also das… Unvorstellbar, das ist ja nicht lange her. Du bist ja jetzt nicht alt, sondern das ist vor wenigen Jahren passiert. Und ich fand eben mindestens so ein… Also ich finde das völlig verrückt, aber auch was du über die sozusagen die ersten Tage im Grunde in der Schule erzählt hast, als du herkamst, dass eben keinerlei… Also du wurdest da hingesetzt und bitteschön, viel Spaß in Deutschland. Genau, ich glaube, ich weiß auch gar nicht so, wie wir wirklich so viele weiter heute sind, weil es gibt zwar diese Willkommensklassen, aber ich weiß überhaupt… Also es gibt ja überhaupt keine wirklichen Konzepte, um diese Kinder zu unterrichten und um sie wirklich zielgerichtet zu unterrichten, dass man wirklich mehr schaut, wie kann man da helfen? Wie ist eigentlich der Stand? Wie genau müssen sie eigentlich Deutsch lernen? Sondern es ist… Ich glaube, das ist immer so ein bisschen weh, das heißt immer Willkommensklassen, aber ohne tatsächlich präzise zu sagen, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert der Spracherwerb? Auf welchem Niveau sind wir? Was muss eigentlich nochmal geleistet werden? Und es werden ja auch alle in dieser Willkommensklasse gesteckt, jetzt unabhängig vom Leistungsstand oder von anderen Fremdsprachen. Ich glaube, so ganz funktioniert das, ehrlich gesagt, immer noch. Und wir haben auch überhaupt nicht das… Ich glaube, in der Lehrerinnen-Ausbildung kommt das auch überhaupt kaum vor. Frage nach der Mehrsprachigkeit oder nach überhaupt der Wert der Mehrsprachigkeit. Sondern es funktioniert viel über diesen Habitus, aber es hat nichts wirklich damit zu tun, wie es eigentlich aussieht. Was ich zum Beispiel auch gelernt habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch, das, was mir überhaupt nicht klar war, war das zum Beispiel eine andere Sprache in Polnisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg zur Schule gehe und meine Eltern sind polnisch oder polnische Wurzeln und wollen, dass ich als Teenager weiterhin Polnisch lerne, dann wird schon Polnisch angeboten, aber das wird sozusagen von Polen aus angeboten. Das ist auch mit der Türkei zum Beispiel auch so schlimm. Also es gab ja auch letztens tatsächlich diesen Skandal, dass Polen sich beschwert hat und Geld gekürzt hat. Aber zum Beispiel bei Türkisch ist es ja… Also im deutschen Tool-System, also man muss es nochmal erklären. Genau, Konsulatunterricht. Italienisch wird, glaube ich, auch vom Konsulat angeboten und zum Beispiel Türkisch auch, was ja echt nicht lustig ist. Und wie war das bei dir mit Russisch? Wir hatten Russisch als vierte Fremdsprache, aber ich habe Spanisch da dessen genommen. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Also können wir das einmal so dokumentieren? Am fließen drei. Und ich habe vorher angefangen zu… Aber es gibt ja bestimmt auch D-, E- und F-Sprachen. Ja, genau. E- und Z-Sprachen. Wie bitte? E- und Z-Sprachen. Aber vielleicht können wir das in der Reihenfolge einmal durchgehen. Also die drei Sprachen sind… Russisch, Englisch und Deutsch. Ja. Und dann, manchmal verstehe ich bei Arabisch, worum es geht, aber ich kann mich nicht drauf verlassen. Wenn sich dein Mann mit… Mit den Kindern unterhält, genau. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich… Also die Fehlerquote ist halt ziemlich hoch. Ich kann plötzlich was verstehen, aber ich kann fünf Sätze später halt überhaupt nicht mehr wissen, worum es geht. Und ich verstehe ausschließlich einen Dialekt. Und das war's. Na gut. Also so hocharabisch, das ist alles komplett an mir. Also ich kann es auch alles nicht da aussprechen, weil ich halt eben zum musikalischen Gehör sei nicht. Also nur damit alle eben im Loop sind. Deine Familie ist sprachlich lustig, weil… Moment, ihr sprecht mit den… Nein, ihr sprecht zusammen Englisch. Also ist das noch so überhaupt? Ja. Ja, okay. Also ihr beide, die Eltern sprechen miteinander Englisch. Dein Mann spricht mit den Kindern… Arabisch. Arabisch. Du sprichst mit ihnen… Russisch. Russisch. Ist bis heute so. Ja. Die Kinder sprechen demnach Russisch und Arabisch und können Englisch im… Wahrscheinlich jetzt perfekt verstehen mittlerweile auch. Nein, nur Schlagwörter wie Zähne putzen und baden. Da sind sie wieder voll dabei, beim Rest. Ja. Es ist so, als ob sie überhaupt nichts verstehen. Und wie schimpft man, also was mein Problem ist, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, wie schimpft man mit einer ganzen Familie? In welcher Sprache beschimpfst du alle? Russisch. Und es wird verstanden. Mein Mann hat in Damaskus Schauspiel studiert und die hatten fast ausschließlich russische Professoren, die auf Russisch unterrichtet haben, halt mit einem Übersetzer. Aber ich glaube, russische Schimpfwörter gar nicht besser als ich. Okay. Herrlich. Also wir sind jetzt… Ich versuche nur noch einmal so das abzuschließen, diese eine Klammer zuzumachen. Das heißt also vier Sprachen. Wir sind jetzt bei der vierten Sprache gewesen. Und wie geht es da noch weiter? Ich kann Französisch verstehen und extrem schlechtes Spanisch. Okay. Aber das ist nichts, dass ich das wirklich anwenden würde. Also ich würde immer eher so tun, als ob ich das gar nicht kann, statt es anzuwenden. Als dein Mann und du, als ich euch kennengelernt habe, konntet ihr keine gemeinsame Sprache? Wie habt ihr euch verständigt? Durch Emoticons. Tatsächlich. Also beim Chatten und dann durch Google Translate. Aber Google Translate war damals noch viel schlechter als heute. Und dann hat er eigentlich relativ schnell Englisch gelernt. Ich hatte am Anfang noch den Ehrgeiz, Arabisch zu lernen. Aber es sah dann so aus, dass ich in Deutsch und Hocharabisch gelernt habe. als Privatunterricht wahnsinnig teuer. Aber ich war immer zu faul, um meine Hausaufgaben zu machen. Dann musste ich ihn im Libanon anrufen, wo er gedreht hat, dass er meine Hausaufgaben nochmal überprüft. Das ist alles für 50 Euro pro Stunde. Und dachte ich, irgendwann muss ich das ganz ehrlich machen. Einfach keinen Sinn mehr. Ja. Genau. Und dann habe ich gedacht, entweder wir bleiben zusammen und er wird es mir übersetzen oder wir trennen uns und dann brauche ich es ja eh nicht. Und darf ich so indiskret sein, es ist darüber geschrieben worden, du sprichst auch darüber. Wie genau habt ihr euch kennengelernt? Am Gottbusser Tor. Und ist das wirklich, ihr habt euch da getroffen, es hat euch niemand vorgestellt oder so? Doch. Wir hatten eine gemeinsame Bekannte. Das klingt so impossible. Nee, wir hatten eine gemeinsame Bekannte. Ja. Okay. Die hat uns dann vorgestellt. Schon mit der Absicht, euch zu verkuppeln? Nee, gar nicht. Aber ich hatte ziemlich schnell diese Ansicht, dass wir verkuppelt werden sollten. Und es hat auch ziemlich lange gedauert, ihn davon zu bezeugen. Dass es so ist. Genau. Also zu sein sollte. Wie, und dann habt ihr sozusagen mit irgendwie Emojis und Translate. Genau. Das, geht das? Anscheinend, ja. Wie romantisch kann das eigentlich sein? Das ist eigentlich viel besser, weil man das ganze Missverständnis kann man nicht mal auf die Übersetzung schieben. Ja. Das ist eigentlich sehr. Und ist es bis heute so, es ist ja so ein Klischee, dass so interkulturelle Dream, wer ja auch immer das Wort ist, Paare vielleicht deswegen so happy sind, weil sie nie rauskriegen, dass der andere was völlig anderes in einem sieht und man eigentlich gar nicht darüber reden kann. Und das ist eigentlich super. Also die Wissenschaft sagt das auch. Also es gibt wirklich Untersuchungen zwischen finnisch-russischen Bahnen und finnisch-finnischen Bahnen. Ich wusste, dass du das weißt. Und also die finnisch-russischen sind deutlich glücklicher, aber in der Untersuchung hieß es damals, weil sie natürlich viel mehr aushandeln müssen und dann halt noch miteinander reden. Okay. Weil sie einfach nie wissen, was der andere meint. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, man weiß ja eh nicht so ganz. Also selbst wenn es auf Deutsch ist, ich bin ja mir nie wirklich sicher, was der andere eigentlich denkt. Das wollte ich gerade fragen, weil also die Frage ist ja, selbst wenn man sozusagen scheinbar dieselbe Sprache spricht, wenn es um Liebe oder Beziehung oder Freundschaften geht, dann weiß man ja sowieso nicht, meint die andere oder der andere das Gleiche oder das, was ich auch meine. Ja, selbst in engen Freundschaften, die monolingual deutsch geführt werden, habe ich manchmal auch nach 20 Jahren festgestellt, dass wir definitiv nicht dasselbe meinen. Ja. Und ist es so, dass Liebe vielleicht das Thema, du hast mal irgendein Essay geschrieben, ich kriege das nicht mehr richtig zusammen, ich glaube über Familie in Neon, es war irgend so was. Es war irgendein Essay. Ja, Neon-Magazin. Und ich meine, es war so unterteilt in Kapitel und dann zu jedem gab es einen ausführlichen Gedanken, der über viele spalten, dann gibt es Liebe und da hast du nur geschrieben, über Liebe wird zu viel gesprochen oder über Liebe wird zu viel geredet oder so. Ich wusste noch nicht mal mehr, dass ich das geschrieben habe. Siehst du, ich habe es mir gemerkt. Ich finde das auch, weil das habe ich hier irgendwo aufgeschrieben. Mir fiel das nur gerade wieder ein, weil ich dachte, vielleicht ist es das, also man muss gar nicht, wenn man sich liebt, muss man vielleicht genau gar nicht sprechen. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber es ist ja gerade da, wo eigentlich die Probleme anfangen, wo man wirklich das Gefühl hat, man muss sich endlich mal aussprechen, dann hakt es ja schon irgendwo. Also das ist dann schon die Zeit, wo man eigentlich, es entweder schon zu spät ist oder man ja damit früher anfangen kann. Du meinst also, wenn wir die Paare dann in die Paartherapie gehen, das ist meistens dann schon, ja. Aber ich bin auch kein großer Freund von Beziehungsgesprächen. Für mich ist es immer so, die Hölle darf erden. Wenn ich so ein Beziehungsgespräch führen muss, ich finde das immer das Schlimmste, was es gibt. Ja, ist das auch eine kulturelle Prägung? Ist das bei deinem Mann auch so, der anders geprägt ist? Nee, der hasse es auch, aber ich glaube, deswegen passen wir auch so gut zusammen. Aber es ist vielleicht auch einfach was Berufliches. Ja. Weil ich es halt, wenn ich nicht so anfange, meine Beziehung zu analysieren, ich bin mir nie wirklich sicher, ob es wirklich um meine Beziehung geht oder ob ich mir gerade was ausdenke. Okay. Weil ich mir eigentlich so den ganzen Tag Beziehungsprobleme ausdenke. Das war bei meinem zweiten Roman, war das so, ich hatte einen Ehepack. Da ging es ja sehr viel um offene Beziehungen auch. Genau. Und ich brauchte einfach einen Ehestreit. Aber ich wusste halt nicht, worüber sich irgendwie so ein paar in Langzeitbeziehungen streiten, weil ich halt noch nie einen hatte. Aber konntest du jemanden anrufen? Ja, ich habe dann einfach alle durch die Bank angerufen, die halt jemals eine gehabt haben. Und auch befreundete Therapeuten und einfach gefragt, was sind denn so die Probleme? Fast alle sagten Geld. Und da habe ich so, gut, das kann ich nicht gebrauchen. Also für einen Roman ist das halt nicht so gut. Dann habe ich nochmal alle angerufen. Warum ist es für einen Roman nicht so gut? Weil das nicht zu meinem Plot gepasst hat. Okay. Also ich bräuchte tatsächlich. Also für den Roman? Also für den Roman? So entstehen Roman? Ich dachte, wer hat da so Eingebungen? Stimmt, also da hatte ich keiner. Meine Eingebung war, dass es halt einen Streit geben muss, über welchen, keine Ahnung. Wie ist es dann ausgegangen? Ich weiß es nicht mehr. Aber es war auch ziemlich schockierend, dann tatsächlich zu erfahren, worüber sich die Leute meist aufstreiten. Du hast ja ein Buch geschrieben, die Macht der Mehrsprachigkeit. Also wenn wir da schon sind. Es fiel mir schwer, weil es ja sozusagen für mich war es ein längerer Essay, der so mehrere Kapitel durchstreift. Kannst du das für alle, die das Buch nicht gelesen haben, freundlicherweise zusammenfassen? Was ist sozusagen, was glaubst du, worin liegt die Macht der Mehrsprachigkeit? Außeroffensichtlich, dass man sich mit mehr Menschen verständigen kann. Also da gab es zwei grundlegende Probleme zuerst. Vielleicht ist Prämisse, die Seitenzahl war vorgegeben vom Verlag. Ah, jetzt wieder so ein Plot. Wieso seid einfach? Deswegen ist es auch die Anzahl der Kapitel. Und eigentlich hatten wir am Anfang einen völlig anderen Titel. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie er war, aber er war irgendwie schon besetzt. Und wir haben die Rechte nicht bekommen. Und deswegen blieb nur noch die Macht der Mehrsprachigkeit. Aber eigentlich macht die Siedl nicht so viel Sinn, weil es in dem Buch, glaube ich, viel eh um die Macht der Einsprachigkeit geht. Aber ich wurde später darauf aufmerksam gemacht. Und das stimmt leider wirklich. Ja, da geht es eigentlich wahrscheinlich um die politischen, die sozialen Aspekte der Mehrsprachigkeit. Vor allem in der deutschen Gesellschaft. Du machst ja da sozusagen dieses Beispiel auf, das immer als Problem wahrgenommen wird. Interessanterweise aber nicht, wenn es darum geht, dass privilegierte Kinder auf internationalen Schulen mit, ich sage jetzt mal, europäischen Sprachen aufwachsen. Genau, das verschwindet sofort, das Problem. Es gibt zum Beispiel auch, aber es ist nur ein Gerücht, deswegen grenziere ich für nichts, weil es gibt ein Gerücht, der besagt, dass im jeder Berliner Senat sich gerüchteweise auch mal überlegt hat, ob sie eine deutsch-arabische Europaschule aufmachen in Berlin. Aber dann haben sie gerüchteweise beschlossen, dass es nicht genug Schülerinnen geben würde. Dafür? Ich glaube, die waren einfach noch nie in Neukölln. Also es gibt Sprachen, das beschreibst du ja auch, die sind sozusagen gute Sprachen in diesem Wertesystem. Es gibt Sprachen, die sind ein Problem. Wenn der Junge, der zu Hause mit seinen Eltern Türkisch spricht, ich glaube, du bringst auch so ein Beispiel, dann ist das sozusagen ein Problem, wenn der mehrere Sprachen spricht, nämlich Türkisch und Deutsch. Und wenn die Kinder aber, ich weiß nicht, im Kindergarten zusätzlich Mandarinen lernen, dann ist das ganz toll. Das ist sozusagen, es wird streng unterschieden. Genau, es ist halt immer so eine bestimmte Wertigkeit. Also es ist natürlich ein sozialer Habitus und ein soziales Prestige, der jeweils einer Sprache zugestanden wird. Und zum Beispiel Englisch ist natürlich ziemlich gut. Und perfektes Englisch wird irgendwie als sehr, etwas sehr Prestigeträchtiges wahrgenommen. Französisch auch noch, Italienisch auch. Und bei Spanisch hat sich das, glaube ich, auch gewandelt. Also Spanisch wurde hip. Wurde hip. Wurde hip in den letzten 20 Jahren. Ich könnte schwören, dass Italienisch in den 50er Jahren auch nicht so hip war wie heute. Also es gibt auch so ein... Und ehrlich gesagt, wenn ich meine... War ja auch eine sogenannte Einwanderer-Sprache. Mein Teenage, wenn ich kurz... Mein Sohn hasst es, aber er hört den Podcast nicht. Deswegen kann ich es machen. Ich erzähle ihm dann immer, ich habe wieder über dich gesprochen. Mein Sohn, da nehme ich es... Der ist 19. Und für den ist Russisch zum Beispiel extrem hip. Also er hört extrem viel russischen Hip-Hop und so. Krass. Es sind ja auch viele deutsche Rappers, aber russische Wurzeln. Ich meine, dass die Coolness von Russisch sich auch verändert. Eltern hat. Ja, also popkulturell ist das extrem angesagt jedenfalls. Also er ist an einer Unstanding, an so einem deutschen Gymnasium. Also wir wollen, es gibt eine Menge Kids aus... Ich habe keine Ahnung von Hip-Hop. ... aus, deren Eltern aus Russland kamen. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, aber ich höre jetzt auch ganz viel, also automatisch, weil wir so geteilte Playlists haben, russischen Hip-Hop zum Beispiel. Und extrem angesagt. Ich hatte keine Ahnung davon. Siehste? Wie, dass du mich hast. So viel Zeit in diesen russischen Lerngruppen verbracht. Das ist irgendwie so das Gegenteil von Hip. Okay, ja. Also fiel mir jetzt nur gerade auf, dass das sozusagen... Vielleicht entwickeln sich ja ganz viele Sprachen in diesem seltsamen Wertesystem, das natürlich ein lokales Wertesystem ist. Ja, also wen interessiert das? In Australien niemanden. Aber ich finde das interessant, dass das sozusagen, dass sich auch über die Zeit verändern könnte. Genau, das ist, glaube ich, tatsächlich sehr lokal. Und sind zeitgebunden. Was ist da eigentlich gerade? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Essen ist gekommen. Ich kümmere mich mal so ein bisschen. Ich habe ja heute das Catering übernommen. Ja. Ich kann dazu nur sagen, dass Chelsea Turowski, die ja schon mal... Die ist mir aber bekannt. Warum kenne ich diesen Namen? Während des Lockdowns schon mal für uns gekocht hat. Eine amerikanische Köchin mit deutsch-jüdischen Wurzeln, deren Familie am Ende des Zweiten Weltkriegs in die USA migriert ist und die jetzt wieder in das Land ihrer Großeltern zurückgekehrt ist und für uns kocht. Kümmer mich mal kurz ums Essen. Ja, okay. Dann bis gleich, lieber Christoph. Darf ich noch mal kurz, während Christoph sich ums Essen kümmert, wir fragen dich ja sozusagen, was seltsam und auch vielleicht ein bisschen unfair ist, als Expertin für ein Thema, auch für das du nicht Expertin sein musst, nämlich was passiert eigentlich an diesen, ich nenne das jetzt mal post-sowjetischen Rändern. Da bin ich vorhin hängen geblieben noch. Wir waren ja kurz sozusagen in Aserbaidschan und du sagst an verschiedenen Stellen, vielleicht war das alles, wie man hier oder im Westen Russland sieht, vielleicht war das auch ein Riesenmissverständnis. Das habe ich an vielen Stellen, sagst du das so, dass man zum Beispiel unterschätzt, wie schwellend eigentlich die Konflikte an den Rändern der post-sowjetischen Sphäre sind, dass die nie, das war nie befriedet. Es gab immer diese Konfliktherde und man liest das dann in der Zeitung sozusagen, aber es ist ja nicht sehr, es betrifft einen nicht so wie jetzt plötzlich. Genau, ich glaube, aber es kann genauso schnell einen wieder betreffen wie jetzt, weil das Problem ist ja, es ist ja nichts gelöst worden, sogar ein einziger Konflikt ist beigelegt. Die Tschin ist immer noch ein Pulverfass. Es kann eigentlich jeden Augenblick wieder losgehen. Es ist, glaube ich, weil wenn man sich jetzt anschaut, dass angeblich der tschinische Präsident in Kiew ist, bin mir da ziemlich sicher, dass sehr viele Leute ihm nicht das Beste wünschen oder noch eine Rechnung mit ihm offen haben. Und auch der Krieg zwischen Armenien und Oswaldsian und Bergkarabach, das ist ja überhaupt nicht beigelegt. Da hat sich nichts geklärt. Und früher oder später, auch vielen Dank, früher oder später wird es halt wirklich weitergehen mit dem Krieg. Wir müssen kurz Audio-Kommentar. Christoph ist gerade mit einem, und Maria auch, mit einem riesigen Tablett reingekommen. So, ich stelle jetzt mal hier diese ersten drei Teller für uns. Das sieht schon so fancy aus. Das sieht einfach toll aus, ne? Das kann man fast nicht erklären. Das ist ein Gummiband, mit dem die Teller zugemacht sind. Christoph, kannst du das mal für die Hörerinnen und Hörer erklären? Ich habe sowas noch nie gesehen. Sieht wirklich gut aus, ne? Warte mal. Das ist ein Gummiband, mit dem zwei Teller zusammengehalten werden. Und da ist aber noch so ein Holzklotz reingespannt. So, wir werden auch gleich alles herausfinden, was es gibt. Wir sind auch kurz zu zweit, ne? Maria ist kurz in der Küche und unsere Gästin ist kurz. Auch unsere Handtuchsammlung bewundern. Ja, sehr gut. Ihr eigener Handtuchs. Man lernt schon so viele Geschichten aus Welten, die man nicht kennt, ne? Ja, ich bin auch. Wir waren gerade beim post-sowjetischen Imperium wieder angelangt. Ja, es gibt ein Menü für uns. Ja. Ich gebe das auch mal unsere Gästin hier rüber. Also Chelsea Turovsky, die für uns gekocht hat, die jetzt gerade in den letzten Monaten in Amerika war und jetzt wieder zurückgekommen ist. Was ist bitte Fregola? Und hier gibt es auch eine Bedienungsanleitung. Oh, das ist die Makrele. Warte, ich helfe euch mal. Das ist Salat. Kopfsalat. Ich habe schon so lange keinen Kopfsalat. So, dann gibt es hier ein Dressing wahrscheinlich. Ach so, das sind die Teller. Das ist eher nusslose für die Spieße, nehme ich an. Und wo sind die Spieße? Sieht wirklich gut aus, ne? Sieht fantastisch aus. Willst du gleich Wein haben? Wollen wir gleich einen Wein aufmachen? Oder willst du erst noch eine Limonade? Es gibt hier auch Limonade, die wir haben. Ich glaube, ich würde erst die Limonade und dann den Wein. So, ich gebe dir mal hier ein bisschen von dem Minztee. Das war das schön. Bitte. Würdet ihr eher Naturwein, Rosé, Weißwein oder Rotwein trinken als erstes? Vielleicht erst mit dem Rosé? Vielleicht? Ja, vielleicht? Ich bin eigentlich mit allem glücklich, ehrlich gesagt. Außer Rotwein. Ich wäre mir die schlechteste Kellnerin der Welt. Hast du mal gesagt? Nichts erfolgreich. Ich habe sogar ein halbes Jahr geschafft. Nee, Maria hat uns Gläser gebracht. Aber mein Zielpunkt war, als ich im Fünf-Sterne-Hotel gefragt wurde, vom Oberbett-Kellner, ob ich eigentlich eine Ausbildung habe. Da war mal der chialtragische Schreie und ich habe so kaputt gelacht, dass er mich nicht bei mir gefeuert hat. So, jetzt probieren wir mal den Rosé. Schlückchen? Ach doch. Komm. Ich habe zwar gerade Nein gesagt, aber du hast meine Meinung schon wieder geändert. Du hast nicht Nein gesagt. Du hast gesagt, alles außer Rotwein. Also erst mal Prost, oder? Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Sieht sehr gut aus hier, der Rohr. Vielen Dank. Zum Wohl. Das ist ein Bass mit Naturwein. Sag mal, jetzt müssen wir noch mal das Menü vorlesen, oder? Christoph, soll ich das vorlesen? Ja, bitte, ich habe es schon vorgetragen. Also wenn du magst. Hast du es unserer Gästin auch gesagt? Nee, nee, meine ich ja. Also deswegen gerne du. Ich weiß noch nicht, was es ist. Also Fugas-Cracker und geräucherte Makrelen. Das sind, glaube ich, hier die geräucherten Makrelen. Chickenspieße mit Erdnusssoße, das kenne ich. Das ist der Salat wahrscheinlich. Was ist Fregola, wollte ich vorhin schon fragen. Ich glaube, das ist das Dressing. Bärlauch und irgendwas mit Radiccio und irgendein Donut. Wir werden, also wie immer. Wir tasten uns so voran, ne? Das Menü befindet sich später. Guck mal hier, das ist, glaube ich, das Dressing. Das Dressing für den Salat? Ja, ich glaube, ne? Das kann man nicht sprühen. Hast du das schon mal gesehen? Nein, also Audio-Kommentar. Christoph sprüht gerade mit einem Sprühdöschen das Dressing auf einen riesigen Kopfsalat. Und ich frage mich gerade, wie man das jetzt unter strengsten... Soll ich euch einen großen Messer holen? Ja, vielleicht. Die kleinen Kugeln übrigens, bitte, oder? Die kleinen Kugeln? Ist das so eine Art Graupen? So, danke an Chelsea Turowski. Wir dokumentieren ja wie immer alles. David Lukas, unser Zuhörer, liebe Grüße. Schicken wir alles zu, wird alles dokumentiert. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Wo wart ihr gerade stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben. Also wart ihr nochmal woanders stehen geblieben? Nein, 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 ich frage dich, wo ihr stehen geblieben seid. Also wir waren vorhin stehen geblieben. Wir waren gerade dabei, das post-sowjetische Russland uns anzugucken und sozusagen seine Ränder und hatten besprochen, dass viele der Konflikte an diesen Rändern eigentlich nie verschwunden sind, immer noch bestehen und man das einfach nicht so stark wahrgenommen hat und dann jedes Mal wieder, zwar das in den Nachrichten lesen konnte, aber immer wieder verwundert ist, wenn es dann soweit ist. Und jetzt betrifft es uns halt viel stärker als vielleicht früher. Und was wart deine Gedanken dazu? Das ist halt tatsächlich in mir für so fast alles, was in den 90ern angefangen hat. oder 89, dass nichts davon eigentlich jemals gelöst worden ist, sondern es wurde, glaube ich, noch mal in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich noch mal viel schlimmer. Also angefangen von Tschetschenien. Also das wirkt zwar friedlich, aber das ist überhaupt nichts friedlich in der Gesellschaft dort. Auch der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Es gab ja erst vor einem Jahr wieder einen bewaffneten Konflikt und Krieg. Und auch da wird es eigentlich schon wieder, definitiv wieder zu einem weiteren Krieg kommen, bis es halt eben erobert ist oder es irgendeine Einigung gibt. Der Konflikt um Mosetien ist noch nicht gelöst. Und es ist alles, ich meine, schon einmal in Kasachstan waren vor ein paar Wochen russische Truppen involviert und haben die Revolution niedergeschlagen. Und das nehme ich jetzt schon allein nur das, was ich weiß. Aber ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr. Und das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis auch die anderen Konflikte wieder ausbrechen. Das kann, glaube ich, im Zusammenhang mit Ukraine auch viel schneller geschehen, als wir es wahrhaben wollen. Und hat sich der, ich sage jetzt der Westen, es gibt ja den Westen nicht, aber hat man sich einfach nicht genügend interessiert oder auch sich nicht genügend engagiert? Man hat ja heute das Gefühl, also bei den ganzen Aktivitäten, die jetzt plötzlich, doch relativ plötzlich, zustande gekommen sind, einige Dinge hätte man auch früher sich überlegen können. Ja, also zum Beispiel, dass Deutschland jetzt doch sehr kurzfristig sehr bestürzt ist, wie stark es eigentlich zum Beispiel in der Energieversorgung von Russland abhängt. Diese Debatte wird jetzt, meinem Gefühl nach, zum ersten Mal ernsthaft geführt. Also sozusagen plötzlich beschleunigt ist sogar die Energiewende und solche Dinge. Das wundert mich schon. Also das zum ersten Mal scheint etwas sich zu drehen. Und man sagt sie, also man fragt sie schon, warum sind wir eigentlich nicht früher drauf gekommen? Sondern haben also bis Tage, bevor es jetzt zu diesem neuen Kriegsausbruch kam, Tage vorher wurden genau diese Debatten noch geführt, jetzt sollen wir Nord Stream 2, muss man aus dieser Gleichung rausnehmen? Wie blickst du im Nachhinein auf diese ganze Diskussion? Ich glaube, es hat sich tatsächlich viel verändert, seitdem wir eine neue Regierung haben. Dass eben die ganzen Debatten tatsächlich zum ersten Mal wiedergeführt werden. So gefühlt nach 18 Jahren zum ersten Mal debattieren wir wieder über Sachen, die eigentlich als Gesetz erschienen. Also ehrlich gesagt, es gab ja überhaupt keine Reaktion auf das Ereignis in Kasachstan. Während des Krieges mit Armenien und Asbhajano wurde so ein bisschen zur Zurückhaltung aufgefordert. Aber das war es auch schon. Und es gibt ja eigentlich überhaupt keine diplomatischen Beziehungen, nichts, weil es mir tatsächlich so weit weg scheint. Aber es ist nicht nur das Problem von Deutschland, sondern eigentlich weltweit das Problem. Es ist mir alles so ein bisschen wegzuschieben, Hauptsache das berührt uns nicht. Aber wir sind keine Außenpolitik-Experten, aber das kann ja langfristig jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Haltung bleiben. Man muss sich jetzt involvieren. Und übrigens diese Makrelenpaste, die ist unglaublich. Danke für den Hinweis, Christoph. Ja, man unterschätzt die, aber die ist wirklich sehr gut mit diesem frischen Brot. Oder? Olga, du musst die Makrelenpaste probieren. Ich stelle dir meine Warte mal. Ja, man ist ja doch selber so ein bisschen erschrocken über die eigene Ignoranz, oder? Und dass jetzt auch eben außenpolitische Berater von Angela Merkel sagen, wir haben das nicht kommen sehen, also inklusive der gesamten Öffentlichkeit. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie nur den Finger auf Einzelne zu zeigen. Ja, das ist halt das Problem. Man hätte es eigentlich kommen sehen müssen. Aber ich bin ja leider auch keine Expertin. Und ich habe definitiv keine Ahnung von der Materie. Aber wenn du so drauf blickst, alle Anzeichen waren doch immer da. Ja, es gab ja eigentlich nie so einen Schritt, wo man jetzt sagen würde, das hat in eine völlig andere Richtung gezeigt. Oder gab es eine Phase, wo du das Gefühl hattest, es gab tatsächlich Fortschritt? Nein, ehrlich gesagt, null. Worüber ich mir gerade sehr große Sorgen mache, ist tatsächlich die Situation im Kaukasus. Und was da passieren wird, also ob das irgendwie jetzt so einem antirussischen Ressentiments, das ist, glaube ich, ein dämliches Wort in dem Zusammenhang, was eigentlich nicht darum geht, aber was tatsächlich die Massenmigration russischstämmige Menschen in den Kaukasus jetzt mit der Gesellschaft dort machen werden, weil so viele Kapazitäten, um die Leute aufzunehmen, gibt es nicht. Die Leute bringen auch kein Geld mit oder kaum Geld mit, weil sie es a. nicht haben und z.B. nicht drankommen. Und was halt dort mit den Gesellschaften passieren wird, ist, glaube ich, auch gar nicht so lustig. Und dort wird es, glaube ich, über kurz oder lang zu sehr vielen Konflikten kommen. Und schon allein, was dann passieren wird, wenn ihre Visas auslaufen, ob sie dann wieder zurück müssen. Z.B. bei Kasachstan war das schon der Fall. Ich glaube, zwei Journalistinnen wurden wieder nach Russland aus Kasachstan deputiert. Die eine von Deutsch und bei der anderen weiß ich nicht genau, wo sie herstammte. Aber auch z.B. in Georgien schon da. Bei der Bank of Georgia mussten die Leute, die aus Russland kamen, die mussten ein Formular unterschreiben, bei dem stand, dass sie zustimmen, dass Russland ein Aggresso ist und 2004, wenn ich mich nicht nicht nüquatsch, dass 2014 und 2022 eben eingedrungen ist und auch 2008 nach Georgien. Also in Ukraine und nach Georgien. Aber was passiert halt, also das ist zwar faktisch richtig, aber was passiert, wenn dieses Formular dann doch beim russischen Konsulat landet, was im Kaukosus gar nicht so unwahrscheinlich ist. Da passieren so alles, alle möglichen Sachen. Sag mal und jetzt wohnen wir in Berlin und hier und an vielen anderen Orten, aber Berlin scheint natürlich oder ist aus logistischen Gründen so eine Art Brennpunkt im Moment, wo sehr viele Menschen aus der Ukraine erst mal ankommen. Bei mir um die Ecke ist ein riesiges Hotel, das komplett umgewidmet ist, wo ganz viele, vor allem Mütter mit Kindern, also wohnen und man fragt sich ja, okay, was können wir eigentlich dieses Mal besser machen als die letzten Male? Ja und hast du, du hast vorhin schon sehr leidenschaftliche Plädoyers gehalten, was wäre jetzt eigentlich das Klügste zu tun? Ich glaube, es ist tatsächlich viel besser gelaufen, das 2015, weil es viel besser organisiert ist. Ah ja? Also ich habe immer das Gefühl, es ist wahnsinnig gut organisiert, war tatsächlich, ich glaube, das sind tatsächlich die Lehren aus 2015, nicht unbedingt von der Politik, sondern von der Zivilgesellschaft. Da sind mitunter dieselben Leute, sich um Geflüchtete kümmern, sind dieselben Strukturen und funktionieren sie diesmal viel besser. Also es ist nicht so, dass die Leute irgendwie so weillos hingehen und irgendwie irgendwas vorbeibringen, irgendwelches Zeug, was niemand braucht, sondern es gibt Listen, was wo gebraucht wird. Es gibt Telefonlisten, selbst ich habe da irgendwie so, wurde mir viermal gefragt, ob ich Sachen vorbeibringen kann und mir wurde definitiv gesagt, welche Sachen. Die waren innerhalb von zwei Stunden da und wir hatten den Fall, wo eine Wohnung innerhalb von 24 Stunden eingerichtet war. So eine Arbeitswohnung von irgendjemandem und wir wussten, dass da irgendwie drei Frauen ankommen und am nächsten Tag später war die Wohnung schon fast vollständig. Aber alles, was du beschreibst, das sind Privatinitiativen, ne? Ja, staatlich ist das einmal so eine Frage. Aber es ist auch natürlich die Frage, ob das diesmal staatlich gewollt ist, dass die Leute kommen oder nicht. Und in Deutschland ist es leider immer so eine Frage, wie lange das die Gastfreundschaft andauert. Ich meine, zum Beispiel in Berlin noch ist Franziska Giffey ganz angetan von den neuen Geflüchteten, aber das kann sich bei ihr auch innerhalb von zwei Wochen ändern. Und das ist auch die Frage schon allein bei der Springer-Frau-Presse. Wann wird sich da die Stimmung ändern? Also noch sind sie zwar relativ freundlich, aber schon da gibt es schon die ersten Schlagzeilen so in die Richtung andeuten, dass es halt nicht mehr lange dauert. Hast du die Sorgen, dass sich sozusagen die Geschichte wiederholt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das Ganze wiederholen wird. Schon allein, wenn es dann anfängt darum zu gehen, wer kriegt die Schulplätze für die Verteilungskämpfe, wo es um den Wohnraum gehen wird. Also ich glaube nicht, dass es so bleiben wird wie jetzt. Aber es wäre ja naiv anzunehmen. Also sozusagen, ich nehme eine Debatte aber auch von den Menschen, die ankommen, die sagen, naja, also wenn es zum Beispiel um Schulen geht, gibt es ja eine Debatte, müssen wir nicht darauf achten, dass die Kinder auch sozusagen ukrainisch weitersprechen und jetzt nicht, bei Kindern geht es ja wahnsinnig schnell, sofort sozusagen in normale Schulklassen kommen, was sie ja kommen. Und nur mal eingenommen, wir würden in einem halben Jahr wieder zurückgehen, dann ist das für die ja eine riesige Irritation. Ja, das ist sozusagen die eine Debatte, die andere Debatte. Ich würde jetzt sagen, also nach allem, was ich bisher immer in den vergangenen Jahren gesehen habe, wir könnten auch mal annehmen, dass die erst mal hier bleiben. Und dann müssen wir natürlich ganz anders planen. Wie siehst du das? Nein, ich meine, ein halbes Jahr ist ja, vielleicht könnten sie nach einem halben Jahr zurückgehen oder nicht, aber je nachdem, wie viel natürlich jetzt von der Ukraine zerstört wird. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze viel länger dauern wird als ein halbes Jahr oder nur ein Jahr. Und ich glaube auch tatsächlich, dass viele bleiben werden. Also wenn sie sich tatsächlich gut eingelebt haben und wenn sie Jobs gefunden haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Menschen bleiben werden. Aber es hat mit der Schule, ich weiß es nicht, ich glaube nach einem halben Jahr werden sie nicht das Ganze das Ukrainisch vergessen. Aber das ist ja auch nicht nur ukrainisch, sondern viele von ihnen sprechen auch schließlich russisch. Auch diese Forderung dann zum Beispiel von dem ukrainischen Botschafter nach einer Europaschule für Deutsch-Ukrainisch ist ja auch eigentlich ziemlich interessant. Es macht natürlich total Sinn, nochmal ukrainisch anzubeten, aber halt auch noch, natürlich, Ukraine ist ja auch eine bilinguele Gesellschaft, wo auch natürlich diese Sprache, diese Frage der Mehrheitssprache, ob das jetzt in ukrainisch sich durchsetzen wird, also was sich de facto durchgesetzt hat oder russisch, hat ja glaube ich schon für ziemlich viel politischen Sprengstoff auch gesorgt. Das ist ja keine einfache Diskussion. Mit welchem Blick auf die Ukraine bist du eigentlich aufgewachsen? Gar keinen. Ehrlich gesagt, das war so weit weg von uns. Ich meine, meine Großmutter kommt aus Weißrussland. In Ukraine halt, also ehrlich gesagt, nee. Weil du gerade deine Großmutter, wenn es weißt, das habe ich nämlich vorhin noch gemerkt, ich wollte dich unbedingt noch, ich hatte ja sozusagen deine Eltern abgefragt, deine Großmutter scheint aber auch mindestens so wichtig gewesen zu sein für dich. Ja. Erzähl mal über deine Großmutter und ihr Leben, weil es ist ein irres Leben, glaube ich. Ja, es ist eigentlich ein ganz typisches sowjetisches, jüdisches Leben, aber für mich weiß ich, sie ist immer noch eine sehr wichtige Person und ich versuche gerade, ich benutze gerade ihre Geschichte als Vorlage für den Roman, deswegen habe ich das gerade auch ziemlich viel nochmal nachrecherchiert oder bin dabei. Das heißt, du bist gerade dabei in der Vorrecherche oder schreibst du schon? Ich dachte, ich schreibe es, dann habe ich das alles wieder gelöscht und jetzt bin ich wieder am Anfang. Also ich dachte zuerst, hast du gelöscht? Ja, ich dachte zuerst, das wird ein Essay und ich dachte, das ist ziemlich lang, dann habe ich aber festgestellt, das ist eigentlich Blödsinn und jetzt ist es aber doch wieder ein Roman und mal sehen, ob ich das jetzt durchhalte oder wieder zum Essay zurückgehe. Also ich glaube, das wird jetzt doch ein Roman. Ist es die Großmutter, die Grundschullehrerin war? Genau, die war Grundschullehrerin und Geschichtslehrerin und die ist in Gummelt zur Welt gekommen. Damals war das eine extreme, also fast die Hälfte der Bevölkerung war jüdisch. 1920 beziehungsweise 1910 waren es sogar drei Viertel der Bevölkerung waren Juden. Es gab dort alle möglichen jüdischen Strömungen, es gab eine Vielzahl von jüdischen Schulen, es war einfach im Ansiedlungsreihung, wo damals Juden nur leben durften. Es waren das relativ große, also jüdische Familien, in der sie aufgewachsen ist und dann kam der Krieg und sie ist 1941, ist sie dann mit ihrem Bruder geflohen und zuerst mit den Eltern, aber der Vater wurde dann... Es ist eine Tradition in diesem Podcast, dass irgendwann ein Essen zu schlossen ist. Normalerweise bin ich das immer... Oft von Christoph, gelegentlich auch von mir. Es gibt ganz tolle Fotos. Aber es ist nichts passiert. Ich habe nur versucht, dir Wein einzugeben. Also ich werde es noch schaffen, irgendwas zu brechen. Ich werde es bestimmt noch schaffen, irgendein Glas mindestens zu brechen. Ja, ja, das bringt Glück. Wie meistens passiert. Genau, und dann ist sie halt, und sie war glaube ich so drei Jahre in Russland, fast alleine auf sich gestellt, waren sie. Und dann ist sie nach Aserbaidschan gekommen, fast 44, nie 45. Und wie? Sie wurden... Sie sind mit mehreren Zügen und glaube ich, sie sind ziemlich lange gefahren durch ganz Russland. Dann ist der... Die Mutter ist unterwegs. Die Mutter war psychisch krank und die ist dann einfach verschwunden irgendwann mal. Die Mutter ist verschwunden. Die Mutter ist verschwunden und der Vater wurde erschossen von den Russen aber im Gefängnis, weil er sich zu spät eingefunden hat. Aber das ist auch eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Und dann waren die also die waren 14 und 11 und also praktisch komplett auf sich alleine gestellt. Und dann irgendwann mal am ersten Krieg vorbei war, haben sie einen Onkel in Baku ausfindig gemacht, den sie dann eingeladen hat und so konnten sie nach Baku reisen. Aber sind die nicht jahrelang quasi gedriftet als Kinder dann? Ja, von 41 bis 45. Aber das ist ja verrückt. Ja, aber damals ging es sehr vielen Menschen so. Also es war eigentlich so, die hatten noch Glück, dass sie überhaupt evakuiert wurden. Aber das war natürlich der Durchsicht, dass sie und zwar jüdische Kinder waren und komplett auf sich alleine gestellt waren, war das natürlich eine völlig irre Geschichte. Du hattest ein gutes Verhältnis mit deiner Großmutter. Und was hat das mit ihr gemacht, wenn man als, das war schon, da war es ja völlig klar schon, wenn man als Kind so etwas erlebt? Sie ist 96 gestorben. Aber ich glaube nicht, dass sie nachhaltig dramatisiert war oder sonst irgendwas. Und die war eigentlich ziemlich religiönt. Also die kam eigentlich ziemlich gut damit klar. Aber es wurde natürlich immer, also ich kannte die Geschichte nicht, nicht in aller Ausführlichkeiten, nicht in den ganzen Strecken. Sie ist immer wieder, ich werde sie später erzählen. Aber es ist, was ziemlich auffällig war, es sind immer dieselben Enekruten, die bis heute erzählt werden. Ja. Fast mit dem selben Wortlaut, aber es geht nie weiter hinaus. Und es gibt immer sehr viele Dinge, die sie verheimlicht haben. Zum Beispiel, dass der Vater erschossen wurde. Selbst meine Mutter hat es meinem Vater nicht erzählt, was natürlich eine Schande war in der sowjetischen Ideologie. Sie ist immer, der ist im Krieg gestorben. Warum wurde der erschossen? Das hast du auch gerade so nicht so ganz erklärt. Genau, der hat sich zwei Tage lang zu spät gemeldet. Also er wurde einberufen und der kam, glaube ich, entweder einen Tag zu spät oder zwei Tage zu spät. Aber vielleicht kam er auch gar nicht zu spät, sondern sie haben sich irgendwie so, es war eine ehemals reiche Familie und das ganze Geld ist ziemlich schnell verschwunden. Aber man weiß halt nicht so ganz auf welche Art und Weise. Was glaubst du? Es gibt so viele, es gibt so viele Gerüchte und so viele Legenden. Es ist halt, es ist einfach im Krieg irgendwie verloren gegangen und die haben es zurückgezogen. gelassen. Es war auch nicht wirklich Geld, sondern es war, ich glaube, so ein bisschen Gold, aber es ist eigentlich auch völlig egal. So wie du deine, dann die Familiengeschichte oder Geschichten jetzt gerade erzählst, das sind ja unglaublich viele Mysterien und Rätsel und Geheimnisse. Glaubst du, dass dich das auch dazu geführt hat, dass du irgendwann in deiner Fantasie angefangen hast, dir eigene Geschichten auszudenken? Nein, also ich glaube nicht. Also weil es eigentlich gar nicht so viele Mysterien sind, sondern es war eigentlich alles ziemlich, also es wurde alles ziemlich offen verhandelt und auch dieses Mysterium habe ich auch ziemlich schnell rausgefunden. Ah ja. Also meine, also klar, meine Großmutter hat es verheimlicht, aber ihre Töchter dagegen waren ziemlich offen mit allem. Also die haben es irgendwie sogar nicht eingesehen. Deine Großmutter hat aber, glaube ich, bei der Ausreise eurer Familie noch eine relativ entscheidende Rolle gespielt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Jetzt hat sie sich in der deutschen Botschaft mit dem israelischen Pass vorgeschmuggelt. Wie hat sie das gemacht? Es gab eine riesengroße Schlange, aber ich glaube, der Mann, der dann als Wachmann arbeitete, war eh ehemaliger Schüler, hat sie dann einfach vorgelassen. Der meinte, ach, schauen Sie mal, sie hat den deutschen Pass. Und außenrum wusste ja eh keine, wie ein deutscher Pass aussieht. Er wurde einfach sofort vorgehalten. Und dann hat sie innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, eure Ausreise klargemacht. Ja. Also werden es mich, das ist ja ehrlich gesagt, also ich kenne niemanden, der einen außereuropäischen Pass hat und durchweg positiver Erlebnisse in der deutschen Botschaft gehabt hätte. Da haben wir noch einen weiten Weg. Normalerweise kommt man hier nicht mal bis zur deutschen Botschaft vor, sondern wir hatten auch damals bei der Ausreise so viele unangenehme Gespräche mit dem Botschafter. Und das sind völlig unpassende Kommentare. Was heißt unpassende Kommentare? Da habe ich dann gefragt, ob mein Vater den Kommunismus auch in Deutschland anführen möchte. Klar, deswegen reisen wir auch aus. Aber es gab noch andere Geschichten da, aber das ist so. Ja, wir hören Sachen. Also das sind ja leider nur Gerüchte. Beziehungsweise das ist nichts, was ich wirklich bebergen will. Aber es gab sehr viele, also in der Bevölkerung von Baku gab es sehr viele Ressentiments gegenüber den deutschen Botschafter, weil es hieß, dass er dann die Insequitäten aufkauft. Also ich weiß nicht, ob es weißt oder nicht, aber es war dann so, also es hieß, dass er da extrem persönlich von der Ausreise manchen Menschen provoziert. Aber ob das weißt oder nicht, aber es ist ja sowieso, man wird ja tatsächlich, wenn man glaube ich einfach nicht diesen europäischen oder amerikanischen Pass hat, wird man tatsächlich einfach durchweg wie der letzte Tag behandelt, egal in welcher Botschaft. Hast du das selber auch erlebt? Ja, klar. Zum Beispiel? Ich war ja mit bei der deutschen Botschaft. Und kannst du das beschreiben, was da passiert ist? Ich weiß es alles nicht mehr. Ich war dann relativ klein noch, aber es ist einfach dieses Gefühl, also der extremen Anspannung, der Feindseligkeit oder schon alleine, wo man sich dann irgendwo für ein Visum, wir haben das mit meinem Mann ziemlich oft, wo ich für ihn irgendwo ein Visum beantragen muss. Ich hatte zum Beispiel, das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte, ich sollte als Right in Residency an die University of Oxford kommen. Und damals war Großbritannien noch in der EU, das heißt, mein Mann hat einen syrischen Pass, der braucht kein Visum, dem Recht nach. Aber das hieß, wir sollten uns bitte für die Airline einfach so eine Bestätigung von der Botschaft holen, damit die Airline nicht durchdreht und den nicht wieder zurückschickt während des Fluges. Aber rechtlich war das eindeutig. Und dann waren wir bei dieser britischen, beim britischen, ist es noch nicht mal das britische Konsulat, sondern es ist einfach eine externe Firma, die für sie alles erledigt. Und dann, kurz und kurz, er hat das Visum nicht bekommen, weil das hieß, dass unser Sponsor nicht britisch sei, deswegen ginge das nicht. Und unser Sponsor war bei der University of Oxford. Aber das ist einfach die Marge, die sagen immer Nein zu allen Visas und da muss man klagen und dann kann man ins Land. Aber ich dachte, also mir ist es ja egal. Ich habe dann die Studenten einfach bei Skype unterrichtet und nebenbei meine Einkäufe erledigt. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Stellung. Bei mir war es jetzt auch egal, ob ich da jetzt irgendwie für drei Wochen hinfahre oder für zwei Tage. Ich wurde voll bezahlt. Aber ist es trotzdem, also so wie du das beschreibst, so das Misstrauen gegenüber den Institutionen, das scheint mir doch groß zu sein, aus eigener Erfahrung einfach. Ja, nicht allen Institutionen, aber ziemlich vielen. Aber auch, ja, also es gab auch viele Erlebnisse an der Ausländerbehörde, zum Beispiel in Friedberg. Vielleicht erinnerst du dich noch in Friedberg. Im Wetteraukreis. Im Wetter, das ist die Hauptstadt. Das ist die Hauptstadt des Wetteraukreises. Ah, verstehe. Entschuldigung, Entschuldigung. Die Putzbach liegt unmittelbar daneben, Bad Nauheim. Ist es wirklich genau. In Friedberg wurde meine Staatsbürgerschaft das im Computer gelöscht. Wie bitte? Ich dachte auch, dass es nicht passieren kann, aber ich habe meinen Pass verloren, dann habe ich einen neuen Beantrag. Also ich habe den nicht verloren, ich habe den bei einem One-Nine-Stand einfach da gelassen, im Bastepal nicht da anzurufen, zu sagen, kann ich bitte meinen Pass wieder haben. Also habe ich einen neuen Beantrag. Die Geschichte kannte ich noch nicht. Nee, ich habe es auch noch nie erzählt. Wie kam es, dass der Pass, also naja. Dann kam der Pass halt irgendwann mal doch zurück. Und ebenfalls, und dann brauchte ich ja den neuen nicht mehr, dann habe ich den angerufen, und ich dachte, das ist okay. Ist halt so, der Alte ist wieder da. Ja. Und dann meinten sie zu mir, nein, jetzt haben wir aber ein Problem, Sie müssen persönlich vorbeikommen. Es geht um Ihre Staatsbürgerschaften. Und wir können es nicht am Telefon klären. Und ich war schon in Götzingen, ich habe in Götzingen studiert, damit er wieder zwei Stunden mit dem Zug gefahren, mal hin anzukommen. Und dann hieß es, Sie müssen jetzt beweisen, dass Sie deutsch sind. What? Also wie soll ich denn das machen? Möchten Sie meinen Schädel vermessen oder wie weit sind wir? Wow. Aber die Einbürgungsurkunde hat funktioniert, Sie haben einfach die Staatsbürgerschaft aus dem Computer gelöscht. Aus Versehen. Aus Versehen. Aus Versehen. Und wenn du jetzt die Urkunde nicht gehabt hättest? Dann war es das. Und ich meine, das meine ich eben mit diesem Gefühl von, sagen wir mal, so ein Grundgefühl des Nicht-Geborgenseins, sondern immer zu wissen, wenn ich jetzt diese drei Urkunden nicht habe, kann es sehr schnell passieren in diesem Land, in dem ich lebe und aufgewachsen bin zum großen Teil. Woher kenne ich diese Geschichte? War das Katharina Barlin? Ich bin mir nicht mal ganz sicher, irgendwer hat auch so eine Geschichte erzählt. Wie ist das eigentlich mit der Staatsbürgerschaft? Wie fragil ist das? Mit der Heirat? Ich habe einen deutschen Pass und da ist das erledigt. Bis ich dann versucht habe, in Berlin zu heiraten, wäre dann erst das Problem. Habst du Tipps? Ja. Große. Einfach nach Dänemark fahren. Wedding Island. Funktioniert alles super. Wedding Island? Wedding Island heißt die Firma. Achso. Deklärt alles. Achso. Das ist eine Insel. Wedding, nicht Wedding. Ich kenne doch die dänische Küste ein bisschen. Entschuldigung, Wedding. Nee. Erst hieß es, also das habe ich herausgestellt, dass irgendwie, wir hätten eine Ehe, mein Mann hätte eine Ehefähigkeitsurkunde gebraucht. Natürlich. Aber die gibt es ja nur in Deutschland. Also. Und seine Heimatbehörde, Zitat, war gerade vom islamischen Staat besetzt. Also der Ressort. Wir reden von Syrien. Von Syrien. Von Syrien 2000. Gott. Wenn ich noch wüsste, wann wir geheiratet haben. Sagen wir mal, grob 2014. Man wollte also eine Ehe. Ewigkeitsurkunde vom islamischen Staat. Ich habe auch gefragt, soll mir der Kalife Al-Baghdadi damals noch am Leben unterschreiben? Und ja. Das schicken Sie dann vor das Amtsgericht Wedding. Also diesmal wirklich der Wedding. Liebe Grüße. Dann dachte ich, naja gut, also wenn ich mit so einer Urkunde, also die Urkunde hätten wir sogar bekommen. Aber ich dachte, wenn ich damit bei diesem Amtsgericht erscheine, dann müssen Sie mich doch eigentlich verhaften. Also ganz schien es mir nicht legal zu sein. Aber das ginge noch. Aber dann hatte ich herausgestellt, ich hätte ja auch noch eine gebraucht. Weil ich nochmal nachweisen musste, dass ich nicht in der Sowjetunion verheiratet worden bin. Ach so. Das heißt, du bräuchtest dann aus Baku? Ja, wahrscheinlich von der Sowjetunion ausgestellt. Weil es ist ja mittler. Also Aserbaidschan ist ja ein anderer Staat mittlerweile. Klar. Also wahrscheinlich hätten sie eine von der Sowjetunion gebraucht, aber es gibt wohl noch irgendwo in Berlin irgendeine Stelle, die für die Leute, die eingebürgert wurden und heiraten möchte, zuständig ist. Aber dann habe ich festgestellt, dass eigentlich fast alle meine Freunde in Dänemark geheiratet haben. Ich habe es vorher nie gefragt, weshalb, aber dann... Jetzt wissen wir es. Genau, jetzt weiß ich, dass so in Dänemark... Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, aber damals, man muss halt nur zwei Tage dort bleiben. Ja. Das ist durch das deutsch-dänische Abkommen von 49 sind alle Urkunden hier anerkannt und dort brauchen sie einen kurzen Auszug aus dem Register von durch dem Bürgeramt, den man in der Zeit von fünf Minuten bekommt. Man muss halt 600 Euro zahlen, also damals noch, zwei Tage lang bleiben. Man kriegt gleich eine Liste mit allen Hotels auf dieser Insel, mit allen Geschäften. Wie heißt die Insel? Ich habe es vergessen. Ehrlich gesagt. Und das ist aber ein Geschäftsmodell der Insel quasi, oder? Von ganz Dänemark. Ach so. Das läuft super. Also wir wurden, also die Paare wurden auch in der von zehn Minuten verheiratet. Ich fahre da immer nur in Urlaub hin. Alle anderen sind da zum Heiraten. Zum Heiraten da. Man sieht es auch den Paaren an, die da halt da ankommen. Ja. Und jetzt seid ihr nach Dänischem und damit nach Europäischen und damit auch nach Deutschland? Nach deutschem Recht verheiratet. Wie war denn die Hochzeit selbst? Ich war schwanger und mir war irgendwie, ich habe einfach nur gehofft, dass es möglichst schnell geht, weil ich mich wieder schlafen legen wollte. Ich wurde einfach nur schlafen. Aber ich mag auch keine Hochzeiten. Ich bin auch nicht dramatisch veranlagt. Meine Eltern kamen mit, meine Trauzeugen, mein Bruder. Und das war es. Genau. Und ich wollte einfach, dass es möglichst schnell vorbeigeht. Ja, du hast ja auch mal gesagt, ich bin Schriftstellerin geworden, damit ich selber keine Abenteuer erleben muss. Ja, ich bin auch nicht der Abenteuer-Typ. Sondern es reicht, wenn die im Kopf stattfinden. Ich meine, auf dem Papier klingt es halt auch immer besser, als tatsächlich im richtigen Leben. Ich habe ja, können wir kurz über das Schreiben sprechen? Diese Hähnchen sind übrigens... Ja, es ist geil. Also das Essen... Es ist wirklich sehr besonders. Liebe Chelsea Turovsky. Liebe Grüße, haben wir so ein bisschen... Mir fällt gerade ein, ich habe... Chelsea hat doch mal so ein... Auch so eine Art, im ersten Lockdown so ein Bring, ich nenne es jetzt mal Bringdienst, organisiert. Man konnte bei ihr Essen bestellen. Das habe ich, glaube ich, mal gemacht nach einem Podcast. Und ich glaube, den Dienst wird es jetzt bald wieder geben. Up and Coming Berlin. Also sie macht jetzt eigenes, kümmert sich gerade um ein eigenes Restaurant. Aber ich glaube, Up and Coming Berlin... Leute, google das mal. Also das Essen ist sehr gut. Diese Makrelen, die sind sehr überraschend, oder? Weil du gerade sagtest, ich habe darüber heute mit einem Kollegen, der sich mit Literatur auskennt oder darauf spezialisiert ist, gesprochen. Wir sprachen über dich. Das ist sehr gepriesen. Das ist nicht gut. Doch, doch. Und als Laie fragte ich mich, und ich glaube, wir haben das auch schon öfter im Podcast gesprochen, wie entsteht eigentlich spannende Literatur? Entsteht die dadurch, dass die Autorin selbst etwas erlebt hat? Oder ist es einfach nur in ihrem Kopf? Ich weiß, das ist eine Kinderfrage, aber ich bin... Überhaupt nicht. Ich würde immer sagen, auf gar keinen Fall selbst erlebt. Ah. Weil es dann keinen Abstand gibt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich über mich selber schreibe, dann habe ich nicht den nötigen Abstand, um tatsächlich gerade plötzlich genug zu sein, um das Ganze zu beurteilen, um nochmal den Abstand zu meinen Figuren, um zu wissen, wer sich jetzt wie verhält. Und ich gehe mit meinen Figuren immer ganz gerne zur Psychotherapie. Was? Und lasse mich beraten. Aber halt... Wie geht das? Meine Nachbarn sind Kinderpsychologe und Erwachsenenpsychologen sind Pärchen. Und ich gehe dann nochmal zwei Taschen höher und sage, ich habe jetzt dieses Problem. Hallo, ich bin's. Genau, ich bin's schon wieder. Ich habe hier eine Figur. Genau, ich meine, die wissen auch mittlerweile, dass es wirklich nur Figuren sind. Sehr großartig. Ja, das dauert dann auch irgendwann gedruckt, nach ein paar Jahren. Mhm. Bei einem Psychologen, der wurde im Kindergarten eingeladen. Und es ging um Bindungstheorien und es kamen nur fünf Leute. zu dem Abend. Ich habe meine Chance gewittert, was genau das war, was ich gerade für den letzten Roman gebraucht habe. Und ich habe dann diese ganzen nämlichen Fragen gestellt in so einem Grinsengesicht. Wie kann ich das noch schlechter machen? Und er hat mir aber nicht wirklich geglaubt, dass ich das wirklich für einen Roman brauche, bis die Kindergartenleitungen geklärt haben. Doch, doch. Schon okay. Aber ich habe es auch in seinen Augen einfach gesehen, dass er mir nicht traut. Aber ich wollte auch nicht lockerlassen. Das ist ja auch ein bisschen seltsam, oder? Das ist, glaube ich, schon recht. Ja. Eigenwillig. Genau, aber ich gehe mal zu meinen Nachbarn hoch und dann besprechen wir das Ganze, ob das irgendwie so Sinn macht oder nicht. Und ob das irgendwie noch so wahrscheinlich ist. Weil das Problem bei der Literatur ist immer, es muss halt immer gewissen Wahrscheinlichkeiten gehorchen. Wenn es zu unwahrscheinlich wird, dann steigen die Lese aus. Und das heißt, bei der Entwicklung einer Figur ist es eben gut, mit professionellen Therapeuten, Psychologen mal zu reden. Ich finde schon. Aber um nochmal auf die... Wie in die... Genau. Moment, 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 ich muss den Gedanken noch zu Ende verstehen. Das heißt, du sagst, auf keinen Fall sollte man das selbst erlebt haben. Finde ich. Aber es gibt ja Sachen in deinen Büchern, die klingen ein bisschen nach deinem Leben. Ja, aber manchmal weiß ich mein Leben dem Buch an. Also es ist halt, naja, wenn ich halt was recherchieren muss, dann... Ach so. Ich bin großer, also ich glaube wirklich an Recherche. Also zum Beispiel... Gib mal ein Beispiel, ja genau. Zum Beispiel beim ersten Roman, als ich dann wusste, ich dachte erst, beim Der Russe ist eine der Birkenliebe, ich dachte immer, dass der zweite Teil eigentlich in Russland spielt, aber es hat überhaupt beim Schreiben nicht funktioniert. Und dann war ich eigentlich so fähig in Israel und dann habe ich gesehen, dass Israel viel besser passt von der Struktur und dann hat das Schreiben wieder funktioniert. Und dann bin ich für ein halbes Jahr nach Israel gegangen und habe mir extra eine Praktion gesucht bei so einer Organisation, die auch im Buch am Ende nicht gerade gut wegkommt. Weil du beschreibst dieses Milieu der Leute als so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen auf so einem Selbstfindungstrip und auf Kosten der Weltpolitik vor Ort. Genau. Feiert man im Grunde genommen so ein ganz angenehmes, politisch korrektes Partyleben. Extrem angenehm. Also viel angenehmer, als man sich das vorstellen kann. Inwiefern? Es ist tatsächlich, ich meine, also es wirkt so ein bisschen gefährlich und man hat sich ziemlich gut im Konflikt eingerichtet. Man riskiert ja nichts persönlich. Das ist, glaube ich, eigentlich das Schlimme daran, sondern man kann sich ziemlich gut zurücklehnen. Man geht da irgendwie in ein paar Jahren wieder zurück und hat was zu erzählen. Aber was dort passiert, es hat ja auch nicht wirklich irgendjemand, irgendein Interesse daran, dass der Konflikt gelöst wird. Dann sind die Stiftungen weg. Und was macht man denn, wenn der Frieden ist? Das klingt also so zynisch, wie du das beschreibst, aber du hast es vor Ort so erlebt. Woran machst du das fest? Das Ding ist, ich bin keine Journalistin. Ja, also emotional. Das ist emotional. Ich komme mit gewissen, im Gegensatz zu einer journalistischen Recherche, komme ich eigentlich mit irgendwelchen Statuten an. Also ich habe mir irgendwas zurechtgelegt, da muss ich sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und dann habe ich gesehen, dass das, was ich mir belegt habe, eigentlich funktionieren kann. Aber das ist nicht so, dass ich das wirklich begründen muss, Gott sei Dank. Das ist keine saubere journalistische Recherche. Sondern ich kann auch, wenn ich Interviews führe, führe ich sie nicht wie eine Journalistin, sondern ich kann die Leute auch dahin provozieren, wo ich sie gerne hätte, um Emotionen abzuklopfen. Also nicht unbedingt Wissen, sondern um das emotional zu verstehen. Und das ist, glaube ich, auch nötig, dass es möglichst weit von mir weg ist, weil dann kann ich das nicht professionell genug handhaben. Also ich bin dann, ich habe auch ein unserer Kämpfer interviewt. Also über Zoom, aber das war ziemlich interessant, weil ich das einfach verstehen wollte, hätte ich halt natürlich im Wahlenleben nicht gemacht. Aber es war auch keine journalistische Recherche. Und wenn ich eine Journalistin wäre, hätten sie auch nie im Leben mit mir gesprochen. Aber Schriftstellerin kriegen gerade mal sehr, sehr harmlos. Die meisten gehen immer davon aus, dass ich sowieso Kinderbücher schreibe. Ja. Oder Frauenliteratur, was mir natürlich sehr entgegenkommt. Also ich bin gerade immer so sehr harmlos, was halt super ist. Da kann man irgendwie alle Fragen stellen, die Leute beantworten, alles bereitwillig. Aber wenn ich da tatsächlich eine Journalistin sitzen würde. Was hast du da gefragt? Alles. Was heißt alles? Sie haben zum Beispiel zugegeben, dass sie Menschen ermordet haben. Ich wollte wissen, wie, aus welchem Grund. Du sitzt im Zoom-Call jemandem gegenüber, der plötzlich sagt, ja, ich habe Menschen umgebracht. Elf. Der weiß genau natürlich elf. Klar. Und dann sitzt man da und denkt, okay, und dann die nächste Frage. Nee, nicht die nächste Frage, dann gehe ich ins Detail. Genau. Weil ich genau weiß, dass ich das für mein Buch brauche. Aber das ist halt nicht, ich bin nicht emotional beteiligt, sondern vielleicht erst später, sondern ich habe mich darauf vorbereitet, das ist praktisch mein Beruf, ich habe mich darauf vorbereitet, dass wir jetzt darüber sprechen. Aber es gibt natürlich andere Situationen, wo mich das menschlich viel mehr trifft. Also wenn ich nicht vorbereitet bin, aber ich kann es, glaube ich, also mir ist es wichtig, dass ich in der Lage bin, mein Gefühlsleben abzustellen. Und dann praktisch nur noch zu funktionieren und das abzufragen, was mir gerade wichtig ist. Und wenn ich weiß, es ist eine Recherche, dann bin ich darauf vorbereitet. Weil du das sonst gar nicht ertragen würdest? Ich glaube, sonst würde ich anders reagieren. Also ich wäre dann, es kann sein, dass ich dann entsetzt wäre. Was ich natürlich auch war, aber ich darf nicht im Gespräch entsetzt wirken, weil es natürlich das Gespräch dann vorbei ist. Und ich muss, glaube ich, einfach andere Sachen abklopfen, als ich das als Mensch normalerweise gemacht hätte. Darf ich nochmal dem Gedanken nachhängen, man muss oder muss eben nichts erlebt haben, um eine so brillante Autorin zu werden. Der Literaturpapst, mit dem ich gesprochen habe, meinte eben, es täte ihm so leid, dass sozusagen die Kunst der Imagination so stark in den Hintergrund gedrängt worden sei. Und wir haben dann auch, weil du das auch öfter kritisierst, ich glaube, du nennst es, oder man nennt es Migrationsliteratur, jedenfalls du hast den Begriff, so viel habe ich in deinen Schriften gefunden. Und die Debatte, die da geführt wird, ist ja unter anderem, Mensch, das ist endlich mal eine Autorengeneration, die hat richtig was erlebt, die kann tolle Romane schreiben. Er sagt halt, naja, das ist aber auch ein völliges Klischee und ist nicht ein guter Roman, davon völlig unabhängig, was der Autor erlebt hat, sondern ist das nicht in deiner Imagination, ist das nicht einfach die Kunst, sich Dinge, Fiktionen zu überlegen und es ist völlig egal, ob du jetzt dein Leben lang in einem Sessel sitzt oder nicht, wiederum in meinen Kinderworten. Wie nimmst du das wahr? Das interessiert mich, weil du auch so dezidiert sagst, du, dich stößt diese ganze, dieser Begriff schon ab, ja, also, der ja konnotiert ist mit, das ist, und es gab so eine große Begeisterung, ich glaube auch als dein Buch rauskam, Mensch, tolle, tolle neue Stoffe, die hier erzählt werden und so weiter, wie siehst du das? Ich glaube, dass es tatsächlich besser mit dem Alter wird. Also, es ist halt wirklich so, ich war, es war vor zehn Jahren, als das erste Buch rausgekommen ist und dachten alle, das ist autobiografisch, vor allem, weil es natürlich auch von der Frau kommt, in der ich steht, aber jetzt nach dem fünften Buch stellt sich die Frage nach der Autobiografie eigentlich nicht mehr. Ah, also das war eine Projektion, die einfach zwangsläufig stattfand. Ich glaube, die findet auch bei Frauen viel eher statt als bei Männern und ich glaube, das ist definitiv, Warum? Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Mechanismen im Markt, was natürlich der Mann viel mehr recherchieren kann, sich ausdenken, bei Frauen geht man ihr automatisch davon aus, dass halt irgendwie alles erlebt, irgendwie so, so ein bisschen so die Hausfrau, die sich nebenbei schreibt oder irgendwie so. Das sind natürlich auch viele Projektionen und es ist ja auch so, dass es halt natürlich auch ein Spiel ist mit den Medien. Es hat, wenn die Leute, ja, wenn so eine Projektion stattfindet, als Auto ärgert man sich, aber der Verlag freut sich ja, natürlich, weil mir Bücher verkauft werden. Weil die Aufmerksamkeit größer ist. Ja klar, die Aufmerksamkeit ist da und es ist viel mehr Geschichten, müssen wir, in der Buchhandlung läuft es viel besser. Genau, weil es mit dem Alter liegt sich das. Und auch mittlerweile, glaube ich, der Begriff Migrationsliteratur wird kaum noch verwendet. Aber das Ding gibt es noch, also sozusagen die zweite, dritte Generation von Autorinnen und Autoren, die deren Eltern irgendwo hergekommen sind, eingewandert sind, die tolle Bücher schreiben und das sagte mir auch mein einer Kollege, das ist ein richtiges Genre, also Verlage suchen ganz aktiv nach diesen Stoffen, weil das halt sehr gut ankommt im Markt. Und ich meine, du warst, wenn man das, das ist zehn Jahre alt, dein Buch, glaube ich. Es gab damals wahrscheinlich Sascha Stanisic schon und dich und ich weiß nicht, wie viele Bestseller es damals schon gab. Also du hast das Genre, wenn man so will, obwohl du das sicher nicht wolltest, ja auch ein bisschen mit erschaffen, ja. Oh, schaut mal, womit man einen Bestseller schreiben kann. Das war ja sicher eine Frage, die sich Verlage dann gestellt haben. Ach, ich glaube, das gab schon ziemlich viel, auch schon damals. Also man könnte auch genauso gut sagen können, dass natürlich Israel irgendwie so eine Mark, damals den Markt ganz gut bedient hat. Man weiß es leider auch sowieso nie, wirklich, ich weiß jetzt letztendlich ein Bestseller wird oder nicht. Es ist halt überhaupt nicht vorhersehbar. Aber ich glaube, mittlerweile ist es nicht wirklich, dass wir lageaktiv danach suchen, sondern unsere Gesellschaft ist einfach so divers geworden, dass es kaum noch Leute ohne Migrationshintergrund gibt. Also ich glaube eher, die muss man lange suchen. Wo das tatsächlich, also ich glaube auch jetzt in der Generation meiner Kinder, das ist alles so super divers, dass es halt nicht nur zwei, also einen Hintergrund gibt, sondern vier oder fünf. Und also wirklich, wir reden wieder, wie bei Außenpolitik, halt so vor uns hin. Aber wenn ich jetzt überlege, auf der Suche nach der verlorenen Zeit oder so, als extrem in meinem Kopf, als etwas, was sozusagen hauptsächlich aus keiner Handlung besteht, sondern aus der Beschreibung eines Zustands über sehr viele Seiten, ein ganz tolles Werk. Und auf der anderen Seite hast du halt engagierte Literatur, ja, also das ist sozusagen auch ein Zeitphänomen. Also kann es noch Bücher geben, kann es noch Bestseller geben, die nicht auch eine starke These haben, eine starke politische Ausrichtung haben? Ich glaube, das gibt es eigentlich alles. Also zum Beispiel irgendwie das Achterleben von Brilke, von Nina Radashvili, hat auch durchaus eine starke politische These. Nur wurde sie vielleicht hier nicht so wahrgenommen wie woanders. Deswegen glaube ich, so war es, zumindest im deutschsprachigen Raum, im europäischen Raum, eigentlich so das erste Buch, tatsächlich das dediziert, aus der georgischen Perspektive geschrieben worden ist, nicht aus der sowjetischen oder russischen. Und das ist, glaube ich, auch ein Buch, was deswegen auch für viele Menschen, die aus Russland kamen oder aus dem bosstwetischen Raum so wichtig war, weil es halt wirklich einen völlig anderen Blickwinkel auf einmal zeigte. Von dem wir zwar alle geahnt haben, dass es einen gibt, aber auf einmal war er da. Und auch schon allein Elinas Buch, das wäre halt natürlich vor 30 Jahren nicht möglich gewesen. Und seit zum ersten Mal bekommen wir halt andere Narrative mit, von denen wir zwei wissen, dass sie da sind, aber nicht wirklich, wo sie zu finden sind. Und es ist eigentlich auch interessant, dass es halt in Deutschland stattfindet, nicht in Russland. Gute Frage. Warum findet es in Russland nicht statt? Weil es da kein Interesse gibt und weil, glaube ich, die Diskussion dort noch mal mindestens 30 Jahre zurücksteigt. Und was ich mir auch ziemlich interessant finde, das Wort Migrationsliteratur gab es nicht in der russischen Literatur. Es war immer in der russischen Literatur. Klar kamen vielleicht einzelne Autorinnen aus den Republiken, wie zum Beispiel Alice Ghaniwa. Aber Alice Ghaniwa, die ist im Kalkusus geboren und eigentlich ihre Muttersprache ist Awarisch. Aber ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu schreiben, aus dem Fenster zu sagen, dass ihr Russisch viel besser ist, dass ihr Awarisch und sie schreibt auf Russisch. Und das ist eine explizit eine russischsprachige Schriftstelle. Aber jetzt habe ich ein paar auch Artikel gelesen, wo eigentlich der Begriff Migrationsliteratur im Russischen verwendet wird, noch nicht unbedingt für Alice, aber zum Beispiel auch für mich. Das war auch so interessant. Wie wirst du da wahrgenommen? Fürchterlich. Ich bin auch nicht übersetzt, aber alle Artikel, die ich gelesen habe, waren nicht gerade sehr schmeichelhaft. Also es wird über dich geschrieben? Ja, also als Zitate. Also ich glaube, mich wurde geschrieben, dass ich mit dem letzten Buch, also mit dem verlorenen Sohn, gezeigt habe, dass ich mich völlig assimiliert habe. Im negativen Sinne. Als der schlimmste mögliche Vorwurf. Ich glaube, es wurde auch nicht erklärt, wie. Ich war so kurz davor nachzufragen, es wurde auch ein paar Mal vorgeschlagen, mich zu vergasen. Krass. Meine Tante hat irgendwie so ganz krass euphorisch angerufen. Euphorisch. Also Israel. Ja, aber es ist krass. Genau, aber ich bin halt nicht übersetzt. Und würdest du gerne übersetzt werden? Ja, sehr, sehr gerne sogar. Aber das ist leider nie meine Entscheidung, sondern es muss ich einfach einen Verlag finden, der es dann macht. Ja, man könnte ja auch sagen, es gibt eine Förderung. Also die Förderung gibt es auch, aber trotzdem muss ich einen Verlag finden, der es vertreibt, verlegt. Wäre das etwas, also ist das, weil das Russische ja deine erste Muttersprache ist, wenn ich jetzt mal so unverschämt sagen würde, deine zweite ist vermutlich Deutsch und Muttersprache ist ja sowieso ein Begriff, über den man diskutieren kann, aber wäre das ein schöner Moment zu wissen, dass die Geschichten, die du erzählst, eben auch auf Russisch erscheinen? Auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, auch so furchtbar zu wissen, ich kann ja, es ist ja die einzige Besetzung, die ich wirklich ziemlich gut beurteilen kann. Es gab schon ein paar Probebesetzungen, bei der einen habe ich gesagt, die darf nicht erscheinen. Weil sie zu schlecht ist. Die war so grässlich. Die war so grässlich. Es war wirklich grässlich. Die andere war ziemlich gut, aber es ist leider auch nicht weitergegangen. Ich glaube, es wäre auch, ich glaube, es ist so das Anstrengste, so die Leute zu besetzen, die dann bei jedem Wort auf einmal mitreden wollen. Klar. Also bei Englisch ist es so, ich hatte eine englische Besetzung, wo ich tatsächlich ein paar Mal angerufen habe und jetzt habe ich eine wunderbare Übersetzerin, Katie Döbelscheier, bei der ich einfach mit allem sehr, sehr glücklich bin, egal was sie macht, was sie einfach weiß. Ich kann ihr da völlig vertrauen und ich muss mich nicht mit meinem Englisch einmischen. Ich meine, das Nette ist, die Korrigiert mich auch immer sehr sanft. Genau, also bei Russisch wird das, glaube ich, nochmal extremer. Sag mal, also das, als ihr ausgewandert seid, ist ja ein Teil deiner Familie nach Israel gegangen. Alle. Und nur ihr seid nach Deutschland gegangen. Während du, also du kannst ja noch ein bisschen essen. Wir sprachen schon öfter in letzter Zeit über Israel, das letzte Mal mit Maxim, Maxim Biller, auch einem in Deutschland sehr bekannten Autor, der starke Meinungen zu vielen Dingen hat und der, der sagte, und das habe ich nicht, ich habe überhaupt viel von ihm gelernt, der sagte, hatte es auch schon öfter gesagt, Israel ist für ihn ein wichtiger Ort, weil er weiß, wenn es hier schief geht für ihn, kann er sozusagen ein Ticket nach Tel Aviv kaufen, an der Grenze an Land und sagen, so, ich hätte jetzt gerne einen Pass. Das finde ich relativ stark, einfach das zu denken und du schreibst darüber auch öfter an verschiedenen Stellen. Wenn du eine jüdische Historie hast, du kannst halt, so wie deine gesamte sonstige Familie, einfach an der Tür klopfen und sagen, so, bin da. Maxim Billers Mutter, Radha Biller, hat auch ein ziemlich schönes Buch geschrieben. Ja. Die Melonenschalen, die kommen ja auch aus Bakul, wie ich. Ja. Aus Bakul. Ach, stimmt. Richtig. Guck mal, diesen richtig. Was machtest du an dem Buch? Die Erinnerung, aber es ist ziemlich lange her, dass ich das gelesen habe, aber die Verbindung fand ich immer ganz, was damals tatsächlich so das einzige Buch damals war, was er über Bakul gab, auf Deutsch. Erste Frage zu Israel. Hast du auch so ein Gefühl, also ist das für dich auch deswegen ein so wichtiges Land, weil du, wenn es schief geht, ich meine, ich finde es nur so einen starken Ausdruck, dann schaue ich mir ein Ticket nach Tel Aviv. Im Prinzip ja. Ich meine, meine ganze Familie und auch in Israel, ich habe glaube ich wahnsinnig viele Verwandte dort, aber in jüdischen Familien ist es auch so, dass sehr viele Leute als Verwandte gezählt werden, die in Deutschland schon längst ausruziert werden. Okay. Wie meinst du das? Die Tante vierten Grades. Ja. Es ist halt die Tante und nicht die Tante vierten Grades. Ja. Also man sitzt immer noch irgendwie 30 Jahre später am selben Tisch miteinander und streitet sich, streitet sich an, aber es ist halt immer noch die Tante, obwohl man eigentlich schon längst nicht mehr verwandt ist, oder man vergessen hat, warum man verwandt ist. Und ich habe da einfach wahnsinnig viel Familie. Und ich definiere mich selber auch als jüdisch. Was heißt das? Ja, das ist die große Frage. Ich weiß es nicht. Wo du nicht gläubig bist. Ich bin überhaupt nicht gläubig. Aber ich glaube, für mich ist das eine kulturelle Performance. Weil ich es dann auch, ich glaube, mir war es dann doch wichtiger, die jüdische Identität auch an meinen Kindern weiterzugeben, als ich mir das selber vorher eingestanden hätte. Ich meine jüdisch-arabische Familie, muss man ja auch sagen. Ja, aschkenazische Araber. Ja, ja. Ich will mal genau bleiben, aber genau. Ich will mal präzise bleiben. Aber da hing ich nämlich auch, da habe ich auch viel gelernt von dem Billa. Weil wir waren genau an diesem Punkt. Billa, was hast du eigentlich? Also er hat einen Streit mit Max Trollig. Ich weiß nicht, das hast du sicher verfolgt. Natürlich. Als Profi. Und ich habe es einfach nicht. Wie ein linker, junger, jüdischer, deutscher. Richtig. Aber, reiner Lehre, und bitte entschuldigt meine einfachen Worte, kein Jude, nach sozusagen der ganz... Nach der Halache definitiv nicht. Nach der ganz klassischen Auslegung, nach der strengen Auslegung nicht, weil seine Mutter keine Jüdin war. Und jetzt kann man ja sagen, naja gut, aber sein ganzes Leben, und das ist ja gut dokumentiert, er ist halt in dieser Kultur komplett aufgewachsen, hat sie zu seiner gemacht. Und das ist ja jetzt eine sehr technische Frage aus einer sehr alten Definition von jüdisch sein. und Maxim hat darauf aber interessant geantwortet, er sagt halt, er möchte das nicht, ja, wie hat er gesagt, also er möchte das nicht einfach so wegdiskutieren, weil alle wollen dann plötzlich mitreden und sozusagen, und man muss doch an dieser Stelle streng sein, ja. Und auch er würde, glaube ich, nicht sagen, dass er jetzt den Glauben lebt, sondern ihm ging es um, ich habe sein Wort vergessen, um das eine Art Volk oder es ist eben eine Form von Identität, aber es ist nicht einfach nur ein Glaube oder die technischen Definitionen einer. Ist es ja auch nicht. Ja. In der Halle-Reise ist tatsächlich alles ziemlich klar geregelt. Und die Frage stellte sich mir nie, weil meine Mutter jüdisch ist. Ja, genau. Also man war das nicht jüdisch, aber das ist halt unwichtig. Ja, genau. Es gibt auch sehr viele jüdische Komödien, wo es genau darum geht, zum Beispiel, Gott, ich bin so schlecht mit Namen, aber Happy Shiva oder irgendwas in der Art, das lief bei Mubo letztens. Es hat irgendwie, also die Leute sitzen Shiva und ja, eine Hauptfigur hat gegen Geld mit einem Geschlaf, der jetzt auch bei dieser selben Shiva auftaucht und der taucht dort auf mit seiner nicht-jüdischen Ehefrau, die zwar konverziert erst einen jüdischen Vater hat, aber die ganze Zeit geht es darum, dass es eigentlich der Vater völlig unwichtig ist und die ist ja eine Schickse. Und das ist ja sowieso, worum es eigentlich im Judentum schon immer geht und das ist halt nicht fair, aber Religionen sind nicht fair. Das ist eine archäische Religion. Aber wie kann man religiös sein, ohne religiös zu sein? Ich bin nicht, für mich ist das eine kulturelle Performance. Ich habe große Schwierigkeiten. Was heißt denn das? Ich habe große Schwierigkeiten, damit tatsächlich an Gott zu glauben oder an alle rabbinischen Vorschriften. Und ich verstehe einfach, ich verstehe nicht, wie man glauben kann. Also ich, wenn Leute das machen, bitteschön, das ist, glaube ich, eine persönliche Entscheidung, aber dieser Schritt zu sagen, ich glaube an Gott, ist für mich nicht nachvollziehbar. Du schließt nicht aus, dass der Schritt irgendwann mal kommen könnte? Nee, definitiv schließe ich das aus. Du schließt es definitiv aus? Ja, ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich nicht religiös werde, weil ich einfach das nicht verstehe. Also wie man sich auch einer kompletten Religion unterwerfen kann, aber trotzdem ist es halt für mich glaube ich einfach kulturell so, ich weiß genau, wie man sich auf einem jüdischen Friedhof benimmt. Das hast du schon mal gesagt und dann habe ich versucht herauszufinden, was man macht. Die Steinchen. Das kenne ich. Die Steinchen, man wäscht sich die Hände. Man wäscht sich die Hände, bestimmte Gebete. Und ich möchte zum Beispiel auch definitiv auf einem jüdischen Friedhof begraben werden und nicht auf einem gemeinsamen. Warum? Weiß ich nicht. Weil es in meiner Familie immer so ist. Aber in Deutschland? Ja, ist mir völlig egal. Das, was billiger ist. Ich kannte einen jüdischen, einen deutsch-jüdischen Fotografen, den Daniel Josefson und dem war es eben doch am Ende wichtig in Israel. Unsere Familiengrab ist mittlerweile in Israel. Genau, deswegen ja. Aber ich würde ja ehrlich gesagt keine 30.000 Euro für die Beführung ausgeben. Ich finde, das ist völlig ein Quatsch. Da bin ich wieder jüdisch genug, um es zu sagen. Das verlegen wir uns nochmal. Ist Max Czolleck jetzt für dich ein Jude oder nicht? Also ich möchte das nicht entscheiden und ich möchte auch mich ehrlich gesagt nicht dazu äußern. Aber Es gab eine riesige, also Maxim Willarder eine riesige Debatte hinter dieser Frage. Er war unschuldig. Ich möchte, Maxim, liebe Grüße, du hast mehrfach betont, du hast nicht angefangen. Das sagt er, ja. Ganz unschuldig in die Debatte hinein mit einer kleinen Bemerkung. Ich möchte nur einen werfen, stellt euch vor, das hätten russische Juden, hätten sich das für sich reklamiert. Es gab ja sowieso bei den Gemeinden einen Riesenstreit, wer ist jetzt irgendwie, wer ist Jude, wer ist Nicht-Jude, ob die Russen, also obwohl sie eine jüdische Mutter haben, ob sie überhaupt jüdisch sind, auch in der deutschen Öffentlichkeit. Aber wenn wir das damals gemacht hätten, das ist, glaube ich, eine völlig andere Diskussion. Ich finde nur den Punkt, also sozusagen, als das zum ersten Mal ausgesprochen war, Jochen, es geht gar nicht um Religiosität, sondern es geht um, du nennst das jetzt, kulturelle Performance, was wahrscheinlich aus den Theaterwissenschaften geborgt ist. Ich habe das nur drei Wochen durchgehalten, das Studium. Und dann ist es ja nur eine Performance. Es ist ja sozusagen, es hat keinen wirklichen Inhalt, der darüber hinausweist. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß es nicht. Also ich kann die Frage leider nicht mehr antworten, zwar schon seit jeher. Zum Beispiel für mich, für meinen Bruder spielt das zum Beispiel überhaupt keine Rolle. Es ist zum Beispiel auch mit einer Nicht-Judin liiert und da stellt sich die Frage nach dem Juden nur bei den Kindern nicht. sind sie halt da nicht. Eben. Also und das ist halt auch in der Familie etwas, was halt genauso ausgesprochen wird. Aber hier haben zum Beispiel andere Teile in Israel eine Verwandtschaft, wo die Kinder zwar Israelis sind, aber da ist sie tatsächlich eine Angeheiratete Cousine und sie hat eine nicht-jüdische Mutter, aber einen jüdischen Vater und sie lebt irgendwie seit 40 Jahren in Israel, aber das ist ein Riesenthema. und sie durfte zum Beispiel nicht in Israel heiraten, weil sie eben als nicht-jüdisch gelten und die Kinder gelten auch als nicht-jüdisch, aber sind Israelis und sind total jüdisch aufgewachsen. Für sie ist es natürlich dramatisch. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Diskussion, die wir dann irgendwann mal führen müssen, vor allem auch darüber, wie man kommunizieren kann. Aber es ist ja sowieso, ich glaube, also mir geht es auch ehrlich gesagt bei der ganzen Diskussion nicht darum, mag es schon, ob es jüdisch ist oder nicht, mich persönlich interessiert das nicht. Aber ich glaube, es ist ja sowieso in Deutschland, wo, glaube ich, Maxim Bille völlig recht hat, es gibt tatsächlich sehr viele Deutsche, die sich als Juden ausgeben, bis man nachfragt, also vehement. Es ist ja sowieso, wenn zwei Juden sich treffen, man fragt ja sowieso sofort nach, wie jüdisch. Also fragt man nach der Mutter? Ja, das ist ja der Smalltalk. Manche reden bis weiterfragen, wie genau, wie Roman-Judisch ist. Was das Verwandtschaftsfeld ist? Ja, ja, klar. Also das zweite Frage. Ach. Ja, klar. Das ist ein Bildungspodcast, wir stellen so... Genau. Und du meinst aber sozusagen, weil das eben so, warum machen das, warum behaupten das dann Deutsche, die eigentlich von sich selber wissen, dass sie... Das ist eine sehr interessante Frage, weil man, glaube ich, so gerne in dieser Opferrolle wäre. Und weiß nicht, wenn es nicht immer so bequem ist, einfach in dieser Opfer, also das für sich zu reclaimen oder sich nicht mit der eigenen Familie auseinanderzusetzen. Aber ich kenne auch wirklich viele, die wirklich behaupten, die sind jüdisch oder es nicht offen aussprechen, aber so tun als ob. Insinuieren. Genau, so leicht. Aber die Kinder sind dann doch nicht beschnitten, weil man hier nicht dran gedacht hat. Ah, interessant. Wie kann man nicht dran denken? Ich bin da reingeraten, dass vielleicht als kurze Disclosure, es gab mal den Fall einer Autorin, die auch für Zeit Online geschrieben hat, der mir wirklich bis heute nachhängt und der wahnsinnig traurig war, weil die Frau am Schluss sich das Leben genommen hat, sich umgebracht hat, wie auch immer das korrekte Wort ist, die auch eine Identität als Jüdin erfunden hat und darüber auch bei uns unter anderem geschrieben hat und das später durch einen Beitrag im Spiegel sehr präzise beschrieben wurde und wo ich mich im Nachhinein frage, inwieweit wir uns da versündigt haben und nicht im richtigen Moment nochmal versucht haben, das irgendwie auf einer anderen Ebene zu besprechen. Und damals habe ich mich sehr damit beschäftigt und es ist verrückt, wie viele Leute es gibt, die diese Vorstellung haben oder damit, wie du sagst, damit rumlaufen. Aber das scheint ja fast auch ein, ich würde nicht sagen, Krankheitsbild zu sein, aber es ist eine ganz seltsame Art von Wahnvorstellung, in die man sich auch selbst hineinbegeben kann. Und ich verstehe das nicht, aber ich nehme zur Kenntnis, das ist ein Ding. Das ist ein Riesending oder auch wo Leute anfangen plötzlich zu sagen, ja, wir wissen nicht, ob wir jüdisch sind oder nicht, aber die Familie lebt, da wären es wie in der Holocaust, aber die Familie hier unbeherrlicht. Sie sind ziemlich sicher, dass die Leute nicht jüdisch sind. Was einfach in der Familie den Arie Nachweis noch gibt. Aber auf einmal sind sie sich dann nicht mehr sicher und drei Wochen später sind sie dann jüdisch. Das ist einfach ein sehr merkwürdiges Ding, in meinen Augen. Und die Abwehr ist, man sagt, okay, wir bestehen auf der Halacha, dann haben wir Klarheit. Es ist keine Abwehr. Naja, oder ist sozusagen der Kontrapunkt. Nee, noch nicht mal das, sondern das ist ja, ich meine, das ist ja sowieso, glaube ich, so die Grundfrage des Judentums. Es ist eine archaische Religion. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist eine geschlossene Gemeinschaft. Und Konviziten werden auch nicht gerade freudig aufgenommen. Und das ist ja sowieso die Frage, wie religiös muss man sein. Es sind riesengroße theologische Debatten. Es gibt natürlich die liberalen Strömungen und die nicht-liberalen Strömungen. Aber grundsätzlich ist das Judenum, glaube ich, so nicht die liberalste Strömung an sich. Aber die liberalen Strömungen, soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, sagen ja im Grunde genommen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aussterben. Ist das zu vereinfacht formuliert? Ich weiß es nicht. Ich bin da leider auch keine Expertin. Aber es gibt sehr viele Ansichten darüber. Aber es ist, ich meine, es ist halt, wenn die Halacha nicht mehr da ist, was bleibt eigentlich noch übrig? Es ist halt so, wenn man die Bibel vom Christentum wegnimmt. Was ist dann das Christentum noch? Aber es ist halt, die Halacha ist auch nicht unbedingt meins. Aber es ist wiederum mein Privileg, weil ich mir niemals die Frage stellen musste, sondern unsere, meine Papiere sind vom Rebbenat in Israel approved. Ich habe noch eine Frage zu deiner Family, zu deiner jetzigen Familie. Du sprichst darüber öfter, deswegen dachte ich, frag mal, deine Kinder sind technisch wahrscheinlich jetzt nicht nicht nur technisch. Juden. Ja. Du erziehst sie aber nicht im Glauben, in irgendeiner Form von Tradition, nehme ich an, wenn du selbst nicht. Nein, sie wissen schon, wie es geht. Sie wissen, wie man sich auf dem Friedhof verhält. Da waren wir zum Glück noch nicht zusammen, aber sie wissen, wie man Pesach feiert. Wir haben einen befreundeten Rabbi, der ihnen eine Einführung gibt. Okay. Darauf achtest du dann schon? Ja. Ich wollte darauf gar nicht hinaus, das ist ja auch, also ich will jetzt nicht, aber das Interessante ist, dein Mann ist aus Syrien. Ja. Wie ist denn das für den? Ich habe nie danach gefragt. Nee? Ach so, ihr sprecht ja nicht. Nee, wir sprechen schon drüber, aber das ist irgendwie der Vorteil. Ich meine, der wusste ja, worauf er sich einlässt. Stimmt. Wusste er? Wusste er ja, dass ich jüdisch bin, dass er nicht nach der Heirat weggehen wird. Und aber für deine, also du hast mal erwähnt, dass es für deinen israelischen Zweig, den riesigen israelischen Zweig, der Familie ein Thema ist. Es war interessant, aber das ist jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, die waren grundsätzlich so froh, dass ich endlich heirate. Aber es ist, nee, wieso? Haben die geglaubt, dass du nie heiratest? Ja, mit 30 war es schon ziemlich schwierig. Ja, 30 ist ja auch, also. Ja, ja, das ist schon höchste Zeit. Das ist so, ja? Ja, klar. Es ist jetzt da, wo es nicht mehr, also auch vor allem in Israel braucht man natürlich noch. In Russland ist es schon ein sehr reifes Alter zum Heiraten. In mir war das letztendlich was irgendwie viel weniger Diskussion, dass man das, also eigentlich war das kaum eine Diskussion. Ja. Das ist sehr exotisch. Ja. Das war es auch schon. Okay, und also kein großes Drama, weil es... Nein, aber für die syrische Seite auch nicht. und das ist immer noch, ehrlich gesagt, kulturell ist es immer noch näher als es ist Christentum. Also muslimisch, jüdisch ist, glaube ich, etwas einfacher als christlich, jüdisch. Zum Beispiel, man muss die Beschneidung nicht diskutieren. Verstehe. Und sag mal, du hast auch öfter darüber geschrieben, es gibt ja sozusagen eine große Debatte über Antisemitismus, eine neue Form von Antisemitismus, muss man sagen. Es gibt den, den man kennt aus Deutschland und es gibt eben eine große Debatte und da hast du dich sehr leidenschaftlich auch in Essays schon geäußert, sozusagen die vielen Einwanderer muslimischen Glaubens, die, so ist die Debatte zu einer ganz neuen Form von Antisemitismus in Deutschland beitragen. Und darüber wird sehr viel gesprochen. Es wird sehr wenig über den, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, klassischen Antisemitismus gesprochen. Und ich glaube, du hast sogar mal Statistiken ausgewertet. Das fand ich ganz interessant. Nachdem weiterhin es so ist, dass die meisten registrierten Straftaten, wenn man genau guckt, sind halt klassische antisemitische Übergriffe, oder Übergriffe, entschuldigen, sind klassische antisemitische Übergriffe und dann gibt es halt einen kleineren Teil, wo man sagen kann, okay, das sind Leute, die irgendwie muslimischen Glaubens wahrscheinlich sind, aber über die wird dann besonders gern gesprochen. Genau, was natürlich immer so als Feigenblatt dient. Man ist mal auf die zeigt, ich meine, den Antisemitismus gibt es definitiv. Also auch nicht zu wenig. Also ich, das bestreite ich gar nicht, aber ich habe immer das Gefühl, dass das irgendwie so gebraucht wird, damit man eben nicht über den eigenen Antisemitismus redet, wie zum Beispiel diese berühmten Aussagen, oh Gott, wie heißt der? Wenn du noch ein Wort mehr sagst, können wir... Genau, der blonde deutsche Politiker CDU. Der blonde deutsche CDU-Politiker, der diesen Skandal hat wegen Bestechlichkeit und Lobbyismus. Aber Philipp Amthor. Philipp Amthor hat irgendwie... Ich hoffe. Aber blond, ja, okay. Der ist blond, oder? Philipp Amthor, wenn ich den nicht völlig verwechsel? Ja, 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 ja. Kann sein, dass ich den gerade verwechsel, aber... Mit der Brille, ja. Genau, der. Genau, dem. Der Jäger ist. Alles gut. Der so gerne jagt. Ich hoffe, er wird... Genau, Philipp Amthor, ziemlich sicher. Wenn nicht, dann suche ich mir den Rechtsanwalt. Genau, aber der hat es irgendwie am Tag des... Wenn ich mich nicht völlig irre, am Tag der Befreiung des Auschwitzes oder einem gleichwertigen Gedenktag hat er sich nochmal sehr ausführlich über den einzig muslimischen, Antisemitismus geäußert, ohne auf die deutsche Geschichte einzugehen. Und das ist in mir bezeichnend, das ist halt einfach so bequem. Es ist so wahnsinnig bequem, darüber zu reden, ohne nochmal in die Tiefe zu gehen, die deutsche Geschichte zu erwähnen oder irgendwie tatsächlich den klassischen deutschen Antisemitismus. Genau, es gibt eben beides. Es gibt beides, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass der Antisemitismus, der von den islamischen Communities ist, ich finde es leichter gegen den anzureden als den guten Tradierten. Ausgespielt wird. Genau. Also man wird auch gegeneinander einfach ausgespielt, ganz oft. Aber es gibt auch innerhalb der jüdischen Community, vor allem der russischen jüdischen Community, gibt es wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber den Geflüchteten. Es ist auch nicht so, dass da redefreue Eierkuchen herrscht. Gegenüber den syrischen Geflüchteten. Also Geflüchteten aus den muslimischen Ländern. Auch da gibt es sehr viele Vorurteile auf beiden Seiten. Und dann, wie gehst du dann damit um? Du bist ja dann manchmal mittendrin, vermute ich. Ach, viel seltener, als man das glaubt. Eigentlich gar nicht. Ich wollte noch mal ein ganz anderes Thema aufmachen. Du musst mich nicht überlaubend fragen. Weil, nee, ich habe nur geschaut, weil du gerade noch nachgeguckt hast. Ach so, ja, ja, nee. Ich habe irgendwo das Amthor-Zitat, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Weil ich fand es sehr interessant, weil wir haben jetzt sehr viel über den Krieg gegen die Ukraine gesprochen. Das eine große Thema, das andere große Thema, das uns in den letzten zwei Jahren ja sehr beschäftigt hat, ist ja Corona. Und ich habe da ein Essay von dir gehört, den du im Deutschlandfunk geschrieben und gesprochen hast im letzten Jahr. Der hieß Leben in Watte gepackt. Und der beginnt damit, dass du sagst, du beobachtest zu Beginn der Pandemie, also im ersten sogenannten Lockdown, muss man ja immer sagen, wie ein kinderloser Nachbar noch alleine eine Runde schaukelt. Warum ist, und ich fand das Bild sehr, sehr gut, aber warum ist dir dieses Bild so hängen geblieben? Weil tatsächlich irgendwie so völlig, es war mir das Gefühl so kurz für einen Weltuntergang. Und er konnte sich endlich ausleben. Ich glaube, der wollte schon seit einer Ewigkeit auf diese Schaukeln, aber dann wusste er, wir wussten auch alle nicht, was kommt, ob das irgendwie so kommt, dass es tatsächlich man nicht mehr aus dem Haus gehen kann für sechs Wochen wie in China. Und ich glaube, der hat einfach seine letzte Chance genutzt, um endlich zu schaukeln. Und er hat es auch so mit vollem Genuss gemacht. Und dann war aber, glaube ich, einer deiner nächsten Gedanken plötzlich eine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so eine Art Kindheitserinnerung, bitte nicht schon wieder. Ja, dass irgendwie schon wieder alles zugrunde geht. Also einfach schon, ich finde auch dieses Horten so lustig. Dieses? Das Horten vom Klopapier. Also, dass man irgendwie tatsächlich darauf kommt, dass das, es ist auch so süß, dass die Leute davon ausgehen, wenn es zu so einer Katastrophe kommt, dass das Wasser nicht abgestellt wird. Das ist ja natürlich immer so das Erste, was halt passiert in Krisenregionen, es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser. Und sich dann aber noch mal, so kurz vor dem Weltuntergang mit Klopapier einzudenken, ist einfach diese Glauben an das System. Warum ist es Klopapier? Ich meine, das ist ja magisch. Ich weiß es nicht, das habe ich nicht verstanden. Es sind große Essays und Recherchen dazu erschienen. Aber so richtig geklärt ist, glaube ich, nicht, warum Klopapier, warum nicht. Weil der Punkt mit dem Wasser ist ja nicht schlecht. Der Punkt mit dem Wasser ist super. Also es wird erst das Wasser abgestellt. Jaja, aber das wissen ja nur krisenerfahrene Menschen und niemand in Deutschland, der sozusagen im guten Lebensalter ist, hat das noch erlebt, dass zum letzten Mal das Wasser landesweit abgestellt wird. Ja, das ist so rührend. Ja. Einfach dieses Glauben an das System. Ja. Und das ist typisch deutsch? Auf eine Art? Vielleicht nicht typisch deutsch, aber es ist halt einfach dieser, es ist schon leicht irre, aber tatsächlich davon auszugehen, dass da alles so gut wird, dass es ein fließendes Wasser gibt. Ja, das ist ja jetzt kein Widerspruch an sich, aber sozusagen, dass man eben glaubt, das System funktioniert schon irgendwie. Also die Welt geht unter? Vielleicht. Vielleicht. Mit fließender Wasser. Aber das Wasser wird nicht abgestimmt. Aber mit der Klochspülung. Ja. Und Handys gehen auch noch. Aber wieso Klopapier? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, Mehl konnte ich nachvollziehen. Also Mehl. Mehl. Genau, Mehl, was auch ausverkauft war. Oder Nudeln. Das war alles. Erbsen. Und, und Bohnen. Warum hatte ich das, da war ich sehr überrascht, als ich das gehört habe im Deutschlandfunk, warum hat dich das an deine Kindheit erinnert? Weil damals irgendwie auch Lebensmittel waren, zeitweise auch so Kaviar ziemlich schwer zu beschaffen. Und es war auch sobald man, also es war glaube ich so eigentlich in der ganzen Sowjetunion, man wusste, da gibt es Mehl, dann sind alle dahin gerannt, haben versucht so viel Mehl, wie es nur geht, zu horten. Und die anderen haben dann zugehortet oder halt irgendwas anderes. Es ist einfach, dass es so rational, es ist halt wieder das Gefühl, dass das System schon wieder nicht funktioniert. Man muss sich wieder komplett auf was Neues einstellen. Und plötzlich sind die Straßen leer. Ja, das auch. Und diese Sperrstunde auch, dass man irgendwie sobald es dunkel ist, nicht mehr aus dem Haus geht. Hast du dann gemerkt, dass du einen anderen Blick hast auf das, was wir dann Pandemie genannt haben, als deine Freundinnen und Freunde ohne deine Biografie? Nicht unbedingt. Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte das eher, das Lust, das, wo es mir tatsächlich aufgefallen war, ich war während des Putsches in Istanbul und wir waren dort, wir waren dort in der Villa d'Arabia, das ist ein Aufenthaltsstipendium, in der Residenz der Deutschen Botschaft. Das ist ein wahnsinnig schönes Gelände, das ist wirklich wunderschön. Und an dem Abend waren ich, mein Mann, unser iranisch-stämmiger Mittelbewohner dort und seine Mutter. Und ich habe den Putsch überhaupt nicht mitbekommen, bis meine Cousine aus Israel angerufen hat und gefragt, was war ich los? Wusstest du eigentlich, dass nebenan ein Putsch ist? Nee, ich wusste gar nichts, genau. So was ist los, wir haben einen Putsch, ich meine, nee, Quatsch, wir haben noch keinen Putsch, wovon redest du? Das war, glaube ich, eine Freitagnacht, Freitagabend, ich glaube, ich weiß noch, wo ich saß. Es war um elf. Für mich beginnt ja dann immer die Arbeit, wenn so eine, ich weiß noch, an welchem Tisch ich saß. Plötzlich die Bilder von CNN Turkey, man hat plötzlich die ganze Zeit CNN Turkey geschaut. Ja, das war richtig dramatisch und groß. und ihr wart in Istanbul. Wir waren direkt neben der Suma Residenz von Erdogan. Und haben jetzt mitbekommen? Nee, wir haben dann doch, dann haben wir doch auch die Flugzeuge gehört, aber mit einer gewissen Verspätung, dann haben wir, dann war es irgendwie ziemlich interessant, weil jeder von uns völlig anders angefangen hat zu agieren. Also mein Mann hat natürlich mit der syrischen Erfahrung erstmal die ganze Zeit irgendwie rausgegangen, hat versucht zu berechnen, weil die Bomben kommen, ob irgendwo ein Gas schon ausgetreten ist. Wie hat er das gemacht? Ich weiß es nicht, ich war gerade selbst beschäftigt, ich habe angefangen den Koffer zu packen, also Notfallkoffer, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir gleich raus müssen. Wir hatten zu Hause auch ziemlich lange Notfallkoffer, also während der ganzen Pogrome und während des schwarzen September. Also ich wusste halt, genau. Was war in dem? In Baku. Was war in dem Koffer? Medikamente, Windeln und genug Milchpulver und Flaschen. Das verstehe ich. Und eine Thermosflasche. Also ich habe dann sofort, und das ist irgendwie alles im Bargeld, was noch da war. Ich habe sofort angefangen, diese Tasche zu packen und ich wusste genau, wie groß sie sein mussten und alles. Und der andere Mitbewohner hat sofort angefangen, das ganze Haus zu verdunkeln, weil er den iranisch-hierarchischen Krieg miterlebt hat. Die Bombenangriffe. Genau. Licht aus, damit die Raketen gehen. Licht aus, damit, genau. Und wir alle drei waren eigentlich alle sehr entspannt. Jeder von euch wusste, was zu tun ist, aber es war sehr unterschiedlich. Die Biografien waren plötzlich da. Aber das Programm war komplett anders. Genau. Wir wussten alle, wie es geht, aber einfach das einprogrammierte Programm, waren wir so anders. Stell ich mir nur so vor, man spürt plötzlich in sich selbst eine Programmierung, von der man gar nicht wusste, dass sie da ist. Absolut. Und dann, das war echt interessant. Und wir liefen einfach so komplett nebeneinander nachher. Jeder von uns war natürlich sicher, dass nur wir wissen, wie es geht. Und die anderen machen irgendwie so einen Quatsch. Weil ich natürlich halt noch nie eine Bombe gesehen habe. Ich war nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich sowas gibt. Genau, letztendlich ist halt doch nicht so viel passiert. Aber da war tatsächlich etwas, was irgendwie so tief in mir drin war, wo ich dachte, auch interessant. Dass ich immer noch so funktionieren kann. Und das irgendwie, dass dieses Programm einfach sofort übernimmt. Kurze Zwischenfrage, weil, das ist vielleicht ein blöder Sprung, aber es gab eine Phase und ich hoffe, sie kommen nie wieder, wo es auch Sorgen gab, wie geht das eigentlich mit diesem Krieg weiter, den wir gerade haben. und wann wird das vielleicht weitergetragen bis nach Deutschland. Hast du dir über solche Dinge jemals Gedanken gemacht? Verständlich. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Aber ich habe auch schon sehr viele Dinge nicht geglaubt. Naja, wir waren schon früh mal an der Stelle. Ja, aber mir geht es eher um diesen, weil du diesen Reflex so schön beschreibst. Ja, man hat dann so Übersprungsgedanken. Hatte ich zum Beispiel auch. Ich dachte dann, oh, also was, woran muss ich eigentlich denken, wenn es ernst wird? Hattest du die auch? Oder hattest du da? Ja, wir haben das schon sowieso in der Familiengeschichte irgendwie so oft. Es gab ja, glaube ich, noch keine einzige Generation, die wirklich am Platz geblieben wäre. Und das ist schon ziemlich lange keine Generation, die eigentlich nicht irgendwie von Kriegen oder von Pogromen, also von anzi-jüdischen Pogromen irgendwie tatsächlich. Deine Kinder könnten die Ersten sein. Die sind die Ersten. Die haben doch eine sehr naive Vorstellung von allem. Aber ich glaube auch nicht daran, dass es tatsächlich sich so durchziehen wird. Ich meine, wir werden denen auch irgendwann mal ziemlich viele Dinge erklären müssen. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das machen werden. Zum Beispiel, meine Tochter war einmal bei einer Benachtung. Ich war da vier. Wir mussten sie trotzdem um elf abholen, weil sie angefangen hat zu schreien. Aber dann wurde, es gibt ja diese Reihe vom Surkamp Verlag, wo die lieben, berühmte Menschen nacherzählt werden. Diese Kinderreihe. Genau, diese Kinderreihe. Das ist eigentlich ganz toll. Richtig toll eigentlich. Was? Ich kenne ich gar nicht. Wie heißt sie genau? Ich weiß nicht, wie die heißt, aber die Rosa Parks ist gut gespricht. Für Kinder. Für Kinder. Und da gibt es aber noch eine Reihe. Das ist eigentlich eine spanische Buchreihe, die von Surkamp ins Deutsche übertragen worden ist. Genau. Ich glaube, sie ist vielleicht sogar erst auf Englisch erschienen. Oder sogar. Ich bin nicht irre, ich weiß es aber nicht. Aber da gab es auch ein Buch bei Anne Frank. Und meine Tochter kam dann irgendwie nach Hause zurück. Sie hat nichts verstanden, aber die war sich ganz sicher, dass sie ein Buch von Adolf Hitler gelesen hat. Das hat ja auch sehr laut nacherzählt, der was gegen Jungen hatte. Falls wir Juden und Jungen auch noch nicht so ganz zuseinander halten konnten. Ich dachte, Gott. Ein Buch von Adolf Hitler, der was gegen Jungen hatte. Jungen hatte. Und ich dachte, okay. Jetzt ist es Zeit. Und alle Jungen ermordet wurden. Nicht, das ist so, es war vier. Das ist definitiv nicht die Zeit, aber wir kriegen wie das wieder auf normales Level. Weil einfach dieses Buch halt so unterkomplex war. Und weil es ist egal, was ich ihr jetzt erkläre. Ich meine, die fragt auch noch einen Stolperstein. Aber ich meine, die muss irgendwie noch immer noch in diesem Land leben. Genau. Das ist ja eine gute Frage. Also wenn deine vierjährige, damals vierjährige Tochter. Wie alt ist sie? Sechs. Jetzt ist sie sechs. Nach dem Stolperstein fragt, was sagt man da? Ich habe keine Ahnung. Was hast du gesagt? Das sind Leute, die im Russischen klingt, im Russischen gibt es ein Verb dafür, dass man gestorben ist, aber in keines natürlichen Todes. Ich habe dieses Verb verwendet. Wie heißt das? Bei Ghibli. Und das hat sie verstanden? Oder zumindest? Ich glaube nicht, aber die hast du mir das locker gelassen. Der Spielplatz war dann doch spannender. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, egal was man in diesem Alter erklärt, das ist halt immer irgendwie unzureichend, unterkomplex. Und ich meine, wir werden ja auch irgendwann mal noch die ganze Geschichte mit Syrien erklären müssen. Das mit dem Ukraine-Krieg ist das für sie so halbwegs nachvollziehbar. Was ja tatsächlich also relativ einfach ist. Russland ist der Aggresse und die Ukraine wurde überfallen. Aber sie verstehen halt überhaupt nicht, worum es geht. Also null. Mein Sohn fragt mich, weshalb ich die Ukraine überfallen habe. Ich meine, das ist vier, aber... Und ob ich daran beteiligt war. Ich glaube nicht. Wie kommt der darauf? Weil ich mit dem Russen spreche. Genau. Weil er hört plötzlich die Sprache. Also Russland, der weiß ja auch überhaupt nicht, was Russland ist. Aber er akzeptiert auch nicht, dass ich aus Assobaidschan komme und nicht aus Russland. Ich finde es schon ein bisschen zu abstrakt. Und zu uninteressant. Zu weit weg. Ja. Wir waren ja eigentlich bei Corona losgetragen. Darf ich nochmal ganz an den Anfang zu dem Mann auf der Schaukel? Schaukel. Weil ein interessantes Phänomen haben wir hier auch schon öfter besprochen. Der erste Lockdown, man kann es sich heute kaum noch vorstellen, war ja auch von einer gewissen Happiness geprägt. Ja, die waren so glücklich. Also messbar. Es gibt Studien dazu. Ich erzähle jetzt nicht nochmal, dass wir es auch gemessen haben bei Zeit Online. Aber es gibt ganz tolle Daten dazu, dass es den Menschen im Lockdown, und ich glaube, es ist ein globales Phänomen, also es gab es nicht nur in Deutschland, erst mal besser ging. Uns ging es auch super. Die saßen zu Hause bei ihrer Familie. Man ist sich noch nicht auf die Nerven gegangen, sondern dachte, Mensch, die Sonne scheint, diese Ruhe. Ich muss nicht ins Büro, muss nicht meinen Chef sehen, was auch immer man so denkt, keine Ahnung. Ich spiele ein bisschen mit den Kindern, ich bin schneller wieder nach der Arbeit fertig. Alle waren gut drauf. Ich auch. Ja? Aber das Problem war, ich war gerade mit dem, also ich habe den letzten Roman abgegeben, ich dachte, ich kann mich so eine Woche vor dem Fernseher setzen. Ja. Und dann fangen wir mit dem Lektorat an und nach zwei Tagen kam der Lockdown. Mhm. Genau, und dann nur. Perfekt, oder? Nee, arbeiten ging dann halt nicht, also mit zwei kleinen Kindern. Ach so, natürlich nicht. Arbeiten zu Hause war dann echt schwierig. Ja. Ich glaube, man merkt das im Buch auch irgendwo an. Naja? Das ist halt eh klar. Das ist halt aber so. Und in der Taschenbuchausgabe habe ich jetzt noch mal ein paar Sachen definitiv rausgestrichen. Ach so? Aber da wurde ich gemerkt, da war ich unaufmerksam. Ja klar, auf jeden Fall. Macht man das? Kann man in der Taschenbuchausgabe noch mal basteln? Bin ja der Autor, also schon. Stimmt auch wieder. Ich meine, was wollen Sie denn sagen? Die Taschenbuchausgabe ist das bessere Manuskript. Genau. Ach guck mal, wieder was gelernt. Ich dachte, das ist unantastbar. Man darf da noch mal ein Komma setzen oder so. Nein? Ich glaube, es geht alles. Also auch. Ja? Und das heißt, dann hattest du eben gar keine Zeit mehr, weil zwei Kinder zu Hause. Also ich hätte die Zeit vielleicht auch gehabt, aber es war irgendwie echt kompliziert. Und dass ich dann das Arbeiten mehr oder weniger aufgegeben habe, war super. Zum ersten Mal? Dann, ich finde, Essen lockt dann deutlich besser als den zweiten. Allgemein, das sagen auch die Zahlen bei Zeit Online. Was denn? Das ist der zweite Lockdown. Nee, danach ist es schlimmer geworden. Manche. Dann ist die Laune richtig schlecht geworden und ihr könnt es euch denken, die schlimmste Laune, die wir seit, ich weiß nicht mehr machen, das vier oder fünf Jahre jetzt gemessen haben, ist natürlich jetzt jüngst. die schlechteste Laune aller Zeiten war, als der Krieg ausbrach. Also, das ist ja schon eine falsche Formulierung, aber als es noch mal so eskalierte, als Russland in der Ukraine einmarschiert ist, da hatten die Deutschen eine so schlechte Laune wie noch nie zuvor gemessen, also seit die Jahre nicht. Das hat jetzt wieder ein bisschen, ist ein bisschen besser geworden, weil es ist ja auch minimal, das ist ja zynisch gesprochen, aber am Anfang waren wir natürlich in einer ganz anderen Anspannung als jetzt. Das wäre ja auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber im Moment tritt ja auch so eine Art Gewöhnung an eine neue politische Lage ein. Wahrscheinlich verarbeitet man das jetzt irgendwie und arrangiert sich dann erst mal. Man kann wahrscheinlich auch nicht wochenlang im selben Alarmzustand leben, oder? Das Adrenalin legt sich. Ja. Geht dir das auch so? Wir sind ja definitiv. Um nochmal auf Corona und das wirklich sehr empfehlende, sehr zu empfehlen, das ist ja nicht nur, das ist ja so ein Dialog, also dieser Essay, den Christoph erwähnt hat, ist ja eine Art Hörspiel, kann man das so sagen, also ein Höressay, der aber mit verteilten Stimmen besprochen wird. Also es ist ein Mann und eine Frau. Ist der Mann eigentlich der Mann? Oder ist der Mann irgendein Mann? Nee, das war einfach coronabedingt zu schwer zu produzieren und dann haben sie ein Pärchen gefunden, die beide Schauspieler sind und sowieso in einem Raum waren, glaube ich. Aber Jochen meint, glaube ich, die geschrieben, ich wollte kompensiert fragen, ist es dein Mann? Das ist reale Anleihen an Dialoge, die bei euch im Haushalt geführt werden. Das darf man nicht fragen, aber als Laie darf ich sagen. Nein, das ist, glaube ich, einfach nur A und B bei den Figuren. Aber die haben so eine weibliche und männliche Stimme. Ja, jetzt, aber ich glaube, noch nicht mal im Text. Ja. Es gibt eine Passage, die ich rauskopiert habe, da sagt die Frau, in dem Fall, also A oder B, wie auch immer das durchnummeriert war in deinem Manuskript, wir werden nicht großzügiger, sagt die Frau, und dann sagt der Mann, wir werden nicht solidarischer, dann sagt die Frau wieder, wir werden nicht menschlicher. Habe ich mir gemerkt, weil es sozusagen, wir jetzt ja immer wieder Ausnahmesituationen erleben und ist das dein Fazit der bisherigen Corona-Entwicklung, dass am Ende alles wieder in den Ausgangszustand zurück schwingt, die Menschen haben nichts gelernt, sie werden nicht großzügiger, sie werden nicht solidarischer, sie werden nicht menschlicher. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Aha. Weil, ich glaube, tatsächlich als der Krieg in Ukraine ausgebrochen ist, der russische Angriffskrieg, ich glaube, wenn es nicht vorher diese ganzen dämlichen Corona-Demos gegeben hätte, dann hätten eigentlich nicht so viele Leute, wären nicht so viele Leute bei den Demos für den Ukraine-Support dabei, weil man konnte tatsächlich endlich wieder auf die Straße gehen, und zwar für etwas. Und die ganze Zeit vorher hat man zwei Jahre lang noch von irgendwelchen Idioten gehört, die versuchen gegen Corona-Regeln ohne Masken zu demonstrieren und sonst was. Und es war endlich, hatte man wieder die Möglichkeit, tatsächlich politisch aktiv zu sein, aber halt, wo es tatsächlich um irgendwas ging, um etwas sehr Wichtiges. Und ich glaube, ohne Corona wäre auch die Solidarität nicht so groß geworden, weil man tatsächlich endlich ging es wieder um was. Also es ging nicht darum, ob man jetzt die Maske aufsetzt oder nicht, ob man sich impfen lässt, sondern es war tatsächlich wieder, glaube ich, etwas ziemlich Großes da. Hat man ja damals auch bei Black Lives Matter das Gefühl gehabt, dass das auch dazu beigetragen hat, dass die Menschen einen Impuls hatten, für etwas Gutes einzutreten. Ihr seid ja sozusagen ein Künstlerhaushalt, wenn man so will. Was hat das mit eurem Leben eigentlich gemacht? Also die ganze Corona-Zeit, dein Mann ist Schauspieler. Du bist Autorin, du kannst immerhin, wenn die Kinder dir nicht auf dem Kopf rumtanzen, dein Manuskript redigieren, aber wie war das für euch in der Zeit? Der erste Lockdown war in Ordnung, aber es sind natürlich einfach wahnsinnig viele Einkommen weggebrochen. Es sind auch die ganzen Lesereien, und Auftritte, die auch nicht nachgeholt werden, weil dann natürlich nochmal neue Bücher nachkommen. Großes Geheimnis, Autorinnen leben nicht nur davon, Bücher zu schreiben und Millionen zu scheffeln mit ihren Einnahmen aus dem Buchverkauf. Diese Ironie, jetzt müssen wir aufpassen. Entschuldigung. Wir haben darüber so oft gesprochen. Ich weiß nicht, es gibt drei Autoren in Deutschland, die wahrscheinlich Millionen verkaufen. Von Büchern können selbst Bestseller-Autorinnen oftmals nicht leben, liebe Hörerinnen und Hörer. Das habe ich auch in diesem Podcast gelernt. Wir sprachen mal, ich empfehle sehr, den Podcast mit Bas Kast, der über ein Jahr, glaube ich, in den Bestsellerlisten war und dann mal vorgerechnet hat, was das in Buchverkäufen hat. Das war schon okay, aber er sagt halt, das ist kein Vergleich zu dem, was meine Kollegen vor zehn Jahren verdient haben. Also davon kann man nicht leben, Leute. Also das habe ich mir gemerkt. und wenn jemand wie Bas das sagt, gehe ich davon aus, es sind viele andere Dinge, die man macht. Also mir war aufgefallen, du bist ja, du wirst überschüttet mit Liebe von Stipendien und solchen Dingen und Lesereisen und Auftritte. Du füllst Säle, das sind ja alles wichtige Einnahmequellen, die es nicht mehr gibt. Es ist mindestens ein Jahreseinkommen, was mir gebrochen ist. Okay. Dann sitzt man eben da und denkt, wie machen wir das? Ja, scheiße, genau. Es ist vor allem, ich meine, wir haben auch, ich meine, das Einkommen ist ja eigentlich stetig, sondern es gibt irgendwie das Jahr, wo das Buch rauskommt und dann geht man davon aus, dass man eine Lesereise machen wird und das ist eigentlich so das Jahr, was die nächsten zwei bis drei Jahre mitversorgen muss. Aber danach irgendwie, ich meine, die Lesereisen werden natürlich viel weniger und wenn es gerade unglücklicherweise natürlich in die Corona-Zeit fällt, dann ist es so, irgendwie so das wichtigste Jahreseinkommen, was eigentlich nur oder weniger weg ist. Also vieles wurde natürlich digital gemacht, aber es ist natürlich viel weniger und das wirkt sich auch, glaube ich, definitiv auf die Buchverkäufe aus. Dann haben wir natürlich bei den ganzen Lesungen auch nochmal so ein bisschen mitverkauft. Genau, dann gibt es regionale Presse und irgendwann mal summiert sich das Ganze, wo man das überhaupt nicht mehr hat. Dann ist es, glaube ich, wirklich, man merkt das ziemlich schnell. Habt ihr irgendwie, also es gab ja verschiedene Formen der Unterstützung, habt ihr euch darum gekümmert? Ja, aber ich meine, die Unterstützung war auch, ich glaube, es war auch schwierig, ich muss irgendwie auch fast alles zurückzahlen, aber das war auch so wahnsinnig viel Bürokratie, das auszufinden, das ist ja sowieso das Problem in Deutschland. Das ganze Stipendium, auf dem man sich bewerbt, oder sonst irgendwas, es ist viel mehr Aufwand, sich zu bewerben, als einen Roman zu schreiben. Es ist schon alle diese Projektanträge, das ist halt voll, ich meine, bei uns geht es ja immer noch, wir müssen meistens ein Exposé schicken mit unserem Text, aber bei meinem Mann, wenn es um Kunstprojekte geht, das ist irrsinnig. Das ist mir das Kunstprojekt, das vielleicht in drei Wochen getan hat, diese Bewerbung, das versteht keiner, was die wollen. Man muss praktisch jemanden dafür einstellen, der das ausfüllen kann. Und das ist einfach so völlig, das ist völlig irrsinnig. Ich habe nochmal eine ganz andere Frage, weil wir ja unsere Hauptspeisen so ein bisschen gegessen haben und es gibt ja noch ein Dessert. Es gibt ein Dessert. Auf das wir gleich noch, glaube ich, kommen. Ich habe nämlich noch, ich habe einen Podcast gehört, in dem du sehr gut über Desserts gesprochen hast und vor allen Dingen über das Dessert, das du eigentlich aus deiner Kindheit eigentlich am besten in Erinnerung hast und das ist oft mal sehr schwer ist, in Deutschland nachzumachen, was die Zutaten. Ich gebe nämlich Vogelmilch. Ja. Was ist Vogelmilch? Das ist eine Torte. Ja. Das ist eine sowjetische Torte. Die schmeckt ein bisschen wie Kinderbingui. Das ist viel besser. Aber das ist wirklich dieselbe Konsistenz. Aber das ist irgendwie, ich glaube, die Lebensmittel sind hier anders. Aber ich habe es ja auch letztens in Moskau gekauft, in dem teuersten Geschäft dort. Und das hat wie Plastik geschmeckt. Das war echt, das war sehr dramatisch. Ja. Also du kannst gut Desserts, habe ich mir dann rausgeschrieben. Desserts. Das ist das Problem. Ich kann überhaupt nicht kochen, aber Desserts gar nicht. Und deinem Mann, sagst du dann so, was er eigentlich kochen soll? Ja. Der führt das dann aus? Ja. Und welches Dessert machst du dann? Ich kann nicht so viele. Aber ich habe ein Kochbuch, was immer funktioniert. Ich glaube, das heißt Daltin. Sag nochmal. Daltin. Ja, okay. Das ist ein amerikanisches Kochbuch. Ach, das ist aus L.A. Genau. Und da klappt alles. Okay. Nehmen wir in die Shownotes, würden wir dann sagen. Aber das heißt, das Geheimnis von diesem Kochbuch ist, ist es so einfach? Es ist, glaube ich, ziemlich gut erklärt. Okay. Und ich habe ja oft das Gefühl, das, was eigentlich mit Restaurant gut schmeckt, schmeckt das Nachkoch nicht mehr so gut, weil es natürlich das Originalrezept nicht verraten. Genau. Oder es sind mir doch die Mengensinnung, einfach ganz anders. Aber bei diesem Kochbuch ist es tatsächlich, egal was man macht, alles klappt. Und ich bin ja echt nicht gerade eine begabte Bäckerin oder überhaupt gute Köchin, aber seitdem klappt alles. Also die Quiche klappt super. Es ist wirklich egal, was man macht, es funktioniert. Weil man sich wirklich sklavisch an das Rezept hält. Warum ist Quiche so ein schönes Wort? Ich frage das nur, weil das in... Genau, aber seitdem gibt es auch alle zwei Wochen mindestens eine Quiche. Quatsch. Ja, klar. Es ist wirklich für dieses Kochbuch, es ist so das Beste, was mir... Ich gebe euch jetzt mal unser Dessert, das Chelsea Torowski für uns gemacht hat. Probieren wir jetzt auch mal. Achso, wir brauchen wahrscheinlich das jetzt eigentlich. Die sind da. Aber die sind da halt Löffel. Sag mal Christoph. Schön. Ja, das war mal eine Überleitung. Achso, werden wir das Dessert vorbereiten. Wolltest du nicht das Spiel vorbereiten? Das Spiel. Ja, es gibt ein Spiel. Nee, morgen bringe ich ja noch keine Kuchen. Entschuldigung, wie heißt das jetzt? Kann ich ganz kurz aufs Toilette befolgen? Ja, also bitte. Also das ist Vanilla Anise Custard Donut. Das ist ein Donut. Aber guck mal, es hat so ein Hütchen, der Donut. Ich nehme das Hütchen an. Mit Vanillefüllung. Das ist sehr abgefahren. Wow. Anis. Genau, da schmeckt man es. Ach, das ist Anis. Anis und Vanille. Habe ich auch noch nie gegessen. Super. Richtig gut. Ich glaube, so ein Gespräch hatten wir noch nie. Habe ich vorhin gedacht. Oder? Bisher. Ja. Oder? Ja. Sehr besonders. Ja. Bin sehr gespannt, worauf wir jetzt kommen. Das Leben ist doch ganz schön. Wenn man Podcaster ist. Wenn man so podcasten darf. Wenn man podcasten darf, dann darf man auch immer was essen. Ja, das ist irgendwie so eine Regel bei uns. Also, es gibt ja so ein Spiel. Und Jochen hat da was vorbereitet. Ja. Also, hast du unseren Podcast eigentlich schon mal gehört? Also, es ist irgendeine Folge. Ist die volle Länge, ehrlich gesagt. Wie? Also, nicht ganz. Die Antwort ist nein. Also, pass auf. Es ist auch nicht schlimm, weil es gibt die besten Menschen, haben unseren Podcast noch nicht gehört. Aber viele tolle Menschen haben ihn schon gehört. Es gibt ein Spiel, das wir immer spielen mit allen Gästen. Das heißt A oder B oder weiter. Es ist wirklich einfach. Ich sage dir ein Begriffspaar und du musst dich für eins entscheiden. Also, wenn ich zum Beispiel sage Hund oder Katze, sagst du, ja, noch besser Hund. Ach so, okay. Also, sozusagen, irgendwann hat es sich eingebürgert, die Leute sagen dann das Wort. Also, ich sage Hund oder Katze und dann sagst du Hund. Und das war das Spiel. Wurde ich vor kurzem mal darauf angesprochen. Übrigens von einer Bar in Berlin sprach mich abends um eins ein unserer Hörer an und sprach mich darauf an, warum sagen die Leute eigentlich nicht A oder B. Da gab es eine Diskussion darüber. Ganz am Anfang haben wir… Es standen zwei Leute neben uns. Wirklich? Die ganze Kneipe? Die treten sich plötzlich auch zu uns rein und sagten, sag mal, stimmt eigentlich. Da haben wir uns auch schon mal darüber Gedanken gemacht. Da dachte ich, okay, wo bin ich eigentlich? In welcher Kneipe warst du da eigentlich? Nein, kann ich jetzt nicht sagen. Da bin ich auch mein. Und Viktoria war. Sind da HörerInnen? Offenbar. Und dann entspannt sich eine Diskussion darüber und meine Antwort war nur, dass es natürlich viel schöner ist, wenn man nicht A oder B sagt, sondern Hund. Aber am Anfang haben wir gestrauchelt. Also es gab ganz am Anfang dieses Podcasts, es ist wirklich lange her. Wie lange ist das hier? Wie viele Historiker von uns? 14 Jahre. 14 Jahre. 14, wenn nicht 15 Jahre. Da gab es… Acht Milliarden, wie du sagen würdest. Da wussten wir noch nicht, wie wir es machen. Nee, stimmt. Aber es ist viel schöner zu sagen, Hund. Die arme Olga muss diesen ganzen Quatsch zuhören. Also es gibt ein Spiel, aber wieder weiter. Und das eine, es gibt eine herzliche Bitte, du musst ganz schnell antworten, was dir nicht schwerfallen will. Mal sehen. Und das hat natürlich… Also wir wollen nicht, dass du lange drüber nachdenkst. Das Mal sehen war ja auch sehr schnell. Es ist einfach so. Bam. Und es gibt eine zweite Regel. Du darfst in 10 Prozent der Fälle weitersagen, wenn dir die Frage zu… Okay. Auch wenn du nicht verstehst, was ich frage, kann vorkommen, passiert jedem. Ja, es gibt Fragen, die sind bewusst seltsam. Da kannst du weitersagen, aber nur 10 Mal, weil es sind genau 100 Fragen heute. Ah ja, perfekt. Und ich zähle mit. Bereit? Okay, ganz schnell antworten, ja. Konzentration. Jetzt geht's los. Achtung. Konzentration. Snooze oder aufstehen? Snooze. Achtsamkeit oder keine Zeit? Keine Zeit. Ja oder vielleicht? Vielleicht. Sein oder nicht sein? Weiter. Ordnung oder Chaos? Chaos. Teilen oder haben? Teilen oder haben? Teilen oder haben? Haben. Drinnen oder draußen? Ähm, draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf, definitiv. Mann oder Frau? Frau. Schöne oder Biest? Biest. Gott oder kein Gott? Kein Gott. Dichterin oder Denkerin? Denkerin. Ideal oder real? Real. Natur oder Kunst? Kunst. Wissen oder Nichtwissen? Nichtwissen. Wissen oder googeln? Googeln. Monogam oder mir doch egal? Mir doch egal. Alt oder neu? Neu. Augen zu oder Augen auf? Auf. Mit oder ohne? Wahrscheinlich ohne. Helm oder kein Helm? Ich sag mal Helm. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Keine. Impfpflicht oder nicht? Ja, definitiv. To do or not to do. Not to. Aussehenpflicht. An oder aus? Aus. Frühmorgens oder nachts? Frühmorgens. Zuhause oder auf Reisen? Zuhause. Ankommen oder aufbrechen? Aufbrechen. Reden oder schweigen? Schweigen. Reden oder schreiben? Schreiben. Schreiben oder lesen? Lesen. Anfangen oder aufhören? Aufhören. Geld oder kein Geld? Geld. iOS oder Android? Nochmal? iOS oder Android? Keine Ahnung. iOS oder Android? iOS oder Android? Wenn Apple gemalt ist, dann Apple. iOS oder Android? Apple wahrscheinlich. iOS oder Android? iOS? Twitter oder Facebook? Instagram. Twitter oder Facebook? Instagram. Twitter oder Facebook? Instagram. Twitter oder Facebook? Twitter oder Instagram? Instagram. Instagram oder Facebook? Instagram. WhatsApp oder SMS? WhatsApp. WhatsApp oder Anruf? WhatsApp. Vegetarisch oder vegan? Vegetarisch. Bio oder regional? Egal. Bio oder regional? Regional. Eingeschweißte Bio-Gurke oder plastikfreie normale Gurke? Normal. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Soja oder Hafer? Egal, weiter. Drei. Zucker oder Fett? Zucker. Low Carb oder Low Fat? Low Carb. Low Carb. Whisky oder Wodka? Whisky. Scotch oder Bourbon? Bourbon? Meer oder Berge? Meer. Ploff oder Dovga? Ploff. Ohne zu wissen, was Dovga ist, aber definitiv Ploff. Shikabura oder Palawa? Weiter. Danke. Vier. Niedermockstadt oder Langgöns? Niedermockstadt oder Langgöns? Weiter. Bernhardina oder Golden Retriever? Liebe Grüße, mir. Bernhardina. Stravinsky oder Shostakovich? Shostakovich. Prokofjev oder Rachmaninov? Prokofjev. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Maske oder keine Maske? Maske. Waffel oder Becher? Becher. Aufschneiden oder Wegschmeißen? Wegschmeißen. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. TV oder Netflix? Netflix. TV oder YouTube? TV. Messi oder Kondo? Messi. Messi oder Ronaldo? Messi. Ficken oder Vögeln? Vögeln. Baku oder Tel Aviv? Baku oder Tel Aviv? Baku oder Tel Aviv? Äh, Baku. Berlin oder Baku? Berlin. Berlin oder Leipzig? Berlin. Berlin oder Frankfurt? Berlin. Äh, ich weiß nicht, Frankfurt. Sorry. Ostberlin oder Westberlin? Okay. Westberlin. PC oder nicht PC? Möglichst PC. Nach Namen oder nach Datum? Datum. Nach Namen oder nach Farben? Farben. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? Gar nicht lesen. Auktorial oder neutral? Auktorial. Auktorial oder Personal? Auktorial. Linear oder nicht linear? Nicht linear. Gender-neutrale Toilette oder keine Toilette? Gender-neutral. Sternchen oder Doppelpunkt? Sternchen. Luke oder Han? Nochmal. Luke oder Han? Was ist ein Luke? Was ist ein Luke? Luke oder Han? Weiter. Sechs. Musil oder Mann? Musil oder Mann? Notgetrunken Mann. Marx oder Engels? Marx. Kant oder Hegel? Kant. Böll oder Brecht? Böll. Pushkin oder Lermontow? Pushkin. Tolstoy oder Dostoyevsky? Dostoy. Bei Rot oder bei Grün? Grün. Rot oder Grün? Grün. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder Schwarz? Schwarz. Schulz oder Scholz? Scholz. Habeck oder Baerbock? Habeck. Söder oder Seehofer? Oh Gott. Ich dachte nie, dass ich das sage, aber Söder. Esken oder Walter-Borjans? Esken. Kühnert oder Klingbein? Klingbein. Oder wer auch immer heißt. Klingbein. Kühnert oder Klingbein? Klingbein. Merz oder Merkel? Merkel. Merz oder Lindner? Gott. Lindner. Trump oder Putin? Ich fürchte, Putin. Ach nee. Ja, aber Trump ist ja echt. Das Spiel ist übrigens fertig. Das war immer die traditionelle letzte Frage. Es war gut, dass du den Podcast und hier die traditionelle letzte Frage hast. Seit 19,5 Jahren Trump oder Putin. Und? Wie steht's? Das haben kluge Menschen auf. Irgendwo hat es jemand mal ausgewertet. Auf Reddit gibt's eine extra Datei. Auf Reddit, Grüße gehen raus, es gibt eine Reddit-Gruppe oder Subreddit, es gibt ein Subreddit, so heißt das. Entschuldigung. Da wurde das mal ausgewertet. Ich hab's vergessen. Aber ich sag mal, jetzt vor dem Ukraine-Krieg waren die Antworten doch deutlich ausgeglichener. Ja. Ja, interessant. Aber wieso hast du Putin gesagt? Weil ich glaube, Putin ist noch weniger zurechnungsfähiger als Putin. Trump. Als Trump. Genau, ich glaub Trump ist, wenn man Trump so gelassen hätte wie Putin, dann hätten wir also, dann gäb's glaube ich die Erde nicht mehr. Wirklich? Ich mein, das Problem bei Putin ist, man lässt ihn halt machen. Bei Trump hatten sie wahrscheinlich noch irgendjemanden, der davon abgehalten hat, aber... Wie, wie, wie davon abgehalten hat? Um nochmal einen neuen Kriegling voranzuzetteln. Weil man dann, glaub ich, einfach seinen Befehlen nicht... Ich weiß es nicht, mein Gefühl ist noch, dass, dankeschön, dass Putin noch ein bisschen zurechnungsfähiger ist, aber... Das wäre zurechnungsfähiger ist. Putin ist Trump. Aber hat man jetzt... Ist es so? Und ist es nicht auch eine Frage, in welchem System jemand agiert? Das ist ja, es ist ja nur so ein Spiel. Ja, und es ist interessant, weil man schnell entscheiden muss. Und man fragt sich dann, warum hab ich das jetzt gesagt? Ja, natürlich wollen wir das eigentlich nicht. Aber manchmal ist es schon interessant, dann doch nochmal drüber zu reden. Weil ich mein, Trump konnte man abwählen, ne? Das war eine Argumentation vieler unserer Gästinnen. Ja, aber wenn es nach Trump ginge, also wenn Trump tatsächlich zu Zeit hätte, sein System so zu perfektionieren, ne, Putin? Ich hab keine Ahnung. Aber ich mein, der Sturm auf das Kapitol wäre ja nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, wozu er eigentlich... Aber es ist natürlich immer noch der Sturm auf das Kapitol im Vergleich zu dem Krieg in der Ukraine, ne? Das ist ja ein Vergleichswert wahrscheinlich. Die ersten vier Jahre von Putin waren auch vergleichsweise harmlos. Stimmt. Aber ich möchte jetzt um Gottes Willen auch nicht Putin verteidigen. Ja, ja. Wir haben in dem Podcast vor unserem mit Kevin Kühnert auch über die sogenannten Russlandversteher gesprochen. Und Kevin Kühnert hat daraufhin den Begriff geprägt, dass es in der deutschen Politik eben nicht unbedingt um Russlandversteher gegangen sei, sondern auch um Rubelversteher. Wie siehst du dieses Phänomen der Russlandversteherinnen und Versteher? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist halt... Ich meine, Gerhard Schröder war auch nicht der Einzige. Ich habe mir meine Liste angeschaut, wer der tatsächlich für Putin später gearbeitet hat. Und das ist eine beeindruckende Liste. Klar, Italien, Portugal. Italien, ich glaube, vielen Land auch. Wenn ich mich nicht ehre. Oder vielleicht... Wahrscheinlich verwechsel ich das gerade. Aber es waren sehr viele. Und... Ich frage es auch deshalb, weil ich habe beim Podcast hören, in der Vorbereitung, habe ich einen Podcast gefunden, den du letztes Jahr aufgenommen hast. Mit, wenn ich mich jetzt richtig hier erinnere, mit einem Journalisten oder einem Podcast-Host, der im Auftrag des Vereins für Deutsch-Russische... Genau, wo er jetzt zurückgetreten ist. Genau, wo er jetzt sozusagen... Der lange geführt worden ist von Matthias Platzeck, dem früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg. Und der jetzt, als der Krieg ausgebrochen ist, also als Putin beschlossen hat, wir marschieren in die Ukraine ein, zurückgetreten ist mit der Begründung, ich habe mich getäuscht. Was mir auch dann, glaube ich, so ausnahmsweise tatsächlich mal eine ganz gute Tat war. Also im Vergleich zu Gerhard Schröder, zu anderen. Ich glaube, es bedarf auch tatsächlich gewisser Größe zurückzutreten und auch einen eigenen Fehler einzugestehen. Aber ehrlich gesagt hatte der Verein auch ein paar ganz gute Ideen, wie zum Beispiel die Visafreiheit für russische Jugendliche, um denen tatsächlich irgendwie nochmal den Westen nahe zu bringen. Das heißt, dass sie das ohne Visum hätten einreisen können. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht als die. Und was mich aber überrascht hat, ehrlich gesagt, bei dem jetzt, dass tatsächlich die russisch-sprachige post-sowjetische Community in Deutschland tatsächlich viel, viel, ich hätte große Angst, also wie die russisch-sprachigen Menschen in Deutschland reagieren werden. Aber tatsächlich waren die Reaktionen viel besser oder viel diverser und viel demokratischer als möglich, dass sie jemals hätte träumen lassen können. Also du hattest die Befürchtung, dass sie viel pro Putin sich äußern würden. Ja, viel mehr. Also viel mehr, als es tatsächlich passiert ist. Und ich meine, es gibt solche und solche Fälle, aber insgesamt fand ich das doch überraschend, also dass sich tatsächlich extrem viele Leute gegen Russland gestellt haben, wo ich das nicht gedacht hätte. Und der Riss geht durch sehr viele Familien und vor allem auch durch Generationen. Weil die Alten in der Klischee-Vorstellung hier in Deutschland auch weiterhin das russische Staat-Fernsehen schauen jeden Abend. Ja, ich meine, es gibt keine, also... Also das ist eine sehr grobe Verallgemeinung. Also wahrscheinlich schon, aber es ist auch schwer, das überhaupt zu entschuldigen irgendwie. Und durch mich denken wir auch nicht, dass es überhaupt... Das ist vielleicht eine Erklärung, keine Entschuldigung. Ja, oder... Weil ich weiß auch gar nicht, wie man es erklären kann und ob man es könnte, weil es ist natürlich auch noch immer noch... Ich glaube, was ganz so tief in uns drin sind, sind immer noch diese sowjetischen Ideale, dass man ein gewisses Weltbild hat, dass wir natürlich die Guten sind, dass wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, dass wir die Opfer gebracht haben, dass wir jetzt nicht auf einmal ein Land... Der ja in Russland ja auch gar nicht Zweiter Weltkrieg heißt, sondern großer Vaterländische Krieg. Denn der Überfall auf Polen kommt ja in der russischen Geschichtsschreibung nicht vor. Auch ganz viele andere Überfälle nicht. Oder, das ist ja auch so ganz lustig, immer Juden kommen auch vor. Also Juden im Zweiten Weltkrieg, das ist... Selbst wenn man sich das Buch von Alexievich anschaut und David Grossmann, das schwarze Buch von David Grossmann, selbst da gibt es interessante Vergleiche. Inwiefern? Erklär mal. Es gibt ein wunderbares Buch von Svetlana Alexievich, wenn ich jetzt den Namen wüsste, wir haben damit sehr geholfen, wo es tatsächlich um die Kinder im Zweiten Weltkrieg geht oder im Großen Vaterländischen Krieg. Und da ist es mir auch ziemlich interessant, das sind fast alles Heldengeschichten. Es sind sehr überdurchschnittlich viele Eltern, die bei den Pätsisaren gekämpft haben und die große Opfer gebracht haben. Und klar, gab es auch, aber eben nicht nur. Und bei David Grossmann sieht die Sache schon ganz anders aus. Das ist tatsächlich explizit... Ich meine, das war ja auch verboten in Russland ziemlich lange in der Sowjetunion. Israelischer Autor. Nie, nie ist ein... Verdammt, ich glaube, der Grossmann heißt er definitiv mit Nachnamen, wo jetzt David Grossmann heißt, ich glaube schon, aber ich muss es nachgoogeln, ehrlich gesagt. Aber das ist das schwarze Buch, was er zusammen mit anderen Autorinnen auch geschrieben hat, und zwar in der Sowjetunion verboten. Und das ist gar nicht das ganze, das katholische Bild. Deswegen wir alle, was so tief in uns drin ist. Und ich glaube, worum es mir auch geht, ich glaube auch über diese ganzen Fragen nach Minderheiten. Also wie geht man mit Minderheiten um? Also vor allem auch mit ethnischen Minderheiten, mit der sexuellen Orientierung. Und wie funktioniert eine liberale Demokratie, wo man nicht unbedingt einer Ansicht nach ist, aber sich gegenseitig irgendwie erträgt. Ich glaube, das alles haben wir in der Sowjetunion definitiv nicht gelernt. Und es sind immer noch so Fragen, mit denen wir immer noch aushandeln. Zum Beispiel die Frage nach der ukrainischen Sprache. Also für viele ist es halt überhaupt eine Frage, wie ist das überhaupt eine Sprache oder nicht? Und welche Daseinsberechtigung haben noch nationale Sprachen außerhalb des Russisch? Weil eben, wenn es Wettunion damit aufgewachsen sind, klar offiziell wurden die nationalen Sprachen gefördert, aber das war immer noch Russisch, waren halt so durch die einzige Sprache. Und je in Anführungsstrichen kultivierter man war, desto mehr Russisch sprach man. Auch in Aserbaidschan haben sehr viele Aserbaidschanische Sprache. Familien haben angefangen, Russisch zu sprechen, weil es natürlich einfacher war. Schick war. Einfacher. Einfach. Und man bekam die höhere Bildung nur auf Russisch. In Georgien war das anders, weshalb Georgisch natürlich viel einfacher hat, als er zum Beispiel aserbaidschanisch. Aber die höhere Bildung war nur auf Russisch zu haben. Und wenn man besonders gut war, ging man natürlich immer nach St. Petersburg oder nach Moskau, um dort in die besseren Unis zu besuchen. Und blieb entweder dort oder kehrte zurück. Aber das war immer klar, dass wenn man etwas tatsächlich erreichen wollte, man sollte in Russland studieren auf Russisch. Anders ging es nicht. Und praktisch dieser Abstand, den man zu der eigenen Muttersprache in dem Fall gewonnen hat, war eigentlich der gesellschaftliche Erfolg oder die Kultiviertheit, die man nachweisen konnte. Und auch, wenn Russisch ist, in der Ibrale Sprache. Es wurde immer sehr viel Wert auf die Russifizierung gelegt, auch noch im Kaiserreich. Es war natürlich auch nicht nur schlecht, was natürlich auch die Kommunikation erleichtert hat, aber es hat natürlich seinen Preis. Und ich glaube, dieses Ideal und einfach, also ich glaube, das ist tatsächlich, was wir, glaube ich, im post-suitischen Raum brauchen, sind die postcolonial studies. Hier sind sie auch leicht in Verruf geraten, aber da gibt es tatsächlich viele Instrumente, die, glaube ich, im post-suitischen Raum definitiv weiterhelfen könnten. Obwohl es vielleicht eher Imperialismus war, als Kolonisierung, oder für bin ich ehrlich gesagt keine Expertin. Ja, ist ja auch interessant, ich habe es in den letzten Wochen immer wieder nachgelesen, dass ja auch in Deutschland auch sogenannte Russland-Experten über Jahre und Jahrzehnte ja auch immer öffentlich geschrieben haben. Sie wissen gar nicht, ob die Ukraine ein eigenständiges Land ist oder so. Also das war ja auch in der öffentlichen Diskurs in Deutschland keineswegs so eindeutig, wie das jetzt immer dargestellt wird. Interessant, ne? Weil ich meine, ich habe nur gerade darüber nachgedacht, als du gesagt hast, die russische Sprache dabei, in Russland wurde ja eigentlich französisch gesprochen. Ja, es ist auch interessant, was wir überhaupt in der russischen Kultur heute begreifen. Ja, die hat da eigentlich französisch stattgefunden. Oder zumindest nicht. Nicht nur. Aber auch. Also definitiv nicht auf russisch. Genau. Deswegen wollte ich mir denken, meinen letzten Roman schreiben bei mir. Es ist ja irgendwie die Zeit, wo es spielte es unter Nikolai I. ist eigentlich... Es ist ein historischer Roman, der erste, den du geschrieben hast. Es ist so komplett historisch. Ja. Also du spielst zumindest damit. Mache ich nie wieder nie, das ist alles basierter Fakten. Also ich habe mir echt kaum was ausgedacht. Aber man hat bei der Lektüre das Gefühl, dass du nicht nur eine historische Geschichte erzählen willst, sondern auch etwas über unsere Gegenwart. Ja, klar. Weil es irgendwie so... Weil damals irgendwie... Man hatte irgendwie... Das ist irgendwie alles, was man heute unter der russischen Hochkultur und der russischen Klasse versteht, ist da mehr plus oder weniger 50 Jahre ist damals entstanden. Aber man hat irgendwie, dass erstmal die Zahlen sind Deutsche. Also sie feiern Weihnachten am 24. Dezember noch nicht mal ansatzweise am 6. Januar oder wann immer das so Weihnachten stattfindet. Sie haben einen Weihnachtsbaum, das ist komplett nach deutschem Brauch. Also wirklich so mit Lebkuchen, mit allem, was dazu gehört. Weiß Wladimir Putin das? Ich glaube, ja. Also so geschichtsversessen, wie er ist, sollte das zumindest kennen. Die Prinzessinnen wurden immer aus Deutschland, also vor allem aus Darmstadt, impulsiert. Darmstadt. Darmstadt war sehr beliebt. Katharina. Genau. Katharina und dann noch ein paar andere. Gibt es eine fantastische, eine sehr, sehr lustige... Die Bedeutung von Darmstadt war mir komplett entgangen in diesem Zusammenhang bisher. Mathildenhöhe. Ja. Ja. Es brauchte zwei Hessen in diesem Podcast. Das ist eine hessische Spezialausbildung. Obwohl Nikola Dezwarte noch Dennis gespielt hat. Könnt ihr eigentlich mal kurz hessisch miteinander bubble? Ich kann kein hessisch leider. Ich kann kein hessisch leider. Sagen wir mal bubble? Du kannst, das glaube ich nicht, dass du kein hessisch kannst. Ich war schon so alt, dass ich ankam. Aber du... Und mit elf lernt der Mann ja kein Dialekt mehr. Nee, aber ich spreche... Also ich spreche einigermaßen nicht badisch, ja. Bei mir zu Hause wurde Hochdeutsch gesprochen. Aber man lernt das doch als Kind irgendwie, kriegt man doch so ein... Gar nicht? Kannst du nicht mal irgendwie sagen... Ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht nachmachen. Ach schade. Aber ich kann nicht mal Französisch aussprechen. Ich glaube, das ist hier noch ein kurzer Dialog. Das ist eine einzige Enttäuschung, die hessen. Vor allem die Werte auch. Genau, also wir waren in Russland eigentlich. Ja, genau. In Darmstadt wurde... Da wurden die Frauen... Importiert. Das war das Wort. Fantastisch. Nein, weil ich eigentlich sagen wollte, es gibt eine fantastische englische Serie. Wie heißt sie noch gleich? The Great, oder? Ja. Fantastisch. Muss man das als Nicht-Hesse wissen? Ja. Ja, definitiv. Da geht es eben genau um die Geschichte. Katharina kommt nach Russland an den Hof des Zaren und merkt relativ schnell, dass sie erstens den Zaren loswerden will, weil der ein sehr Prolet, ein großer Prolet ist. Und zweitens selber die Macht übernehmen will. Und es ist hilarious. Also wirklich sehr lustig. Kann ich nur empfehlen. Ist wirklich fantastisch. Ja schon, sagst du auch, ja? Ist super lustig. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob das ein hessisches Wort ist, aber du hast gesagt hilarious. Ja, sehr. Ja. In deinem... Christoph spricht viel besser. Christoph war ja auch... Die Sagen... Im britischen Internat. Die sagen Hussa. Sagen die, wie sagen die immer? Hoppala. Ich glaube Hussa, aber ich glaube, das hat nichts mit Russisch zu tun. Nee, genau. Weil ich mich nicht irre. Na gut, wir schweifen ab. Genau, aber auf jeden Fall, unter dem Hof spricht man Französisch miteinander. Mit Russisch halt nur... Nee, so alles auf... Russisch. Russisch bestimmt auch. Aber eher unter verborgenen Türen. Und zum Beispiel, die ganze Oper war auf Italienisch. Also die ganzen... Die militärischen Gehörigen waren alle aus Deutschland oder aus den balkischen Staaten. Die Architektur war Italienisch. Also das, was wir heute... Und das ist mir alles, was wir heute als genug in Russisch verstehen, ist halt nicht Russisch. Und selbst Puschkin war ja eigentlich Afro-Russe. Da war ja der Nachfahrer eines Sklaven. Der damals am Hof freigelassen wurde. In dunkler Haut. Also, ja, genau. Was heute jetzt mich gerne vergessen wird, aber die ganzen Locken, mit denen Puschkin dargestellt wird, das sind keine Locken, das ist grau. Also, das ist ein Afro. Wir haben es dann umgedeutet und das ziemlich gerne unter den Teppich gekehrt. Und wann... Also jetzt ist ja jetzt eine Geschichtsstunde, die ich von euch bekomme. Wann begann diese russische Erzählung? Also wann begann sich diese neue Erzählung einer Identität zu formen? Das ist ja kein... Es gab es ja überall, ja. Es ist jetzt kein exklusives Phänomen. Europa war ja auch nicht... Also sozusagen, da gab es ja auch alle möglichen Bewegungen. Dieses Land haben es Deutschland war ja auch lange nicht definiert. Wann fing das an? Ich glaube eigentlich schon währenddessen eigentlich. Also während schon unter Nikolai den Ersten wurde es irgendwie darum, gegen neue Gebiete zu erobern. Die hat auch davon geträumt, also nicht nur er, sondern auch die Große. Die haben ja auch davon geträumt, Konstantinopel einzunehmen und Indien. Also eigentlich schon währenddessen... Ich weiß es nicht, ich bin leider historisch nicht genug dafür bewandert, aber beim Imperialismus ging es nicht unbedingt um das Nationale, sondern man baut dann einfach irgendein Imperium und begründet das irgendwie, oder? Also nicht unbedingt kohärent. Hat sich bis heute so gehalten, das Prinzip, oder? Wir nicken es, glaube ich, gerade wieder. Ja, ja, exakt. Zumindest in Russland. Also was ich mir die ganze Zeit frage, wie groß ist der Schritt von wir brauchen gar keine Erzählung, wir machen es einfach zu, wir brauchen eine so unfassbar unglaubwürdige Erzählung, dass es eigentlich schon lächerlich ist. Also wann kommt eigentlich dieser letzte konsequente Schritt? Wir machen es, weil wir es können, Leute. Und das, was Russland gerade macht, ist ja eigentlich kurz davor. Ja, aber der kann es halt nicht, ne? Es lief halt überhaupt alles nicht nach Plan. Ja, ja, aber sozusagen die Einbettung in eine große Geschichte, den Versuch gab es weiterhin. Und das habe ich eigentlich, das fand ich interessant, weil es so Hanebüchen war, dass also auch einem, also jedem auffallen muss, das ist jetzt irgendwie seltsam, was er da erzählt. Nur ihm halt nicht. Glaubt Wladimir Putin sich selbst? Hoffentlich. Also ich meine, irgendwas muss er ja glauben. Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, dass es halt, das glaube ich, bin leider echt keine Expertin dafür, aber ich glaube, in den letzten zehn Jahren hat sich sehr viel verändert. Ich glaube, der ist sehr isoliert. Jetzt gab es irgendwie auch die Berichte darüber, dass er tatsächlich auch sehr viele Mitarbeiter beim Geheimdienst innerhalb des Militäres inhaftiert hat oder zumindest bestraft hat. Und sehr viele Generäle wurden entlassen oder nochmal neu. Das ist, ich habe keine Ahnung, aber es ist irgendwie alles sehr, es ist einfach so ein Narrativ, der sowieso von vorne bis hinten seltsam ist. und auch das, die Nachrichten, die im Fernsehen, wenn man einfach den Nachrichten kurz einfach zuhört, das ist sowieso Hannerbrüchen von vorne bis hinten. Also zumindest offiziellen Nachrichten. Es ist halt eine Propaganda, die aber irgendwie aus dem Nichts kommt. Was sagt deine Mutter, wenn ihr euch dann unterhaltet, die ja oft mal die Nachrichten schaut, um sie sich anzuschauen, also als Studie? Es ist leider so absurd, dass es da gar nicht so viel zu sagen gibt. Das ist irgendwie viel absurder als alles, was man sich ausdenken könnte. Und ich glaube auch, diese ganze Nazifizierung, das ist noch nicht mal auf den Westen, also diese Idee, weil ich glaube in den letzten Jahren, dass ja so viele Filme wiederholt wurden über den großen Vaterländischen Krieg beziehungsweise den Zweiten Weltkrieg, das ist glaube ich so eher ein Signal in die eigene Bevölkerung. Ich glaube, wir hier konnten nichts mit dem Begriff anfangen, weil es einfach so surreal ist. Aber das ist glaube ich eher das, was tatsächlich auf der Propaganda in den letzten Jahren nochmal Fuß irgendwie eben zurückgreift. Also diese Nazifizierung, was irgendwas völlig ersinnig ist. Denn Putin ist ja auch nicht gerade liberal. Sag mal, was ist Heimat? Keine Ahnung. Habe ich bis heute nicht so ganz verstanden. Du hast darüber oft Auskunft gegeben, deswegen frage ich natürlich. Ja, und ich verstehe bis heute nicht, weshalb. Dieses Heimat ist bei mir so ein ganz komischer Begriff. Gibt es den sozusagen in allen den Sprachen, die du beherrschst, gibt es aber so ein Wort, gibt es schon, oder? Im Russischen gibt es den auch, aber das ist glaube ich im Russischen immer noch nicht so. Wie sagt man? Rudina. Ich kann nicht dafür garantieren, wie sich der Begriff im Russischen in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Ich glaube jetzt deutlich aggressiver als jemals, also als vorher. Aber ich finde den Begriff, das ist halt immer, ich finde den völlig uninteressant. Und diese ganze Debatte, wo wir Heimat, die wir führen, ist halt immer so eine Scheindebatte. Wir reden hier über nichts, wir reden darüber, was ist Heimat? Das ist so völlig egal. Entweder sind das irgendwelche konservierten Erinnerungen, die man an irgendwas hat, aus der Jugend oder aus der Kindheit. die Crew vom Apfelkuchen, nur dass es tatsächlich das Dorf, in dem man aufgewachsen ist, das man aber überraschenderweise mit 16 so schnell verlassen hat, wie es nur geht. Obwohl, das ist halt irgendwas anderes, aber der Begriff Heimat ist ja immer irgendwas, was eigentlich in der Gegenwart ist. Also sobald man über Heimat redet, dann ist es eigentlich immer, was irgendwas in der Gegenwart ist. Und das ist ein wahnsinnig schwammiger Begriff. Also alles kann Heimat sein. Aber wenn der Begriff politisch verwendet wird, dann geht es immer darum, diese Heimat gegen irgendjemanden zu verteidigen. Also sobald es politisch wird, dann ist es immer so, die Heimat soll erhalten bleiben. Was genau Heimat ist, weiß man nicht. Aber es geht darum, dass man sich das gegen Eindringlinge verteidigt. Also sowohl afrussisch als auch auf Deutsch. Und das ist so unangenehm daran. Ja, also es ist natürlich ein Begriff, der erstmal nicht eindeutig definiert ist. Und dadurch ist es schwierig, über ihn zu reden. Und es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen von Heimat. Eine hast du beschrieben, ist sozusagen der Boden, der verteidigt werden muss im Zweifel. Aber es gibt ja auch, wo ich ihn schon mag oder auch nachempfinden kann, ist der Ort, wo ich mich zu Hause fühle oder zu dem ich sozusagen Gefühle habe. Das ist das, wo ich eigentlich herkomme, wo eigentlich mein Zuhause ist oder so. Das wird es ja bei vielen Menschen geben, die vielleicht das Wort gar nicht haben. Aber so eine Verbundenheit mit etwas. Ja, aber das ist ja völlig in Ordnung. Aber sobald es politisch auftaucht, fangen die Probleme an. Sobald wir eine Heimatministerium haben, ist das eine völlige Quatsch. Ja. Ich meine, wir brauchen Heimatministerium. Ich meine, ich bin ja viel eher am billigen Wohnraum interessiert. Und das ist das Einzige, was mich gerade interessiert hat. Wie komme ich an eine Fünfzimmerwohnung in Berlin? Ja. Viel eher als irgendwelche Heimatgefühle. Wir sprachen mit Kevin Kühnert, diesem SPD-Politiker, den du kennst, beim letzten Podcast, ich glaube eine Stunde hier an diesem Tisch. Über die Wohnung. Über Wohnung in Berlin. Kevin sucht nämlich auch eine Wohnung. Kevin allein zu Hause. Das braucht er. Kevin Kühnert sucht auch. Ich glaube auch, wir lesen ja immer die Archive so. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren er in Interviews hat. Ich suche übrigens eine Wohnung und er ist spezialisiert auf Wohnungsbaupolitik. Also er kennt sich wirklich gut aus und er schien mir ein bisschen, also wenn ich das sagen darf, ein bisschen ratlos schien er mir schon auch. Also die allgemeine Verzweiflung in Berlin und ich glaube, dasselbe gilt für München und Frankfurt übrigens. Frankfurt, glaube ich, ist der schlimmste Ort. Okay, aber wir waren, Christoph, wir waren gerade beim Heimatbegriff oder dem schwer oder blurry definierten Heimatbegriff. Es gibt noch so eine zweite Begriffsgruppe, die damit konnotiert ist. Wir haben mit dem Maxim Biller darüber gesprochen, der, glaube ich, da so einen Fetisch hat. Der will immer wissen, was ist deine Familiengeschichte, um dir dann, also Grüße gehen raus, vielleicht übertreibe ich jetzt, um dir dann zu erklären, warum du der geworden bist, der du bist. Der ist doch klar, das war doch schon, deine Eltern haben doch schon und deine, kannst du da mit solchen Erzählungen was anfangen? Also, weil schon deine Großmutter so und so war, musste doch zwangsläufig dies und jenes passieren. Es gibt ja zwei Sachen. Es gibt zum einen den berühmten Satz, Juden haben keine Wurzeln, Juden haben Beine. Das stimmt. Und dann gab es zum Ukraine-Konflikt von Lernalux, gab es in der Taz einen sehr schönen Text darüber, wie es eigentlich ist, wenn man tatsächlich als Juder in einem Land aufwächst, wo sie tatsächlich auf einmal Ukrainisch lernen mussten und wo sie überhaupt kein Verhältnis zu der Sprache hatten. Das ist ein wunderbarer Text. Aber ich glaube trotzdem, dass Heimat als Konzept so gut funktioniert, was überhaupt kein Konzept ist. Also das ist halt einfach so ein völlig schwammiger Begriff, der halt irgendwo hin zielt. Das ist einfach immer so eine Scheindiskussion. Man kann über Heimat reden, wenn man eigentlich, so wie Smalltalk über das Wetter. Funktioniert immer. Alle haben irgendwas zu sagen oder tatsächlich miteinander zu kommunizieren. Aber es ist halt, wenn wir über Heimat reden, dann reden wir zum Beispiel nicht über Staatsbürgerschaft, was die viel interessantere Diskussion wäre. Also ich finde irgendwie diese Diskussion darüber, welche Rechte und Pflichten ich in Deutschland habe oder wie schnell ich an die deutsche Staatsbürgerschaft habe würde, weshalb ich zum Beispiel nachweisen muss, dass ich Deutsch auf dem Level von B1 beherrsche, um hier die Staatsbürgerschaft zu bekommen. viel interessanter ist die Frage nach der Heimat. Und das ist zum Beispiel das, was wir niemals diskutieren. Oder weshalb doppelte Staatsbürgerschaft oder dreifache Staatsbürgerschaft nicht möglich ist. Und wie man eigentlich, wie man überhaupt in dieses Land einwandern kann, wie man seine Familie nachholen kann, wie es mit der Integration tatsächlich praktisch funktioniert. Und stattdessen gibt es immer diese Diskussion um Heimat, wo es um nichts geht. Und ich glaube, deswegen hilft es mich immer so. Was wäre denn ein gutes Konzept für Einwanderung? Ich bin keine Einwanderungspolitikerin, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir definitiv ein anderes brauchen, was tatsächlich einfach nachvollziehbar wäre. Also würdest du sagen, nur so dem Gefühl, nach welchem Prinzip, was wäre das oberste Prinzip, nach dem man das entscheidet? Es hat jetzt nichts bei sie mit der Einwanderung zu tun, aber ich bin auch ein großer Fan vom Asyl. Und ich glaube, dass ich bin eigentlich nicht unbedingt eine große Freundin des Wortes historische Verantwortung. Aber ich glaube, in dem Fall haben wir tatsächlich eine historische Verantwortung, dass wir tatsächlich das Asylrecht ernst nehmen und es auch Leuten gewähren, die es brauchen. Und ich finde die Abschiebungen unmenschlich. und vor allem, wenn es irgendwie darum geht, dass die Familien, die so seit 20 Jahren hier sind, irgendwohin abgeschoben werden, weil es irgendwelche Wahlen zu gewinnen geht. Oder schon alleine, ich habe mal in der Glogau-Straße in Kreuzberg gewohnt, in der Wiener Straße. Damals, wo es irgendwie, ich glaube, es hat 20 Millionen gekostet oder mindestens sechs, also wo es wirklich Millionen gekostet hat. Es war ja diese Schule, glaube ich, eine ehemalige Schule, die von Geflüchteten besetzt wurde. Das ganze Polizeiexpekt, hat Millionen gekostet, um da irgendwie zehn Leute rauszujagen. Ich meine, für den Preis hätten wir denen auch damals sechs Zimmerwohnungen kaufen können. Und die wären für immer glücklich gewesen. Das wäre das Ende der Diskussion. Aber stattdessen hat man irgendwie nicht nur die Leute einfach tyrannisiert, sondern auch die Anwohnerinnen. und es ist einfach eine extrem populistisch geführte Diskussion um Einwanderung und Heimat, die wir haben, die nichts mit Realität zu tun hat, weil ich glaube, sogar so sehr konservative Stimmen sagen, dass wir Einwanderung brauchen. Ist es eigentlich so, dass man, also alle Beteiligten, die am Tisch leben, in Berlin seit einigen Jahren, dass man manchmal so ein bisschen so einen verblendeten Eindruck von Deutschland bekommt, wenn man in Berlin lebt? Nein. Ich bin auch ziemlich oft in Friedberg, in Hessen. Da ist es, ich finde sowieso, Berlin ist eigentlich, ich finde Frankfurt viel entspannter, was Einwanderung angeht. Und auch, weil es die ganzen Communities angeht, weil da viele Sachen, ich habe irgendwie sieben Jahre in der Zeitgelehrer gearbeitet. Wir haben nie bei Einwanderung gesprochen. Wir hatten nur ein... Du hast in einem Laden gearbeitet und hast Turnschuhe und Hoodies verkauft. Genau. Also Hip-Hop-Verkleidung. An Asad und andere Frankfurter Rapper. Sieben Jahre lang. Nee, wirklich. Ich habe kurz vor meinem 16. Geburtstag angefangen, dann bis ins erste Studienjahr. Haftbefehl wahrscheinlich auch mal vorbeigekommen. Nee, ich glaube, der ist damals noch nicht. Damals hatten wir noch Asad. Aber Asad ist eine Generation älter. Genau, also wir waren noch bei Asad. Und da werden die Themen ganz anders, ich glaube, selbst auf durch den Dörfern werden die Themen ganz anders behandelt als in Berlin. Ich glaube, das ist eigentlich schon gelaufen. Man kann ja immer so viel von Liberalität reden und alle Kinder müssen zusammen in den Unterricht gehen, bis es dann darum geht, dass man die eigenen Kinder einschult. Und in welche Schule schickt man eigentlich dann die eigenen Kinder? Wir haben die deutsch-russische Schule mit 100 Prozent Migrationsanteil. Super. Beobachtest du das auch, dass sozusagen, sagen wir mal, so eine gewisse Liberalität herrscht und dann aber plötzlich, wenn es darum geht, die eigenen Kinder auf die bessere Schule zu schicken, dass dann plötzlich, ich sage es mal so aus meiner eigenen Beobachtung, plötzlich Eltern sich ummelden und alle möglichen Tricks eingesetzt werden, damit man doch das Kind noch auf die bessere Schule in dem Bezirk noch unterkriegt. Und ich halte das gar nicht für verwerflich. Ich beschreibe es nur erstmal. Ja, auf jeden Fall. Also klar. Aber ich meine, ich habe mich auch, wir haben auch zum Beispiel, mir war es zum Beispiel wichtig, dass es eine bilinguale Schule ist. Aber ich hatte ehrlich gesagt keine Lust dafür, 600 Euro monatlich zu zahlen. Also nicht, dass ich mir das auch nur annähernd leisten kann. Aber ich wollte unbedingt, dass sie auf diese staatliche Europaschule gehen. Und ich habe mich auch gegen Englisch entschieden, weil ich dachte, Englisch lernen sie sowieso. Sondern mir war es wichtig, dass sie erstmal ordentlich Russisch lernen. Und das ist jetzt tatsächlich, wir haben halt einen Migrationsanteil von 100 Prozent. Ich glaube auch bei den Lehrerinnen. Okay, 95 Prozent in der Lehrerschaft. Das hat gewisse, also große Vorteile. Ich finde so, ich hätte eher Angst, wenn es halt wirklich in der Schule wäre, ohne großen Migrationsanteil. Was ist halt nur so eine Schule, zu der, auf die ich gegangen bin. Ich hätte damit keine guten Erfahrungen gemacht. Also ich habe auch wirklich sehr darauf geachtet, dass es sehr gemischt ist. Aber es ist, glaube ich, da kommt doch wieder die Sowjetunion durch. Ich glaube, mein Konzept von einer guten Schule ist nicht unbedingt das, wo es halt deckungsgleich ist. Was ist denn dein Konzept von einer guten Schule? Ich glaube, unsere Schulen sind echt nicht so gut in Deutschland. Das sei das Problem, die sind sehr langsam, sehr behäbig. Sie sind nicht leistungsorientiert genug. Die sind leistungsorientiert. Also nach sowjetischen Idealen ist alles ein großer Witz. Ja, ist es auch. Deswegen auch das Entsetzen der ukrainischen Konsulen, als sie gesagt hat, die Kinder sollen hier zur Schule gehen. Sie meinte, Entschuldigung, wir sind viel schneller im Programm als hier. Also ihr Einwand war ja, dass die deutschen Schulen nicht gut genug sind. Also man kann es mir wunderbar in der Lese nachhören und ich verstehe sie. Weil sie gerade, glaube ich, die große Reform hatten in der Ukraine, wo sie komplett nach dem finnischen System alles ausgerichtet haben. Dann sollen die Kinder auf einmal wieder in die rückständige deutsche Schule gehen. Ich glaube, das war das Entsetzen. was ihr ins Gesicht stand. Es wird halt immer so getan, also wie die großen Schulen, also großartigen Schulen haben wir leider nicht. Das ist echt nicht gut. Ich meine, leistungsorientiert, ich finde eigentlich leistungsorientierte Schulen gar nicht so gut, aber die Voraussetzungen sollten stimmen. Also dann brauchen sie wirklich, dann sollte die Leistungsvoraussetzung für alle gleich sein. aber ich glaube, das war in der Zeit. In der Zeit gab es irgendwann mal einen Bericht über die Schule, die direkt neben uns im Haus ist, dass die Schule im Lockdown, wie groß, also es ist eine Brennpunktschule, wie großartig sie funktioniert und dass jetzt die Lehrerinnen endlich genug Zeit haben, sich um jeden einzelnen Schüler und Schülerin zu kümmern. Und als Beispiel wurde ein Kind also als Beispiel wurde über ein Kind geschrieben, das jetzt in der sechsten Klasse ist und dass im Lockdown ist es der Lehrerin aufgefallen, dass das Kind nicht lesen kann. Das Kind ist dort aber seit der ersten Klasse. Und da frage ich mich halt, naja, also jetzt so bei allen lieber, aber es kann nicht sein, dass es halt vorher nicht aufgefallen ist und es wurde irgendwie so eine ganz schwierige Bildungsbiografie beschrieben, aber es kann trotzdem nicht sein, dass es jemandem sechs Jahre lang nicht auffällt, dass das Kind nicht lesen kann. Das ist halt auch definitiv nicht das Problem des Bildungshintergrundes, sondern der Arbeit. Aber ich möchte auch einen Lehrerinnen-Bashing betreiben, weil es glaube ich tatsächlich ist, dass wir hier nicht genug Geld reinsteigen, dass unser System veraltet ist. Wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Jahr lang Kultursenatorin wärst, Bildungssenatorin, was würdest du machen? Das Problem ist, ich brüte glaube ich 100 Milliarden dafür. Ja, sagen wir mal, es gäbe genug Geld. Es gibt ja genug Geld. Angenommen, wir würden so ein Sondervermögen würde uns in den Schoß fallen. 100 Milliarden. Nehmen wir mal irgendeine Zahl. 100 Milliarden sind ja gerade locker. Ja. Also anscheinend haben wir ja das Geld gerade, habe ich jetzt gelernt. Nee, jetzt nicht mehr, aber angenommen. Nee, es wird ja nicht ausgegeben. Noch ist es ja da. Angenommen. Noch haben sie nichts zu stellen. Und jetzt? Also was macht die Bildungssenatorin? Es gab bei The Atlantic einen Bericht darüber, also Privatschulen sind mein Lieblingsthema. Warum? Weil ich das irgendwie so interessant finde, wie Privatschulen in Deutschland aufgefasst werden und zum Beispiel in den USA. Also hier zahlt man ja eigentlich nur dafür, dass man nicht mit den armen Kindern in Kontakt kommt. Weil ich meine, ich habe mir wirklich die Mühe gegeben, ich habe mir tatsächlich alle Programme von fast allen Privatschulen in Berlin angeschaut. Hat mich entsprechend interessiert. Verstehe, ja. Was man so macht nach Feierabend. Genau, was man so in der Pandemie macht. Ich gucke so Zalando durch und du guckst Privatschulkarte. In Zalando kenne ich auch auswendig. Achso, okay, dann bin ich beruhigt. Was man halt so macht, um nicht einen Roman zu schreiben. Genau, aber es ist zum Beispiel eine Privatschule hier in Mitte, sehr beliebt. Kostet irgendwie monatlich mit mitnimmerem Einkommen 1.000 Euro. 1.000 Euro? Nur knapp. Aber nach Einkommen der Eltern? Ja, klar. Aber es ist, und aber trotzdem muss man für Spanisch extra zahlen und dann sind das aber trotzdem nur 30 Minuten pro Woche, was nichts bringt. Chinesisch sind auch nur 45 Minuten die Woche, muss man aber nochmal extra zahlen und dann gibt es so diese ganzen vielen Clubs, die zwar aufgelistet sind, aber man findet nie Link für die Information darüber, wo zum Beispiel die haben Ballett, aber es steht halt nicht, nach welchem System sie unterrichten. Ist das etwa eine Balletttänzerin aus Palma de Mallorca? Kann gut sein, da steht ja nicht drüber, nach welchem System sie ist. Also es wäre das Mindeste, dass ich mir das… Also kein sehr professioneller Ansatz. Überhaupt nicht. Und es gibt auch sehr viele Berichte darüber, wie die Lehrerinnen dort behandelt werden, aber das ist halt offensichtlich, Konzept klingt gut, aber es gibt kein Konzept. Wenn man währenddessen sich die amerikanischen Privatschulen anschaut, die soweit 70.000 Euro Schulgebühren pro Jahr kosten, aber man kann auf sämtliche Pläne gehen, man weiß genau, in welchem Kurs was gemacht wird, nach welchem System unterrichtet werden. Das steht ja alles online und das ist halt wirklich also vergleichbar mit, also die 11. Klasse ist dort vergleichbar mit dem Masterstudiengang hier. Und du liest das alles? Ja. Ist das so eine Zwangsstörung, die man sich aneignet, wenn man aus der postsovietischen Sphäre mit einer sehr strengen Mutter rüber? Ich habe jetzt das einfach mal als Recherche verbucht. Das ist schon interessant, womit du dich so beschäftigst. Aber es wird ja, wir reden so lustig, du interessierst dich für die Bildung der Kinder. Der Kinder und grundsätzlich, also vielleicht reibe ich nochmal drüber, weil wirklich, weil ich finde, Bildung ist keine Ware. Und ich finde es eigentlich pervers, 70.000 Euro für ein Schuljahr zu verlangen, wo man sich das als Gesellschaft anscheinbar locker leisten kann, war, dass man so eine Schule eigentlich für jeden und jeder anbieten kann. Und ich finde es eigentlich, wenn es tatsächlich diese Bildungskonzepte gibt, dass man sie nicht jedem zur Verfügung stellt, sondern irgendwie so 100 Milliarden für Rüstung ausgibt, die eh nicht funktionieren wird, dann doch lieber für Bildung. Ich meine, was bringen uns dann irgendwelche Panzerhelme für die Bundeswehr, die in fünf Jahren sowieso verhaltet sind. Ich meine, das ist ja sowieso, ich meine, ich habe eigentlich keine Ahnung von der Ausrüstung. Also warum ist ja das eine nicht? Wahrscheinlich ist schon wichtig jetzt gerade. Die wollen irgendwelche Funkgeräte bestellen, aber die haben Funkgeräte, aber die sind dann nicht kompatibel. Das heißt, in zehn Jahren brauchen sie wieder 100 Milliarden, um irgendwelche Funkgeräte zu bestellen, weil sie dann wieder nicht kompatibel sind. Also wenn wir da jetzt schon rumhängen bei den 100 Milliarden, kurzer Exkurs, kannst du nachvollziehen, dass, man muss ja wirklich sagen, auch ganz Deutschland innerhalb von wenigen Tagen einen gewissen gedanklichen Umschwung vollzogen hat und gesagt hat, es gibt ja auch hohe Zustimmung dafür, nee, jetzt müssen wir doch nochmal in Verteidigung investieren. Das war ja, jahrzehntelang wurde das belächelt und als super konservative Position zum Teil gebrannt mag und jetzt haben die Sozialdemokraten immerhin und die Grünen mit Hilfe der FDP beschlossen, nein, das muss jetzt dringend sein und auch in der Bevölkerung scheint es dafür hohe Zustimmung zu geben. Kannst du das nachvollziehen? Nein, aber ich weiß auch gar nicht, ob die Zustimmung tatsächlich so bleiben wird. Es gab ja jetzt schon den ersten Protestbrief. Na gut, es gibt natürlich Kritik, aber interessant finde ich schon, dass eine Partei zum Beispiel mit der Tradition der SPD innerhalb, man muss ja wirklich sagen, weniger Tage ein paar Fundamente neu gelegt hat in ihrer Politik. Es wäre natürlich die Frage, ob es tatsächlich so neu ist, weil die Politik zumindest in den letzten fünf Jahren der SPD war ja auch nicht gerade sozialdemokratisch. Es gab sehr viele Abstimmungen, zum Beispiel meine Lieblingsabstimmung gegen die Aufnahme der, ich kriege das nicht so ganz zusammen, aber auf jeden Fall gegen, wo es darum ging, wenn man als Lesbos abgebrannt ist, das Flüchtlingscamp in Lesbos, wo es darum ging, wenn man die Leute jetzt aufnimmt oder nicht, die SPD hat dagegen gestimmt. Zum Beispiel Lauterbach war zum Beispiel nicht anwesend, aber ansonsten haben sie ziemlich geschlossen dagegen abgestimmt. Das ist nicht gerade sozialdemokratische Politik, sondern die haben extrem viel Realpolitik betrieben. Und wenn man sich zum Beispiel traditionell die Berliner SPD anschaut, das sind nicht gerade linke Positionen, die vertreten werden. Was meinst du damit? Also keine linken Positionen? Ist das eher populistisch? Ich meine, schon allein Franziska Giffey, die letzten Aussagen, als es darum ging, dass die ukrainischen Geflüchteten immer zuerst nach der Arbeit fragen, die bekommen, Zitat, die Stimmen aus der ukrainischen Community. Ich meine, das ist einfach eine völlig idiotische Aussage. Erstmal, welche ukrainische Community? Bevor man sowas sagt, ich habe mit der ukrainischen Community gesprochen, wenn du das als Politiker und sowas sagst, dann sag doch wenigstens, mit wem du gesprochen hast. Das ist irgendwie der Mindestanstand. Und sie redet immer über Gefühle und diese Gefühle ersetzt, aber es sind überhaupt keine Fakten und es gibt keine Belege für irgendwas. Und zum Beispiel natürlich jetzt, die Menschen wollen arbeiten, aber zum Beispiel die Menschen, die 2015 gekommen sind, dass sie nicht arbeiten durften, darüber reden wir wiederum nicht. Oder schon allein, es ist darum ging, dass es ein geblich in bestimmten Communities, wie sie sich ausgedrückt hat, eine gewisse Impfskeptiz herrscht. Aber es werden keine Belege geliefert. Wobei da, jetzt muss ich auch mal im Gedächtnis googeln, da gab es erst große Kritik und dann gab es doch eine Umfrage, die das bestätigt hat. Interessanterweise. Also in dem Fall. Und zwar jetzt sozusagen, man kann über die Ursachen natürlich diskutieren. Warum ist das so? Fehlende Kommunikation, fehlendes Wissen. Aber da war es glaube ich so in dem Fall, in diesem einen Fall, wurde sie erst sehr stark kritisiert und dann gab es plötzlich, das erinnere ich mich, nur eine Woche später eine Umfrage, wo es tatsächlich so war, dass man die Unterschiede gesehen hat. Also Impfbereitschaft. Genau, es ist halt trotzdem keine fundierte politische Aussage. Also ich weiß nicht, ich habe es sehr lange bei dir gewählt, aber sie sind für mich mittlerweile unwählbar geworden. Wen hast du gewählt bei der Bundestagswahl? Die Grünen, aber nicht freiwillig. Wie? Moment, wir blieben ja in einer Demokratie, was heißt nicht freiwillig? Nein, das ist einfach, weil die anderen Parteien so viel schlechter waren. Also die Programme waren einfach so viel schlecht. Ich bin eigentlich nicht unbedingt eine grüne Parteifreundin. Was stört dich an den Grünen? Ziemlich viel. Wirklich sehr viel irgendwie schon, allein wie mit vielen Fragen der Migration umgegangen wird. Wenn auch so viel scheinheilig was gemacht wird, aber ich habe sie trotzdem gewählt. Scheinheilig inwiefern? Zum Beispiel jetzt, wo auf einmal doch die Abrüstung kommt. Aufrüstung. Aufrüstung. Genau, jetzt wo auf einmal doch die Aufrüstung kommt in den 100 Milliarden. Ich nenne es mal Aufrüstung. Es ist halt, es ist mir nicht immer das, wofür, glaube ich, die Partei so richtig schnell steht. Aber ja, habe ich sie halt trotzdem gewählt. Aber nicht unbedingt mit Freude. Darf ich einen kurzen Exkurs machen? Ich habe nur eine Sache gefunden, die ist so bizarr und so lustig, dass ich das nochmal, du hast mal irgendwie vor ein paar Jahren darüber geschrieben, dass du versuchst hast, alle Frauen mit deinem Namen zu finden. Das war wirklich so, ne? War das wirklich so? Ja. Kannst du das mal erzählen? Also du hast alle Olga Grasnovas recherchiert, die du finden konntest. Auf Facebook. Ja. Was war, warum? Ich musste halt einen Text schreiben, weil ich dafür bezahlt wurde. Und die haben gesagt, schreib, worüber du willst. Genau. Und über irgendwas muss man schreiben. Ich hatte einfach die Idee, es hat mich auch einfach interessiert. Ja, ich dachte, da wäre jetzt ein tiefer psychotherapeutischer Grund dahinter gewesen. Nein. Ich habe einen Text gebraucht. Und dann habe ich, ich meine, Olga Grasnovas ist ja auch nicht gerade ein. Nicht der Name, der auf jedem dritten Klingelschild steht? Ne, Olga schon. Ich meine, in Russland sind sowieso, also es gibt glaube ich so fünf Namen, die fast immer vorkommen. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass man, wenn man einen Raum betritt, dass mindestens noch eine Person Olga heißt oder Tatjana oder Nadir Stahl. Ich glaube, da hört es auch schon auf. Aber das sind glaube ich so die drei, vier klassischen Namen, die wir fast alle teilen. Also Olga, das gibt es wirklich. Fast alle heißen Olga. Was hast du gelernt, die Olgas, die sich gemeldet haben? Die haben fast alle angesprochen, wir haben erzählt, wir haben nicht, aber der Text ist glaube ich sehr, sehr alt. Ja, ich weiß, das ist uralt, aber ich fand es so eine verrückte Geschichte. Frag mal kurz danach. Aber so viel ist auch gar nicht dahinter. Also keine biografische Selbsterkundung? Nein. Ich war jung und brauchte das Honorar. Und hatte eine Idee, die mir abgenommen wurde. Okay. Stimmt es eigentlich, dass deine Tante überzeugte Puschkistin war? Und dass ihr die in Wiesbaden da mal ein Nachfahren besuchte? Das war wirklich schlimm. Nee, das ist die Ehefrau meines Großonkels und sie ist extreme Puschkinistin. Also sie sah mal irgendwie alle Ausgaben und die wollte unbedingt diese Nachfahren. Ich glaube, das ist die Ur-Uhr-Eklin von Puschkin, die eine Psycho, zum Glück, psychoterapeutische Praxis in Wiesbaden hatte. Und die haben wir dann aufgesucht. und die hat ihr irgendein Buch überreicht. Und ich musste alles dollmetschen, aber zum Glück war die Frau Psychologin. Aber was war so unangenehm? Ich meine, man kann halt nicht irgendeine wildfremde Frau in ihrer Praxis überfahren und irgendeine so ein Buch von ihnen Oh, Großvater, was sie bestimmt eh schon längst hat, übergeben. Irgendwann zu sagen, das ist meine Großnante, die ist jetzt aus Israel gekommen, um ihnen dieses Buch zu übergeben. Das ist halt sehr rührend, aber das ist auch sehr schräg. Wie hat die Frau reagiert? Sehr verständnisvoll. Ich glaube, wir waren bei Wadam nicht die Ersten, die da warten. Naja, man ahnt es, ja. Und was ist das, was diese Verehrung begründet? Warum kommt man angereist um die Nachfahren von Pushkin? Das hat tatsächlich ein sehr guter Schriftsteller. Naja. Wie Naja. Nein, nein, ja, aber das begründet doch nicht, dass ich so sagen wie Ur, 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 Ur. Ich weiß es leider auch nicht. Ich kann es wirklich nicht beantworten. Mir ist es bis heute ein Rätsel. Ich sage ja Rätsel in der Familie. Du sagst zwar, es gibt keine Rätsel in der Familie, es ist alles sehr transparent, aber ich habe doch das Gefühl, dass es immer wieder so Mysterien gibt bei euch. Aber sie war sehr glücklich danach. Das ist ja kein Widerspruch. Ja. Hat sie dann darüber nochmal gesprochen, warum sie glücklich ist? Nein. Wie oft besuchst du deine, also die Familie in Israel? Ich war ziemlich lange nicht mehr dort. Ich glaube, seit sechs Jahren war ich nicht mehr dort. Und wie ist das dann zu sein? Es ist sehr überwältigend. Es ist eine völlig andere Erfahrung, weil ich natürlich sofort unter dieser Kontrolle komme, wo ich mich, glaube ich, auch einfach sehr leicht hinbegebe. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich bin ein Individuum, sondern ich werde irgendwie alle sie Minuten kontrolliert, wo ich denn bin, wann ich komme. was ich mache. Auf der einen Seite ist das wirklich schön, weil man einfach so viele Leute kennt und auf der anderen Seite ist es einfach diese totale Kontrolle. So alle sie Minuten wo bist, wann kommst du? Und ist das schön? Ja und nein. Also es ist mir so schön, aber auch gleichzeitig sehr erschreckend. Wie schnell das gehen kann, dass man plötzlich wieder in so einem kompletten Netzwerk, Familie ist. Was erlebst du, wenn du durch Israel reist? Ich war wirklich schon ziemlich lange nicht mehr dort. Ich dachte die ganze Zeit, ich fahre vor dem Lockdown hin und dann kam der Lockdown, das ging mir alles nicht. Jetzt dachte ich, ich fahre jetzt hin, jetzt kam wieder der Krieg mit der Ukraine. Jetzt müssen wir wieder schauen. Also eigentlich plane ich alle drei Wochen hinzufahren, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, war jetzt auch lange nicht in Israel, aber eine der stärksten Erinnerungen, die ich überhaupt habe in meinem Leben, ist ein Besuch in Jerusalem mit diesen widerstreitenden Leuten, wo alle zwei Meter ändert sich sozusagen die Weltreligion oder der Blick auf dich auch, wenn du da bist. Also da wirst begrüßt, beschimpft und es liegen so zwei Meter dazwischen. Aber das haben wir immer am Familientisch. Ach so. Es hat nur mehr 30 Zentimeter Abstand. Das ist bei euch eh so. Dieses irgendwie zwischen Beschimpfen und Unverständnis und ganz große Liebe. Das ist bei uns einfach ein Abendessen. Verstehe. Du hast mal, das habe ich mir rausgeschrieben, aus dem Talmud zitiert, weil es um Sprache ging und um Kommunikation untereinander, weil du dich ja über diese Vorstellung in Deutschland von der Einsprache Gleichkeit so gewundert hast. Und das Zitat geht so, vier Sprachen sind es wert, dass man sie auf der Welt gebraucht. Griechisch für den Gesang, Latein für den Krieg, Syrisch für die Klage und Hebräisch für die gewöhnliche Rede. Kannst du das nochmal erklären? Nee. Aber es gibt auch noch eine andere Ansicht, das ist glaube ich von Kurban Said, wo der irgendein altes persisches Sprichwort entweder zitiert hat oder sich einfach ausgedacht hat, aber es glaube ich auch darum geht, Bersisch ist die Sprache der Lieber, Arabisch ist, Hocharabisch ist für die Religion und den Rest habe ich vergessen, aber es gibt ja immer, glaube ich, in jeder Weltgegend gibt es eine völlig andere Zuschreibung, Auffassung darüber, welche Sprachen jetzt tatsächlich wichtig sind und das ändern sich mir auch alle fünf Jahre. Und was ist Russisch für dich? Ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich sehr kompliziert. Auf der einen Seite ist mir die Sprache so wichtig, dass ich auch sie mit meinen Kindern spreche. Auf der anderen Seite hat es auch pragmatische Gründe, weil ich glaube, dass es tatsächlich extrem praktisch ist, Russisch zu sprechen. Warum? Weil es so extrem weit verbreitet ist und weil man glaube, wenn man Russisch spricht, viel mehr für mich hören und öffnen sich. Man kann mit vielen Leuten kommunizieren, man kann auch in der Weltgegen kommunizieren, wo Englisch nicht funktioniert, aber auf einmal Russisch. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Extremheit verbreitete Sprache, weil es, glaube ich, sehr gut ist, sie zu beherrschen. Es gibt sehr viel Literatur auf Russisch, die, glaube ich, man auf Russisch viel besser lesen kann als in der Übersetzung. Ja. Was ist Deutsch für dich? Deutsch ist kompliziert. Das Problem mit Deutsch ist, es ist keine Sprache, die ich mir selber ausgesucht habe, sondern das ist eine Sprache, die ich lernen musste. Aber das ist keine, das ist wie eine Zwangsheirat. Das ist halt so keine Liebesgeschichte, die ich mir selbst ausgesucht habe, sondern das hat sich so ergeben. Und das Interessante ist ja trotzdem, dass du eben auf Deutsch schreibst. Ja, und nur auf Deutsch. Genau. Also heißt, du könntest dir auch, also stelle ich mit dir. Nee, könnte ich nicht. Das ist das Problem dabei. Ich kann, also ich kann keine einzige Sprache so gut wie Deutsch. Verdammt. Ja. Ausgerechnet dieses Deutsch. Ja. Und was nervt am Deutschen? Mich nervt gar nichts. Aber im Vergleich zum, ist nicht das Deutsche im Vergleich zum Russischen ein bisschen plump? Nicht unbedingt. Aber das Problem, ich glaube, mein einziges Problem ist, dass ich es mir nicht selbst ausgesucht habe. Okay. Dass es keine freie Entscheidung war, sondern dass ich das lernen musste. Ich glaube, sonst hätte ich es Französisch genommen. Hm. Und ist man eine andere Person, wenn man eine andere Sprache spricht? Irgendwo ja. Geht es euch nicht aufs? Auf jeden Fall. Ich wollte es nur mal gefragt haben. Es ist auch so ein Klischee, aber ich habe mich gefragt, wie das für dich ist. Ich bin auf Russisch definitiv witziger. Kannst du das auf Deutsch mal erklären? Das ist immer das Problem mit Leuten, die von sich selber glauben, dass sie witzig sind. Da fängt es schon an. Vor allem, in der anderen Sprache bin ich viel lustiger übrigens. Da kann man auch, ah ja, das ist bestimmt so. Ja, dann. Ja, aber. Ich sage das auch immer, im Englischen bin ich lustiger. Ich bin im Englischen viel höflicher. Ich bin überhaupt nicht lustig. Ja, zum Beispiel. Ich bin auf Englisch nicht höflich genug. Auf Russisch schon, aber auf Englisch ist es immer so. Also das britische Englisch, ja, wenn man mal ein paar Tage in Großbritannien ist, ist mir zum Beispiel aufgefallen, man wird so zivilisiert und das ist ja letztlich, ist das in der Sprache kodiert. Du kannst gar nicht unhöflich sein. Finde ich zum Beispiel ein interessantes Ding. Aber ich habe zum Beispiel bei diesen englischsprachigen E-Mails, ich hatte jahrelang dieses Problem, die erste, also ich habe es aus dem Deutschen übersetzt, wenn die erste E-Mail Dear Olga ist. Und dann kommt auf einmal Hi. Die ganze Zeit, was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn angetan, dass ich jetzt degradiert werde? Bis mir halt meine Besetzerin, Besetzerin Katie erklärt hat, dass es völlig normal ist. Dann sagte ihr, das ist informell. Aber ich habe mich, ich ist wirklich, es war auch diese Verlagskommunikation, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was habe ich denn angetan, was jetzt mal ist. Die Deutsche. Ach, die Deutsche. Die Deutsche. Also von Liebe bis Hallo. Ja. Ich meine, wenn ich halt irgendwie so auf Deutsch die E-Mails bekomme mit Hallo Olga, dann ist das schon so okay. Aha. Das ist schon sehr distanziert. Degradierend oder distanzierend. Ja, ja. Und auf einmal von Liebe Olga zu Hallo Olga, schon Schritt. Aber ist das Lebensgefühl in einer anderen Sprache ein anderes nur wegen der Sprache? Ich glaube auch, die Möglichkeiten, die eine Sprache bildet. Zum Beispiel bei, im Russischen ist die Grammatik nicht so starr. Sondern ich kann, wenn ich witzig sein möchte, kann ich zum Beispiel die Wortstellung im Satz verändern. Ja. Und dadurch verändert sich der komplette Sinn. Im Russischen? Ja. Oder auch das hat auch die ganzen... Könntest du mal, hast du mal ein kleines Beispiel? Nee, habe ich nie. Überhaupt nicht auf Knopfdruck, aber zum Beispiel auch die ganzen Diminative oder zum Beispiel die Verhältnisse. Also in welchen Verhältnissen man zueinander steht, das ist im Russischen extrem klar. Aha. Ja. Zum Beispiel, es müssen schon, Jahre vergehen, bis man niemanden als Freund im Russischen bezeichnet oder als Freundin. Sondern sagt man immer Bekannte. Und für die Bekannte gibt es auch viele Schattierungen. Aber das ist keine grammatische Topos. Nee, das ist Vokabular. Aber grammatikalisch geht es auch, weil es dann um die Diminative geht. Weil es mehrere Begriffe gibt für das, was wir im Deutschen nur als Freund haben oder Bekannte. Zum einen gibt es das Vokabular, es gibt mehrere Begriffe für Freund und Bekannte mit sehr feinen Abstufungen, aber wie man den Namen dekliniert, also mit dem Vokativ. Genau, das geht auch. Und das kommt noch hinzu. Also im Russischen würde man mich nicht als Olga Krasnuvan sprechen, sondern Olga Legovna, also Name plus Vaters Name. Wenn man sich tut, wenn man sich sehr gut kennt, dann wäre das Olga, also das wäre noch die höfliche Form, dann geht es aber weiter zu den Kusennamen. Und bei den Kusennamen gibt es auch Abstufungen, je nachdem, wie gut man sich kennt. Und das alles ist halt nur in einem Wort, in einem einzigen Wort ist das ganze Verhältnis sehr deutlich spürbar. Ja. Es gibt ja Sprachen, wo sozusagen auch das Verhältnis immer kodiert ist in der Grammatik, was ich total interessant finde. Also im Vietnamesischen zum Beispiel drückst du immer Verwandtschaftsverhältnisse aus, also die große Schwester oder der kleine Bruder hat Leute, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber es gibt, in der Grammatik ist kodiert, wie unser Verhältnis ist. Ja, ob ich die Respektsperson bin oder du die Respektsperson, je nachdem, muss ich dich anders ansprechen und deklinieren und so weiter. Also da ist ja auch schon was kodiert. Also wenn ich in diese Sprache wechseln würde, muss ich mir darüber Gedanken machen, ist jetzt Christoph mein großer Bruder oder bin ich sein großer Bruder? Also sozusagen, wer ist jetzt der Chef? Wer ist der große Onkel? Und so weiter. Das finde ich interessant, aber auch, wie wir allein schon, du sagst über dich selbst und ich finde schon, das stimmt auch ein bisschen, du sprichst sehr schnell. Ich glaube, du hast es so erklärt, das leitet sich ein bisschen aus dem Russischen ab, wo man sehr schnell spricht. Aber das heißt ja auch, man hat sozusagen einen anderen Druck in der Sprache. Also sozusagen, es wird schneller, die Gedanken fliegen schneller. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, das heutige Russische ist auch definitiv schneller als meins. Okay. Also ich bin, glaube ich, vielleicht auch durch das Deutsche, ich bin eigentlich im Russischen sehr langsam. So lang verlangsamt worden. Vor allem bei den russischen Nachrichten erschrecke ich jedes Mal, wie schnell das geht. Wenn du mit den Kindern sprichst oder auf der Schule sprichst mit der aktuellen Generation, ist das nochmal ein anderer Speed? Nee, ich glaube, das ist genauso schnell wie meins, aber das ist deutlich schneller als das Deutsche. Hast du den Fall Anna Delvey eigentlich verfolgt? Okay, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsgeschichte zu sein. Da muss ich nur gerade dran denken. Also Anna Sorokin, in der Sowjetunion oder in Russland zumindest noch geboren, dann als, mit ihren Eltern als junges Mädchen nach Deutschland gekommen, in die deutsche Provinz, die jetzt in Amerika eine Berühmtheit geworden ist durch die Netflix-Serie Inventing Anna. Also das heißt, sie ist als Hochstaplerin im Gefängnis gewesen, sie hat sich einen neuen Nachnamen gegeben und sie hat sich in der New Yorker Society als deutsche Erbin ausgegeben und hat es daraufhin geschafft, so wie viele Startup-Unternehmer das eben tun, indem sie mit ihren Ideen und sie wollte ein Kulturzentrum, so eine Art Privatclub in New York starten, sehr viele Banker davon zu überzeugen, die kurz davor waren, ihr sehr viel Geld zu geben, kann man in dieser Netflix-Serie, die seit ein paar Wochen von sehr vielen Menschen geschaut wird, nachvollziehen. Die Serie selber ist gar nicht so fantastisch, finde ich, aber ist gut. Das Unglaubliche ist eigentlich die Geschichte. Und sie spricht ja, also die Schauspielerin, die sie spielt, aber man hat sie ja mittlerweile jetzt auch in echt gehört, eben mit so einer relativ unverkennbaren Mischung aus einem, ich sage jetzt mal, russisch, deutschen, englisch, amerikanisch. Wie siehst du diese Figur? Ich finde auch die Serie leider nicht so gut wie ihre wirkliche Geschichte. Aber es ist eine fantastische Geschichte. Ich glaube, auch alle haben sich mit dieser Geschichte gerissen. Ja. Ich finde es wirklich schade, dass sie es nicht geschafft hat. Ja. Ich hätte sie wirklich so gegönnt. Ja. Ich finde, das war eigentlich ehrlich, wirklich einfach hart verdient, das Geld. Warum? Einfach die Leute davon zu überzeugen, dass man es wirklich machen kann. Ich meine, es sagt auch ziemlich viel über unsere Gesellschaft aus und auch darüber, welche Geschichten wir eigentlich hören wollen. Absolut. Finde ich auch. Das ist interessant, weil natürlich sie ist, also man muss sagen, sie hat Hotels und betrogen, hat Hotelrechnungen nicht bezahlt und hat und so weiter, alles Mögliche gemacht. Ich glaube eben auch, sie ist eigentlich eine der faszinierenden Geschichten unserer Zeit. Aber ich glaube, es ist auch nochmal, was dazu kommt, ist glaube ich so die Rache der kleinen Frau oder des kleinen Mannes. Ich meine, ich habe selbst, vielen Dank, lang genug in der höheren Gastronomie gearbeitet. Wir wurden von der Zeitarbeitsagentur Was ist eine höhere Gastronomie? Vom Sternhotels. Ah. Wir wurden immer als Aushilfskräfte in Vom Sternhotels vermietet und was ich da am Ende meiner Schicht zusammengepancht habe, wir würden niemals einen offenen Wein im Hotel bestellen. Niemals. Jochen hat gerade eine Flasche weggestellt. Die war aber zu. Sie war zu, ich habe darauf geachtet. Unsere Weine nicht, aber das heißt nie. Nein. Ob gar kein Fall, entweder eine Flasche oder einfach ein Wasser. Aber lieber ein Leidungswasser. So schön, dass wir noch so einen Lifehack am Ende noch hier lernen. Also okay. Und deshalb glaubst du, Ich glaube man gönnt es ihnen. Ich glaube man, es sei so ein gewisses Schadenfreude auch, dass man natürlich die ganzen Unternehmen wein und die Banker, weil man diese ganzen Drecksjobs Jahre lang gemacht hat. Und dann ist es natürlich, ich meine, die Geschichte ist einfach so gut und dass man tatsächlich das Ganze so gut darstellen kann, wenn man durchkommt. Das ist so fantastisch. Und man möchte natürlich immer ein bisschen weitergehen. Das ist leider so, ich hoffe sie wird nicht abgeschoben. Ja, sie ist ja, hat es ja geschafft bisher nicht abgeschoben zu werden, weil sie auf keinen Fall zurück nach Deutschland will. Aber es ist interessant. Ich habe vor kurzem ihre allererste Chefin gesprochen, denn bevor sie nach New York gegangen ist, war sie ja in Berlin. Und wie war es? Als 18-, 19-Jährige, Anfang der 10er Jahre und hat in einer PR-Agentur gearbeitet, die für Modefirmen arbeitet und kam eben als 18-Jährige, 19-Jährige sehr engagierte Praktikantin und sie ist deshalb auch aufgefallen, sie war offenbar sehr gut und sehr pragmatisch und sehr zielorientiert, dass sie bei irgendwelchen Partys, wo sie dann die Eingangskontrolle machen sollte, dann hochtopiert und mit High Heels kam und sehr ordentlich angezogen war. Ja, eine faszinierende Geschichte, finde ich ja. Ich habe in der Vorbereitung einen Podcast gehört, da habe ich ja auch deine Dessert-Leidenschaft mitbekommen. Da hast du dich mit der Gastgeberin darüber unterhalten, dass die Deutschen nicht die saubersten sind. Ah ja, ich erinnere mich. Ja, was ist damit nochmal genau gemeint? Es ist ja sowieso, ich fand es irgendwie sehr lustig, als die Pandemie aufkam, dass man den Leuten erstmal erklären muss, wenn man Hände wäscht, was halt überhaupt Hygiene ist. Es ist ja sowieso so ein ewiges kulturelles Missverständnis, dass man die Schuhe auszieht, wenn man in den Haus kommt. Wie jetzt? Es ist halt, wenn jemand zu mir in den Haus kommt und drauf besteht, die Schuhe anzulassen, ich suche ehrlich gesagt zusammen. Ach so, ja, ja, ne? Aber es gibt viele Menschen, also vor allem Männer, es tut mir leid, aber es hat wirklich so die Schuhe anlassen. Was halt für mich dann heißt, ich meine, ich war auch noch zwei kleine Kinder, das heißt, ich weiß, wenn sie dann weg sind und wenn ich sie nicht davon überzeugen kann, ihre Schuhe auch so ziehen, ich muss halt erstmal alles wischen und staubsaugen. mit Kids kommen die halt nicht rein, die Leute. Ja, manchmal muss man sie doch reinlassen und das ist halt auch der Grad an Höflichkeit, wie deutlich kann man werden. Das ist halt, vor allem die Leute, die drauf bestehen, die Schuhe anlassen, die kennt man noch nicht so gut. Man kann irgendwie so, ja, ich habe irgendwie den Lifehack noch nicht so ganz raus, wenn man sich davon überzeugt, dass sie die Schuhe ausziehen. Ist das noch so ein Ding eigentlich? Ja. Ja. Ja, klar. Mitunter schon. Ja. Auch ein bisschen bestimmten Schichten vor allem. Das sind vor allem so die Leute, die nicht wissen, dass man selber die Böden wischt. Sehr gute Beschreibung. Sehr gute. Ich dachte jetzt gerade, wenn man gerade keine kleinen Kinder hat, die mit der Zunge über den Boden stubbern. Die Leute haben auch oft selbst kleine Kinder, aber die haben halt selbst noch nie die Böden gewischt. Ach so. Das ist deine Interpretation. Ich glaube. Wie kamen wir jetzt drauf? Über den Podcast mit der Sauberkeit. Ach so, warum die Deutschen nicht die Saubersten sind. Naja, das muss man schon nur ehrlich mit den Leuten beibringen, muss man die Hände wäscht. Oder überhaupt, dass man die Hände wäscht. Aber das ist doch eine iOS, so heißt das Betriebssystem des iPhones. Feature. Ich verriere es doch. Nee, Entschuldigung, die Apple Watch hat ein Feature, die trackt, ob ich mir die Hände richtig wasche. Ich nehme an, es ist ein allgemeines Phänomen, dass die Leute nicht wissen, wie man... In Russland geht man sofort Hände waschen. Man betritt, egal welches Haus, man geht sofort Hände waschen, danach kann man sich unterhalten. Vorher wird nicht gesprochen. Man sagt kurz Hallo und dann geht man Hände waschen, danach kann man sich unterhalten. Zieht die Schuhe aus? erst genau, ich wollte es gerade sagen, erst Schuhe ausziehen. Dann Hände waschen, dann können wir reden. Ja, aber es gibt keine, also ich bin jetzt japanisch geprägt, es gibt nicht auf der Toilette eigene Schuhe, nochmal. Doch, klar, da wird es gibt, natürlich. Aber die gibt es halt schon im Flur für die Gäste, die Hausschuhe, klar. Ich habe es nicht, ich bin nicht russisch genug dafür, aber natürlich. Nein, nein, aber klar gibt es Hausschuhe, aber dann gibt es, wenn du in die Toilette gehst, nochmal, ziehst du deine Hausschuhe aus, die Toilettenschuhe an, gehst du nicht. Ah, wow, nee, aber das klingt wie eine super Idee. Auch Russen sind nicht, auch Russen sind nicht wirklich rein. Nein, nein, aber ich glaube, wir können auch viel lernen. Das machen wir dann nach dem Krieg. Was ist das Tolle an Patti Smith? Ich würde schon fast sagen, das Buch von Helene Hegemann, über Patti Smith. Ja, ist das Tolle an Patti Smith. Was schreibt Helene Hegemann da, über Patti Smith? Das ist einfach ein wahnsinnig gutes Buch, wo es eigentlich gar nicht so viel um Patti Smith per se geht, unter der Musik, sondern viel mehr um Helene Hegemann. Aber das Buch ist einfach großartig. Okay, das heißt, meine Frage war falsch gestellt, ich hätte eigentlich fragen müssen, was ist das Tolle an Helene Hegemann? Das ist eine fantastische Schriftstellerin. Also vor allem, Jagge zwei Ziegel ist genial. Und ich finde, es gibt kaum jemanden, der Geschichten, oder die Geschichten so erzählen kann, wie Helene Hegemann, der aufbaut super, die Figuren sind ganz klar. Und das ist immer so extrem überraschend. Das ist auch zum Beispiel ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass man eben keine Migrationsgeschichte braucht, um großartige Geschichten zu erzählen. Ja, aus dem Ruhrpott. Ja. Welche anderen Autorinnen genießen Respekt? Sascha Stanisic. Vor allem ehrlich gesagt, Panda Band. Hätte ich jetzt geraten. Das war der Kinderbuch. Wegen des Kinderbuches. Also nicht nur wegen des Kinderbuchs, das wäre eine Gotteslästerung. Aber das ist schon auch sehr toll. Das Panda Band ist super. Also Panda Band ist wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Und dann natürlich Nino Ratashvili und Sascha Filippenko. Wenn möglich auf Russisch. Und natürlich Dostoi. Darf man auch auf Deutsch? Muss ja, ne? Wenn es nicht anders geht. Und dann natürlich Dostoi. Warum? Weil ich glaube, ganz viel einfach wirklich schon bei ihm angelegt ist. Was wir über moderne Literatur meinen zu wissen, kommen glaube ich von ihm. Ich glaube, weil die Bücher tatsächlich, je öfter man sie liest, desto öfter bekommt man neue Anblicke. Zum Beispiel? Ich habe, glaube ich, Anna Karine viermal gelesen. Ich war jedes Mal ein völlig anderes Buch. Also wirklich in jeder Phase habe ich irgendwas völlig anderes gelesen und daraus gefunden. Wie war es beim ersten Mal? Warst du da Teenager? 15. Völlig anders als mit 35. Und wie war das mit 15? Ich weiß es nicht mehr so ganz. Ich fand es mit mir so ein fantastisches Buch. Aber da konnte ich natürlich viele Sachen überhaupt nicht nachvollziehen. Also zum Beispiel mit 35 fand ich das viel einfacher, den Ehemann auf einmal von ihr nachzuvollziehen. Mit 35 war ich irgendwie so, dass ich alle Figuren verstanden habe. Diese Ausweglosigkeit. Mit 15 war es ziemlich einfach, Partei zu beziehen. Mit 35 war es wieder vorbei. Das ist halt noch drei Jahre, dann lese ich es wieder. Ist das wirklich so, also dass du es alle zehn Jahre liest? Ich glaube alle sieben sogar. Soll man das machen mit Büchern? Eigentlich nicht. Ich finde es oft, ich lese eigentlich nie Bücher wieder. Bei einer Galerie, da war ich das oft unterrichte. Und weil es wirklich so ist, mein Problem ist auch oft, dass ich ziemlich viele Sachen vergesse, wenn ich das Buch lese. So kam ich auch auf Patty Smith, weil ich glaube Patty Smith hast du auch unterrichtet. Nee, ich glaube nicht. Nee, oder wolltest du es und hast dann gemerkt, dass du es selber nicht, ich habe es nur nachgelesen, dass du es selber gar nicht mehr wusstest, was da drin stand? Ich weiß es nicht mehr. Ja, naja. Was so geschrieben wird halt, ja. Bestimmt. Aber ich habe keine Ahnung mehr. Deine eigenen Bücher, liest du die manchmal auch nochmal? Nie wieder. Nein. Also nachdem die Lesungen abgeschlossen sind, dann? Bei den Lesungen lese ich auch nur Ausschnitte. Klar. Also, aber ich habe, glaube ich, nach der Veröffentlichung noch nie ein ganzes Buch wieder von mir gelesen. Warum nicht? Ich habe Angst davor. Warum? Ich möchte es gar nicht wissen, was da drin steht. Ich möchte auch gar nicht meine eigenen Fehler sehen. Ich meine, das Problem ist, das Buch ist ja eh abgeschlossen. Ich kann halt nicht so viel ändern. Nur in der Tasche. Außer in der Tasche. Ja, aber wenn es so ganz nicht schon gelaufen ist. Es gibt ein Video oder so ein Fernsehbeitrag. Man muss ja als Autorin ganz viel so Fernsehen und Sachen. Und es gibt ein Ding da, wird dein neues Buch reingetragen in so einer Kiste. Oh Gott, ja. Und dann wird es ausgeparkt und du sagst so, oh, das neue Buch. Oder was man eben so macht für die Kamera. Und dann sagst du, es ist wie eine Grabplatte. Ich kann nichts mehr ändern. Aber es lastet, also sinngemäß, es lastet wie eine Grabplatte auf mir. Das ist ja genauso. Ich sage, irgendwann muss man es abgeben. Weil man ja das letzte Drittel des Vorschusses kommt ja erst, wenn man das gedruckt hat. Ach so. Das heißt, man hat auch ein bisschen Druck. Ja, sonst würde man ja nie fertig werden. Aber das ist ja auch vom Verlag einfach ziemlich klug eingefädelt. Aber es gibt irgendwie so Geld bei Vertragsabschluss, bei der Monatskriptabgabe und wenn es dann rauskommt. Eine Million Fragen. Die erste ist, wie lebt man als Autorin? Wovon lebt man, meinst du? Das meinte ich. Ja. Also ich wollte nicht das wilde Leben der Autorin, Entschuldigung, ich habe das völlig falsch. Ich habe ein extrem konservatives Leben. Ich meinte nicht, wie wild lebt es sich in der Sonnenallee als Autorin, sondern wovon lebt man als Autorin? Also kannst du mal, was wir vorhin schon kurz andiskutiert hatten, man kann nicht, wahrscheinlich nicht nur von Bestseller zu Bestseller sich hangeln, weil selbst die Bestseller werfen ja gar nicht so viel ab, dass man damit riesen Familien ernährt. Das ist überhaupt nicht, also gar nicht so viel. Veranstaltungen tatsächlich. Ich habe noch eine Radiokolumne beim EBB. Ich weiß nicht, beim Inforadio. Aber die Woche. Und dann kommen, manchmal kommen Nebenrechte dazu. Oder ist eigentlich gar nicht so viel, wenn es zum Beispiel im Theater gespielt wird. Was war das Wort? Nebenrechte. Nebenrechte. Wenn es zum Beispiel Adoptionen gibt im Theater oder wenn es… Was du ja immer machst. Ja. Also ich mache es ja nicht selber, sondern wenn es halt, wenn es gemacht wird. Oder zum Beispiel, wenn ein Buch verfilmt wird. Ist auch gar nicht so übel. Was ist eigentlich mit diesem Film? Der kommt jetzt. Ich wollte gerade sagen. Genau, die Dreharbeiten haben stattgefunden, aber der Film ist noch nicht raus. Wo ist der Film? Im Sommer. Im Sommer kommt er wohl. Hast du ihn schon gesehen? Ja. In welchem Sommer? Ich darf, glaube ich, noch nicht drüber reden, weil es noch keine Premiere gab. Aha. Aber darfst du sagen, wie du… Aber war super, kannst du… War toll oder nicht so gut. Aha. So schlecht? Nee, überhaupt nicht. Aber es ist halt sehr anders, ne? Ach so. Interessant. Ja, wir hatten mal Sven Regner zu Gast bei uns im Podcast und der hat über Verfilmungen seiner Bücher sehr unterschiedlich gesprochen. Unterschiedlich? Das ist das richtige Wort. Der war von einer Verfilmung sehr begeistert und von der anderen nicht so. Es war hier auch mal wahrscheinlich der Best… Also, wie soll ich es jetzt sagen? Der bestverdienende Bestsellerautor, den wir je im Studio hatten, war Marc-Uwe. Kling? Kling, ja. Und der hat ja auch ein anderes Genre. Känguru. Der hat ein Bekanter von mir gespielt. Das war ganz tragisch. Weil der Film nur eine Woche im Kino war, ne? Ja, ja, ja. Genau, der war so kurz davor Superstar zu werden. Aber ich weiß… Interviews bei Gala, Dimitri Schad. Ja. Und dann kam der Lockdown. Ja. Das ist so die traurigste Geschichte. Überholung. Deswegen würdigen wir ihn wenigstens jetzt hier in diesem Moment in diesem Podcast. Ich wollte… Ich hoffe, das ist öffentlich. Ich glaube schon, weil Marc-Uwe ist ja jetzt auch Autor bei uns mittlerweile. Super. Ah, genau. Mit den Comics, ne? Wir haben die Känguru-Comics, die werden ja von ihm geschrieben und von Bernd gezeichnet. Da habe ich mitbekommen, wir haben mal so Autoren-Calls. Er schnitt irgendwann in irgendeinem Lockdown die nächste Känguru-Version und hat das jetzt selber in die Hand genommen. Ja, also wird voller Bewunderung, dass er als Autor jetzt auch, glaube ich, selber Regie führt, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls war er ständig im Schnitt. Und das fand ich relativ faszinierend, also so eine Grenze zu überspringen und zu sagen, ich nehme meinen Stoff selbst und mache jetzt einen Film. Könntest du dir sowas vorstellen? Ich habe überhaupt keine Begabung für Regie. Also ich weiß, das sei mir ziemlich sicher. Ich bin, ich dachte, ich hatte mal eine Phase während des Studiums, wo ich auch dachte, ich könnte Regisseurin werden. Das war durchaus mein Ehrgeiz. Aber ich bin schon bei der Ereignungsprüfung für, Gott, was war das denn? Sie hatte Pädagogik rausgeflogen. Du bist echt ganz schön viel durch, also Klavier, Ballett. Ja, ich bin überall, das zieht sich so durch das Leben. Heißt das Inselbegabung? Also wenn man so schreibt richtig gute Romane, aber tanzen kann sie nicht. Null. Und Theaterpädagogik? Null. Also ich könnte nichts nachspielen. Nicht jeder Filmregisseur, der große Kinofilme gedreht hat, wäre in Theaterpädagogik durchgekommen. Aber man muss es wenigstens den Schauspielerinnen in der Lage sein, zu erklären, was man von ihnen will und das halbwegs nachzuspielen. Aber du unterrichtest doch auch. Aber schreiben. Nicht Theater. Ich weiß es irgendwie auch dadurch, dass mein Mann mein Mann macht auch ziemlich viel Regie und das ist einfach eine völlig andere Art zu denken, die ich nicht habe. Ich gehe halt immer vom Text aus. Das heißt auch, wenn ich bei einer Probe im Theater sitze, ich möchte natürlich immer, dass mein Text so nicht grundsätzlich aufgesagt wird. Moment mal hier, da fehlt es aber was. Sag mal das Kummer auf und dann drehen wir weiter. Genau. Ich bin halt ich, also ich sitze einfach so da und nie. Kannst du bitte einen Satz so sagen, wie der geschrieben ist? Merktreu. Drill. Und dann reden wir, er ist es halt, und dann reden wir halt über die Inszenierung. Aber worauf ich halt wirklich fixiert bin, dass mein Text so aufgesagt wird, wie ich das geschrieben habe. Für die Hölle. Also für das Theater. Für alle. Deswegen darfst du weder Regie führen, noch das Drehbuch schreiben. Entschuldigung, wie heißt das, das Drehbuch? Sagt man? Ich habe eine Adoption selbst gemacht, aber das war halt für die Regisseur, im Berlin-Ensemble, aber ich glaube, für die Regisseurin war das unangenehm. Weil ich natürlich immer darauf geachtet habe, dass es genau so gesagt wird, wie ich das geschrieben habe. Haben sie dann auch gemacht? Also sie waren wirklich so zauberhaft im Berlin-Ensemble. War dann nicht so lustig. Aber sie haben es halt gemacht. Ja. Und sie haben sich nie bei mir beschwert. Wir kamen aber eigentlich von den Nebenrechten. Also ich wollte da jetzt nicht, das heißt, man schreibt ein Buch, da verdient man, dann kriegt man einen Vorschuss, ein Drittel sofort. Ein Drittel. Bei der Abgabe. Kannst du kurz. Und ein Drittel, wenn es auf dem Bach geht. Genau. Können wir einmal kurz für die Nicht-Schriftstellerinnen und Schriftsteller unter den Zuhörern, einmal erklären, was ein Vorschuss ist? Ein Vorschuss ist das Geld, was der Verlag meint, dass er mit dem Buch verdienen könnte. Und das ist praktisch der Marktwerk eines oder einer Autorin, der dann in Gelder besetzt wird. Und das heißt, das ist ja toll, das heißt, du bietest einen Stoff an, es gibt einen Pitch, es gibt einen... Beim Debüt ist es so, dass der Roman schon da ist und geht man eigentlich den ganzen Roman an. Bei Nachfolgewerken ist es immer so, dass man fast immer eigentlich nur ein Exposé hat und dann vielleicht ein bisschen Text, aber meistens einfach nur ein Exposé. Ein Kapitel vielleicht. Genau. So, und dieser Vorschuss, verraten wir jetzt ein Geheimnis der Literaturbranche, wird glaube ich zu 99 Prozent nie eingespielt. Hoffentlich, das bedrückt mich gerade. Das glaube ich nicht. Also bei nicht 99 Prozent der Summe... Das glaube ich nicht. Dann wären alle Verlage bankrott, oder? Nee, weil natürlich... Ich meine jetzt nicht mehr Summe... Die Verlage kriegen ja 90 Prozent, ne? Wir kriegen ja nur 10 Prozent vom Umsatz. Ja, ja, deswegen eingespielt... Das ist jetzt keine echte Summe. Ich meine jetzt sozusagen, in Wahrheit werden die meisten... Nee, doch das trifft es ganz gut. Aber ich glaube, die meisten Vorschüsse werden nie eingespielt. Hoffentlich, das bedrückt mich gerade sehr. Die meisten Vorschüsse werden nie... Also du kriegst nie mehr als den Vorschuss. Das meinst du. Aber ich glaube, der Verlag ist gar nicht so am Bettelstab, wie man öfter mal von denen erzählt bekommt, sondern das Geschäftsmodell funktioniert schon besser als bei 99,9, glaube ich. Ja, ja, klar. Aber ich meine jetzt sozusagen nur dieser Vorschuss... Der Autor sieht nie wieder... Im Grunde genommen ist das, was du siehst als Autorin, in sehr vielen Fällen, ist der Vorschuss... Darüber hinaus geht es... Ich glaube, das sind 70 Prozent, wo der nicht eingespielt ist. Also manchmal spielt man doch wieder ein, aber es kann dauern. Aber das Ding ist, die Autoren kriegen vom Verkauf 10 Prozent. 90 Prozent bleiben beim Verlag und werden dann weiter... Also das heißt, es ist vertraglich geregelt. Wir müssen erst einen Vorschuss einspielen, bis wir wieder Geld sehen. Aus dem Verkauf. Wie oft passiert das? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, so das bestgehütete Geheimnis der Branche. Ich habe keine Ahnung. Also wie oft Autoren ihren Vorschuss plus X bekommen. Und man müsse tatsächlich die Agenturen fragen. Ich weiß noch, bei den Obamas ging... Das weiß ich jetzt zufällig. Fällt mir gerade ein. Größter Vorschuss des Planeten oder so war, glaube ich, unter anderem für das Buch der... Also für Barracks Buch. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, welches Buch mehr Vorschuss gekriegt hat. Ich glaube, IAS hat mehr Vorschuss. Und die haben das relativ schnell eingespielt. Was dann mit großem Interesse verfolgt wurde. Aber ist das immer so? Also ich kann jetzt sozusagen, ich rufe bei Surkammer und sage, hallo, ich habe also folgende Planung. Ich schreibe hier einen Roman. Er ist sehr lustig. Ich hätte jetzt gerne den Vorschuss. Ich glaube, ehrlich gesagt, Sie würden nicht mal ins Telefon rangehen. Nein. Jetzt bin ich sicher, nein. Aber es geht meistens bei der Agentur. Also man ruft bei der Agentur an und sagt, ich habe diesen sehr lustigen Roman. Ich möchte eigentlich zu Surkamp. Hallo. Ich würde gerne zu Surkamp. Können Sie bitte den Vorschuss klären? Ja, manchmal muss man nochmal zwischendurch den Roman hinschicken. Den Roman? Genau. Den kompletten Roman? Ja. Erstmal 50 Seiten, dann vielleicht den kompletten Roman. Und genau, die Agentur verschickt es dann in den Verlager. Und das Gute an der Agentur ist, dass man halt nicht so wirklich sehr viele Erniedrigungen bleiben einem erspart, wenn man eine Agentur hat. Weil natürlich so die negativen Seiten nicht unbedingt in alle Ausführlichkeiten berichtet werden. Das ist doch unverkäuflich. Genau, es ist unverkäuflich, das ist Schrott, das ist Blödsinn. Das heißt dann einfach, na, ich glaube, die sind nicht so interessiert. Und die Agentur ist eine Literaturagentur. Es gibt so ein paar führende Literaturagenturen in Deutschland. In Amerika gibt es der berühmte Wiley. Genau, Andrew Wiley hat den Spitzenamt Der Schakal. Und die bieten dann eben dein Manuskript verschiedenen Verlagen an und bekommen dann auch nochmal eine bestimmte Prozentszahl. 15 Prozent. So funktioniert das Literaturgeschäft. Genau. Und wenn ich jetzt gerade ein Manuskript zu Hause geschrieben habe oder eine Idee habe, wie komme ich da überhaupt rein in diese Literaturwelt? Entweder man, das Ding ist, die meisten haben studiert, also die meisten haben literatisches Schreiben studiert, entweder in Hildesheim, in Leipzig. Die meisten haben kreatives Schreiben studiert? Ja. Ich glaube mittlerweile schon. Also ich zum Beispiel der Diplomphysiker bin, bin schon mal raus. Oh nein. Aber wie ist das passiert? Von der Physik in den Journalismus? Ja, ich weiß auch nicht, dass es fürchterlich ist. Jeden Tag frage ich mich, warum bin ich nicht an meinem Beschleuniger und drücke Tasten? Joach. Ich sitze jetzt hier und mache diesen Podcast. Das ist so schön. Ich könnte doch am CERN jetzt. Das ist schon schwierig drauf. Also man geht nach Hildesheim oder wenn... Was ist besser, Hildesheim oder Leipzig? Ich würde immer Leipzig sagen. Okay, das war jetzt kein A-B-Spiel. Du kannst ausführlich antworten. Warum? Ich habe selbst in Leipzig studiert. Ja, na ja, schon. Und jetzt mal ohne, also wenn man jetzt, nee, mir fehlen jetzt die Metaphern, aber jetzt mal unabhängig davon betrachtet. Ich glaube, das ist einfach wirklich ein wahnsinnig gutes Studium in Leipzig. Aber ich würde auch mittlerweile Biel empfehlen und Wien. Ja, Juli C. war in Leipzig. Ja. Habe ich das nicht richtig geschmeichert? Ja. War auch mal hier, deswegen frage ich. Jana Hänsel auch. War auch in Leipzig? Ja. Stimmt. Ja, Jo Ländler auch. Gibt es eine ganze... Aus Hildesheim haben wir niemanden im Podcast. Noch nicht. Aber Hanna Schraven hat auch in Hildesheim. Die berühmte, alles gesagt, Rechercheurin, Lyrikerin, Stimmt. Reinhildesheim. Ist jetzt nicht wichtig. Also sozusagen, du wirst sie nicht getroffen haben, aber fällt mir gerade ein. Grüße. Also man sollte in Leipzig, eher nach Leipzig versuchen zu gehen. Ich mochte einfach das Studium in Leipzig sehr und ich glaube, das ist ziemlich gut. Noch immer. Warum mochtest du es? Also es ist sehr frei. Seitdem wir hatten wirklich ein freies Kunststudium. Also es gibt bestimmte Seminare, die man machen muss, aber es gibt auch immer eine große Auswahl an Professorinnen. Also wenn man mit dem einen nicht klarkommt, kann man immer wechseln. Und man muss das halt nicht durchziehen. Und zumindest damals, aber es ist echt eine Ewigkeit her bei mir, dass ich studiert habe, man kann sich sehr gut aussuchen, was man jetzt machen möchte, was man überlegen möchte. Das ist sehr frei. Aber es ist trotzdem fundiert. Meistens. Es kann natürlich so oder so laufen im Seminar. Aber damals war es echt eine ganz gute Ausbildung. Also kann man schreiben lernen, ist eine Frage, die wir hier schon öfter diskutiert haben. Gute Frage. Ich glaube schon. Ist es aber nicht auch ein Talentberuf? Aber es ist alles ein Talent. Also es ist ja alles ein gewisses Talent. Es ist ja auch, zum Beispiel kann man überhaupt Klavier spielen lernen. Ich wollte es gerade sagen. Anscheinend schon, ne? Aber man muss trotzdem ein gewisses Talent mitbringen. Deine Mutter hat gesagt, du könntest es zwar schon, aber du würdest nie. Meine Mutter meinte, wenn du vier Stunden täglich übst, dann kannst du unteres Mittelmaß werden. Das stimmt. Sehr motivierender Satz. Na gut. Es ist halt aber wirklich die Frage, ob man sich das antut. Genau. Es hat ein qualifendes Leben erspart. Ja. Das ist halt auch bei Ballett. Also ich könnte niemals eine Position perfekt ausführen, egal wie oft ich übe. Aber das ist, glaube ich, auch das gehört irgendwie dazu, sich irgendwann mal einzugestehen. Naja gut, vielleicht reicht das allein doch nicht. Wie haben eigentlich deine Eltern am Anfang reagiert, als ihnen klar wurde, dass du jetzt schreibst? Gar nicht. Wie gar nicht? Es ist jetzt nichts, was man wirklich den Leuten jetzt sieht. Ich schreibe jetzt einen Roman, aber als ich dann in Leipzig aufgenommen wurde, ich glaube, es hat ihnen doch gefallen, weil es einfach dieser Konkurrenz so groß war. Es war einfach ziemlich schwer, da aufgenommen zu werden. Und als ich durch diesen Wettbewerb gekommen bin, das hat ihnen, glaube ich, imponiert. Und dann war das eher einfach ein Risiko. Einfach ein Risiko, was ich eingegangen bin. Sondern wieder klappt das jetzt oder ich muss mir was anderes suchen. Aber da Physikler nicht in Frage kam, Medizin auch nicht, Mathe nicht, Medizimantik nicht, blieb halt einfach nicht so viel übrig. Du hast mal gesagt, Kunst lehrt uns nichts und doch macht sie uns alles begreifbar. Das ist aber ein großer Satz. Fand ich auch. Inwiefern? Ja, wenn ich das wüsste. Aber der klingt, das ist doch an sich, der ist doch in sich geschlossen, der Satz, oder? Aber ist es deine Lebenserfahrung? Es gibt ja immer wieder diesen Anspruch, dass die Kunst oder Literatur uns halt irgendwas beibringen soll und uns was lernen soll. Aber ich glaube, so ist es halt einfach nicht. Man kann irgendwie ein gutes Buch genießen und dann fünf Stunden später trotzdem in den Krieg ziehen und dass sich halt irgendwas verändert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Putin keine Bücher braucht, sondern dass er genug in seinem Leben gelesen hat. Und auch qualitativ hochwertige Romane. Das hat trotzdem nicht geholfen. Genau. Und ich glaube, das bringt bei uns eigentlich ein nichts. Aber trotzdem ist es halt natürlich eine Erfahrung, die man nicht missen möchte. Und kann Literatur das Leben verändern? Nein. Warum nicht? Das glaube ich nicht. Weil es halt doch nicht reicht. Aber kann es nicht mein eigenes Leben verändern? Ich glaube, es kann das eigene Leben beeinflussen, aber nicht verändern. Ich glaube, der Einfluss ist dann doch nicht so groß. Es kann natürlich Welten öffnen. Aber ich glaube, so eine große Macht hat es dann letztendlich doch nicht. Aber es gab doch immer wieder Werke, die ganze Generationen in irgendwelche Richtungen getrieben haben, oder? Also alle, die den Fänger im Roggen gelesen haben. Der junge Wärter. Der junge Wärter mit den Selbstmorden. Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber Catch and Rise vielleicht ein bisschen näher, das hat wahnsinnig viele Leute. Also es gibt eine Million Berichte darüber, wie das Leben wirklich massiv verändert hat, den Lebenslauf verändert hat. Aber ich glaube, es ist nicht nur das Buch an sich, sondern das ist natürlich auch, wenn die Leute anfangen, darüber zu reden und zu erzählen, wie es, also ich glaube, es ist auch diese gewisse soziale Umwälzung, die dahinter stecken und der soziale Druck. Ich glaube, das ist nicht nur das Leseerlebnis an sich, sondern eigentlich nochmal, wenn man sich darüber austauscht und sich da reinsteigert. Ja gut, aber das ist ein Text, der war vorher nicht da, es gab diese Lücke nicht, dann ist der Text da und es passiert etwas mit ganz vielen Menschen. Ich würde es sehr gerne glauben, aber ich meine, das wäre natürlich meine Wunschvorstellung, dass Literatur tatsächlich irgendwas verändern kann oder Kunst, aber ich bin mir nicht so sicher. Muss man das nicht als Schriftstellerin, muss man das nicht irgendwie auf so eine vielleicht naive Art und Weise doch irgendwie glauben. Also sozusagen, wenn ich mich jetzt hinsetze und ich meine, und du schreibst deinen nächsten Roman, braucht man dafür nicht irgendwie so eine gewisse Art von gesunden Größenwahn, dass man denkt, wenn ich jetzt diesen Roman geschrieben habe und diese Geschichte erzählt habe, das verändert irgendwie die Wirklichkeit und zwar jetzt nicht im politischen oder gesellschaftlichen Sinne, aber die Welt wäre eine andere ohne dieses Buch. Vielleicht nicht die Welt, aber ich glaube, man braucht das für sich selber und irgendwas, ich muss schreiben, obwohl ich das überhaupt nicht verstehe, weshalb, aber ich muss schreiben, damit ich überhaupt irgendwas verstehen kann. Also für mich die einzige Möglichkeit, systematisch nachzudenken, ist, wenn ich anfange, Sachen aufzuschreiben. Ja, ich finde es eben auch, also das ist das, was mich am Schreiben auch interessiert, finde ich oft beim, während des Schreibens, man erst den Gedanken klar formulieren kann. Und vielleicht sogar am Ende. Ja. Weil es sind einfach so viele Sachen, also ich, wenn ich einfach nur anfange zu reden, ich komme nicht unbedingt auf den Punkt. Beim Schreiben denke ich immer schon, es kann irgendwie dauern, es kann Wochen dauern, bis ich tatsächlich rausgefunden habe, was mich interessiert hat oder wieso ich überhaupt angefangen habe zu schreiben, aber dann, im besten Fall kommt der Punkt. Wenn du, wenn du schreibst, also sag mal, du schreibst einen Roman, wie viel schreibst du da, in welchem Takt? Es kommt immer darauf an, wie nah ich an der Abgabe, an der Abgabe bin. Also es ist halt wirklich so, am Anfang so gar nicht. So wochenlang, monatelang gar nicht. Und je weiter, je näher die Abgabe rückt, rückt es zu mir. Ist es manchmal auch, dass es rückwärts geht? Ich schreibe nicht systematisch. Also ich schreibe nicht linear, von vorne bis hinten, sondern oft, ich glaube, bis in den ersten 200 oder 150 Seiten, das ist extrem chaotisch. Da weiß ich eigentlich überhaupt nicht, was ich mache, wie die Geschichte sich entwickelt. Unsortiert ist noch ein sehr netter Ausdruck dafür. Es hat einfach irgendeine Textmasse. Aber wenn eine bestimmte Textmasse da ist, dann wird es einfacher, weil ich dann ungefähr weiß, wie die Figuren sich gegenseitig beeinflussen, was eigentlich überhaupt passiert, wo das spielt oder vielleicht worauf ich hinaus möchte. Dann irgendwann mal ergibt sich das. Ja. Ich frage noch, weil ich vor kurzem T.C. Boyle interviewt habe und der hat mir eben erzählt, der amerikanische Schriftsteller, dass er jeden Tag relativ diszipliniert, wenn er an einer Geschichte schreibt, irgendwie so eine Seite ungefähr schafft im Schnitt. Aber manchmal eben geht es auch ins Minus, wenn er nämlich am nächsten Tag das liest, was er am Tag vorher geschrieben hat und dann wieder löscht und dann plötzlich wieder zwei, drei Seiten wieder kürzt. Ja, ich habe gerade fast ein ganzes Buch gelöscht. Ich muss gerade sagen, ich kenne Autoren seit kurzem, die ganze Bücher formatieren. Ich bin gerade von einem Essay zu einem Roman gewechselt. Also ich habe gerade von einem Essay zu einem Roman gewechselt. Na gut, ein Essay löschen ist ja okay. Roman löschen ist schon. Nee, ich dachte wirklich, das wird ein Essay. Man löscht das dann wirklich. Man schiebt es nicht in so einen Ordner, so Archiv. Nee, ich habe es noch irgendwo in einem Ordner, aber ich will es halt nie wieder finden. Weil das muss doch alles nach Marbach. Wie Maxim Biller sagen würde. Er packt ja Kisten für Marbach, ich weiß nicht. Wurde er schon aufgekauft? Hä? Mhm. Ich glaube, er hat, ja, ja. Ja, ich nicht. Ich bin in einer Dreizimmerwohnung. Ich schmeiße das alles weg. Das wird... Das steht... Wahrscheinlich stehen die Archivare von Marbach in der Sonnenallee an der Mülltonne. Da findet man so einige Archive. Olga wieder irgendeine Kiste rausdrückt. Aber es ist nicht nur mein Archiv, sondern da gibt es so ganz viele Archive, die da in der Sonnenallee in der Papiertonne landen. Aber ist das eine interessante Frage? Es gibt doch zum Beispiel bei Günter Grass diese Geschichte, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber der doch auch schon mit Anfang 20, also auch bevor er berühmt wurde, ist ja früh berühmt worden, aber schon angefangen hat, alle möglichen Dinge von sich zu sammeln, immer im vollen Bewusstsein, dass das alles mal wichtig werden wird. Ich hatte auch einen Kommiliton, der hat das nochmal im Studium in Leipzig gesagt, naja, die Notizbücher hebe ich auf, die werden ja mal wichtig. Ich habe so, okay. Das war auch die Frage, ob man in der Sonnenallee noch diese ganz teuren Notizbücher von Morris Kinn kauft oder nicht. Ah ja, genau. Das sollte man tun, sollte man tun. Das wird ja wichtig. Und hat Daniel Kehlmann recht behalten? Es war ja leider nicht deine Kehlmann. Sonst hat er definitiv recht behalten, aber ich glaube nicht. Wie ist es eigentlich mit diesen, mit den Kommilitonen? Also man ist ja da in einem Studiengang und alle gehen ja wahrscheinlich davon aus, dass sie natürlich es schaffen werden, aber natürlich ist es nicht so. Hast du denn Kontakt noch zu anderen? Sind andere auch hauptberuflich Schriftstellerin geworden? Na, wer ist denn von eurem Jahrgang? Oh Gott, ich weiß es nicht. Das ist, er bitte sagt, Jahrgangsbeste. Nee, definitiv nicht Jahrgangsbeste. Ich kann mich nicht an die anderen erinnern. Damit haben wir das geklärt. Aber bei uns war das nicht immer nur mit dem Jahrgang, sondern es waren ja mehrere Jahrgänge zusammen. So ist das Danisch, definitiv. Ah ja, war auch da, zu dem Zeitpunkt ungefähr. Wir haben es knapp verpasst, aber ich glaube, wenn es eine Jahrgangsbeste gibt, dann definitiv eher. Eindeutig. Ich glaube, das war genau ein, das, glaube ich, in dem hier aufgehört, an dem ich aufgenommen wurde. Wie gehst du eigentlich mit Kritik um? Also mit Literaturkritik? Gute Frage. Ich glaube, es gibt wirklich manche, die definitiv berechtigt ist. Also bei manchen Rezensionen dachte ich, oh Gott, hätte ich das einfach vor der Veröffentlichung gewusst. Zum Beispiel, also… Es gab ja eine in der FZ, wo es einfach, wo der Rezensionen völlig recht hatte. Da habe ich jetzt einfach gewünscht, ich jetzt vor der Veröffentlichung gewusst. Was hat er geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Aber das war einfach so einleuchtend. Zu welchem Buch? Zu dem letzten Roman. Ich dachte so, Mist, stimmt. Aber hätte man mir das einfach vorher gesagt, ich hätte jetzt einfach alles geändert. Jetzt darauf geachtet. Genau. Manchmal ist es wirklich so, dass es einfach Fehler sind. Oder wo einfach die Literaturkritiker, der oder die Kritikerin völlig recht hat, und es war einfach Fehler. Und oft sind es noch nicht mal die Literaturkritikerinnen, denen das auffällt, sondern die Übersetzerinnen ganz oft. Ich hatte zum Beispiel eine Szene, wo auf einmal da drei Figuren waren im Auto, und eine Seite später sind es nur noch zwei. Dumm gelaufen. So was fällt denen auf, ja? Ja. Aber das spricht ja sehr für die Literaturkritik. Nee, es ist die Übersetzerin aufgefallen. In dem Übersetzer aufgefallen? Genau. Ich meine, das Buch war schon in der 10. Auflage, bis es dann ins Französische übersetzt wurde, dann ist es aufgefallen. Ist es denn mittlerweile auch in der deutschen Ausgabe wieder, also sind es auch wieder drei? Hoffentlich ja. Also zwei. Zwei, ja. Genau, aber es ist einfach so, keine Ahnung, mir ist es einfach passiert. Und manchmal sind es irgendwie so eine Kritik, wo ich denke, so ja, kann man auch so sehen, aber ich sehe es halt nicht so. Ja. Und ich mache das irgendwie mittlerweile schon seit 10 Jahren. Und das ist mir auch das Gute an dem Studium in Leipzig. Man lernt irgendwann mal zu unterscheiden, was ist halt persönliche Kritik und was ist sachliche Kritik. Also wo haben die Leute einfach recht und wo ist es vielleicht einfach eine Geschmacksfrage und wo ist es definitiv so, dass man einfach nicht zusammenkommt. Also mit anderen Worten, du liest sie? Eigentlich nicht, aber das Problem ist vor allem bei schlechter Kritik, man wird ja immer angerufen. Achso. Es ist eine Egalwirkung. Mehr ruft da an. Alle. Also wirklich, dass es bald irgendwie so ein Verriss kommt. Hast du schon gelesen? Genau, ich finde es ja nicht, aber. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid für dich. Und wenn so 30 Nachrichten auf einmal über WhatsApp kommen, dann bin ich ganz sicher, ich muss es vielleicht doch mal lesen. Also eigentlich schwöre ich mir, dass ich das nicht lesen werde und auf keinen Fall. Aber nach der 30. Nachricht knicke ich ein. Bedeutet eigentlich die Literaturkritik heute noch was für den Erfolg eines Buchs? Ja, ich glaube schon. Es weiß tatsächlich noch, es sind viele Menschen, die sich genau daran orientieren. Und es ist natürlich immer netter, gute Kritik zu haben als eine schlechte. Ja, naja. Naja, schon, klar. Und wie wichtig sind andere Dinge geworden? Ich meine, du bist jetzt auch schon zehn Jahre im Business. Also zum Beispiel, was seit den letzten zehn Jahren passiert ist, sind so Sachen wie Instagram wichtig geworden und andere so Online-Medien. Ich habe sogar von TikTok-Buchkritikern gehört. Und ist sowas, nimmst du das überhaupt wahr? Also ist das irgendwie wichtig? Also es muss eben nicht nur im FAZ-Föto oder es gibt ja so Wochenzeitungen, die auch relativ wichtig sind gelegentlich, gut besprochen worden sein, sondern du musst auch so Buch-Influencer vielleicht nett behandeln und solche Dinge. Hat sich das verändert? Ich glaube, dass Instagram tatsächlich was bringen kann und auch Twitter. Aber ich kann einfach mit diesen Medien nicht umgehen. Ich habe zwar einen Instagram-Account, aber ich weiß theoretisch, wie es funktionieren sollte. Aber ich bin zu faul dazu. Für mich ist es einfach so ein gutes Foto aufzunehmen. Es ist für mich so viel Stress. Und mir dann so noch eine Geschichte auszudenken. Es ist, ich finde es wie romanschreiben, einfacher, als ich irgendwie täglich diesen Irrsinn zu geben. Also mir ist es einfach zu viel Arbeitsaufwand. Und ich glaube, dass irgendwie wirklich die Instagram-Accounts, die gut sind, dass da Leute dafür eingestellt wurden, die genau wissen, wie es funktioniert. Aber ich habe einfach keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und offenbar ist es dann doch für dich vielleicht auch noch nicht so wichtig, wenn es jetzt richtig relevant wäre. Ich glaube, es ist mittlerweile sogar richtig relevant. Aber ich finde, das ist nicht mein Beruf. Aus mir wird auch definitiv keine Influencerin mehr. Erst zumindest, wenn nicht alle Stränge reißen. Ja, vielleicht so eine Erziehungs-Influencerin. Ja, aber ich glaube, dafür bin ich so ribert. Na eben. Aber ist es nicht schon so, dass, also ich frage mal anders, wie viele gute Literaturkritiken nimmst du wahr? Hat diese Menge zu oder abgenommen? Also wo du denkst, die haben, was du gerade sagst, das ist ja toll, der hat was gesehen, das habe ich einfach übersehen. Ich habe da einen Fehler gemacht. Das ist ja ein Traum. Jemand hat sich wirklich mit dem Werk beschäftigt und sagt, das ist nicht gut, das ist irgendwie, da stimmt was nicht. Und du sagst, ach ja, der hat recht. Das ist ja der perfekte Fall. Aber hast du den Eindruck, dass die Kritik eher besser oder schlechter geworden ist von ihrer Qualität? Ich glaube, ich kann es nur für die letzten zehn Jahre beurteilen. Ich glaube, es hat sich nicht wirklich verändert, aber es gibt tatsächlich die Frage, danach ist, wie viel Zeit hatten sie Menschen, sich darauf vorzubereiten. Ich hatte auch schon Interviews, wo die Leute das Buch nicht zu Ende gelesen haben, sie einfach irgendwas angenommen haben. Und dann haben wir ein fiktives Interview darüber geführt, wie das Buch hätte ausgehen können. Aber ich habe zuerst gar nicht verstanden, dass die Person das Buch nicht gelesen hat. Ach so. Und dann, das ist ein guter Trick. Nee, ich meine, der Journalist war sich ganz sicher, das Buch ist so ausgegangen. Ich war so, äh, nein. Aber der doch. Dann habe ich gefragt, bis wohin haben sie gelesen? 30, ist also 30. Dann ist okay. Und oft ist es so, dass Leute einfach so vorzugeben, dass sie es halt nicht gelesen haben. Dann ist das viel einfacher. Da kommt ein Interview und sagt, ich würde gerne ein Interview über ihr neues Buch machen. Ich habe es aber nicht gelesen. Ja klar, ich meine, wenn die Leute völlig unterbezahlt sind und jetzt 50 Euro pro Interview bekommen, dann können sie halt nicht, also sie können halt nicht den ganzen drei Arbeitstag, Tag investieren, dass sie für diese 50 Euro und ein Radesbuch. Aber könnte man denen nicht vorher die nach vier Seiten schicken als Service? Nein, das macht man halt irgendwie dann. Also das macht ja jeder Verlag. Es gibt ja sowieso, glaube ich, diese Pressemaper, die rumgeschickt wird. Aber oft sind die Leute so prekär, dass sie es halt nicht mehr schaffen, die Pressemaper zu legen. Ich rede ja jetzt so lustig drüber, aber wir sind ja mitschuld an diesen Verhältnissen. Sowas sollte eigentlich sein. Aber passiert. Und das sind halt vor allem auch Leute, ich meine, vor allem in der Kultur. Ich meine, Kultur wird ja nicht so wichtig genommen, dass da, da wird dann auch Trospedanten oder Präkizikanten losgeschickt, die halt überhaupt keine Erfahrung haben, wirklich einfach nicht die Zeit haben, sich vorzubereiten. oder vielleicht nicht wissen, wie es geht. Ich meine, ich greide es auch nicht den Leuten an, sondern es sind einfach die Verhältnisse, die dazu führen. Zum Beispiel beim Radio, wo die Leute so wenig verdienen, dass sie einfach nicht schaffen, die Bücher zu lesen. Aber es sind einfach leider die Verhältnisse, die sind, glaube ich, auch nicht nur bei Literatur so. Und ich finde es auch oft angenehmer, mit Leuten zu tun zu haben, die nicht die Zeit hatten, sich vorzubereiten, als wenn Leute einen komplett missverstanden haben. Das ist halt noch schlimmer, wenn sie alles gelesen haben, aber so komplett das fettige Bild für sich haben. Aber ich glaube nicht, dass sich da irgendwas wirklich verändert hat in den letzten zehn Jahren. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir einfach nicht mehr diese langen Formate haben, dass die langen Formate abgesetzt werden. Wie jetzt? Also lange Formate abgesetzt? Nein, wirklich lange Literatur-Sendungen. Also wirklich lange um Literatur geht, wo man sich für ein Buch 20 Minuten nehmen kann. Also mittlerweile sind es, glaube ich, nur noch vielleicht Maximum drei Minuten, aber wo es tatsächlich länger um ein Buch geht und wo es halt nicht zum Beispiel beim Literarischen Quartett darum geht. Ja, ich finde das Buch ja so und so. Sondern wenn es halt tatsächlich um fundierte Literaturkritik geht, es halt nach ästhetischen Kriterien funktioniert. Also das Literarischen Quartett ist somit schon mal nicht fundiert? Ich glaube nicht. Ich wollte nochmal fragen. Also meine Meinung ist Wir hatten schon zwei Vertreter des Quartetts hier, deswegen ich stelle das mit Bedauern. Was ist denn noch, was ist ein gutes Literaturformat im Fernsehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Druckfrisch ist manchmal gar nicht so schlecht. Aber das ist ja auch sehr pointiert. Das ist ja pointiert, sehr poppig, aber die Vorbetratung ist oft ziemlich gut. Also wo tatsächlich die Leute sich mit dem Werk auseinandersetzen, sehr explizit. Dennis Scheck moderiert ist. Ja, sehr gut. Der Literaturkritiker aus Köln. Es ist ja ein süßes Ereignen, aber es ist halt trotzdem die Vorbereitung ist da. Und es gibt auch eine Vorbereitungszeit. Wie lange schreibst du eigentlich einen Roman? Vielleicht drei Jahre. Manchmal vier. Das heißt, in dem Moment, in dem du dich für einen Stoff entscheidest, weißt du, okay, die nächsten drei, vier Jahre wird das Teil meines Lebens sein. Ich bilde mir immer ein, dass es schneller gehen wird. Das ist mir so der erste Trugschluss. Aber es ist eigentlich dauert es immer länger. Genau. Und ich weiß nicht, so grob, worum es geht, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie sich das Ganze entwickeln wird. Du weißt nicht, wie es ausgeht? Beim letzten Buch war das das Einzige, was ich wusste. Also bei dem historischen Roman? Genau. Einfach, was auf dem Gebiet stand, dass er stirbt. Okay. Und wann. Es ist auch für mich oft das Spannende, weil es einfach überhaupt nicht war, es wie Sachen zusammenkommen. Kurze Seitenfrage zum Schreiben oder auch zum Konzept von Romanen. Ist das eine gute oder eine schlechte Sache, wenn literarisches Schreiben auch so eine Art gesellschaftliche Verantwortung haben möchte? Ich weiß es nicht, das Problem ist, ich bin natürlich mit dem sozialistischen Realismus aufgewachsen. Das war nicht die beste Idee von allen. Das war die beste Idee? Das war immer so, also ich meine, die guten Romane waren natürlich, wo die ganzen, die am besten von jemandem, der in der Fabrik beschäftigt ist, stammen, wo es um diesen sozialistischen Alltag ging, der natürlich immer gut war, vielleicht ein bisschen mühsam, aber Männer immer gut und wo es immer um das Kollektiv geht. Ich glaube, das ist Schrott in den meisten Fällen, aber ich glaube, das ist nämlich schwer, Leuten irgendwas vorzuschreiben. Aber ich glaube trotzdem, dass es natürlich Zeiten gibt, wo es halt nicht anders geht, als sich vielleicht auch mit der Politik auseinanderzusetzen. Aber es ist halt auch unpolitische Literatur, ist gar nicht so unpolitisch, wie sie daherkommt. Es hat etwas nicht zu sagen, ist halt auch eine Entscheidung. Deine Bücher sind politisch unpolitisch. Landschaftsbeschreibung? Hauptsächlich Landschaftsbeschreibung. Putin kommt auch mal vor. Ich glaube nicht. Doch. Wirklich? Ja. Irgendwo kommt Putin vor. Irgendwo wird mal Putin genannt. Aber vielleicht täusche ich mich ja. Vielleicht täusche ich mich ja. Ich vergesse es ja sofort wieder, nachdem ich es geschrieben habe. Naja, aber ich frage das natürlich deswegen, weil einige deiner Bücher schon würde sie zu engagierter Literatur zählen, oder? Ja, klar. Das ist jetzt nicht irgendwie nerdige, in sich geschlossene Erzählungen, sondern die haben schon auch eine klare, für mich jedenfalls klare, Agenda. Ja, definitiv. Und das widerspricht sich aber nicht. Also stört das eher oder ist das sozusagen, das ist dann halt so, oder? Ich konnte nicht anders. Es hat vor allem bei dem Roman Gott ist nicht schüchtern. So klar hatte ich eine politische Agenda, also bis heute. War mir aber auch sehr wichtig in dem Augenblick. Aber das schließt sich für mich nicht aus. Also ich glaube, es kann trotzdem ein guter Roman sein, natürlich eine politische Agenda haben. Aber ich glaube ja sowieso, dass eigentlich fast jedes Buch mehr oder weniger eine politische Agenda verfolgt. Auch wenn es ist, also ich meine, auch wenn es vielleicht vorgibt, unpolitisch zu sein. Aber ich glaube, so ganz unpolitisch ist es nie. Also ich glaube, vor allem glaube ich so die oder die Autorinnen oder die Autoren, die sich als unpolitisch begreifen, sind es in den wenigsten Fällen. Es ist auch, sich als unpolitisch zu begreifen, ist auch ein gewisses Privileg, weil ich trotzdem immer irgendeine politische Haltung dahinter steckt. Ich habe, nur weil wir vorhin über deinen Mann ja mehrmals gesprochen haben, gelesen in der Taz, und das wollte ich dir mal fragen, was das eigentlich bedeutet, ob das stimmte. Da stand in einem Artikel über ihn, dass er einer der ersten Oppositionellen in Syrien war. Was heißt das? Der hat ein Theaterstück aufgeführt. Also das war damals, wo in Syrien es noch keine Proteste gab, aber auf jeden Fall in den arabischen Welten, Ägypten zum Beispiel, Donisien. Und der hat ein Theaterstück aufgeführt, wo der Sicherheitsdienst zwar drin war, aber das Theaterstück hieß Against. Und wo danach, also es war eigentlich so eines der ersten Theaterstücke, die ich sehr explizit gegen das Regime waren. Und hatte er, wie hat er sich damals entschlossen, das trotzdem zu machen? Er wusste ja vermutlich, dass das Konsequenzen haben würde. Ja, aber der hat es trotzdem gemacht. Weil er so ist. Ich glaube, es einfach irgendwann mal nicht anders mehr geht. Also was, ich meine, mich hat irgendwie auch beim, also bei diesem Buch, oder es nicht schüchten, hat mich immer interessiert. Ich wusste, dass es halt vielleicht die Revolution in der arabischen Welt möglich ist, aber definitiv noch nicht in Aserbaidschan. Weil irgendwie den Anfang der 90er noch so tief in uns steckt, dass es, glaube ich, so noch nicht so weit ist. Und das ist sowieso irgendwie der Punkt, der mich, glaube ich, immer sehr interessiert, wann ist es so weit, dass man auch begehrt? Also was muss passiert, bis man wirklich anfängt, das eigene Leben zu riskieren und auf die Straße geht oder sonst irgendwas macht? Und ich glaube, bei ihm war es einfach erreicht. Oder auch, glaube ich, in der ganzen arabischen Welt. Das ist eine interessante Frage, weil zum Beispiel die Mitarbeiterin des russischen Fernsehsenders, die ja jahrelang da mitgemacht hat und plötzlich jetzt an dem Punkt offenbar war, ich meine, ich kann es nur von außen sehen, dass sie dann live ins Fernsehen gegangen ist und gesagt hat, es ist eine Lüge hier und die erzählen euch hier Fake News und es ist Propaganda und das ist ein Krieg. Die scheint auch, zumindest das, was wir wissen von ihr, scheint auch in so einer Situation gewesen zu sein. Ich glaube, irgendwann gibt es einfach so, dass man nicht mehr anders kann, als zu handeln. Und das ist, glaube ich, auch so das, was mich am meisten interessiert. Also wie kommt man überhaupt, wie kommt man zu den eigenen Entscheidungen? Ja, ich finde es auch interessant. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einer Freundin unterhalten, die kennt jemand, die in Russland eine sehr prominente Kulturrolle hat und die ist genau an dem Punkt auch gerade. Wie äußert man sich? Was macht man? Also die ist jetzt nicht so wie Anna de Trepko erwiesenermaßen im weiteren Umfeld von Putin gewesen, aber und zwar auch mit dem Blick, sozusagen, wie wird man später auf diese Zeit zurückschauen? Wie werden sich Leute verhalten haben? Wie wird man das später beurteilen? Also, so wie das in, das ist ja nicht vergleichbar, aber unter Hitler, Deutschland, ja auch war, wie haben sich Schriftsteller und Dirigenten und andere Künstler bis 45 verhalten? Ich glaube, das sind die Fragen, die sich gerade stellen. Definitiv. Aber es gibt leider auch keine einfachen Antworten darauf, weil es tatsächlich einfach so viel mithängt. Also man, ich glaube vor allem in Russland, wenn man sich einmal geäußert hat, das ganze Leben ist ja vorbei. Also das, was man bisher kannte, sondern das muss man wirklich dann handeln. Und auch natürlich auch für die Familie, für viele Leute um einen herum, die ja gar nichts dafür, also die nichts dafür können, dass man sich selber geäußert hat. Also ich finde auch, das sagt sich von außen immer so leicht, wie man sich dann so verhalten würde, aber vielleicht gar nicht so leicht. Ich glaube, man weiß auch nie, wie man sich tatsächlich verhalten würde, bis man in der Situation ist, in der man ausgesetzt ist. Das ist mich einfach zu sagen, man würde sich so und so verhalten, aber letztendlich weiß man es nicht. Stimmt. Dass dein Mann, also weil wir gerade und entsprechend in Deutschland gelandet, das war ja auch, war so ein Zufall. Wollte ja in Libanon weiter, oder? Wie war das? Du warst schon eingecheckt, du warst eigentlich auf einer Gastspielreise in Hannover und wolltest über Berlin zurück in Libanon fliegen, du warst schon eingecheckt, aber dann wurden in Libanon die Regeln für Syrien geändert, sodass sie nachweisen mussten, dass sie einen Mietvertrag haben, eine Arbeitsstelle. Und du wolltest eigentlich nur für drei Wochen in Deutschland bleiben oder für zwei, bis er diese Papiere geschafft hat. also praktisch, das war schon eingecheckt, aber dann haben sie gesagt, ab 9 Uhr gibt es die neue Regelung im Libanon, ab 8 Uhr. Das Flugzeug wäre genau in so fünf Minuten später gelandet, sodass er die Papiere hätte vorzeigen müssen. Und dann haben sie sein Gepäck wieder ausgeladen und er war irgendwie in Berlin gestrandet und er dachte, er bleibt eigentlich nur, bis er seine Papiere wieder hat. Zwei Wochen, ja. Genau, so zwei Wochen, drei Wochen. Dann hat er, der ja kein Englisch gesprochen hat, kein Deutsch, ist eigentlich zu dieser Ausländerbehörde gegangen, um einfach, um sein Visum zu verlängern. Stattdessen haben sie ihn Asyl gegeben. Also damals gab es diese Munizierung Asyl, aber der wollte kein Asyl, dann musste er wieder hin, als es dann aufgefallen ist. Dann musste er den Pass wieder geben, das war eine ewige Geschichte. So übrigens dann auch später, selbst als wir verheiratet waren, die wollten einfach eine Aufenthaltsgenehmigung. Es hat eben explizit kein Asyl ist, sondern dass er diese Aufenthaltsgenehmigung bekommt für einen Ehemann einer deutschen Staatsbürgerin. Selbst da haben sie ihm irgendwie einen völlig falschen Pass gegeben für Geflüchtete oder für Staatenlosen, da mussten wir das wieder umändern. Haben aber die 90 Euro nicht zurückbekommen für den Pass, was mich bis heute ärgert. Wir wollten ja nicht. Wir haben ja einfach gegen deinen Pass und die Hand zurückgezogen. Nehmen wir euren Pass zurück, aber wir wollen das Geld wieder. Genau. Es gibt kein Umtauschrecht. Nee, es ist, ne? Es ist einfach, die Behörde ist nur ein fehlbar. Genau, und dann ist der, und dann dachte, der bleibt bei Wochen, dann haben wir uns eigentlich schon kennengelernt, dann dachte er immer noch, der bleibt bei Wochen. Und dann hat er das erste Jahr ziemlich viel im Ausland gedreht, ohne dass wir wirklich wussten, wo wir landen. Ich frage mich, bei solchen Geschichten suchen wir nicht die ganze Zeit nach Sinn in einem Leben. Und in Wahrheit liegt es daran, ob du fünf Minuten zu spät landest oder nicht. Ja, bestimmt. Und dann lernst du die Frau kennen und jetzt habe ich zwei Kinder und wohne in der Sonnenallee und bin, das ist doch verrückt. Es ist auch ehrlich gesagt das Allerletzte, mit dem wir beide gerechnet hätten. Also es war definitiv nicht geplant. Und das ist auch nicht, was wir uns vorgestellt haben, ehrlich gesagt. Aber ist nicht vieles von dem, was wir denken und tun, der verzweifelte Versuch, Sinn in diese ganzen Zufälle zu bringen? Ich hatte eigentlich kurz vorher jemanden kennengelernt, der eigentlich perfekt war. Also wirklich so, wie du dachtest. Und warum, warum, was ist passiert? Dann kann man halt Ehe. Ja. Also wir hatten auch mal mit einem anderen, jetzt vielleicht sogar einen großen Autor gesprochen in diesem Podcast, Paul Orster, dessen Lebensmotiv ja eigentlich der Zufall ist. Vielleicht komme ich deswegen nochmal drauf. Der sozusagen das ja überhöht wiederum. Was wäre, also ich kann euch denselben Roman dreimal erzählen, ja. Nur wo eine Kleinigkeit sich ändert und plötzlich völlig neues Terrain. Und ja, und weil du jetzt gerade kurz gesagt hast, ja, ich hatte mir eigentlich was ganz anderes vorgestellt. Wie hattest du dir dein Leben vorgestellt? Was war geplant? Es war nichts geplant. Ich wollte immer Mutter werden. Also ich meine, die Kinderfrage stand für mich nie außer Frage, der meintest du erst bei mir, der würde gerne acht Jahre warten. Mühe, nicht mit mir. Genau, aber dann hat sich das irgendwie auch ziemlich schnell erledigt, aber ich hatte nie wirklich eine Vorstellung, von dem ich meine, es gab so, glaube ich, so ein paar Fragen, die für mich nie, die ich nie, also die nie wirklich unter Debatte standen, wie zum Beispiel Mutter werden, aber ich glaube noch nicht mehr, ob das jetzt, ob ich eine Familie mit einem Mann oder mit einer Frau gründe, war für mich eine Frage. Also es war alles sehr offen. Das ist nicht zu überraschen, weil man kann das ja in einem Roman, also zumindest, also jetzt nicht die Geschichte, aber sozusagen, man kann das ein bisschen nachlesen. Aber du kannst ja nicht vom Roman auf die Autorin natürlich nicht. Ja, aber das ist genau wieder das Problem mit einem Roman. Also ich meine auch, was Paul Oster gesagt hat, eben in einem Roman spielen zufällig keine Rolle. Also vielleicht einmal, aber man kann nicht zweimal einen zufälligen Plot reinbauen. Dann wird es unglaubwürdig. Aber ins Leben schauen. Anscheinend. Aber nochmal, vielleicht ist ja auch Literatur, ich entwickle das, während ich spreche, aber ich finde es ganz interessant. Eigentlich ist eure Geschichte eine ziemlich unmögliche Geschichte. Auch dein ganzes Leben ist ja geprägt von eigentlich auch eine Menge externen Ereignissen, die dich dazu geführt haben, dass du zufällig zu einem bestimmten Punkt gekommen bist. Und uns geht es letztlich allen so. Und es ist nicht Kunst, Literatur und so weiter, auch die ganze Zeit damit beschäftigt, Sinn in diesen, in diese Aneinanderreihung von sehr zufälligen Ereignissen zu bringen. Ja, also ja, auf jeden Fall Sinn, aber ich glaube, es kommt auch nochmal darauf an, wie man also in diese Zufälle eine bestimmte Ordnung reinbringt. Ich könnte zum Beispiel auch natürlich sagen, dass natürlich war das alles Zufall und das ist eine unmögliche Geschichte. Auf der anderen Seite wiederum nicht wo wir beide eigentlich aus, wo das oberflächlich so scheint, als ob wir aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, auf der anderen Seite trotzdem nicht, weil wir beide durch sowidisch geprägte Lehranstalten gegangen sind. Interessant. Und uns natürlich halt irgendwie kulturell ziemlich nah sind. Und man erkennt sich dann, wenn man zueinander vorgestellt wird. Ah, sowjetische Ausbildung. Aber zum Beispiel, als unsere Tochter dann eine russische Balletlehrerin hatte und mein Mann hatte Angst, dass sie fünf Minuten zu spät beim Ballet auftaucht. Okay. Da ist klar, der wusste, der wusste, es gibt Ärger. Der wusste, wie es läuft. Und du wusstest es auch und da hat er euch getroffen. Ich wusste es auch, aber ich war schon ein bisschen länger im körperistischen System und deswegen ein bisschen entspannter als er. Aber es war das erste Mal, wo ich wirklich, ich glaube, das erste und das einzige Mal, wo ich wirklich Angst in seinem Gesicht gesehen habe. Großartig. Tochter kommt zu spät zum Ballet. Ja, bei der russischen Lehrerin. Alter. Es war dann klar, dass wir da halt gar nicht mehr auftauchen. Statt da das Spiel rein zu platzen. Aber dann wäre es immer noch Fügung. Also der Sinn, den wir dann in dieser zufälligen Geschichte finden, ist, das Universum wollte, dass ihr zusammenkommt, weil ihr so perfekt zusammenpasst. Ja, weil man das Universum glaubt. Es hat irgendwas, müssen wir dann. Also irgendwie müssen wir die Geschichte zusammenbekommen. Ja. Aber können wir nur in Geschichten denken? Also können wir eigentlich, versuchen wir uns der Welt zu nähern, die eigentlich keinen Sinn ergibt? Kommt jetzt darauf an, du bist ja der Physiker. Ich meine, das Problem ist, ich kann nicht naturwissenschaftlich denken. Ich kann nur in Geschichten denken. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch eine Romanautorin geworden, weil ich mir immer Geschichten selber erzähle. Soll ich jetzt was sagen? Also die Physik geht ja in die andere Richtung. Wir abstrahieren ja von Geschichten. Die Geschichten sind ja nur das, was rausfällt, wenn man die, ja, was ist die Metapher? Die Sprache der Welt. Also sozusagen, was man versucht, ist, die Sprache zu finden, um über die Welt zu reden. Und die Romane, die dann geschrieben werden, sind einfach nur triviale Ableitungen. Und das ist egal, aber du musst die Sprache finden, in der du darüber sprechen kannst. Das ist sozusagen, man geht genau den anderen Weg um und glaubt dann, man könne etwas verstehen, weil man hat ja verstanden, wie die Welt über sich spricht. Rede ich unsinnig? Versteht ihr, was ich meine? Also wir suchen ja eher nach der übergeordneten Gleichung zum Beispiel. Oft ist Mathematik die Sprache, in der man dann darüber redet. Aber das, worüber, was ein Roman wäre ja dann, der Apfel fällt runter. Und nicht, das ist die Gleichung, nach der der Apfel runterfällt. Der kann auch so fallen oder so fallen, aber die Gleichung ist immer, die ist stahl, die ist sozusagen unveränderlich da. Und das wäre der Sinn dahinter. Ja, und der Roman ist aber, was macht denn jetzt, ach, jetzt rollt der Apfel den Hang hinunter. Schau mal, da ist ja noch ein Apfel. Ja, noch ein Apfel. Welche Freude. Und das ist eben, und darin einen Sinn zu finden, ist natürlich Quatsch. Ehrlich gesagt, in der Gleichung, nach der der Apfel fällt, nach Sinn zu suchen, ist wahrscheinlich genauso ein Quatsch. Aber man fühlt sich besser, weil man hat ja irgendwie eine Ordnung entdeckt in den Zufällen. Wenn man eine Ordnung gesucht hat, ne? genau. Naja, man versucht ja irgendwie, was sollen das jetzt? Fünf Minuten zu spät zum Ballettunterricht oder am Flughafen und schon ein neues Leben. Das Kind wird doch kein Ballettstar. Ich bleibe jetzt doch in Deutschland hoch. das hat doch keinerlei Bedeutung. Aber es ist Romanstoffen. Dann erzählen wir uns diese Geschichten und dann, warum machen wir das eigentlich? Ja. Und ist es deshalb eigentlich so wichtig, dass man immer genau in diesem Moment versucht zu sein? Also in dem Moment, in dem ich plötzlich eben diese fünf Minuten nicht nicht mehr habe, um landen zu können, sondern mich umdrehen muss und dann plötzlich diese drei Wochen denke, ich bin in Deutschland, aber nee, dann bleibe ich doch mein ganzes Leben hier. Hoffentlich nicht das ganze Leben. Ich glaube, das darf er nicht hören. Wieso nicht? Ich glaube, das würde nicht so gut ausgehen. Nee, ich glaube, das Problem ist halt natürlich, dass es 2013 war und wo es noch diese Illusion gab, dass es tatsächlich nicht für immer ist und dass sich das Ganze vielleicht doch noch anders ausgeht, wo es, glaube ich, schon 2013 man davon ausgehen konnte, dass das vielleicht doch nicht so gut enden wird. Genau, das wünscht man sich natürlich jetzt in dem Fall überhaupt nicht, aber umso mehr geht es doch dann darum, in diesem Versuchen zu versuchen, in dem Moment zu sein, weil man sowieso nicht weiß, wie es ausgeht. Vielleicht, aber das sind natürlich auch die Entscheidungen, die das ganze Leben danach beeinflussen, aber ich glaube, es ist manchmal vielleicht sogar besser, nicht zu wissen, dass es dann tatsächlich endgültig ist oder es ist noch so eine Kleinigkeit für sich selber, eine kleine Illusion für sich selber übrig zu haben, dass es vielleicht auch noch anders ausgehen kann. Ich habe vor kurzem, da bin ich einem ehemaligen Gast von uns über den Weg gelaufen, Olafur Eliasson, mit dem wir einen Podcast aufgenommen haben, weil der gerade zu Ehren von dem, von Francis Kere so einen kleinen Abend gemacht hat, der eben auch das beste Beispiel dafür ist, ein Junge, ein Schneider-Lehrling, wie wir in Deutschland sagen würden, aus Burkina Faso, der als Teenager ein Förderprogramm bekommt und in Deutschland landet und plötzlich Architekt wird und jetzt den Pritzker-Preis für Architekten geworden hat, also den Nobelpreis für Architektur und dann vor einem steht und sagt, ja, so kann das Leben spielen. Und der sagte, dann unterhielten die sich beide darüber und Olafur Eliasson sagte dann, ich zitiere aus dem Gedächtnis, dass man immer denkt, man könnte das Leben so in geraden Linien planen, aber es findet eben in Kurven statt, die man eben nicht planen kann. Oder bei denen man noch nicht mal weiß, dass man sich gerade befindet. Ja. Man kennt die Gleichung nicht. Man kennt die Gleichung nicht. Genau. Ja, und es gibt, es gibt objektiv überhaupt keinen Sinn, aber man, es ist halt Romanstoff. Wie kommst du eigentlich auf deine Geschichten? Also wann entschließt du dich eigentlich, das ist jetzt eine Geschichte, über die ich schreiben kann? Kurz bevor ich einen Roman abschließe, dann weiß ich eigentlich immer so ganz grob, was der nächste Stoff sein könnte. Ach, das weißt du dann schon? Ja, weil ich immer so ein Gefühl habe, wenn ich einen Roman abschließe, dass es doch nicht das war, was ich eigentlich sagen wollte. Mist. Schon wieder. Schon wieder falsch. Genau, eben. Also die Gleichung bestimmt schon wieder nicht, fast, also knapp daneben. und ich habe immer das Gefühl, ich muss zeigen, dass ich das doch besser kann oder dass ich vielleicht doch wenigstens einmal das aufschreiben kann, was ich meine, aber ich weiß nie, was ich meine oder was ich denke. Also mir selbst nach drei Jahren, ich kann immer so sagen. Also wenn du irgendwann mal das Gefühl haben solltest, jetzt habe ich wirklich das gesagt, was ich sagen wollte, dann hörst du auf zu schreiben? Vielleicht. Aber ich hätte irgendwie Müsso Fasslinger, mein ehemaliger Professor, meinte auch zu mir, naja, wissen Sie, sobald Sie anfangen, das zu mögen, was Sie schreiben, können Sie auch aufhören. Das war es dann. Ich glaube, das stimmt sogar. Weil man ja das Gefühl haben muss, dass man irgendwie noch nicht angekommen ist. Noch nicht angekommen, nur dass, glaube ich, einfach dieses Gefühl, von irgendwas getrieben worden zu sein. Dass man es vielleicht mir doch noch nicht geschafft hat, das auszudrücken oder dass es vielleicht doch nicht noch das ist. Ich glaube, sonst kann man irgendwie nach einem Buch schon aufhören. Ja, genau. Nach einem Buch aufhören ist nochmal eine Frage, geht mir gerade durch den Kopf, weil in der Popmusik ist es ja auch so, aber eben manchmal auch in der Literatur, dass ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin oder ein Musiker oder eine Musikerin ein sagenhaftes Debüt veröffentlicht. Dass ein gigantischer Erfolg wird. Fänger im Roggen, glaube ich, ist auch so ein Beispiel. Aber ich glaube, also eben ganz viele. Und im Grunde genommen, das ist ja ein großes Geschenk, dass man das überhaupt erlebt, also dass es ein Erfolg wird und das kommerziell und auch in der Kritik und so weiter und so fort. Und dass man aber irgendwann kapieren muss, dass man praktisch sein Leben lang es damit aushalten muss, dass dieses Buch oder dieses Album, diese Platte, das wahrscheinlich Wichtigste gewesen sein wird, was man veröffentlicht hat. Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, mein erstes Buch war wahrscheinlich kommerziell das erfolgreichste, aber ich bin davon überzeugt, dass es literarisch bei weiter mich das Beste war. Ich hoffe zumindest, dass ich mich literarisch weiterentwickelt habe. Aber ich glaube, wenn nicht, dann wäre das wirklich traurig. Weil ich definitiv weiß, dass mir beim ersten Buch, dass ich noch überhaupt keine Ahnung hatte davon, wie in der Szene im Roman funktioniert. Ich finde, die Szenen sind viel zu kurz. Ah ja, nee, wie zu mal, Generalkritik. Nee, es ist halt wirklich... Szenen sind zu kurz. Aber es ist halt wirklich so, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich da finde, was ich da mache und wie ich überhaupt in den Figuren komme. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich weiterentwickelt habe. Und das wäre sehr traurig, wenn es nicht der Fall wäre. Es ist klar natürlich, dass das erste Buch immer von der Kritik anders aufgenommen wird als das letzte. Aber es ist mir auch das Faszinierende, dass fast jedes Buch eigentlich auch eine völlig andere Leserschaft hat. Also nicht die Leute, die das erste Buch gemocht haben, die mögen definitiv nicht das letzte und auch nicht zwischendurch. Sondern, und ich hoffe zumindest, dass ich eigentlich mit jedem Buch irgendwas anderes versucht habe. Und dass ich mich hoffentlich nicht wiederholt habe. Aber ich glaube, so was Schlimmste, dass was passieren kann, wenn man versucht, immer wieder das erste Buch zu wiederholen. Ich hoffe wirklich sehr, dass es mein erstes Buch nicht mein Bestes ist. Ich meine, vielleicht ist es das Erfolgreichste. Aber ich hoffe, dass es definitiv nicht das Beste. Das wäre wirklich traurig. Aber es ist ein tolles Buch. Es ist ein tolles Buch, aber es hat auch viele handwerkliche Fehler, die mir, glaube ich, nicht mehr passieren würden. Die waren mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich fand halt, ich fand es ein richtig tolles Buch. Und ich habe mich eher mit voller Neid, die ganze Frage, wie kann das sein, dass jemand, der das quasi geplant war, das als Abschlussarbeiten in Leipzig, wie kann das sein, dass es so perfekt ist? Und nochmal, ich bin jetzt kein Literaturkritiker, aber es wurde ja auch von vielen Leuten, die mehr Ahnung haben als ich, gefeiert. Ja, aber das erste Buch wurde mal viel besser besprochen als den Nachfolgenden. Also man hat ja noch diesen Welpenschutz, wie das offiziell heißt. Aber es gibt ja auch Leute, die schreiben ein Buch und es interessiert gar keinen. Ich meine, ich befähre mich überhaupt nicht. Ich hatte wirklich viel Glück, aber ich glaube nicht, dass es literarisch gesehen das Beste von mir ist. Nö, nö. Also ich hoffe es sehr. Aber es ist klar, wie es ist, das ist das Volkreichste. Aber das ist, also ich meine, zwischen der Abschlussarbeit und der Veröffentlichung ist auch ziemlich viel passiert. Also ich meine, ich hatte ein sehr gutes Lektorat. Das ist ja Zeitaufwendig, ich hatte wirklich nochmal Zeit, das zu bearbeiten. Übrigens hat das auch eine ziemlich schlechte Note damals in Leipzig bekommen. Das Manuskript hat eine schlechte Note bekommen? Also die Abschlussarbeit war, glaube ich, eine 2-2. Das ist in Leipzig vernichtend. Oh, fast. Und was ist dann passiert? Also dann hat das ein Lektorat nochmal? Nee, es ist, ehrlich gesagt, ist es erstmal ganz lange nicht passiert. Ich wurde zwar von vielen Verlagen gefragt, ob ich etwas schreibe, dann habe ich das Manuskript auch eingeschickt, was hat sich keiner davon interessiert. Und es gab auch ziemlich viele Absagen. Und dann ist das Buch zu einer Agentur gekommen, aber nicht so der, bei der ich jetzt bin. Und da gab es auch eine Literaturagentin, die fand es eigentlich okay, aber eigentlich am liebsten hätte sie das fast alles geändert, was in dem Buch kam. Und ich dachte, oh Gott, ich bin mir da nicht so sicher. Und dann hat sie aber gekündigt, dann kam eine neue Agentin und die fand das Manuskript dann doch ganz okay. Dann hat sie gesagt, na gut, jetzt korrigieren wir noch ein bisschen die Rechtschreibung und dann schicken wir es raus. Und als das Manuskript dann aber über die Agentur ging, gab es ziemlich viel, sehr schnell, sehr viele Zusagen, dass sie gesehen haben, als sie viele andere Verlage gesehen haben, dass die vielleicht vier Verlage schon haben wollten, dann wollten sie auf einmal deutlich mehr Verlage haben. Selbst die, die vorher mehr, also es noch nicht, als ich das einfach als Studenten geschickt habe, die zu mir Nein gesagt haben, selbst die wollten es auf einmal doch wieder haben. obwohl sich da gar nicht so viel getan hat. Also ein Loblied für den Agenten. Ja. Oder die Agentin in meinem Fall. Ja. Und was, was ist das? Also das einfach ein Profi, mit dem man oft zusammenarbeitet, sagt, ich finde das gut. Das ist einfach ein Kapitalismus. Aber in der Punkt, glaube ich, was Jochen sagt, aber der stimmt schon, dass praktisch eine Agentur, die ja regelmäßig mit den Buchverlagen Geschäfte macht, vielleicht ernster genommen wird als Absender, als Quelle. Und plötzlich gibt es so eine Angst, ob der nächste Bestseller, der es war, ist ja auch, die Angst, es kann ja berechtigt sein, ist ja nicht nur Paranoia. Ja, das muss ja noch schon nochmal. Und dann gibt es ja diese berühmten Geschichten von Abgelehnten, also sozusagen alle, die es dann abgelehnt haben, müssten ja hinterher sagen, verdammt, ich wüsste. Ach, ich habe von einem Verlag noch eine Absage, also ich habe dasselbe damals eingeschickt, ich habe von dem einen Buchverlag noch eine Absage bekommen, als er gerade für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Ich habe dann Zeitgleich, ja, ja. Mit ausführlicher Begründung. Nee, nicht, aber leider können wir den Manuskript nicht veröffentlichen. Okay, das ist schon seit einem halben Jahr veröffentlicht. Aber hast du zurückgeschrieben? Nein. Nee, ich dachte, das ist jetzt irgendwie auch nicht mehr mein Problem. Ist das denn, wenn ich auch, wenn man, diese Geschichten gibt es ja oft und werden immer wieder erzählt, dann kann man ja auf den Gedanken kommen, was ist denn eigentlich noch an Schätzen an tollen Manuskripten abgelehnt worden und nicht veröffentlicht worden? Ich glaube gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Okay, das heißt, das System insgesamt funktioniert eben doch. Ziemlich gut sogar. Es gibt vielleicht Echt Einzelne Schätze, aber ich glaube, das meiste wird schon veröffentlicht. Weil auch so viel veröffentlicht wird, wo du sagen würdest, naja, das hätte es nicht gebraucht. Wärst du eigentlich eine gute Verlegerin? Nein. Warum nicht? Ich kann nichts rechnen. Okay. Und ich glaube, ich würde einfach nur nach meinem Geschmack gehen und nicht unbedingt darauf achten, dass es ausgewogen ist, dass wir noch irgendeinen wirtschaftlichen Erfolg haben. Nee, also ich glaube, ich habe da wirklich keine Befähigung dazu. Und dann müsste ich mal, das Problem ist auch, als Filetikerin muss man ja auch mit so vielen Leuten verhandeln. Und diese unendlichen Sitzungen sind mir eher bei einem Traum erscheinen. Ja. Darf ich noch mal ein anderes Thema anschneiden oder zu einem Thema zurückkommen, weil ich mich interessieren würde, was du dazu sagst. Wir waren vorhin mal kurz bei Antisemitismus und dem, ich nenne ihn jetzt mal klassischen und dem neuen, der diskutiert wird, der in Deutschland noch relativ neuen. Du hast auch mehrere Essays veröffentlicht und einem geht es auch um Lisa Eckart, über die wir hier schon mal das ein oder andere Mal gesprochen haben. Das würde mich sehr interessieren. Also Thea Dorn war auch mal hier. Je länger wir diesen Podcast machen, desto mehr Leute, die sich mit Literatur auskennen, haben wir schon jetzt. Ich lerne sehr viel hier. Und mit der hatten wir mal etwas ausführlicher über Lisa Eckart gesprochen, weil die sie mal ins Literarische Quartett eingeladen hatte. Und wir haben sie befragt, warum haben sie das gemacht. Die war ja sehr stark in der Kritik. Und Thea Dorn hat meiner Erinnerung nach Lisa Eckart verteidigt und hat das jedenfalls begründet, warum sie das eine richtige Entscheidung fand. Du hast dich sehr leidenschaftlich dazu auch geäußert. Ich glaube, in einem englischen Text, in einem Essay. Genau. Ich bin aus dem Bandzentrum ausgetreten. Bist du? Ja. Nachdem es diesen Brief in Verteidigung von Lisa Eckart gab. Ja. Mich aus. Also wir versuchen nochmal jetzt in unseren Gehirn zu googeln. oder du hast es vielleicht etwas präziser. Es gibt mehrere Auftritte von Lisa Eckart, wo sie Witze macht, die antisemitisch sind. Und man könnte sagen, naja, sie hält uns den Spiegel vor, aber es hat halt tatsächlich, also würde ich auch sagen, keinen doppelten Boden. Vielleicht kannst du es ein bisschen ausführlicher erklären. Ich habe mir das Video, also das erste, zumindest 40 Mal angeschaut. Mindestens. 40 Mal. Mindestens 40 Mal. Über welches Video sprechen wir? Es ist das erste Video, was halt ziemlich lange nach der Veröffentlichung berühmt geworden ist, wo es tatsächlich um diese Witze über jüdischen Menschen geht. Ich habe es mir, glaube ich, mindestens 40 Mal angeschaut und ich habe da keinen doppelten Boden bis heute entdeckt. Ich finde, das ist einfach ein platte Antisemitismus, über den man lacht. Und wenn es da irgendeinen doppelten Boden gäbe oder irgendwas dahinter, hätte man das wenigstens irgendwie ansatzweise auflösen können. Aber das ist einfach, es funktioniert wie ein Bierzelt, weil ich nichts gegen das Bierzelt habe, aber sehr wohl etwas gegen die Performance von Lisa Eckert. Und sie erzählt einfach platte Antisemitische Witze und alle lachen. Punkt. Und könnte es eine Kunstfigur sein, die sie da verkörpert? Ich versuche jetzt nur den Anwalt von dieser Argument von Theodor. Ja klar, das ist eine Kunstfigur. Also hoffentlich ist es eine Kunstfigur, aber was sonst? Aber damit würde sie uns den Spiegel vorhalten. Tut sie aber nicht. Sie geht einfach in eine Verkleidung als Kunstfigur raus und sie erzählt trotzdem dieselben Antisemitischen Witze. Aber es wird ja nicht gebrochen. Es gibt ja irgendwo nicht mal einen Ansatzweise, einen Bruch in der Erzählung. Ich meine, die Leute lachen und das war's. Das ist die ganze Point, dass die Leute lachen. Aber es wird nirgendwo gebrochen. Das wird nicht nochmal reflektiert, das wird nicht aufgelöst. Sondern das ist meiner Meinung nach einfach ein Plei-Deins-Semitismus. Und dass dann nochmal dieser Brief kam vom Penn in Unterstützung, als es dann diese Ausladung gab vom Harbourfront Festival. Und dass der Penn nochmal drüber geschrieben hat, wie entsetzlich das sei. Ich bin dann ausgetreten. Der Penn ist ja jetzt auch gerade wieder, oh, da wollte ich gar nicht mehr drauf kommen. In der Diskussion. Wie siehst du die, also man muss es kurz erklären, Dennis Hüccell, der jetzt der Präsident des deutschen Penn ist. Und was ist nochmal Penn? Ein bisschen Bildungs-Podcast. Eine Vereinigung von Schriftstellern. Das ist die Vereinigung von Deutschsprachigen, also es ist eigentlich eine Vereinigung von Schriftstellern. Es gibt es in fast sieben Land, die für die Meinungsfreiheit und den Frieden eintreten sollen. Recht auf freie Meinungsäußerung. Und Dennis Hüccell? Der jetzt ja, der im Gefängnis saß, festgesetzt von Erdogan in der Türkei, freigekommen ist, deutscher Journalist und Buchautor, arbeitet hauptberuflich bei der Welt, hat in Köln auf einer Podiumsdiskussion den Gedanken entwickelt, dass er doch für eine Flugverbotszone ist über der Ukraine. und daraufhin haben sich fünf ehemalige Präsidentinnen und Präsidenten des Deutschen PEN in einem Brief geäußert und ihn zum Rücktritt aufgefordert. Ich glaube, das ist die Diskussion. Genau. Was? Und er verweigert das. Genau. Der sagt irgendwie sinngemäß, wäre es schön gewesen, wenn die sich mal bei mir selber gemeldet hätten und das ausgerechnet im PEN das Recht auf freie Meinungsäußerung doch irgendwie verteidigt werden sollte. Was denkst du darüber? Ich glaube, der Deutsche PEN funktioniert viel schlechter als alle anderen PENs. Und zum Beispiel auch dieses, es gibt ja eigentlich tatsächlich ein großartiges Programm für verfolgte Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Nur leider klappt es halt von vorne bis hinten nicht. Okay. Also es gibt wirklich so eine Schriftstellerin aus Bangladesch, die hat während ihres Aufenthalts in Deutschland Selbstmord begangen. Es wurde aber nie irgendwie aufgearbeitet. Und ich glaube, man müsste sich halt überhaupt die ganzen Aktivitäten vom Deutschen PEN sich doch nochmal genauer anschauen. Ich finde, mir ist jetzt diese Fluxverbotszone, ich finde es jetzt nicht, dass es gegen die Charterverstöße oder sonst was, weil wir glaube ich einfach alle nicht in der Lage, also zumindest, wir sind ja sowohl Dennis Ducella als auch alle anderen, als auch die vorherigen PEN-Präsidenten, es sind ja keine Außenpolitiker. Ich glaube nicht, dass sie tatsächlich die Kompetenz haben, das tatsächlich auszudiskutieren. Und anscheinend haben es auch unsere Außenpolitiker haben auch nicht die Kompetenz. Das ist mir gerade zu entscheiden. Ich glaube, der Einzige, der gerade die Kompetenz hat, ist halt leider Putin. Aber da würde uns leider die richtige Lösung nicht verraten, wenn man sich das so zu verhalten hat. Es ist halt klar, irgendwas muss getan werden. Aber wie das genau auszusehen hat, das glaube ich für mal keiner gerade, wirklich zu sagen. Aber es ist, glaube ich, worum es tatsächlich beim, ich weiß noch nicht mal, worum es wirklich beim PEN gerade geht. Aber es gab noch mehr. Es gab viel. Das war jetzt nur ein Vorfall um Dennis Jükschel, den ich sehr schätze als Kollegen und das auch mit Interesse verfolge. Es gab viele Aufregungen, auch im Tweets, wo er sich auch zum Teil zur Außenpolitik und anderen Dingen gehört hat. Er ist halt nicht so ein würdiger Vorsitzender eines Schriftstellerverbandes. Ja, ich meine, ich fand ehrlich gesagt, für mich war der absolute Tiefpunkt dieser Unterstützungsbrief für Lisa Eckert. Das war für mich Jenseits. Ich meine, vor allem, es ist ja auch auffällig, dass Lisa Eckert da gerade erwähnt wurde, als die einzige Person, die gerade verfolgt wird, während es noch zwei andere. Zum Beispiel, es gab den Fall von zwei, auch, die eine war Schriftstellerin und zwei, zwei Frauen auch, die gerade von der NSU, die auch öffentliche Figuren waren, die auch Comedy gemacht haben und die von der NSU 2.0 bedroht wurden. Aber da hat sich der PEN komplett rausgehalten. Vielleicht, mir lag es auch daran, dass die Women of Color waren, da war es dem PEN scheißegal, was da passiert ist. Da war es die Redefreiheit, man ja mal sehen, bedrohen, mal sehen. Aber dann bei Lisa Eckert haben sie sich genötigt gefühlt, auf einmal diesen Brief zu verfassen. Das war für mich der absolute Tiefpunkt. Und ich habe wirklich, ich dachte, ich bin irgendwie die Einzige, die das Video nicht versteht und ich habe es mir wirklich 40 Mal angeschaut, aber ich verstehe es bis heute nicht, was daran nicht antisemitisch ist. Vor allem, dann hat sie ja weiter gemacht, hat er weiter diese Witze gemacht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, PEN ist, glaube ich, einfach wirklich, also der deutsche PEN ist ein riesengroßes Problemfeld. Was müsste da passieren? Wahrscheinlich auflösen, Neugründen. Und also, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich glaube, du analysierst oder diagnostizierst in einigen Beiträgen so etwas wie, wie kann ich es formulieren, wäre Lisa Eckert vor 20 Jahren denkbar gewesen? Vielleicht formuliere ich es mal so, wahrscheinlich nicht, dachte ich mir dann so. Also es hätte, ist es auch ein Zeitphänomen, dass bestimmte Dinge wieder so, also die Humorgrenzen und da ist ja eine Form von Ausweitung von Humorgrenzen oder was noch als Humor gelten kann, hat sich das verändert? Hat sich irgendetwas verändert? Es hat dieses Austesten von Grenzen wie bei Kleinkindern, wie viel kann ich noch sagen, bevor ich bestraft werde? Und anscheinend ist das ziemlich viel. Und es ist halt auch immer die Frage in Deutschland, wer kann sich das eigentlich erlauben? Es ist halt zum Beispiel, werden das irgendwie andere auch beim WDR dafür abgestraft werden, dass sie irgendwas auf Instagram liken, irgendwelche jüdischen linken Organisationen oder bei Banijab getragen haben, wenn das irgendwie so sanktioniert wird, ist bei dieser Ecke und dieser Lohnfähigkeit und das Medizmus völlig okay. Also es gibt einfach kein Gleichgewicht dahingehend, wer was sagen kann. Und diese Grenzen werden natürlich immer weiter verschoben, dessen, was irgendwie noch salonfähig ist, was noch witzig ist. Ich finde auch dieses Wort witzig so fürchterlich in diesem Kontext. Und ich glaube tatsächlich, dass es immer Ruhe wird. und ich glaube, dass es irgendwie liegt auch vielleicht in den sozialen Medien, dass das, was irgendwie als Privater bis vorher funktioniert hat, als eine Stammtischbarrolle, dass es mittlerweile auch etwas ist, was halt gesellschaftlich akzeptiert ist. Weil ich glaube, dass diese Grenze dessen, was irgendwie gesagt werden ist oder was darstellbar ist, dass sie tatsächlich sich immer weiter verschiebt und nicht zum Guten. Ja, also nur so eine spontane. Ist es nicht andererseits auch so, dass die Grenzen sehr viel genauer gezogen werden, was man sagen darf und was man nicht sagen darf? Also ist nicht das Bewusstsein für Sprache, für bestimmte Begriffe, für Wörter nicht heute so hoch wie eigentlich nie zuvor? Aber das ist jedes Mal so ein Kampf, der erstmal durch alle überregionalen, regionalen und die lokalsten Zahlungen von allen getragen werden muss. Da müssen sich erstmal alle drüber aufregen. Jeder muss irgendwie was sagen, bis es überhaupt jemandem zugestanden wird. Schon allein das N-Wort, dass man es halt nicht in Kinderbüchern verwendet. Das haben wir bis heute noch nicht ausdiskutiert. Ich glaube, es gab ja diesen drüben Auftritt von der Elke Heidenreich wo sich darüber aufregt, dass man manche Wörter abenden muss. Zum Beispiel im Russischen gibt es für das Wort Juden zwei Begriffe. Der eine ist extrem beleidigend, der andere ist neutral. Und wenn ich höre, dass jemand den extrem beleidigenden Ausdruck verwendet, dann ist für mich die Diskussion vorbei. Dann sehe ich einfach keinen Common Ground mehr. Und mich mit dem Menschen noch weiter zu unterhalten, ist halt die Unterhaltung vorbei. Und es sind auch sehr viele Kinderbücher, wo einfach diese Begriffe vorkommen, die ich ja nicht vorlese. Wo ich das entweder selbst zensiere oder einfach aussortiere. Du hast mal gesagt, es ist immer fürchterlich, wenn man ständig mit Zitaten konfrontiert wird, aber ich wage es dann dazu fragen, weil du mal darüber gesprochen hast, sagen wir mal so, es irritiert dich sinngemäß so ein bisschen die Vorstellung, dass deine Kinder in Deutschland aufwachsen. Ja. Wie geht es dir damit heute? Immer noch. Ist das so? Es ist eine Frage, was ich mir vielmals am Tag die Frage stelle. Das ist mir, glaube ich, so etwas Ähnliches, was Max in Biller gemeint hat, wenn man irgendwie nach Israel auswandert und sofort einen israelischen Pass hat. Diese Frage, wo ich noch leben könnte. Und ehrlich gesagt, die viel interessantere Frage ist eher, in welches Land komme ich rein? Ja. Das google ich ständig. In welches Land du reinkommst? Ja, klar. Aber das machen ja alle, also alle in meinem Freundeskreis. Ja. Mit einem ähnlichen Hintergrund wie ich. Wir wissen alle genau. mit deinem Pass? Ja, nee. Zum Beispiel nach Neuseeland. Nach Neuseeland irgendwie als Friseurin könnte ich noch reinkommen, als Ingenieurin sowieso, aber ich glaube, für Künstler gibt es nicht mal ein Kästchen, was man das anlässt, was man dann kreuzen könnte. Ja, das ist die große Frage. Gibt nichts? Janine Mehapfel, meine Patagonien. Patagonien? Mhm. Oh, Patagonien. Ich bin nicht so ganz bezeugt. Da habe ich erstmal sehr idyllische Erinnerungen. Ja, eine andere Freund von mir ist von Brasilien bezeugt, ich nicht so ganz. Aber auf, also Feuerland, so eine kleine Holzhütte? Ja, und dann? Nein. Kann man da wirklich einreisen? Anscheinend ja. Also einfacher als Neuseeland. Das heißt du, also du hast es jetzt so halb im Scherz und halb im Ernst gesagt, ne? Nee, das ist schon mein Ernst. Genau, aber mit so einem leichten Schmunzeln auf den Lippen. Das heißt, dass du das machst, du beobachtest dich dabei auch selber, dass du das machst? Ja, halt noch nicht, aber man weiß es ja nicht. Also ich hätte auch, meine Freundin in Russland hätte auch für zwei Jahre nicht gedacht, dass sie plötzlich ausreisen müssen, wo sie irgendwie alle regelmäßig im Gefängnis saßen. Aber die dachten auch nie, dass sie irgendwie vier Wochen später in Georgen landen. Christoph, hast du dir noch nie überlegt? Ich habe das getan jetzt. Wir sind ja sehr spät in diesem Podcast, deswegen es hört jetzt eh keiner zu mehr. Stimmt leider nicht. Die hören das ja alle durch. Aber es gab mal so einen Moment, wo ich dachte, Mensch, was ist eigentlich, wenn plötzlich auch hier Verhältnisse sind, dass du denkst, was mache ich jetzt mit meinen Kindern? Wir müssen woanders hin. Also genau dieser Gedanke. Und ich habe jetzt noch nicht gegoogelt, wo ich einreisen könnte, aber das war tatsächlich in meinem Kopf. Was mache ich denn dann? Wo geht man denn dann hin? Und ich glaube, das ist ein großer Luxus, dass man das kann. Jedenfalls meine Generation sich das nie so richtig fragen musste, dass man so ganz überrascht morgens auch denkt, verdammte Axt, was ist denn jetzt, wenn es sehr ernst wird? Ja, das sind ein bisschen Jobs. was man machen könnte. Also nicht, wo man reinkommt. Man kann immer noch Teilchenbeschleuniger anschalten. Das kann ich natürlich überhaupt nicht. Ja, aber selbst die Ukrainer insofern, du hast ja recht, die sind ja auch überrascht worden. Und da würde man ja fast sagen, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass sie überrascht worden sind. Aber der Sergej Majdokov, der jetzt für uns beim Zeitmagazin jetzt jede Woche aus Kiew zeichnet und illustriert, tja, die haben damit gerechnet, dass irgendwann mal der Krieg beginnt, aber nicht in Kiew. Genau, man dachte irgendwie, die Krim. Genau, das bleibt so ein bisschen im Osten. Und der ist morgens aufgewacht mit seiner achtjährigen Tochter im Arm und hat so ein entferntes Bollern gehört und dachte, das kann doch jetzt nicht der Krieg sein. Und dann war es der Krieg. Wie naiv, das hatte ich mir ganz am Anfang aufgeschrieben, jetzt möchte ich auch die Klammer noch einmal aufgreifen, wie naiv war sozusagen der Pazifismus. Du scheinst immer noch sehr überzeugt davon zu sein, es ist mit 100 Milliarden Investment in militärische Güter nicht getan. Natürlich ist es nie mit einer einzelnen Maßnahme getan, aber waren wir insgesamt, wir, also war der Westen, war Europa, war die NATO, waren wir zu naiv? Ich glaube, naiv ist ein sehr nettes Wort dafür. Dumm? Nein. Vielleicht bösartig. Bösartig? Ich würde eher sagen, fahrlässig oder bösartig. Naiv ist ja so, als ob man überhaupt keine Schuld dran hat. Ob man einfach, so wie bei Anders Rogge, naja, ich habe ja irgendwie 60 Millionen geliehen, aber ich konnte ja nichts dafür. Sie hat mich einfach getäuscht. Ich war ja ganz sicher, dass sie das zurückzahlen wird. Also naiv ist halt immer so, als ob man eigentlich nichts dafür kann. Aber der Westen kann sehr explizit was dafür. Das waren einfach Sachen, die man nicht sehen wollte. Es hat auch jetzt, wir sagen Nein zum russischen Gas, aber wir haben einen Vertrag mit Katar. Oder nicht? Ja, absolut. Ich meine, der grüne Wirtschaftsminister. Hast du das Video gesehen? Ja. Ich nicht. Aber ich fand es auch nur, ich habe es im Radio gehört. Ich muss aber auch gedacht, der grüne Wirtschaftsminister, der sich jetzt darüber freuen muss, dass er jetzt in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten dafür sorgt, dass wir das Gas von dort kaufen oder Energie. Also das ist natürlich. Ich gönne es ihm, aber. Naja, ich glaube, er selber hat ihm das ja angemerkt. Ich nicht. Ja. Keine Verteidigung, aber eine Verteidigung. Ja, genau. Ich möchte ihn kurz verteidigen. Er springt jetzt auch in die Bresche für eine Politik, die er nicht allein zu verantworten hat. Und ich finde, ich habe großen Respekt vor Leuten, die dann erstmal die Realität übernehmen und sie dann entwickeln. Also da habe ich größten Respekt. Ich finde das ganz erstaunlich. Ich finde erstaunlich, wie Robert Habeck agiert. Ich finde auch erstaunlich, wie Annalena Baerbock agiert. Dafür aus welcher Partei und welcher ideologischen Historie die kommen, ist es wirklich eine erstaunliche Wendung, muss ich sagen. Und so bizarr es ist, wenn er das Video aus Katar schickt, er reflektiert das auch in dem Video. Ja, genau. Und das finde ich ziemlich gut. Also ich finde es zumindest bemerkenswert. Absolut. Und dann zu sagen, naja, also was dahinter steht, ist ja, wir haben einige Jahrzehnte, naiv würde ich sagen, oder bösartig, bewusst wegschauend, Weichen gestellt, wo wir jetzt eigentlich sagen müssten, naja, das war schon ein bisschen dumm. Und plötzlich werden ja in der Energiepolitik Weichen in sehr kurzer Zeit gestellt, wo man dachte, das könnte auch noch ein Jahrzehnt gehen, das geht plötzlich wahrscheinlich in wenigen Jahren. Und diesen Speed, der da plötzlich ist, den hätte man auch vor zehn Jahren haben können. Also das war schon, vielleicht wie du sagen würdest, man hat sehr bewusst weggeguckt. Es war vielleicht auch bequem. Aber das ist halt auch die Frage, was, wenn Merkel noch eine Macht wäre, was wäre dann passiert? Also hätte sie tatsächlich sich gegen Putin gestellt oder hätte er noch Nord Stream 3 bekommen? Oder? Hätte er Nord Stream 3 bekommen? Oder man könnte auch die Frage stellen, hätte er den Krieg auch, also das ist ja auch eine fiktive Frage, aber wenn Trump und Merkel noch beide an der Macht wären, hätte er den Krieg begonnen? Das klingt gerade wie ein Albtraum, also vor allem Trump. Aber ich meine, wir wissen es halt überhaupt nicht. Genau, aber ich glaube, das ist halt nicht naiv, sondern es geht halt immer, ich glaube, das Problem ist, es geht halt immer nur um die nächsten vier Jahre in der Politik. Also bis zur nächsten Wahl, dass das alles irgendwie gut geht. Und ich glaube, das ist einfach überraschend, dass es gerade dieser Krisenherr, dass der ausgebrochen ist, es hätten genauso gut andere sein können, die genauso nah an Europa sind. aber ich bin leider keine Expertin. Sind wir alle nicht? Wie sollten wir, die Frage an die Expertin, unser Verhältnis zu Russland neu definieren? Genau, ah, danke. Ich weiß jetzt, was ich eigentlich sagen wollte. Ich meine, es ist mit diesem Besifismus und mit den 100 Milliarden zu der Aufrüstung, ich glaube, wir können militärisch keine Kriege mehr gewinnen. Also nicht nur militärisch, sondern das, worum es eigentlich geht, ist, glaube ich, so das große Ganze. Also nicht unbedingt alleine die militärische Vormarsch, die wir vielleicht gewinnen oder stoppen können, sondern es geht, glaube ich, eher um eine Systemfrage. Das hat auch ein Applebaum ziemlich gut beschrieben. Also welches System gewinnt gerade das chinesisch-türkisch-russische oder das westliche? Und ich glaube, was ich... Ist das ein System, das türkisch-türkisch-russische? Ein autokratisches. Ein chinesisch-russisches. Das sind vielleicht nicht ein System, aber das sind auf jeden Fall Autokraten, die sich wunderbar verstehen. Ja, ja. Und die vielleicht mit unterschiedlichen Methoden angehen, aber so unterschiedlich sind die Methoden gar nicht. Zum Beispiel das, wie die Revolution im Iran niedergeschlagen worden ist. Genau das wurde auf Syrien angewendet. Genau das wurde dann später leicht verändert in Weißrussland verwendet und jetzt ist eben die Ukraine dran. Aber das sind ja Methoden, die eigentlich dieselben geblieben sind und die relativ brutal sind, aber auch jetzt auch nicht sehr originell. haben ziemlich gut funktioniert und was ich glaube, was wir wirklich stärken müssen, sind die Zivilgesellschaften. Dass es halt eben für Putin nicht so einfach ist, seine Propaganda durchzudrücken, wie es vielleicht in der Sowjetunion vielleicht noch funktioniert hätte, aber wo es einfach auf einmal eine neue Generation gibt, die eben nicht unter Kontrolle hat und jetzt das Land verlässt. Und ich glaube, das Wichtige wäre vielleicht, die 100 Milliarden nicht dafür auszugeben, dass wir Funkgeräte haben, die funktionieren, sondern eher, dass man diese Menschen gerade unterstützt, sowohl in... Das geht schon nicht nur um Funkgeräte, ne? Ja, klar, aber das ist halt, ich bin irgendwie an diesem Beispiel hängen geblieben, was mich irgendwie zutiefst beeindruckt hat. Dass man das eben in diese Zivilgesellschaft investiert und vielleicht nicht nur in die eigene, also es geht natürlich auch um die russischsprachige Minderheit hier, die gar nicht so klein ist, aber das hat viel besser funktioniert, als ich dachte, sondern es geht auch natürlich darum, dass man jetzt eben diese Menschen auch außerhalb Russland, die Russland jetzt verlassen mussten, auch die unterstützt. Sei das dadurch, dass man russischsprachige Organisationen unterstützt oder den Leuten, den Leuten irgendwie für drei Jahre nach Europa reinlässt oder sonst irgendwie. Aber ich glaube, man darf es halt nicht so laufen lassen, wie es jetzt läuft, weil sonst bleibt einfach niemand übrig. Und das ist, glaube ich, so das Einzige, was eigentlich Putin schaden kann, sind die eigenen Menschen und die eigenen Narrative, die nicht von außen kommen, sondern von innen. Sonst weiß ich halt eigentlich nicht, was man dem eigentlich entgegenstellen kann, der staatlichen Propaganda. Weil das irgendwie von außen, also es kann, glaube ich, nicht nur von außen noktuiert werden, sondern es muss innerhalb der russischen Gesellschaft kommen. Und das ist auch zum Beispiel hier, was wir auch in Deutschland haben, was mich immer ärgert. Und zum Beispiel ist es wahnsinnig schwer, wenn Kinder mehrsprachig gezogen werden, ist es wahnsinnig schwer, arabische Sprachkurse für Kinder zu finden, die ideologisch nicht aufgeladen sind. Und vor allem die so viel kosten, dass man sich das noch leisten kann. Es gibt in Berlin, kenne ich eine einzige Sprachschule, wo es ziemlich gut funktioniert. Die ist aber von Syrern und Syrerinnen gegründet worden, die nicht religiös sind. Und der Rest findet immer in irgendwelchen Konsularen gelegenen Zusammenhängen statt oder in irgendwelchen Moscheen, wo das Arabisch erstens nicht gut ist. Und dann bekommt man so ganz viel Propaganda, die man nicht haben möchte und von denen man eigentlich wegrann ist. Und auf einmal ist man wieder damit konfrontiert. Aber auch bei Russisch ist das immer, das ist nicht ohne. Zum Beispiel auch russische Kurse zu finden, die ideologiefrei sind. Nur dass zumindest die altemane Ideologien sprechen. Ja, die nicht schulenfeindlich sind oder was auch immer. Nee, genau. Und einfach mal, ich meine, es liegt ja auch oft nicht nur an den Veranstaltern, sondern an so ganz viele Sachen. Zum Beispiel gibt es ganz viele russische Lernmaterialien, die aus Russland kommen, wo die Assoziation mit T ist Tank. Ja, Tank. Also T steht für Tank. Und das sind ja so Lernmaterialien, die ich nicht haben möchte. Wo so ganz viel um Vaterland geht, wo ich ja diesmal ausraste. Genau, aber das ist, glaube ich, das, wo, glaube ich, die Milliarden vielleicht ein bisschen besser aufgehoben sind, dass wir, man kann eben hier Propaganda nennen, man kann Narrativ nennen, was auch immer, wo es, glaube ich, aber ich würde es eher demokratische Erziehung nennen, die, glaube ich, noch lange nicht abgeschlossen ist. Und ist die Demokratie das beste Modell, um die Herausforderung unserer Zeit zu lösen? Und das ist eine Frage, die vor Disclaimer zehn, vielleicht 15 Jahren komplett undenkbar gewesen wäre. Und heute ist das so der normale Diskurs. Ich habe da noch ein paar andere Systeme miterlebt. Ich möchte nicht zurück. Also, dass das für die Menschen in der Diktatur, sage ich mal, oder? Nee, wir sind nur offizielle Demokratie, Entschuldigung. Also Badjan ist immer noch eine offizielle Demokratie. Die Wahlergebnisse werden zwar in der Nacht davor veröffentlicht, aber das ist nur ein Fehler. Wann für sie? Ist mal passiert. Die App, eh klar, die App hat nicht funktioniert. Also, es kann sein, dass es für die Einzelnen natürlich von Vorteil ist, wenn sie in einer Demokratie leben, hat es Vorteile. Aber die Systemdebatte ist ja in vollem Gange. Und man ist sich unsicher bei den Kommentatoren, welches System gewinnt. Habe ich gelegentlich den Eindruck. Ich glaube, Adi, ich finde auch. Also, ich meine, ich sehe, ich glaube, das ist halt kein perfektes System, aber ich würde einfach nicht wissen, wie es anders funktionieren sollte. Es gab halt mal eine Zeit, da war klar, dass die Welt strebt einem Endpunkt entgegen. Das ist halt, alle Staaten sind demokratisch und es gibt Freiheit und das ist also unfassbar toll. Und eigentlich hat sich seither alles deutlich in eine andere Richtung entwickelt. Man könnte jetzt aber auch natürlich, ich bin doch immer Optimist, aber ihr sagt, dass die Europäische Union jetzt gerade, zumindest jetzt noch, so geschlossen und stark wirkt, wie in meiner Erinnerung seit, ich weiß gar nicht, Jahrzehnten nicht. Aber ich glaube, da ist es auch das Problem, also, wer wird überhaupt in die Europäische Union aufgenommen? Das ist halt durch die ganzen, das ist ja eigentlich unmöglich, da reinzukommen. also so ein exklusiver Club. Ja, aber natürlich mit der Erfahrung, die die Europäische Union gemacht hat mit manchen Mitgliedstaaten. Nee, ich meine keine Staaten, Menschen. Also Menschen. Ich meine wirklich nur einfach die europäischen Grenzen. Nee, ich habe jetzt mit Staaten. Weil natürlich jetzt zum Beispiel Thema Ukraine, jetzt heute 2022, würde man natürlich sagen, im ersten Moment, das wäre natürlich gut für die Ukraine, wenn sie in der EU wären, aber wie sich die Ukraine selbst entwickelt, weiß ja auch kein Mensch. Und also Ungarn, finde ich, ist schon leider irgendwie auch eine abschreckendes Beispiel, weil ich erinnere mich, man erinnert sich ja, wie euphorisch wir in Deutschland waren, als der Kalte Krieg zu Ende schien und Ungarn war das erste Land, das war das offene, liberale Land im Ostblock. Hätte man sich ja nicht vorstellen können, dass sich das so entwickelt wie jetzt in den letzten Jahren. Ich meine, ich glaube, ein Teil des Problems ist, dass die, wir reden ja immer von diesen Werten, von den demokratischen Werten, aber wir reden halt nicht davon, für wen sie eigentlich gelten. Es ist einfach, ich werde die immer nur in eine bestimmte Staatsbürgerschaft und in vielen Fällen in Hautfarbe geknüpft sind. Was ist, wenn das, also sozusagen, wir haben jetzt schon öfter, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft wir schon darüber gesprochen haben, aber ein Schock, der noch immer nicht ganz verdaut ist, ist ja zum Beispiel, dass China so erfolgreich ist. Auch jetzt ist das Zünglein an der Waage unter anderem ein sehr wichtiger Mitspieler in dem, in der aktuellen Krise ist China und wie, wohin es sich neigt. Und China ist sicherlich keine lupenreine Demokratie, sondern, ich sag mal, Oklokratie wahrscheinlich Herrschaft weniger. was ist, wenn dieses System sich als langfristig das erfolgreichere herausstellt? Ich habe keine Ahnung, leider. Ich hoffe nicht. Aber es gibt keine Hoffnung, dass das eine, also dass Demokratie als besseres System überlebt, am Ende immer. Ich glaube, unsere Demokratie, also ich glaube, das Problem ist, oder Teil des Problems ist, dass der, in Anführungsstrichen, dass der Westen so viele Besprechen macht, die einfach nicht für den Rest der Welt gelten. Also es fängt ja schon alleine an, dass man irgendwie in diese festen Gruppen einfach nicht reinkommen kann. Selbst wenn man irgendwie verfolgt wird oder einen Grund hat, man kommt nicht rein. Und ich glaube, wenn man erstmal ein paar Jahre lang in diesem Flüchtlingscamp gelebt hat oder versucht hat, die europäische Grenzen zu passieren, dass man da eigentlich so allen Glauben an alles aufgibt. Das war zum Beispiel ein Onkel meines Mannes hat jetzt mit drei kleinen Kindern versucht, nach Europa zu kommen. Der war Rechtsanwalt. Der wusste, also von der Türkei über die Landgrenze, der wusste ziemlich genau, was er tut. Er wurde wieder zurückgeschickt. Die wurden zusammengeschlagen, wieder zurückgeschickt. Also diese illegalen Pushbacks. Es gab keine Möglichkeit, das legal nachzuweisen. oder sonst denkt was. Das ist auch eine Situation, also ich weiß nicht, an welcher Grenze sich das abgespielt hat, aber es gab ja die... Türkisch, ja. Aber der wurde halt nicht von der türkischen Seite zurückgeschickt, sondern von der europäischen Seite. Es gab ja diese Situation an der belarussisch-polnischen Grenze, wo man im Nachhinein auch denkt, wenn man das mit dem heutigen Blick sieht, das ist eigentlich völlig, also es war damals schon eine verrückte Geschichte, jetzt ist es unfassbar eigentlich. Ja, vor allem, dass Merkel noch den, dass Merkel Lukaschenko angerufen hat, wegen der ein paar hundert Flüchtlinge. Also es ihnen einfach praktisch diese ganze Aufmerksamkeit und der Anerkennung gegeben hat, nachdem er geleistet hat. Wie in ein paar hundert Leute. Also wie schnell kann Geschichte sich eigentlich bewegen? Und wie absurd erscheint das aus heutiger Sicht? Ich glaube, heute sind wir bei 3,5 Millionen Geflüchteten. Laut Schätzung der UN. Ich meine, auch interessant, Angela Merkel, die ja noch vor zwei Monaten gedacht hat, ihr großes politisches Erbe ist es die ungelöste Klimafrage, die jetzt wahrscheinlich sich auch nochmal ganz andere Fragen stellt, oder? Und was ist die große Frage, die, also wenn man jetzt, was ja bescheuert ist, ein Ranking der großen Weltfragen machen müsste, wäre es dann immer noch, nicht immer noch die Klimafrage? Auf jeden Fall auch, oder? Ich glaube, das ist tatsächlich die Klimafrage. weil wenn es tatsächlich in dem Klima sich so weiterentwickelt, wie es die Wissenschaft sagt, dann ist jetzt die jetzt Gefluchtbewegung nichts dagegen. Naja, und man sieht ja jetzt an dem Krieg, über den wir jetzt so viel geredet haben, der ist ja unmittelbar an die Klimafrage auch gekoppelt. Also die Finanzierung des Kriegs und die ganzen Umstände spielt ja auch voll in das Thema rein. Und die Hungersnöte, die es kommen. Absolut, ja. Aber wir kommen halt immer nicht dazu. Du hast es ja vorhin schon gesagt, das ist ja schon absurd, also auf einer Art ist es absurd, dass jetzt in erneuerbare Energien investiert wird. Nicht wegen der erneuerbaren Energie, also nicht wegen Klima eigentlich. Mein Gefühl wäre, dass, also wenn man das so liest, was gerade passiert, dass, wir sprachen glaube ich kürzlich schon mal drüber, bestimmte Sachen jetzt sehr viel schneller gehen werden und bestimmte Fragen, fundamental Fragen einfach jetzt, nein, müssen wir jetzt machen. die sogenannte Brückentechnologie, also die Brücken, Energie, Gas, zwar jetzt nicht wegzudiskutieren ist bis morgen, aber man wirklich mit erheblich mehr Geschwindigkeit an neuen Dingen arbeitet als bisher. Naja, aber das sind äußere Umstände, die einen dazu zwingen, das zu tun. Es ist ja nicht, weil die Einsicht in den Klimawandel plötzlich da wäre, größer als vorher, sondern weil einen halt die Fall ist, jetzt zwingen. Ich frage mich halt, also eine hier auch schon oft gestellte Frage, sind wir nur in der Lage, eine Krise zu bearbeiten? Also wir als Menschen, aber auch als politischer, also als politisches, als politischer Zusammenschluss können wir immer nur ein großes Problem bearbeiten mit höchster Priorität. Und ist das vielleicht der Grund, warum wir zynischerweise vielleicht nie dazu kommen werden, das richtig anzugehen, weil es kommt halt immer was dazwischen. Also vor der Pandemie war das große Thema tatsächlich, Fridays for Future haben es glaube ich geschafft. Ich werde es nicht vergessen, Davos, das große Treffen der Wirtschaftsmenschen, war dominiert von dieser Frage. Von Greta. Und dann gab es eine Pandemie und dann war, die nächste Frage war, warum haben wir eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit als die berechtigte Frage so viel Aufmerksamkeit bekommen wie für unser Thema wie jetzt die Pandemie. Und jetzt werden diese Fragen wieder gestellt. Wie kann, wo kommen diese hunderten Milliarden plötzlich her? Die hätten wir auch gut brauchen können. Und wenn wir tatsächlich sagen, das Klimading ist aber das große Ding, wie schaffen wir es, mit welcher Erzählung schaffen wir es, die Frage wirklich zu bearbeiten. Oder mit welcher Formel? Naja, die Formel sind glaube ich so weit bekannt. Ja, also die hundert Milliarden sind ein gutes Stichwort. Man fragt sich natürlich schon, warum das eigentlich nicht geht. Ich kann es mir, also, wie könnte so eine Erzählung aussehen? Ich weiß es nicht, aber es ist glaube ich so eine bestimmte Notwendigkeit, die anscheinend noch nicht erkannt ist. Ja, ist das auch. zumindest der Glaube, dass man vielleicht mehr Zeit hat, was man tatsächlich hat. Dass man sich jetzt erst mal um das kümmern muss, dann um das und dann der Rest hat irgendwie Zeit. und 2030 scheint einfach so weit weg zu sein. Also es ist eine Debatte, die in Redaktionen durchaus auch geführt wird. Wie können wir das eigentlich noch gar nicht, wie können wir eigentlich die Tatsachen so erzählen, dass die Tragweite tatsächlich begriffen wird und ich rede ja über mich selbst. Also ich lese das auch so und denke, ja, ja und ich kann sozusagen, wir können es messen am Leserinnen, Leserinteresse. Die Pandemie interessiert mehr Menschen und jetzt natürlich die aktuelle Lage, die natürlich beängstigend ist und sehr konkret interessiert auch viel mehr Menschen. Aber eigentlich müssten wir uns um andere Themen kümmern, aber wir können das nicht, können ja niemanden dazu zwingen. Und wir fragen uns die ganze Zeit, haben wir es irgendwie falsch erklärt? Also weltweit die größten Geister fragen sich das. Hast du eine Idee? Dann nein. Das wäre schön, wenn ich die hätte. Als ist ja dein Beruf, deswegen dachte ich, frag mal, ob es irgendwie, ob wir nur die Geschichte noch nicht richtig erzählt haben. Ich glaube, es ist einfach der Faktor Zeit. Also das scheint einfach noch so weit weg zu sein. Und das ist wirklich vielleicht einfach der menschliche Glaube daran, dass sich noch irgendwas ändern wird. Zum Morgen fange ich an wie die Neujahrsvorsätze. Montag wird alles besser. Doch noch schnell eine Energiewende. Ja, ja. Aber ich meine, Kevin Kühner war ja zuletzt hier und der hat das ja auch beschrieben. Im Grunde genommen ist ja alles klar, was gemacht werden muss. Es ist eigentlich erstaunlich, da das Geld ja da ist, dass es eben nicht passiert oder zumindest nicht so passiert ist bisher. kann schon sein, dass die Zeitenwende jetzt was verändert. Naja, zumal der Schlüssel zu allem ist ja, dass sehr viele Staaten kooperieren und auch das war extrem schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob Lagen wie die aktuellen nicht dazu führen, dass sozusagen wir, wie Christoph schon beschrieben, wir erleben einen wiedererstarken Europas. Das hat natürlich weitreichende Folgen, auch für viele andere Themen, ob das nicht vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung ist. Hoffentlich. Weil wir vorhin schon mal darüber gesprochen haben, was können wir eigentlich tun im Verhältnis zu Russland oder ich sage jetzt mal zu den Russinnen und Russen, weniger jetzt zu Putin, weil du hast es ja vorhin schon mal so angedeutet, dass du glaubst, die Folgen werden noch viel langfristiger sein, das Auseinander Driftens von Russland und jetzt anderen Teil von Europa. Also ich erinnere mich nur an den Podcast, den du letztes Jahr gemacht hast, mit dem Verein zur deutsch-russischen Freundschaft, da ging es auch schon um diese Fragen und das war sozusagen, wenn man das heute hört, natürlich rührend, also sozusagen, da unterhaltet euch auch darüber, ja, mangelndes Verständnis und vielleicht auch mangelndes Interesse an mancher Stelle, wenn man das jetzt hört, denkt man, ja, also das ist ja auf Jahre hin verloren. Wie Jahrzehnte wahrscheinlich sogar. Jahrzehnte. Es ist halt, es gibt ja einfach, glaube ich, keinen Weg mehr mit der jetzigen Regierung weiter zu verhandeln. Ich meine einfach schon an einem, weil alle Versprechen gebrochen worden sind oder weil die Erklärungen so Hannerbrüchen sind. Ich meine, es gibt ja überhaupt keine gemeinsame Basis mehr für irgendwas. Ich glaube immer noch ein bisschen mehr in die russische Zivilgesellschaft als in die Regierung, aber ich bin auch ehrlich gesagt überfragt. Hast du denn noch Familie eigentlich? Also in der ehemaligen Sowjetunion oder sind alle in Israel? Nee, ich habe noch eine Tante in Russland. Ah ja, genau. Aber mit der habe ich auch nicht allzu viel Kontakt. Aber es sind auch alle in der Niedukräne und haben dann auch einen riesen Schreck bekommen, dass sie jetzt tatsächlich die Kampfhandlungen auf Russland ausweiten. Weil sie auch von dort natürlich die, also ich meine, von dort hören sie die Einschläge in Maripol. Ah ja? Mhm. Dann kann man ja auch nicht mehr sagen, das ist irgendwie so wie eine Special Operation, ne? Ich weiß es echt nicht. Oder glauben Ich weiß es nicht. Also ich meine, das Problem ist auch, es wurden ja auch viele Soldaten eingesetzt, die, also die einfach, also es wurde eigentlich von der Regierung, von der russischen Regierung versprochen, dass nur die professionellen Soldaten in Russland kämpfen und halt nicht die Wehrdienst leisten. Aber es war natürlich gelogen, die haben mir so festgestellt, dass sehr wohl sehr viele einfach junge Männer, die in Wehrdienst leisten müssen, die auf einmal in der Ukraine gelandet sind. Die noch nicht mal wussten, dass sie im Krieg sind. Genau, die wurden irgendwie erklärt, die machen irgendwie ein Manöver. Und auf einmal waren sie mitten in Ukraine und auf falschen Prämissen und die Mütter haben extremen Alarm geschlagen. Weil sie Mütter kommen mit sie. Und dann wurde ja versprochen, dass eigentlich wusste, dass sie das nicht. Dann wurde versprochen, dass sie wieder zurückkommen. Ein paar sind zurückgekommen, viele sind immer noch da. Es ist einfach Zeit. Ist das eine, also so furchtbar das ist. Aber ist das eine Hoffnung, die man haben kann? Ich meine, das sind ja oftmals, man hört jetzt die ersten Zahlen, ich kann nicht beurteilen, inwiefern die stimmen, also wie viel tausende Tote ist mittlerweile auch auf der russischen... Angeblich sind tausend. Ja. Gibt, dass sozusagen die Mütter und die Familien, dass das sozusagen doch irgendwie dann sich verbreitert oder eine Debatte auslöst, was eigentlich mit ihren Söhnen da passiert? Ich meine, es sind halt erst mal 10.000 Menschen, die für nichts gestorben sind, also für gar nichts und noch mehr Opfer auf der ukrainischen Seite. Also es ist einfach eine Tragösie und natürlich noch viel mehr für die ukrainische Seite als für die russische, aber auch für die russische. Es ist einfach so völlig irrsinnig und völlig sinnlos. Also es gibt einfach überhaupt keinen Grund, dafür so viele Menschen abzuschlachten. Ich meine, die Krimis ist definitiv nicht wert. Das ist nicht, ja. Kann man da eine Hoffnung haben, dass das also einfach, dass in den Familien dann irgendwie eine Diskussion losgeht oder wird das dann trotzdem hingenommen? Ich weiß es nicht. Ich meine, natürlich wird das diskutiert, natürlich. Manche nehmen es hin, andere nicht, aber so wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich zu wehren. Man kann sich auf die Straße gehen, dann wird man verhaftet. Und das meine ich eben dadurch, dass eben mal weniger Zivilgesellschaft vorhanden ist, so auch engagierte Zivilgesellschaft, desto weniger Möglichkeiten gibt es überhaupt sich zu wehren. Überhaupt zu handeln. Überhaupt zu handeln, genau. Man kann natürlich auf die Straße gehen, dann ist man sofort weg. Das werden sich die Leute natürlich auch nochmal dreimal überlegen. Trotzdem gehen auch immer noch sehr viele Menschen protestieren, aber viele geben noch auf. Und das ist auch, wie lange halten es Menschen überhaupt noch durch, zu protestieren, was sie halt überhaupt tun. Geht dir manchmal durch den Kopf, wie es eigentlich gewesen wäre, wenn ihr da geblieben wärt? Also wie du leben würdest, was aus dir geworden wäre? Deswegen bin ich auch damals ins Literaturinstitut in Moskau gegangen, weil ich das unbedingt wissen wollte. Klar, welche Möglichkeiten es gab, aber es sind halt sehr viele. Das ist übrigens Sherry, den ich jetzt ausschenke. Noch ein Eimer. Ich glaube, ich muss aufhören zu trinken. Okay. Ich probiere jetzt mal Sherry. Ich glaube, ich trinke einen Schluck. Ich probiere auch nur einen kleinen Schluck. Danke, Jochen. Ja, also dann bist du in Moskau. Genau, das ist halt, keine Ahnung, also mich würde es sehr interessieren. Zum Wohl. Zum Wohl. Aber man weiß es, also es ist halt eine Rechnung mit sehr vielen Unbekannten. Könnte man fast einen Roman draus machen. Ja, oder halt wie diesen Text mit den unterschiedlichen Leben. Ja. Dass er irgendwie so oder so laufen kann. Ja, 4, 3, 2, 1. Der Roman von Paul Auster. Sehr interessant. Aber genau, was kannst du dir vorstellen, also wenn du jetzt dir überlegen würdest, wie dein Leben hätte laufen können, wenn ihr nicht nach Deutschland gegangen wäre damals? Ich glaube, da wäre wirklich alles möglich. Ich hätte ihn wieder schon längst tot sein können oder auf Russisch schreiben oder in irgendeinem Büro arbeiten. Glaubst du, dass du auf Russisch andere Geschichten erzählen würdest als auf Deutsch? Definitiv. Inwiefern? Ich glaube auch, meine Stilmittel wären völlig andere. Ah ja? Klar, weil Russisch hat einfach andere Möglichkeiten, sich sprachlich auszudrücken. Ich glaube, es ist nicht nur mein Stil wäre besser. Also ich frage mich auch oft, auf welche Sprache ich eigentlich besser schreiben könnte, hätte ich jetzt nicht die Sprache gewechselt. Aber mit Sicherheit wären es andere Geschichten. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du angefangen hast, auf Deutsch zu träumen? Nein. Aber ich träume nie in Wörtern, ich träume immer nur in Bildern. Also Sprache kommt eigentlich in meinen Träumen überhaupt nicht vor. Und zu denken? Zu denken, das ist bei mir oft sehr unterschiedlich. Es ist meistens Deutsch, es ist je nachdem, wo ich bin. Also wenn ich länger, wenn ich länger als drei Tage in Russland bin, dann wechselt es sofort ins Russische. Aber auch zum Beispiel in Israel wechselt es sofort ins Russische. Und in den USA merke ich, wie mein Denken primitiver wird, weil es auf Englisch stattfindet. Aber ich merke selbst, wie das immer so ein gewisses Limit erreicht, weil die Sprache natürlich viel einfacher wird. Weil du nicht so gut Englisch sprichst oder weil die Sprache eine einfache Sprache ist? Weil man Englisch so limitiert ist. Weil ich natürlich bei Englisch bei weitem nicht dieselben Ausdrucksmittel verfüge wie auf Deutsch. Es ist ja relativ leicht, schlechtes Englisch zu sprechen. Genau. Aber es ist relativ schwer, richtig gutes Englisch zu sprechen. Ja. Deine Mutter hat doch, als sie eine Fernsehserie gesehen hat und plötzlich Jiddisch wieder gehört hat, Plötzlich wieder so ein neues Verhältnis zum Jiddischen entwickelt, ne? Genau, das ist halt eine Sprache, die immer da war, aber die halt nicht wirklich willentlich weitergegeben wurde. Also wir waren fast in der halben jüdischen Familie in der Sowjetunion. Also es sind, glaube ich, nur noch einzelne Ausdrucke, die bei sehr vielen Leuten übrig geblieben sind, weil eben nicht die Sprache als Sprache. Ja. Welche Literar, also, Entschuldige, vielleicht hundertmal gestellt, aber außer Dostoi, wie du sagen würdest, welche... Fand ich übrigens auch gut diese... Das kürzende kannte ich gar nicht. ...es weggespeichert. Warum eigentlich Dostoi? Warum sagen wir... Ist das so ein... Dostoi. Dostoi. Tolstoi. Dostoi. Dostoi auf Deutsch. Eigentlich heißt er Dostoi. Hast du gedacht, das ist ein Kürzel für Dostoyevsky? Ja. Nee, ich mag Dostoyevsky nicht. Das hätte ich jetzt für immer geglaubt. Stell dir mal diese Katastrophe vor. Ich hätte gedacht, du magst Dostoyevsky. Ich dachte, das wäre so eine Art Kosename. Ich habe es auch kurz gedacht vorhin, aber dann dachte ich... Ah, nee, ist genug. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Literarische Vorbilder. Außer den großen... Also Dostoyevsky, nein? Nee, definitiv nicht. Okay. Und Dostoyevsky? Ich komme nicht mit ihm klar. Ich verstehe ihn einfach nicht. Mich nervt einfach dieses... Soll ich oder soll ich nicht zugrunde? Zu Tode wahrscheinlich, auch zugrunde und zu Tode. Es ist einfach dieses... Ich verstehe seine... Ich kann seinen moralischen Vorstellungen nicht folgen. Und ich bin nur von ihm gelangweilt. Aber anders gedreht, positiv formuliert. Gibt es irgendjemanden auf der Positivliste? Den Dostoy? Der nicht alles ausgesprochen wird, aber... Das ist der kleine Dostoyevsky. Bei mir ist es, glaube ich... Nein, Entschuldigung. Nabokov, definitiv. Aber da habe ich mir das Gefühl, ich bin eigentlich zu dumm. Nabokov. Der hat doch auf Französisch geschrieben. Oder er hat erst Russisch geschrieben, Erst Russisch, dann Englisch. Ah, dann Englisch. Französisch war, glaube ich, ziemlich kurz. Ja. Aber hauptsächlich Englisch. Ja. Aber es gibt ja nur ganz wenige Schriftsteller, die ihre Sprache gewechselt haben. Kundera hat die Sprache gewechselt. Kundera hat die Sprache gewechselt. Der hat dann Französisch geschrieben. Genau. Und galt als Vaterlandsverräter dann in Tschechien. Zeitgenössisch Murakami. Ja. Schreibt er jetzt auf Englisch? Es gibt ein Buch, wo er über das Schreiben schreibt. Und ich meine, da schreibt er, ich bin mir nicht sicher, ob das noch stimmt, weil ich bild mir einer, würde jetzt Japanisch schreiben. Aber da erklärt er, dass er auf Englisch schreibt, um einen einfacheren Sound zu bekommen. Und er kann einfacher sich ausdrücken oder klarer auf Englisch. Joseph Conrad auch. Ach, richtig. Genau, der hat die Sprache gewechselt. Und Beckett natürlich. Eigentlich alle, wenn man mal genau darüber nachdenkt. Wie geht das eigentlich? Habe ich mir neulich schon gefragt. Und zwar als Maxim Binner über seine Mutter, glaube ich, gesprochen hat. Irgendwie war doch die Frage, in welcher. Nee, und seine Schwester schreibt auf Englisch. Nun, er schreibt auf Deutsch. Er lebt in Dortmund und schreibt auf Englisch. Sie sprechen aber miteinander Tschechisch. Ich habe es vergessen. Oder auch Russisch. Oder Russisch. Ich glaube sogar Russisch. Sie sprechen Russisch miteinander. Ich glaube, sie sprechen Russisch miteinander. Und ich dachte mir, wie geht das eigentlich? Wie kann man eigentlich in mehreren Sprachen exzellent sich ausdrücken? Ich glaube, aber das geht nicht wirklich, also ich glaube, es gibt einen ziemlich großen Unterschied zwischen Schreiben und sich exzellent ausdrücken. So dämlich das klingt, aber beim Schreiben geht es ja um was anderes. Es geht ja um Strukturen. Man hat viel mehr Zeit, um nachzudenken. Und ich glaube, das hat nichts wirklich mit der Sprachbeherrschung an sich zu tun. Sondern eher darum, welche Figuren man es schafft, welche sprachlichen und handwerklichen Lösungen man findet. Und das kann auch drei Jahre dauern, bis man diese Lösung findet. Und dann ist die Sprache an sich gar nicht so wichtig? Die ist sehr wichtig. Also man muss nämlich genau wissen, was man tut. Aber ich glaube, man kann die Sprache wechseln, weil es halt nicht unbedingt ist. Also man kann, glaube ich, eine Sprache sehr schlecht sprechen und trotzdem sehr gut in die schreiben. was, glaube ich, nochmal was anderes ist. Also ich glaube, einfach dieses Denken funktioniert nochmal anders, als man zum Beispiel diese Sprache spricht oder sie übersetzt. Ich glaube, einfach Schreiben und Ansichten völlig andere Prozesse als Sprechen. Es ist halt eher das Gegenteil vom Sprechen, weil es so langsam ist. Und wenn man irgendwie noch Jahre später so eine Szene zurückkehren kann und sie nochmal abändern, oder man kann sich irgendwie so monatelang Zeit lassen, um den richtigen Ausdruck zu finden. Weil wir waren bei literarischen Vorbildern unabhängig davon, welcher Sprache sie jetzt jeweils geschrieben haben oder auch nur Autoren, die du interessant findest, müssen nicht aus der Historie sein. Nee, es gibt sehr viele, aber es ändert sich natürlich immer wieder. Für mich war natürlich eine Zeit lang Lady Smith extrem wichtig, weil ich glaube, Szene zeigen war für mich so der erste Roman, wo ich wirklich verstanden habe, was der alknosische Prosa ist. Ich habe es, glaube ich, mit 18 gelesen und für mich war das ein völlig neues Weltbild. Das war einfach die Art der Literatur, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Und dass das möglich ist und das hat mir, glaube ich, einfach Szene zeigen gezeigt. Beschreib nochmal, was meinst du mit der Literatur, von der du nicht wusstest, dass die existiert? Dass es einfach tatsächlich so zeitgenössisch ist und dass es tatsächlich über etwas gesprochen hat, was mir sehr wichtig war. Was denn? Was ich eben noch gesucht habe. Für mich, ich konnte es selbst nicht eizekulieren. Also wahrscheinlich tatsächlich dieses Diverse oder das Multikulturelle oder vielleicht einfach nur das, was im Augenblick stattfindet. Was in so einer Gesellschaft völlig anders abbildet und es einfach so witzig ist oder was ich zumindest damals witzig fand und was so unmittelbar ist. Also es mir auch noch natürlich irgendwie auch der auktoriale Erzähl ist auch nochmal ziemlich interessant in dem Roman. Ah ja, wie hieß es nochmal? Das ist, glaube ich, das hat mich auktorialer Erzähl mit ziemlich deutlicher Erzählstimme, was man irgendwie auch nicht so oft hört und ich mich richtig erinnere. Aber das ist, das erinnert sich immer, also das erinnert sich, kommt immer auf die Lebensphase an, welche Bücher gerade wichtiger sind als andere. Welche sind gerade wichtig? Oh Gott, gerade mache ich ziemlich viel Holocaust-Recherche und klassische Musik. Also gerade weiß ich selbst noch nicht so ganz, was tatsächlich wichtig wird und was nicht. Wie und warum und wann bist du eigentlich nach Berlin gekommen? Ich bin zuerst mit dem Gastsemester gekommen. Es gab den Austausch zwischen UdK und Leipzig und ich habe eigentlich angefragt, ob ich in einem Jahr an die UdK kommen könnte. Ich meinte, nee, das ist schon ausgebucht. Kommen Sie jetzt? Kommen Sie in drei Wochen, genau. Und dann hast du gesagt, na gut. Ja, eben. Weil ich hatte wusste dann wieder, hier ist es oder nie und ich würde das Austausch im Semester unbedingt machen. Dann hatte ich mir so drei Wochen, um nach Berlin zu kommen. Dann war ich im Semester da, ich mochte es eigentlich ganz gerne. Dann bin ich aber danach nach Tel Aviv und ich hatte irgendwie so, glaube ich, so eine vage Vorstellung sogar, dass ich vielleicht in Israel bleibe. Aha. Aber ich habe mich ziemlich dagegen entschieden. Warum? Ich finde, es ging nicht zum Leben. Warum? Es war so anstrengend. Warum? Weil alles verhandelt wird. Es ist extrem emotional. Es ist einfach, es gibt so viele Probleme, auf die ich keine Lust hatte. Beispiel? Es ist schon allein das Verhältnis zwischen Palästin und Israel. Zwischen den besetzten Gebieten und dem, was Israel ist, wie man überhaupt. Es gibt auch so viel Rassismus innerhalb der Gesellschaft. praktisch, wo stehen die Russen, wo stehen die Palästinenser, wo stehen alle anderen, wo stehen die Menschen, die aus Afrika eingewandert sind. Wie wirst du in Israel eigentlich betrachtet? Als Russin. Ja. Also es wird auch ausschließlich auf Russisch angesprochen. Ich meine eben schon, also ich war jetzt nicht hundertmal in Israel, aber vielleicht fünfmal und das letzte Mal vor vielen Jahren und ich hatte so eine gute Freundin von mir, die ist auf Umwegen über New York und so weiter, kommt aber glaube ich eben auch aus Russland. Und damals ist es wirklich zehn Jahre her, als ich zum ersten Mal die Geschichte hörte, dass Israel darüber diskutiert, wie viele Russen sollen eigentlich noch einwandern. Das sind ja die ganzen Parteien. Es gab ja auch viel drüber geschrieben. Der Politiker. Damals schon. Stimmt. Und jetzt gibt es ja eine neue, glaube ich, wenn ich das richtig wahrnehme, eine neue Einwanderungsdebatte mit dem Ukraine-Krieg und so weiter. Und es ist interessant, dass du das sagst, also dass du sozusagen das nicht ausgehalten hast. Nee. Und es gab halt für mich überhaupt keinen Grund, das auszuhalten. Das war das Interessante. Ich hatte ja wirklich die Möglichkeit, mit wegzugehen. Zum Beispiel nach Berlin, genau darauf wollte ich eigentlich kommen. Und dann bist du in Berlin, sozusagen. Genau, und Berlin war damals sehr einfach. Einfach. Genau, es war noch vor zehn Jahren, wo Berlin wirklich sehr billig war. Wohnraum war kein Problem. Hab davon gehört. Es war eigentlich so wirklich eine schöne Zeit in Berlin. Es war einfach, also, also man musste sich, also es gab diesen harten Überlebenskampf nicht. Man konnte mit ziemlich wenig Geld ziemlich gut durchkommen. Es war schon fast eine europäische Metropole, aber halt so viel einfacher als Paris, so viel einfacher als London. Also man konnte wirklich ziemlich gut leben. Und hast du damals viel gefeiert auch? Ah nein, aber ich mag einfach keine Clubs. Ach nein? Ich kann hier nicht tanzen. Und ich nehme keine Drogen, also was soll ich denn da? Ah. Also alle Szenen in deinen Büchern, die auch nur entfernt, mit solchen Dingen zu tun. Das war eine sehr qualvolle Recherche. Qualvolle? Ich gehe halt wirklich ganz gerne um elf schlafen. Ja. Also da... Inzwischen immer, wie immer. Ja. Schnell? Sofort. Sag mal, und da in der Sonnenallee, also noch, wenn ich da noch mal kurz nachfragen darf. Du hast mit Begeisterung vorhin erzählt, ihr habt diese Schule aufgetan mit 100% deutsch-russischen Kindern und wir haben da so Witze drüber gemacht, aber das ist ja ein Riesenthema tatsächlich, wenn Menschen Kinder kriegen, ist das plötzlich... Also ich habe zum Beispiel im Kopf ein entfernter Freund, Bekannter, der so eine Karriere als Punkmusiker hinter sich hatte und wirklich sehr fortschrittlich denkter Mensch ist und in Kreuzberg lebte, der hat Kinder bekommen und irgendwann nahm der mich so beiseite und dann so, ich, du, wir suchen, also das, was du willst, wir überlegen wegzuziehen, weil diese Schulen, diese Schulen, da spricht ja keiner mehr Deutsch und so, also diese... Und das war nun wirklich die linkste Person in meinem Bekanntenkreis, das so, was erzählt so, ja, ich weiß schon, ich weiß schon, aber Jochen, es ist so schrecklich und das habe ich nie vergessen und du bist ja in dieser Sphäre... Ich bin ja der Fall, der in die Schule gekommen ist, ohne Deutsch zu sprechen. Ich bin ja das Feindbild. Und jetzt, du lebst aber auch in der Gegend, glaube ich, wo das tatsächlich ein Thema ist, also nochmal auf eine andere Weise als du das vielleicht. Ja, aber ich sehe es irgendwie, also ich sehe ehrlich gesagt, die Deutschkenntnis ist nicht das Problem, weil ich glaube, ich meine, ich bin ja echt, ich glaube, ich habe ja in den letzten Jahren auf dem Spielplatz verbracht und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle da Deutsch sprechen und es ist ziemlich gutes Deutsch. Aber ich meine, mir wurde es auch so oft erzählt, dass die Leute da wegziehen, weil irgendwie, es sind so viele Ausländer dort. Es ist nett, dass ihr das genau mir erzählt habt. Gar nicht, sondern erst, wenn die Kinder in die Schule kommen. Genau, genau, eben, dass wenn die Kinder aus, genau. Wenn es ernst wird. Wenn es ernst wird, wenn die Kinder eingeschult werden sollen, doch auf einmal ein Fallspiel. Es gab auch diese sehr lustige Doku, wo es halt eine Frau gibt in Neukölln, die versucht, das Kind an der Privatschule unterzubringen und sie kriegt nur Absagen. Und dann hat sie irgendwie ihren Selbstgemacht, ihren Brief vorgelesen, ihren Motivationsschreiben. Und dann dachte ich so, ja klar, dass du nur Absagen bekommst. Also ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht, dass mein Kind mit deinem zur Schule geht und dich halt so anstellst. Aber es ist halt so in völlig anderen Gründen. Und da sind natürlich immer diese Ängste davon, dass irgendwie diese Einsprechgaben, die Mehrsprachigkeit der einen, die Einsprechigkeit der anderen bedroht. Aber es sind ja natürlich so völlig unsinnige Ängste eigentlich. Weil ich glaube, das Deutsch an sich ist ja überhaupt kein Problem, sondern es gibt, glaube ich, was Leute meinen, wenn sie das über Deutsch gehen, sondern sie sprechen eigentlich nur über die soziale Klasse. Also sie wollen halt nicht, dass sie eigentlich einen anderen Habitus und sie möchten nicht, dass die sozialen Klassen sich mischen. Weil das sind ja oft die einen, dieselben Leute, die Angst haben, dass auf der einen Schule kein Deutsch gesprochen werden, aber zum Beispiel überhaupt kein Problem damit haben, das Kind an einer englischsprachigen Schule einzuschulden. Wie zum Beispiel die, es gibt hier, also gar nicht so weit von hier, gibt es ja diese Berlin Bilingual School, wo zum Beispiel fast alle Fächer nur auf Englisch geführt werden. Das ist ja klar und ich glaube, auch an vielen internationalen Schulen in Berlin kann man das ermessen, dass die Deutschkenntnisse bei eigentlich Kindern, die eigentlich monolingual deutsch aufwachsen und dann auf diese internationalen Schulen gehen. Ich glaube, auch bei vielen Kindern, die in die Deutsch gehen, ist es im Endeffekt dann gar nicht so hoch, wie sie eigentlich sein sollten. Aus anderen Gründen. Genau, was halt einfach nicht kontrolliert wird. Aber dann ist es ja völlig okay, weil diese Schule ja 10.000 Euro im Jahr kostet oder wie viel auch immer, was einfach so eine soziale Abgrenzung stattfindet. Und das ist ja auch das, was ich in den deutschen Privatschulen so rührend finde, was eigentlich nur nicht um die bessere Ausbildung geht, sondern um davon sich irgendwie sozial abzugrenzen. Und ich glaube, auch diese ganzen Debatten, um dass die Kinder da kein Deutsch sprechen oder sonst was, geht eigentlich nur darum, dass diese Kinder arm sind. Weil in anderen Zusammenhängen in Berlin sind ja auf einmal diese Kinder sehr erwünscht. Aber halt nicht, wenn sie arm sind, sondern wenn sie Eltern das zahlen können. Deine Kinder haben ja den Stempel NDA, was heißt das? Nicht-deutsche Herkunftssprache. Das Lustige ist, in Berlin wird das ja im Kindergarten abgefragt. Und wenn die Kinder nicht-deutsche Herkunftssprache sind, dann bekommt der Kindergarten ein bisschen mehr Geld und Förderung. Ach so, ja, da ist man schnell dabei. Ja, klar, man denkt auch, man tut was Gutes. Aber in der Schule wird das dann oft zum Problem, weil es ja dann wieder, dass etwas gemessen wird, dass sie ja keine Deutsch spricht. Und ich finde es irgendwie auch, also ich das dann gesehen, glaube ich, wenn die Kinder vier sind, dann wird ja im Kindergarten wieder dieser Deutsch-Test gemacht. Wie das Verständnis ist, und da werden wir auch solche Sachen abgefragt. Das Problem ist, der Test wird von den Kindergärtnerinnen gemacht, die zwar tolle pädagogische Fachkräfte sind, aber keine Linguistinnen. So, meine Lieblingskategorie beim Test war, Oberbegriffe einordnen. Und meine Tochter hat ja völlig versagt. Und dann habe ich nachgefragt, welche Oberbegriffe, weil es sind jetzt irgendwie so philosophische, grammatikalische. Ja, nee, das weiß ich ja auch nicht. Was hat die Erzieherin? Aber ich meine, sie haben doch den Test gemacht, ja. Stand halt nicht da. Und das ist ja überhaupt nicht ihre Schuld. Das kann ich ja überhaupt nicht dafür, aber sie müssen halt... Das habe ich nicht verstanden. Was wurde da abge... Also... Ja, das versteht ja keiner. Oberbegriffe. Achso. Aber halt welche. Und wie man das dann genau... Also es wurde halt nicht erklärt, also es ist einfach nur Oberbegriffe, aber es hat welche Oberbegriffe überhaupt damit gemeint sind, ist halt sehr völlig reihhaft. Und die Leute, die halt den Deutsch testen machen, sind halt auch vielleicht nicht unbedingt die nötigen Fachkräfte dazu. Und dann ist es aber trotzdem in der H. Also nicht deutsche Herkunftssprache, was auch immer damit gemeint ist. Und es gibt ja eigentlich in Berlin irgendwie nur noch sehr, sehr wenige Kinder, die tatsächlich ausschließlich deutsche Herkunftssprache sind. Und ist dein, also deinem älteren, das irgendwie schon bewusst? Null. Also weil ich irgendwie auch, muss gar nicht alles kennen. Das glaube ich vor allem in der Regeneration noch mal so viel Diverse ist das in meiner. Das ist glaube ich echt nochmal völlig eine andere Welt. Du hast ja auch mal gesagt, dass du natürlich Diskriminierung erlebt hast und auch Rassismus, hast du ja früher noch beschrieben in deiner Schulzeit. Aber dass es dann schon noch einen Unterschied gab, weil du eben weiße Haut hast. Ein riesiges. Kannst du das nochmal erklären? Das ist schon alleine, als wir ankamen. Ich war ja, ich wurde ja irgendwie zurückgestuft in die vierte Klasse. Und ich glaube, so fast alle Kinder aus dem Asylbewerberheim waren in der selben vierten Klasse. Ich war aber die Einzige, die auf das Gymnasium sollte. Obwohl halt meine Leistungen halt überhaupt nicht die besten waren. Aber so in dieser Rest irgendwie auf die Menschen aus Afghanistan sie sollten auf die Hauptschule, im besten Fall auf die Realschule. Die konnten alle fünf Sprachen fließend. Ich konnte halt nur Russisch und vielleicht mehr bis zehn auf Englisch ziehen, wenn es hochkam. Die waren irgendwie so alle fließend fünf Sprachen und ich gefiel besser in Mathe und eigentlich in allen Fächern als ich und trotzdem sollte ich dann auf das Gymnasium. Das heißt, dann gab es auch innerhalb der Diskriminierten. Ja, klar. Gab es dann auch noch mal. Extreme Abstufungen. Extreme Abstufungen, ja. Genau, schon alleine, dass es halt wie ich in meiner Schule behandelt wurde und wir halt meine Freundin mit dem Mid-Jab. Also das, ich meine, bei mir hätten sich das nie im Leben sich das getraut. Und das auch nach den Anschlägen in Hanau darauf bestanden, glaube ich, dass du die Kinder zur Kita bringst. Warum? Weil ich weiß bin und halt nicht auffalle. Und ich habe auch am Tag danach mit ihnen Deutsch gesprochen. Bewusst. damit... Als Reflex. Wie hat dein Mann reagiert? Gar nicht. Ich habe es mir auch nicht unbedingt erzählt. Weil ich mich selber dafür... Ich wusste ja selber, dass es Unsinn ist und im Augenblick habe ich es trotzdem gemacht. Ich meine, das ist ja mein großer Vorteil. Ich falle hier überhaupt nicht auf. Sag mal in deiner... Wir haben das jetzt öfter gestreift. Wir haben da so ein bisschen dran rumgestupst. In Leipzig. Wie bekomme ich eigentlich in Leipzig Schreiben beigebracht? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Arten von Seminaren. Es gibt die Theorieseminare, in denen halt irgendwas erklärt wird. Aber die sind meistens gar nicht so gut, weil sie von Schriftstellerinnen geleitet werden, die halt nicht unbedingt eine Ahnung von Theorie haben. Man macht dann halt irgendwas, was man machen muss. Und dann gibt es die Praxisseminare und die können entweder sehr gut oder sehr schlecht sein. Und das sieht so aus, dass man so eine Woche vor der Textbesprechung den eigenen Text bespricht. Und dann wird der Text in der Gruppe besprochen und man selber sollte möglichst nichts sagen. Brutal. Es ist ziemlich brutal. Ich meine, zu meiner Zeit war es auch deutlich brutal, als es jetzt ist. Aber ich habe auch schon gehört, dass es vor zehn Jahren noch viel brutaler war, als es zu meiner Zeit war und so weiter und so fort. Es ist extrem brutal. Es ist auch eh nicht nett. Aber ich finde, man lernt, sich nicht zu rechtfertigen. Also wenn man vor diesem Reflex in meiner Hand hat, wo es irgendwie die ersten acht Monate dauert, bis man versteht, das, was man eigentlich meinte, das zwar gut gemeint ist, aber wenn es halt nicht im Text steht, dann ist es halt nicht da. Es dauert sehr lange, das zu verstehen. Und dann weiß man irgendwann mal, wie man auch mit Kritik umgehen kann im besten Fall, ob es wirklich persönliche Kritik ist oder ob es irgendwie tatsächlich irgendwas ist, was halt bei den Texten nicht stimmt. Bei den Literaturtagen von Klagenfurt ist es ja auch so. Ja, aber ich finde, das ist so brutal. Ich finde, das ist halt nochmal was anderes, wenn es halt wirklich in einem Seminar stattfindet, wo man kann danach sich betrinken oder wenn es irgendwie so öffentlich im Fernsehen stattfindet, wo man irgendwie auseinandergenommen wird. Das wird brutal. Man sitzt da und kann sich auch nicht wehren. Man kann sich nicht wehren, aber in Leipzig ist es ja nochmal, im besten Fall ist es ja nochmal von einem Professor oder einer Professorin angeleitet, sodass man am Ende nochmal irgendwie nicht ganz so zerstört rausgeht. Und dass man irgendwie als Professor kann man ja die Diskussion nochmal irgendwo anders hinleiten oder abbrechen und man wirklich merkt, dass es brutal ist. Und es geht halt nicht darum, dass die Studierenden sich über den anderen Text irgendwie profilieren. Das ist ja Klagenfurt, das ist einfach, ich verstehe es halt einfach nicht. Ja. Also ich finde es irgendwie echt ein bisschen zu brutal. Du warst da auch mal im Häschenkurs, wie das damals noch hieß, aber halt nicht bei dem Wettbewerb. Ja, ja. Und hast, also ich habe tatsächlich, es gab eine Phase, da habe ich immer den Fernseher angemacht, wenn Klagenfurt lief. Ist schon lange her, aber ich fand es unheimlich faszinierend, ein paar Jahre lang. Stunden konnte ich da zugucken. Und ich glaube, überhaupt nicht aus Schadenfreude oder irgend sowas, sondern da werden ja auch nicht nur Werke verrissen. Nee, nee. Im Gegenteil. Sondern es ist unfassbar faszinierend, Autoren, Autorinnen zuzuschauen in diesen, diese Diskussionen und so weiter. Ich fand es ganz toll. Ich finde es auch interessant, dass du das sagst. Ich hätte auch so eine Phase, ich weiß gar nicht, zehn Jahre vielleicht her, vielleicht sogar noch länger. Wo man das plötzlich faszinierend fand, dass das plötzlich einfach im Fernsehen auch lief. Also weil es dann über drei, vier Tage ja läuft. Dann über so ein meistens Pfingstwochenende oder so. Also jedenfalls ist es so ein Wochenende, wo man meist, wo es so ein bisschen Frühling ist. Und ich fand das auch faszinierend. Aber mache ich auch nicht mehr. Weißt du, schaust du es? Nein. Hast du mal? Nie durchgängig. Also ein paar einzelne Texte, die mich interessiert haben. Aber ich hatte nie die Phase, wo ich wirklich drei Tage vor dem Fernseher saß. ist, also sozusagen könntest du in Leipzig, gibt es irgendeine Form von Mainstream-Literatur, die dort unterrichtet wird? Oder ist es, könntest du deinen völlig eigenen Stil entwickeln und niemand würde das jemals kritisieren? Ich glaube, das ist so wahnsinnig klein in Leipzig. Zu meiner Zeit waren das 16 Studierende, die pro Jahr aufgenommen wurden. Und wir hatten nur drei Jahrgänge. Und da gibt es in mir so sechs, drei feste Professionen, drei Gastprofessionen. Und die Gastprofessionen ändern sich halt ständig. Und ich hatte damals das Gefühl, dass es eh so individuell ist, dass man das nicht wirklich sagen kann, dass es halt den und den Stil gibt. Weil deswegen sind die Leute viel zu unterschiedlich. Und es ist auch viel zu wenige Leute, um so wirklich zu sagen, dass es halt den Institutsstil, dass es es nicht ist. Es gibt halt viele Texte, die einfach schlecht sind. Aber ich glaube, dafür kann Leipzig nichts. Und hast du da Schreiben gelernt? Ich habe auf jeden Fall viel Handwerk gelernt. Und ich glaube, dass meine Entwicklung dadurch sehr viel schneller vorangegangen ist. Aber ich war ziemlich viel weg. Ich war eigentlich nur, ich war vier Jahre eingeschrieben, aber ich war eigentlich nur wirklich zweimal ein Jahr vor Ort. Und ich war zwischendurch noch ziemlich viel im Ausland. Ich habe noch ein Austauschsemester in Warschau gemacht, in Moskau. Eben in Berlin. Und dann war ich noch ein halbes Jahr in Tel Aviv. Wie war das in Moskau? Sehr interessant. Es war noch die eher brutale Zeit in Moskau. Als Moskau eben noch sehr ruhend wild war und nicht eben wie jetzt. Also sagen wir mal wie vor vier Wochen. Zeit, wo tatsächlich alles sehr aufgehübscht wurde und restauriert. Das Institut war irgendwie auch ziemlich interessant. Die hatten sehr weniger, die hatten sehr viele Theorieseminare, also wirklich Literaturgeschichten und alles Mögliche, die sehr gut waren. Also wirklich sehr fundiert, sehr gut. Aber viele Studierende waren noch sehr jung. Die haben mit 18 angefangen, wo es tatsächlich auch noch Sport gab. los. Es gab Sport. Sport. Als Fach. Das auch genutzt wurde. Genau, aber das gute war, die hatten unterschiedliche Richtungen. Also man konnte irgendwie sehen wie der Prosa, Drama, aber auch Literaturkritik studieren oder Literatur besetzen. Und vor allem Literatur besetzen waren die wahnsinnig gut. Aber es gab sehr viele Werkstattseminare. Und das also eigentlich nur einmal die Woche. Und das war natürlich viel zu wenig. Und Moskau an sich, weil du gerade gesagt hast, das war noch ziemlich wild. Also wie war das Leben dann da? Irgendwie auf der einen Seite sehr spannend, auf der anderen Seite völlig absurd. Wir waren damals, also dieses Literaturinstitut hatte sein eigenes, seinen eigenen Studentenwohnheim. Und da gab es irgendwie so eine Abteilung für ausländische Studierende, was aber auch irgendwie als ein Hotel auch noch funktioniert hat. Also waren irgendwie viele ausländische Studierende und Zirkusmitarbeiterinnen. Also die, ja, also irgendwie so ein Flügel und wenn sie von Studenten nicht ausgebucht war, dann waren wir also Zirkusartisten dort. Ich habe sehr viel über Pinguinaufzucht und Training dort gelernt. Wirklich sehr, sehr viel. Was denn? Wie sie laufen sollen, wie man aussehen soll, also wie die Aufzucht funktioniert, wie man sie trainieren sollte. Pinguine. Ja, Pinguine. Also das war irgendwie so eine Zirkusartisten, die Familie hat mit Pinguinen gearbeitet. In mehreren Generationen. Und Warschau? Warschau war auch noch. Es war dann deutlich friedlicher als Moskau, aber auch ziemlich interessant. In welcher Zeit, von welcher Zeit reden wir? Ich glaube 2006, 2007. Ich war 2005 in Warschau und ich erinnere mich, dass es sehr viel Aufbruch war. Also irgendwie Geld in der Stadt und auch verrückt und Nachtleben war ziemlich verrückt und tolle Restaurants und so. Alles so ein bisschen kaputt auch. Völlig kaputt. aber eben auch so voller voller Energie. Bei diesem Stalin-Tower war ich da mal. Ja. Bei einer Party. Ich war in meinem Leben einmal in Moskau, das ist vielleicht fünf Jahre her, ich weiß es nicht mehr genau, und um unsere damalige Korrespondentin zu besuchen, also irgendwie ergab sich es halt, ach, wir fahren jetzt nach Moskau. Und ich hatte so ein bestimmtes Bild im Kopf, wie das jetzt sein würde, also, ich weiß nicht, jedes Klischee dunkel und die Leute sind unfreundlich und alle tragen Pelzmützen und es ist einfach schrecklich und so ernst oder was auch immer. Und ich war völlig begeistert, weil es war wie ein Prenzlauer Berg. Also die ganze Woche war bestimmt von Hipster, Mode, was auch immer, interessanten Bars und alle. Es fühlte sich wirklich an, wie der Prenzlauer Berg vielleicht sich vor fünf Jahren davor angefühlt hätte. Und ich bin da weggefahren und es gab so Sterne-Restaurants, da haben wir irgendwo Essen, wo ich dachte, fantastisch, das ist also Moskau hier, das ist ja toll. Und habe dann eine, weiß ich noch, eine begeisterte Mail geschrieben, wie toll doch Moskau gewesen sei an unsere Korrespondentin. Und das ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und es ist ja alles so frei und alle reden offen über Politik. Und sie hat mich jetzt nicht beschimpft, aber sie hat, ja, du Tourist, du hast halt jetzt diesen kleinen Ausschnitt gesehen. Trotzdem muss ich, hat mich das sehr, also hat das meine Sicht, dieser eine Mini-Besuch, total verändert. weil ich mir das wirklich anders vorgestellt habe. Und ich glaube, dass es schon einen extremen Bias auch in den hiesigen Medien gab, damals und heute ist es vielleicht ein anderer Bias. Aber die Darstellung von Russland oder von Moskau ist völlig anders als das, was man dann erlebt, wenn man da rumläuft und mit Leuten spricht und so ist. Und natürlich ist Moskau wieder nur ein kleiner Ausschnitt und da, wo ich war, war noch mal ein kleinerer Ausschnitt und so weiter. Und trotzdem hat es mich total verändert. Also den Blick auf das Land, so ein kleiner Besuch. Ging es auch so? Nee. Nee, ich fand es irgendwie einfach, Moskau hat sich auch extrem verändert. Da sind wir, ich war irgendwie eine Zeit lang ziemlich viel da. Und dann war ich, glaube ich, so vielleicht fünf oder sechs, vielleicht sogar länger nicht da. Und ich habe einfach nur einfach, seit ein Bekannter von mir, der wurde aus Russland abgeschoben nach Deutschland als Journalist. und er kam irgendwie in Deutschland und er hat sich beschwert, dass hier alles so rückständig ist. Nichts? Bitte? Du hattest hier nichts funktioniert, nichts ist digital, es gibt überhaupt keine Apps, nichts. Es gibt nirgendwo WiFi. So Gott, aber von uns spricht er. Und dann war ich dann wieder in Moskau und ich war so erstaunt, weil auf einmal der ganze Innenstadt sah völlig anders aus. Es war alles sauber, ordentlich, sicher. Es gab keine Schlaglöcher mehr, die Menschen waren freundlich. Ich meine, als ich da zum Studium, da war dann, sind mir nachts im Park Autos ohne Licht entgegengekommen, das war völlig normal. Also jetzt bleiben sie sogar stehen. Oder sagen wir mal, damals vor dem Krieg, die sind mir sogar bei Rot stehen geblieben, das war ein völliges Novum in Moskau. Dass ein Auto tatsächlich in der Größe stehen bleibt, das ist ungewöhnlich. Ich war richtig schockiert und tatsächlich alle Apps haben funktioniert, das war so viel schneller, der Taxifahrer wusste, wo der nächste Stau ist, aber es wurden auch nicht alle gleichzeitig umgeleitet vom Stau, sondern das ist tatsächlich so, dass der Stau umgehen konnte, mehr oder weniger. Seit Moskau hat er immer ziemlich viele Staus und ich dachte so, okay, interessant. Aber die Provinz von Moskau, also die Provinz von Russland sah natürlich auch völlig anders aus. Da war es irgendwie mit einem Glanz vorbei. Wenn du dir aussuchen dürftest, wo du noch einmal leben könntest, wo wäre das? Italien. Das ist jetzt eine sehr deutsche Antwort. Ja, tut mir leid. Ja, nee, also das ist ja eine große Mehrheit der Deutschen. Seit Goethe relativ populär. Wo, wo, Toskana? Ich glaube, vielleicht gehen wir eher in eine Stadt. Ja. Rom oder eigentlich völlig egal. Ja, Hauptsache Italien. Genau. Was magst du so in Italien? Also, wir sind eigentlich nur deutsche Klischees. Das ist tatsächlich das Wetter, das Licht. Mir gefällt es ganz gut, dass ich die Sprache nicht beherrsche. Das macht alles viel freundlicher. Das ist ja tatsächlich so. Also, wenn man die Sprache nicht kann, dann klingt das alles immer so am Strand auch sofort netter und Straßencafés. Genau, es klingt ja alles super. Ich kann genau zehn Vokabeln. Italienisch klingt aber auch leider auch gut, muss man sagen. Genau, aber ich komme da ziemlich gut durch, um das einfach alles nicht zu verstehen. Alles klingt nett, alles klingt super. Sieht sehr gut aus. Ist alles höchst ästhetisch. Und gibt es denn Gründe, das nicht zu machen? Nein. Oder? Eigentlich nicht. Ja. Ihr seid beide freiberuflich? Ja, das ist die große Frage. Lernen wir die Sprache oder lassen wir es einfach so nett? Kommt noch eine achte Sprache dazu? Genau, aber vielleicht irgendwann mal. Was mich zu der Frage führt, fahrt ihr, gibt es sowas wie Urlaub bei euch? Also fahrt ihr irgendwo hin? Wir sind nicht wirklich kompatibel, was Urlaub betrifft, weil die Kinder möchten nur zu dem Strand. Mein Mann hat den Strand. Und ihr behauptet, ihr kriegt davon Migräne. Vom Strand. Genau, aber wir haben es noch nicht ausprobiert. Okay. Genau, wir fahren jetzt, wir werden jetzt tatsächlich zusammen nach Venedig fahren, aber ohne die Kinder. Ah. Mal sehen. Okay. Wo wir es wirklich machen. Aha. Aber es ist ein Thema, ein ungelöstes. Nee, es ist nicht ungelöst, aber es ist halt einfach so. Mhm. Aber wir sind, ich meine, unsere Ehe funktioniert, aber wir funktionieren im Urlaub nicht unbedingt miteinander. Weil wir völlig anderen Tagesablauf haben. Wie, normalerweise habt ihr ja den gleichen Tagesablauf. Ihr habt Nord getrunken. Ja, aber dann, ach so. Mein Mann ist zum Beispiel in der Nacht ganz gerne wach und arbeitet nachts oder trifft Freunde und ich gehe halt immer schlafen. Ja. Ihr seht euch nicht so oft. Ihr seht euch schon, aber der eine schläft halt immer. Aber mit Kindern geht das nicht. Mit Kindern geht das nicht, deswegen hat er sich um seinen Tagesablauf angepasst. Ich meine, ich habe mich auch den Tagesablauf der Kinder angepasst, ehrlich gesagt. Also, wenn es nur nach mir ginge, dann würde ich halt eher um elf oder zwölf schlafen gehen, nicht unbedingt um acht Uhr dreißig. Also die Weine waren heute auch sehr gut, muss ich sagen. Was ist denn mit dem, ich glaube, es ist Sherby. Ist es mal Sherby? Nein. Aber ich würde auch vielleicht demnächst das Schlusswort auch sagen. Aber das haben wir doch längst vergessen. Ich habe gar keine Ahnung. Das ist die fettfreie Milch. Wir sind ein Bereich. Untertitelung. BR 2018